Dritter Teil Winter, ganz in Frost gehüllt Edmund Spencer, die Feenkönigin Durch Furcht von Schwertes streichen tief und schwer Edmund Spencer, die Feenkönigin In der zweiten Novemberwoche fielen Jones weiße Blutkörperchen in Folge der Chemo gefährlich ab und sie wurde ins Krankenhaus eingewesen. Stryke ließ die Detektei unter Robins Fittichen und Lucy ihre drei Söhne in der Obhut ihres Mannes zurück und beide reisten überstürzt zurück nach Cornwall. Strykes neuerliche Abwesenheit fiel mit der monatlichen Teamsitzung zusammen, die Robin erstmals allein leitete, als jüngste und unerfahrenste Ermittlerin der Detektei und einzige Frau. Sie war sich nicht sicher, ob sie es sich nur einbildete, aber sie hatte den Eindruck, Hutchins und Morris, die beiden Ex-Polizisten, diskutierten den Dienstplan für den kommenden Monat und ihr weiteres Vorgehen, was Wiese betraf, kontroverser, als wenn's Tscheik dagewesen wäre. Robin fand überdies, Wiesels Assistentin, die auf Kosten der Deliktei mehrmals groß ausgeführt worden war, ohne dass sie je preisgegeben hätte, was ihr Boss gegen den Firmenchef in der Hand haben könnte, müsse als mögliche Quelle aufgegeben werden. Sie hat entschieden, dass Morris sich ein letztes Mal mit ihr verabreden sollte, um ihre Beziehung so zu beenden, dass kein Verdacht zurückblieb, worauf er es abgesehen haben könnte. Danach wurde es Zeit, fand Robin, dass sie versuchten, in Wiesels soziales Umfeld vorzudringen, um die gewünschten Informationen direkt von dem Mann zu erhalten, gegen den sie ermittelten. Bargdi war der einzige Freier, der Robin beipflichtete, und sie unterstützte, als sie darauf bestand, Morris möge die Verbindung zu Wiesels Assistentin kappen. Bargdi und Robin hatten mal gemeinsam nach einer Leiche gegraben, solche Dinge schweißten zusammen. Die Erinnerung an die Teamsitzung beschäftigte sie noch immer, als sie später in ihrer Wohnung an der Finball Road auf dem Sofa lag, jetzt in Schlafanzug und Morgmantel und an ihrem Laptop arbeitete. Dacke Wolfgang hatte sich zu ihren nackten Füßen zusammengerollt und hielt sie warm. Max war ausgegangen. Am vergangenen Wochenende hatte er unvermittelt verkündet, er fürchte von einem Introvertierten zum Einsiedler zu werden und eine Einladung zu einem Abendessen mit Schauspielerkollegen angenommen, obwohl die mich alle bemitleiden werden, aber ich nehme mal an, dass ihnen das Spaß machen dürfte, wie er beim Gehen bitter bemerkt hatte. Um Elfer Robin mit Wolfgang noch mal kurz um den Block gegangen, Ansonsten hatte sie den Abend mit dem Verbämbere verbracht, für den sie keine Zeit mehr gehabt hatte, seit Streit nach St. Maus gefahren war, weil die vier anderen Fälle im Auftragsbuch der Detektei ihre volle Arbeitskraft beansprucht hatten. Robin war nicht mehr ausgegangen, seit sie sich an ihrem Geburtstag mit Ilse und Vanessa auf einen Drink getroffen hatte, was ihr weniger Spaß gemacht hatte als erhofft. Ihre Unterhaltung hatte sich hauptsächlich um Beziehungen gedreht, weil Vanessa mit einem behandeln Verlobungsring am Finger aufgekreuzt war. Seither hatte sich Robin auf Arbeitsüberlastung während Streits Abwesenheit herausgeredet, um weiteren Treffen mit ihren Freundinnen aus dem Weg zu gehen. Der Vorwurf ihrer Cousine Katie, sie sei in eine andere Richtung unterwegs als alle anderen, setzte ihr immer noch zu, aber in Wirklichkeit hatte Robin keine Lust gehabt, in einer Bar zu stehen, während Ilse und Vanessa sie ermutigten, auf die Erwachsen eines beliebigen, nur allzu durchschaubaren Mannes wie Morris einzugehen, der locker plaudern konnte und schlechte Witze machte. Strike und sie hatten die Leute, die sie im Fall Bamboo aufspüren und nochmals befragen wollten, untereinander aufgeteilt. Leider wusste Robin nun, dass sie mindestens vier der ihr zugeteilten Personen nicht mehr würde befragen können. Durch sorgfältige Auswertung von Querverweisen war es ihr gelungen, Willie Lomax zu identifizieren, den langjährigen Hausmeister von St. James on the Green in Clerkenwell. Er war 1989 gestorben und Robin hatte bisher keinen einzigen Verwandten ausfindig machen können. Auch Albert Schimmings, der Florist und potenzielle Fahrer des zu schnellen Lieferwagens, der am Abend von Marbes Verschwinden gesehen worden war, war tot. Aber Robin hatte sich per E-Mail an zwei Männer gewandt, die sie für seine Söhne hielt. Sie hoffte, die beiden korrekt identifiziert zu haben, ansonsten hätten ein Versicherungsmakler und ein Fahrlehrer ziemlich rätselhafte Nachrichten von ihr bekommen. Bisher hatte keiner der beiden auf ihre Gesprächsbitte reagiert. Wilma Bayless, die ehemalige Putzfrau der Praxis, war 2003 gestorben. Die Mutter von zwei Söhnen und drei Töchtern hatte sich 1975 von Jules Bayless scheiden lassen, sich zur Sozialarbeiterin weitergebildet und eine erfolgreiche Familie großgezogen, um die ein Architekt, ein Rettungssanitäter, eine stellvertretende Schulleiterin, eine weitere Sozialarbeiterin und eine Labour-Stadträtin angehörten. Einer der Söhne lebte in Deutschland, trotzdem hatte Robin ihn wie seine vier Geschwister über E-Mail und Facebook kontaktiert, bislang allerdings ohne Ergebnis. Dorothy Oakden, die Pazze-Sekretärin, war mit 91 Jahren in einem Pflegeheim in Norflanden gestorben, Robin war's bisher nicht gelungen, deren einzigen Sohn Karl aufzuspüren. Unterdessen blieben Prozetschwo, Magus' Exfreund und Gloria Conti, die Empfandsdame, eigenartig schwer fassbar. Anfangs war Robin erleichtert gewesen, als keine Stabeurkunden für sie zu finden waren, doch obwohl sie Telefonbücher, Volkszählungsunterlagen, Gerichtsurteile, Unterlagen von Standesämtern, Pressearchive und soziale Medien durchforstet hatte, stand sie noch immer mit leeren Händen da. Die einzig möglichen Erklärungen, die ihr einfielen, waren Namensänderungen, Inglorias Fall durch Heirat und Auswanderung. Was Mandy White betraf, die Schülerin, die Margot hinter einem regenlassen Fenster gesehen haben wollte, waren online so viele Amanda Whites im ungefähr richtigen Eider zu finden, dass Robin zu fürchten begann, sie würde die richtige nie finden. Diese Suche war für sie besonders frustrierend, weil erstens viel dafür sprach, dass Mandys Nachname nicht mehr White lautete und Robin es zweitens, wie schon die Polizei vor ihr, verhöchst unwahrscheinlich hielt, dass Mandy an jenem Abend wirklich Margot am Fenster gesehen hatte. Nachdem Robin die Facebook-Accounts von sechs weiteren Amanda Whites begutachtet und verworfen hatte, gähnte und regelte sie sich und fand, sie habe sich eine Pause verdient. Sie stellte den Laptop auf den Couchtisch, schwang vorsichtig die Beine vom Sofa, um Wolfgang nicht zu stören, und durchquerte den offenen Wohn-Essbereich, um sich an der Küchenzeile eine kalorienarme heiße Schokolade zu machen, von der sie sich einredete, sie schmecke köstlich, weil sie, auch inmitten dieser langwierigen, meist im Sitzen verbrachten Ermittlung, weiter auf ihre Linie zu achten versuchte. Als sie das wenig appetitanregende Pulver in kochendes Wasser rührte, stieg eine Wolke Tubarosenduft auf und vermischte sich mit dem synthetischen Karamellgeruch. Obwohl sie gebadet hatte, haftete immer noch Frassat an ihrem Haar und ihrem Pyjama. Das Parfum war ein kostspiediger Fehler gewesen, wie er inzwischen klar war. In einer Wolke aus Tubarosenduft war sie ständig kurz davor, Kopfschmerzen zu haben, und kam sich außerdem vor, als trüge sie untertags Pelz und Perrin. Wobbins Smartphone, das neben dem Dackel auf dem Sofa lag, klingelte, als sie gerade wieder nach ihrem Laptop griff und zweckte Wolfgang, der sich missmutig auf die arthritischen Beinchen hochstendte. Wobbin setzte ihn auf den Teppich, ehe sie nach dem Handy tastete, und zu ihrer Enttäuschung sah, dass nicht Strike, sondern Morris anrief. »Hi, Saul«, seit dem Geburtstagskuss bemühte sich Wobbin bei Morris um einen kühlprofessionellen Umgang. »Hey, Wobbs, du hast gesagt, ich soll anrufen, wenn ich was hab, auch wenn's schon spät ist.« »Ja, natürlich, aber ich hab nie gesagt, dass du mich Wobbs nennen darfst.« »Es gibt's«, sie sah sich nach einem Stift um. »Ich hab Gemma heute Abend unter Alkohol gesetzt. Du weißt schon, wie seht's Assistentin. Im Sofa hat sie mir erzählt, ihrer Meinung nach hat ihr Chef gegen seinen Boss irgendwas in der Hand.« »Was soll daran neu sein?«, dachte Robin und gab die Suche nach einem Schreibgeweb auf. »Wie kommt sie darauf?« »Anscheinend hatte hier gegenüber geäußert. Keine Sorge, meine Anrufe nimmt er immer entgegen. Und ich weiß, wo seine Leichen begraben sind.« Vor Robbins innerem Auge erschien ein Malteser-Kreuz. »Im Scherz natürlich«, fuhr Morris fort. »Wiesel hat so getan, als hätte er einen Scherz gemacht, aber Gemma ist nachdenklich geworden.« »Aber sie weiß keine Details?« »Nein, aber hör zu, in Ernst. Gib mir noch etwas Zeit, und ich krieg sie dazu, ein Mikro zu tragen. Ich hab mich nicht selbst loben, aber bald hab ich sie soweit. Gib mir nur noch ein bisschen Zeit.« »Soul, hör zu. Tut dir wirklich leid, aber wir haben darüber gesprochen«, rief Robin ihm in Erinnerung. Sie unterdrückte ein Gähnen und ihre Augen tränten. »Unsere Klienten wollen nicht, dass Angestellte erfahren, dass sie in der Sache ermitteln. Also dürfen wir ihr auch nicht verraten, der du bist. Wenn wir sie jetzt unter Druck setzen und sie ihren Chef bespitzeln soll, fordern wir sie quasi dazu auf, ihren Job zu riskieren. Außerdem laufen wir Gefahr, dass uns der Fall um die Ohren fliegt, wenn sie beschließt, ihm zu erzählen, was sie weiß.« »Hör zu, ich will echt nicht angeben, aber, Saul, es ist eine Sache, wenn sie dir betrunken etwas anvertraut«, sagte Robin. »Warum hört ihr nicht zu? Darüber haben wir lang und breit diskutiert. Aber es ist etwas anderes, eine diesbezüglich unerfahrene junge Frau aufzufordern, für uns zu spionieren.« »Sie ist scharf auf mich, Robin«, sagte Moise ernst. »Es wäre verrückt, das nicht auszunutzen.« Unwillkürlich fragte sich Robin, ob Moise mit der jungen Frau geschlafen hatte. Strike hatte immer klargemacht, so etwas dürfe nicht passieren. Sie sank aufs Sofa zurück, und ihr fiel auf, dass ihr Exemplar von »Der Dämon vom Paradise Park« warm war. Der Dackel hatte darauf gelegen. Inzwischen sah Wolfgang sie mit dem vorwurfsvoll traurigen Blick eines alten Mannes unter dem Esstisch hervor an. »Sawn, ich glaube wirklich, es ist Zeit, dass Hutchins dich ablöst und versucht, mit Wieselt selbst weiterzukommen«, sagte Robin. »Okay, aber bevor wir diese Entscheidung treffen, lass mich Strike anrufen, und du hustst Strike nicht an«, unterbach Robin in unwirsch. »Seine Tante ist...« »Er hat in Kornbill genütend Sorgen.« »Du bist ja süß«, Moise lachte kurz auf. »Aber ich wette, Strike würde ein Wörtchen mitreden wollen. Er hat mich mit der Leitung betracht«, unterbach Robin ihn eindeutig ungehalten. »Und ich sage dir hiermit, dass du bei dieser Frau ans Limit gegangen bist. Sie weiß nichts Nützliches, und sie weiter unter Druck zu setzen, könnte auf die Deliktei zurückfallen. Wer also bitte sofort damit auf. Du übernimmst morgen Abend Postkarte, und ich sage Andy, dass er sich um Wiese kümmern soll.« »Pause.« »Ich habe dich aufgebracht, stimmt's?«, fragte Moise. »Nein, hast du nicht«, entgegnete Robin. Immerhin war aufgebracht etwas anderes als ungehalten. »Ich wollte dich nicht... hast du nicht, Saul. Ich erinnere dich nur daran, worauf wir uns in der Besprechung geeinigt haben.« »Okay«, sagte er. »Also gut, hey, pass auf. Kennst du den von der heißen Tussi, die sich als Sekretärin bewirbt?« »Nein«, Robin biss die Zähne zusammen. »Der Chef, ganz angetan, fragt nach ihrem Gehaltswunsch.« »Na, so 2000«, sagt sie, »aber mit Vergnügen«, erwidert der Chef, »darauf die Bewerberin, mit Vergnügen mindestens 3000.« »Haha, nach Zau.« »Warum habe ich »haha« gesagt?«, fragte sich Robin wütend, als sie ihr Handy weglegte. »Warum habe ich nicht einfach gesagt, wer auf mir beschissene Witze zu erzählen? Oder einfach geschwiegen? Und warum habe ich bitte gesagt, als ich ihn aufgefordert habe, sich an unserer Abmachung zu halten? Warum verhätschle ich ihn?« Sie dachte an all die Male, bei denen sie Matthew etwas vorgespielt hatte. Orgasmen vorzutäuschen war nichts, im Vergleich dazu gewesen, so zu tun, als fände man die uralten Witze aus dem Warkby-Cook lustig, und da sind versierten einen die Anekdötchen, die allein dem Zweck dienten, ihn als den Cleversten im Raum hinzustellen. »Warum tun dir das?«, fragte sie sich, und griff nach der Dämon vom Paradise Park, ohne überhaupt zu merken, was sie tat. »Warum geben wir uns solche Mühe, immer zu beschwichtigen und sie bei Laune zu halten?« »Weil«, suggerierten die sieben geisterhaft schwarz-weißen Schemen hinter Dennis Creed's Gesicht, »sie gefährlich sein kann, Robin. Wie gefährlich, weißt du selbst am besten, du mit deiner Narbe am Arm und deinen Erinnerungen an einer Gorilla-Maske.« Trotzdem war ihr insgeheim klar, dass dies nicht der wahre Grund war, warum sie Moes tolerierte. Sie erwartete von ihm keine wütende oder gewalttätige Reaktion, wenn sie nicht über seine blöden Witze lachte. Nein, es steckte etwas anderes dahinter. Als einziges Mädchen und da lauter Jungen war Robin dazu erzogen, wurden es, allen recht zu machen, obwohl ihre Mutter durchaus emanzipiert gewesen war. Niemand hatte es je bewusst darauf angelegt, aber ihr hatte während der Therapie nach dem Messerangriff, der eine bleibende Narbe an ihrem Unterarm zurückgelassen hatte, gedämmert, dass ihr in der Familie die Rolle des pflegeleichten Kindes zugefallen war, das nie klagte und immer ausgleichend wirkte. Sie war nur ein Jahr älter als Martin, sprunghaftestes und ungestimmstes, lernfauztes und am wenigsten gewissenhaftes Problemkind der Ellikotts, das mit 28 noch immer bei den Eltern wohnte, und derjenige Bruder, mit dem sie am wenigsten gemeinsam hatte. Obwohl ihr Matthew bei ihrer Hautzeit eins auf die Nase gegeben hatte und sie ihm bei ihrem letzten Besuch zu Hause schier um den Hals gefallen war, dass ihm angeboten hatte, es gleich noch mal zu tun, sobald er gehört hatte, wie Matthew bei der Scheidung mauerte. Zerlaufende, winterliche Regentropfen bedeckten das Fenster hinter dem Esstisch. Wolfgang war wieder eingeschlafen, Robin fühlte sich nicht der Aufgabe gewachsen, weitere 50 Mandy-White-Accounts in den sozialen Medien zu überpulven. Sie griff nach der Dämon vom Paradise Park, zögerte dann jedoch. Sie hatte sich vorgenommen, weil es eine lange Reise bis hierhin gewesen war und sie ihre gegenwärtig gute, geistige Gesundheit nicht gefährden wollte, das Buch nicht nach Einbruch der Dunkelheit oder unmittelbar vor dem Zu-Bett-Gehen zu lesen. Sie konnte die Zusammenfassung des Inhalts genauso gut online abrufen, sodass sie nicht nachzulesen bräuchte, wie Creed mit eigenen Worten beschrieb, was er den Frauen angetan hatte, die er gefoltert und ermordet hatte. Trotzdem griff sie nach ihrer heißen Schokolade, schlug das Buch an der mit einer Tesco-Quitto markierten Stelle auf und das weiter, wo sie drei Tage zuvor aufgehört hatte. Talbit, nach dessen Überzeugung Bambo ein Opfer jenes Serienmörders geworden war, der inzwischen als Essex-Butcher bekannt war, machte sich bei den Kollegen durch seine obsessive Fixierung auf eine Theorie nicht eben Freunde. Sie nannten es vorzeitigen Ruhestand, so ein Kollege, aber im Prinzip wurde er rausgeworfen. Sie sagten, er interessiere sich für niemanden außer den Butcher, aber selbst jetzt, neun Jahre später, hat keiner je eine bessere Erklärung gefunden. Oder etwa doch? Margot Bambo's Angehörige konnten keines der Schmuck- und Wäschestücke identifizieren, die in Creed's Kellerwohnung gefunden wurden, nachdem er im Jahr 1976 verhaftet worden war. Allerdings glaubte Dr. Roy Phipps Bambo's Ehemann, ein angelaufenes Silbermedaillon, das wo durch stumpfe Gewalteinwirkung verbeult war, sehr demjenigen ähnlich, dass sie Ärztin am Tag ihres Verschwindens um den Hals getragen hatte. Eine vor kurzem erschienene Biografie Bambo's mit dem Titel »Der Fall Margot Bambo« vom Sohn einer guten Freundin der Ärztin enthält jedoch Enthüllungen über deren Privatleben, die einen neuen Ermittlungsansatz nahelegen und eine mögliche Verbindung zu Creed. Kurz vor ihrem Verschwinden meldete Margot Bambo sich im Bright Street Nursing Home in Islington an, einer Privatklinik, in der im Jahr 1974 unter anderem Abtreibungen vorgenommen wurden. Betracht den Mann und sag mir, Britomat, ob je ein besseres Wesen hast erblicket, wie einem Riesen in allen Mannesgliedern gleich er sich mit gewichtiger Majestät bestöcket. Edmund Spencer, die Feenkönigin Vier Tage später fuhr der Schlafwagenzug Night Riviera morgens um Viertel nach fünf im Bahnhof Pennington ein. Strike, der kaum geschlafen hatte, hatte stundenlang die gespenstisch grau verschwimmende sogenannte »Englische Riviera« an seinem Abteifenster vorbeigleiten sehen. Weil er mit angeschneiter Prothese auf seinem Bett gelegen hatte, brauchte er nur das auf einem Plastiktablett dargebotener Frühstück auszuschlagen, um mit geschulterter Tasche unter den ersten zu sein, die den Zug verdießen. In der Morgennuft lag leichter Frost, sodass Streits Atem in kleinen Wolken vor ihm aufstieg, als er den Bahnsteig entlang ging. Brunells Stahlbogen wölbten sich über ihm wie das Gerippe eines Blauwals, und jenseits der Verglasung war ein kalter, dunkler Himmel zu säen. Unrasiert und unter Schmerzen, weil seinem Beinstumpf die nächtliche Pflegecreme fehlte, hielt Schleich auf die nächstbeste Bank zu, setzte sich, zündete sich eine längst überfällige Zigarette an, zog sein Smartphone heraus und rief Robin an. Er wusste genau, dass sie wach war, weil sie die Nacht in seinem geparkten BMW vor dem Haus des Wetteransages verbracht und auf Postkarte gewartet hatte. Während seines Aufenthalts in Cornwall hatten sie hauptsächlich mittels SMS verkehrt, während er abwechselnd im Krankenhaus in Truro und im Haus in St. Maus gewesen war und sich mit Lucy darin abgewechselt hatte, bei John zu sitzen, deren Haare jetzt ausgefallen waren und deren Immunsystem unter der Laste Chemo zusammengebrochen zu sein schien und sich um Ted zu kümmern, der kaum mehr aß. Vor seiner Rückkehr nach London hatte Streit mehrere Portionen Curry gekocht, die jetzt neben Lucys Shepherds Pies in der Tiefkühltruhe lagen. Sobald er sich die Zigarette zwischen die Lippen schob, konnte er an seinen Fingern noch einen Hauch Kreuzkümmer riechen, und wenn er sich konzentrierte, nahm er statt kaltem Stahl, Dieselqualm und schwachem Kaffeeduft aus der benachbarten Starbucks-Filiale wieder das tödliche Krankenhausgemisch aus Desinfektionsmitteln und leichtem Uringeruch war. »Ei«, sagte Robin, und Schleich spürte wie erwartet, wie sich seine verkrampften Magennarven beim Klang ihrer Stimme entspannten. »Was ist los?« »Nichts«, sagte er leicht überrascht, bis ihm einfiel, dass es halb sechs Uhr morgens war. »Oh, es tut mir leid, nichts, nichts Wertes. Ich bin gerade aus dem Schlafhagen gestiegen. Wollte nur fragen, ob du Lust hast, mit mir zu frühstücken, bevor du nach Hause fährst.« »Ach, das hier Teil«, sagte Robin, so ehrlich begeistert, dass Streik sich gleich weniger müde fühlte. »Weil ich nämlich Bamboreu-Neuigkeiten habe.« »Großartig«, sagte Streik. »Ich auch. Wäre gut, sich darüber auszutauschen.« »Die Gittis-Joan?« »Nicht besonders. Sie ist gestern entlassen worden. Jetzt kommt eine Krankenschwester von der Macmillan-Krebshilfe zu ihr nach Hause. Dad ist am Ende. Lucy ist noch geblieben.« »Du hättest auch bleiben können«, sagte Robin. »Wir kommen gut zurecht.« »Nein, schon in Ordnung«, sagte er und kniff die Augen gegen den Rauch zusammen. Ein Sonnenstrahl fiel durch ein Wolkenloch und beleuchtete die Zigarettenstummel auf dem gefließten Boden. »Ich habe versprochen, an Weihnachten wiederzukommen.« »Wo sollen wir uns treffen?« »Naja, ich wollte noch in die National Portrait Gallery, bevor ich heimfahre, deshalb...« »Du wolltest was?«, fragte Streik. »In die National Portrait Gallery. Das erkläre ich dir, wenn die uns sehen. Macht es dir was aus, wenn die uns irgendwo dort in der Nähe treffen?« »Ich kann überall hin«, sagte Streik. »Bin gleich in der U-Bahn. Ich fahre mal hin und wer als erster ein Café findet, gibt dem anderen Bescheid.« Eine Dreiviertelstunde später betrat Robin das Café Notes in der St. Martins Lane, das schon am frühen Morgen zum Bersten voll war. An großen Holztischen, manche so groß wie der in der Küche von Robins Eltern in Yorkshire, drängten sich junge Leute mit Laptops und Geschäftsleute, die vor der Arbeit auswärts frühstückten. In der Schlander versuchte sie, die süßen Backwaren in der Auslage zu ignorieren. Sie hatte sich Brote gemacht, bevor sie losgefahren war, um das Haus des Wetteransagers zu überwachen, und diese, ermahnte sie sich streng, mussten genügen. Nachdem sie sich einen Cappuccino bestellt hatte, ging sie in den rückwärtigen Teil des Cafés, wo Streik mit einem Exemplar der Times unter einem Kronläufter saß, der an eine große Spinne erinnerte. Über die vergangenen sechs Tage schien sie vergessen zu haben, wie riesig er war, wie er sich mit seinen dichten Bartstoppeln und über die Zeitung gebeugt über sein Schabbata-Sandwich mit Schinken und Eier machte, erinnerte er an einen Schwarzbeeren. Robin verspürte große Zuneigung allein für die Art, wie er aussah. Oder vielleicht, dachte sie, war dies auch nur die Reaktion auf glatt rasierte, schlanke und herkömmlich gut aussehende Männer, die wie Tuberosendüfte anfangs attraktiv wirkten, bis man sich bei näherer Bekanntschaft wünschte, ihnen entkommen zu können. »Hi«, sagte sie und glitt ihm gegenüber auf den Stuhl. Streik sah auf. In diesem Augenblick wirkten ihr langes, glänzendes Haar und ihre Aura guter Gesundheit wie ein Antidot gegen den Dunst aus klinischem Verfall, in dem er die vergangenen fünf Tage verbracht hatte. »Für eine schlaflose Nacht siehst du nicht erledigt genug aus. Ich nenne das mal als Kompliment, nicht als Unterstellung«, sagte Robin mit hochgezogenen Augenbrauen. »Ich war die ganze Nacht wach. Postkarte hat sich wieder nicht gezeigt. Aber gestern ist eine neue Karte im Fernsehstudio eingegangen. Postkarte schreibt, wie gut ihm sein Lächeln nach dem Wetterbericht am Dienstagabend gefallen habe.« Streik schnaubte. »Willst du mit Bembo anfangen, oder soll ich?« »Hm, du zuerst«, sagte Streikhund. »Ich bin am Verhommern.« »Okay«, sagte Robin. »Also, ich hab gute Nachrichten und schlechte. Die schlechte ist, dass fast alle Beteiligten, die ich aufspüren sollte, tot sind, oder kurz davor.« Sie informierte Streik über das Ableben von Willie Lomax, Albert Schimmings, Wilma Bayless und Dorothy Ogden und berichtete, was sie bislang unternommen hatte, um Kontakt zu deren Angehörigen aufzunehmen. »Bisher hat keiner reagiert, bis auf einen von Schimmings Söhnen, der zu fürchten scheint, wie wären Journalisten und wollten Margos Verschwinden seinem Vater anhängen. Ich hab mit einer beruhigenden Mail geantwortet. Offentlich wirkt sie.« Streit, der sein schliediges Kauen unterbrochen hatte, um einen halben Böcher Tee auszutrinken, sagte, »Ich hab mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Dass zwei Frauen bei den Telefonzellen gerannet haben, dürfte kaum mehr überprüfbar sein. Ruby Ariad, die sie gesehen haben will, sowie Mutter und Tochter Fleury, die ziemlich sicher diese Frauen waren, sind ebenfalls tot. Aber beide haben lebende Nachkommen, so hab ich ein paar Anfragen losgeschickt. Bisher nur eine Antwort, von einem Fleury-Enkel, der keine Ahnung hat, wovon ich rede. Dr. Brenner scheint keinen einzigen ledenden Verwandt mehr zu haben, war selbst nie verheiratet, keine Kinder, nur eine ebenfalls ledige Schwester, die ebenfalls längst verstorben ist. »Weißt du, wie viele Frauen es dort draußen gibt, die Amanda White heißen?«, saufzte Robin. »Ich kann's mehr vorstellen.« Streit nahm einen weiteren großen Bissen. »Darum hab ich sie dir zu geteilt.« »Tu waren Schatz.« Er schmunzelte über ihren Gesichtsausdruck. »Was ist mit Paul Satchwell und Gloria Conti?« »Tja, falls sie tot sind, sind sie nicht in Großbritannien gestorben.« Merkwürdig ist allerdings, dass von beiden nach 1975 nicht die geringste Spur zu finden ist. Bestimmt Zufall. Strike zog die Augenrohen hoch. Darth Wade, der mit den Stresskopfschmerzen und der Toten geliebten, ist ebenfalls verschwunden. Er muss ins Ausland gegangen sein oder einen neuen Namen angenommen haben. Nach 1976 ist weder eine Adresse zu finden, noch ein Totenschein. An seiner Stelle hätte ich allerdings auch einen neuen Namen angenommen. Die Berichterstattung über ihn war nicht gerade schmeichelhaft. Scheißer im Job, schläft mit der Frau eines Kollegen, Blumengeschenke für eine andere, die daraufhin verschwindet. »Wir wissen nicht, ob es Blumen waren,« murmelte Robin in ihren Kaffeebecher. »Es gibt noch andere Geschenke, Strike.« »Daneben Pralinen. Der Effekt ist dergleichen. Schwieriger zu erklären ist allerdings, warum Satchwell und Conti von der Bildfläche verschwunden sind.« Strike liebt sich das Stoppelkin. »Das Medieninteresse an ihnen ist relativ schnell abgeflowt, und die Conti hättest du online gefunden, selbst wenn sie geheiratet und den Namen ihres Mannes angenommen hätte. Gloria Contis gibt es bestimmt viel weniger als Amanda White's.« »Ich frag mich, ob sie vielleicht nach Italien gezogen ist,« sagte Robin. »Der Vorname ihres Vaters war Ricardo. Vielleicht hatte sie dort Verwandte.« »Ich hab mich per Facebook an einige Contis gewandt, aber diejenigen, die bisher geantwortet haben, kennen keine Gloria. Ich gebe vor, Ahnenforschung zu betreiben, weil ich befürchte, dass sie sich nicht meldet, wenn ich sofort Margo erwähne.« »Wahrscheinlich hast du recht.« Strike dafürte Zucker in seinen Tee. »Nern, Italien ist eine gute Idee. Sie war jung, wollte vielleicht einen Tapetenwechsel. Satchwells Verschwinden dagegen ist und bleibt merkwürdig. Auf dem Foto sieht er nicht gerade schüchtern aus. Man sollte meinen, dass er irgendwo lebt und für seine Bilder trommelt. Ich habe Ausstellungen, Galerien, Auktionen überprüft. Er ist wie vom Erdboden verschluckt.« »Also, ich hab zumindest ein paar Fortschritte gemacht,« sagte Strike nach dem letzten Bissen und zog sein Notizbuch heraus. »Wenn man in einem Krankenhaus herumsetzt, kann man überraschend viel erledigen.« »Ich hab vier lebende Zeugen gefunden, von denen einer sich schon bereit erklärt hat, mit uns zu reden. Gregory Torbert, der Sohn von Birr, der übergeschnappt war und die Fallakte mit Pentagramm vorgekürzelt hat. Ich hab ihm erklärt, wer ich bin und wer mich engagiert hat. Und Gregory ist gern bereit, mit mir zu reden. Ich fahre am Samstag hin. Wenn du mitkommen willst?« »Ich kann nicht«, sagte Robin enttäuscht. »Morris und Andy feinen wegen Familiensachen aus. Da müssen Barclay und ich am Wochenende ran.« »Ah«, sagte Strike. »Schade.« »Wiedemoss sei. Ich hab auch zwei der Frauen gefunden, die in der Praxis mit Margot zusammengearbeitet haben.« Er blätterte in seinem Notizbuch. »Dieser Pflegeschwester Janice führt immer noch den Namen ihres ersten Mannes, was hilfreich war. Die Adresse, die Gupta mir gegeben hat, war zwar nicht mehr aktuell, aber ein Ausgangspunkt. Inzwischen wohnt sie in der Nightingale Grove.« »Sehr passend«, warf Robin ein, »in Hivergreen.« »Und Irene Bohrn ist jetzt Mrs. Irene Hickson, Witwe eines erfolgreichen Bauunternehmers. Sie wohnt in der Circus Street, Greenwich.« »Hast sie sich schon angerufen?« »Micht, darf ich. Ich schreibe Ihnen erst«, sagte Strike. »Ältere Damen, beide alleinstehend. Ich hab ihnen erklärt, wer wir sind und wer unsere Klientin ist, damit sie Zeit haben, sich nach uns zu erkundigen, sie zu vergewissern, dass wir koscher sind und vielleicht bei Anna nachzufragen.« »Gut überlegt«, sagte Robin. »Und sobald ich weiß, dass ich die Richtige gefunden habe, hab ich das Gleiche bei Una Kennedy vor, bei der Frau, die an besagtem Abend im Pub auf Margo gewartet hat. Anna hat Woverhemden erwähnt, die Frau, die ich aufgespürt habe, wohnt in Armwick. Das Alter stimmt, aber sie ist pensionierte Pastoren.« Strykes Gesichtsausdruck, halb misstrauisch, halb angewidert, entlockte Robin ein Glinsen. »Was hast du gegen Pastoren?« »Nichts«, sagte er, um sich unverzüglich zu korrigieren. »Nicht vier«, hing wohl vom Pastor ab. Aber Una war in den 70er Jahren ein Bunny Girl. Auf einem der alten Pressefotos steht sie neben Margo. »Wie wahrscheinlich ist bitte schön die Verwandlung eines Bunny Girls zur Pastoren.« »Wäre eine interessante Lebensgeschichte«, gab Robin zu. »Aber du sprichst mit einer Ausriffsekretärin, die Vollzeitdetektiven geworden ist. Und weil wir gerade bei Una sind«, fügte sie hinzu, »zog ihr Exemplar von der Dämon vom Pörre des Park aus ihrer Schultertasche und stug es auf.« »Hier«, sie hielt ihm das Buch hin, »ließ die Stelle, die ich mit Bleistift markiert habe.« »Wir habe das ganze Buch gelesen?« Strykes winkte ab. »Welche Schelle meinst du?« »Bitte«, sagte Robin, »ließ einfach, was ich angestechen habe.« Strykes benutzte seine Papierservierte, dann nahm er das Buch entgegen und überflog die Absätze, die Robin markiert hatte. Kurz vor ihrem Verschwinden meldete Margo Bamberow sich im Bright Street Nursing Home in Islington an, einer Privatklinik, in der im Jahr 1974 unter anderem Abtreibungen vorgenommen wurden. Das Bright Street Nursing Home wurde im Jahr 1978 geschlossen und es gibt keine Unterlagen, die beweisen könnten, dass Bamberow dort Patientin war. Überdies deutet der Autor von der Fall Margo Bamberow an, sie könnte einer Freundin erlaubt haben, ihren Namen zu benutzen und merkt an, dass die ehemalige Playboy-Club-Kollegin, mit der Bamberow sich an jenem Abend hatte, treffen wollen, möglicherweise gute Gründe hatte, auch nach Margos Tod bei der Pub-Story zu bleiben. Das Bright Street Nursing Home lag nur acht Gehminuten von Dennis Greeds Kellerwohnung entfernt. Somit ist denkbar, dass Margo Bamberow an jenem Abend gar nicht in den Pub wollte, dass sie gelogen hat, um sich oder eine andere Frau zu schützen, und dass sie nicht von einer Straße in Clerkenwell, sondern in der Nähe von Greeds Behausung am Paradise Park entführt wurde. Was zum, Stryke war sichtlich verblüfft, in meinem Exemplar steht davon nichts, in deinem stehen drei Absätze mehr. Hab mir gedacht, dass du das nicht gelesen hast, sagte Robin zufrieden. Dein Exemplar kann nicht die Erstausgabe gewesen sein, meins schon. Sie schlug die letzte Seite auf. Siehst du die Fußnote? Der Fall Margo Bamberow von C.B. Oakden, erschienen 1985. Nur ist das Buch nie erschienen, es wurde eingestampft. Der Autor von Der Dämon vom Paradise Park muss ein Vorab-Exemplar besessen haben. Ich hab ein bisschen recherchiert, fuhr sie fort. Damals gab es natürlich noch kein Internet, aber der Fall wird online mehrmals erwähnt, unter anderem in Fachaufsätzen über Verleumdungsklagen mit dem Ziel, Veröffentlichungen zu verhindern. Roy Phipps und Una Kennedy haben gemeinsam gegen C.B. Oakden geklagt und gewannen. Das Buch wurde eingestampft und Der Dämon vom Paradise Park musste ohne die Absätze neu aufgedeckt werden. C.B. Oakden, wiederholtes Strike, ist das der Sohn von Sekretärin Dorothy, ganz genau. Carl Weiss Oakden, zuletzt wohnhaft in Walt Hamstow, aber von dort ist er weggezogen. Ich bin noch dabei, ihn aufzuspüren. Strike las die markierten Absätze nochmals durch. Also, wenn Phipps und Kennedy es geschafft haben, die Veröffentlichung zu verhindern, müssen sie einen Richter davon überzeugt haben, dass diese Aussage ganz oder teilweise unwahr war. Schreck dich dahingehend zu lügen, oder? sagte Wobbin. Schlimm genug zu unterstellen, Margot habe eine Abteilung vornehmen lassen, aber anzudeuten, Una habe sie gehabt und dann gelogen, um nicht zu verraten, dass Margot an dem Atem gar nichts ... Mich wundert, dass ihm der Justiziar es hat durchgehen lassen, sagte Strike. Oakdens Verlag war winzig, sagte Wobbin. Ich hatte Mühe, überhaupt etwas darüber zu finden. Er ist pleite gegangen, kurz nachdem das Buch eingestampft werden musste. Vielleicht hatte der Verlag gar kein Justiziar. Umso schlimmer, sagte Strike, aber wenn der Verleger keine Art Todeswunsch hatte, kann das hier nicht völlig aus der Luft gegriffen sein. Oakden muss sich auf irgendwelche Informationen gestützt haben. Und dieser Kerl, er hielt der Dämon vom Paradise Park hoch, war ein guter, investigativer Journalist. Er hätte keine wilden Theorien formuliert, ohne Belege dafür zu haben. Könnte ihn dazu befragen, oder ist er ... Tod, sagte Strike, schwieg einen Augenblick, dann fuhr er fort. Der Termin muss in Margos Namen vereinbart worden sein. Die Frage ist nur, ob sie selbst eine Abtreibung hatte oder ob womöglich jemand ohne ihr Wissen ihren Namen angegeben hat. Er las den ersten Absatz noch einmal durch. Auch das genaue Datum ist nicht angegeben. Kurz vor ihrem Verschwenden, eine wachsweiche Formulierung. Wäre der Termin mit ihrem Verschwinden zusammengefallen, hätte der Autor das erwähnt. Diese wichtige Tatsache hätte natürlich auch die Polizei interessiert. Kurz vor ihrem Verschwenden lässt alle möglichen Deuterungen zu. Trotzdem Zufall, oder? Dass es eine Klinik war, in deren Nähe Creed wohnte. Ja, sagte Strike, und nach kurzem Zögern fügte er hinzu. Obwohl, war es eine? Wie viele Abteilungskliniken gab es 1974 in London? Er gab Robin das Boot zurück. Das könnte erklären, weshalb Roy Fitz nicht wollte, dass seine Tochter mit Una Kennedy spricht. Er wollte nicht, dass Una seiner Teenager-Tochter erzählt, die Mutter habe womöglich ein Brüderchen oder Schwesterchen abtreiben lassen. Darüber habe ich auch nachgedacht, sagte Robin. Es wäre eine menschheitliche Nachricht gewesen, vor allem, weil Anna sich ihr Leben lang gefragt hat, ob ihre Mutter sie aus freien Stücken verlassen hat. Wir sollten versuchen, ein Exemplar von der Fall Margot Bambaro zu bekommen, sagte Strike. Vielleicht gibt es noch ein paar. Immerhin wurde es gedruckt. Vielleicht hat der Verlag ein paar Leserexemplare oder dergleichen verschickt. Bin schon dran, sagte Robin. Ich habe Suchanzeigen bei mehreren Buchportalen geschaltet. Es war nicht das erste Mal, dass sie für die Detektei etwas getan hatte, bei dem sie sich schmuddelig vorkam. Karl Ogden war erst vierzehn, als Margot verschwand, fuhr sie fort. Trotzdem schreibt er ein Buch über sie und schlachtet die Verbindung aus, in dem er behauptet, Margot und seine Mutter seien eng befreundet gewesen. Ja. Er scheint ein richtiger Arsch zu sein, bestätigte Strike. Wann ist er aus Wodhemstow weggezogen? Vor fünf Jahren. Nichts in den sozialen Medien. Ich kann ihn nirgends finden. Strikes Handy vibrierte in seiner Tasche. Robin sah kurz die Panik auf seinem Gesicht, als er es herausfummelte. Er musste sofort an Joan gedacht haben. Alles okay? fragte sie, weil sich seine Miene schlagartig verfinsterte, als er aufs Display sah. Strike hatte eben gelesen. Brav. Können wir diese Sache persönlich besprechen? Das Album-Release bedeutet Dad echt viel. Wir möchten dich nur … Alles bestens, umte er und steckte das Handy ein, ohne die Nachricht ganz gelesen zu haben. Wohin wolltest du gleich wieder? Für einen Augenblick hatte er vergessen, welches merkwürdige Ziel Robin ihm genannt hatte, auf wenn es der Grund dafür war, dass sie in diesem Café saßen. In die National Portrait Gallery, sagte sie. Drei von Postkartes Karten stammten aus dem dortigen Museumsshop. Drei von … Sorry, was? Er war immer noch abgelenkt. Dabei hatte er seinem Halbbruder doch unmissverständlich erklärt, dass er keine Lust hatte, das neue Album ihres Erzeugers zu feiern oder mit seinen Halbgeschwissern auf einem Foto zu posieren, dass Rockaby bei dieser Gelegenheit überreicht werden sollte. Postkartes Karten, von der Person, die unseren Wettermann verfolgt, erinnerte Robin ihn, bevor sie murmelte. Schon gut, war nur so eine Idee von mir. Was denn? Naja, Postkartes vorletzte Karte war ein Portrait, das andeblich Ähnlichkeit mit unserem Wetteransager hat. Also habe ich mir überlegt, vielleicht sieht er oder sie dieses Gemäde ja öfter. Vielleicht arbeitet er im Museum. Vielleicht wünscht er sich insgeheim, dass unser Wetterforsch das erfährt, damit er ihn dort aufsucht. Sie wusste selbst, es klang an den Haaren herbeigezogen, nur leider hatten sie nicht den geringsten anderen Hinweis auf Postkartes Identität. Seit sie das Haus des Wetteransagers observierten, hatte Postkarte sich gehütet, dort aufzukreuzen. Drei an ein und demselben Ort erstandene Kunstkarten konnten etwas bedeuten, oder auch nicht, und sonst hatten sie nichts. Stryke grunzte. Weil Robin nicht wusste, ob das seiner mangelnden Begeisterung für ihre Theorie geschuldet war, steckte sie ihr Exemplar von Der Dämon vom Paradise Park wieder weg und fragte, fährst du jetzt ins Büro? Ja, ich habe dir versprochen, dass ich ab zwei Uhr Life Force übernehme. Stryke kähnte. Vielleicht rege ich mich vorher noch kurz aufs Ohr. Er stemmte sich hoch. Ich ruf dich an und erzähl dir, was ich von Gregory Taubert erfahren habe. Und toll, dass du in meiner Abwesenheit die Stellung gehalten hast. Bin dir echt dankbar. Kein Problem, sagte Robin. Stryke schulterte seine Reisetasche und hinkte aus dem Café. Leicht ernüchtert, beobachtete Robin, wie er draußen stehen blieb, um sich eine Zigarette anzuzünden, bevor er außer Sicht verschwand. Mit einem Blick auf die Uhr stellte sie fest, dass die National Portrait Gallery erst in anderthalb Stunden öffnete. Es gab bestimmt angenehmere Methoden, sich die Zeit zu vertreiben, als darüber nachzudenken, ob die Nachricht, die er soeben bekommen hatte, von Charlotte Campbell gewesen war. Aber ausgedecknet das beschäftigte Robin, während sie wartete, erstaunlich lange. Doch du, den ein schreckliches Los zum kraurigen Zeugen deines Vaters Falls bestimmt, Edmund Spencer, die Feen, Königin. Auch wenn Johnny Wockeby im Leben seines Addison-Sohns kaum in Erscheinung getreten war, hatte er darin einen ständigen, immateriellen Platz behauptet, vor allem in Strykes Kindheit. Die Eltern von Freunden hatten die Alben seines Vaters besessen, als Teenager-Rockeby-Poster in ihren Zimmern gehabt und Stryke mit wehmütigen Erinnerungen an Deadbeats-Konzerte erfreut. Einmal hatte die Mutter eines Mitschülers den damals siebenjährigen Stryke gebeten, seinem Vater einen Brief von ihr zu überbringen. Den hatte seine Mutter später in dem besetzten Haus verbrannt, in dem sie damals lebten. Bis er in die Army eintrat und für sich bestimmt hatte, dass niemand den Namen seines Vaters oder dessen Beruf erfahren sollte, war Stryke häufig wie ein Paparad in Spiritus angestarrt und mit Fragen belästigt worden, die unter gewöhnlichen Umständen als aufdringlich gegolten hatten. Und er hatte mit unausgesprochenen Annahmen leben müssen, die ihre Wurzeln in Neid und Missgunst hatten. Weil Wockeby sich geweigert hatte, Stryke als seinen Sohn anzuerkennen, hatte Dieder darauf bestanden, dass er sich einem Vaterschaftstest unterzog. Als der Test positiv ausfiel, wurde eine finanzielle Vereinbarung getroffen, die hätte verhindern können, dass sein kleiner Sohn je wieder von Unbekannten umgeben auf einer schmutzigen Matratze auf dem Fußboden schlafen musste. Doch die Verschwendungszucht seiner Mutter in Kombination mit den zahlreichen Querellen mit Wockebys Anwälten bewirkte nur, dass Strykes Leben zu einer Serie verwirrender Luxusepisoden wurde, die für gewöhnlich mit einem jenen Absturz in Schmutz und Chaos endeten. Lida neigte dazu, ihre Kinder mit höchst extravaganten Vergnügungen zu erfreuen, die sie in zu kleinen Schuhen genossen und Europa und Amerika zu bereisen, um ihre Lieblingsbands live zu hören, wobei sie ihre Kinder bei Joan und Ted zurückließ, während sie selbst in Limousinen mit Chauffeur herumfuhr und in den besten Hotels wohnte. Stryke wusste noch, wie er mit Lucy im Doppelbett neben sich schlafend in Cornwall im Gästezimmer gelegen und mit angehört hatte, wie seine Mutter und Joan sich unten stritten, weil die Kinder mitten im Winter ohne Mäntel bei Onkel und Tante angekommen waren. Stryke hatte zweimal Privatschuhen besucht, aber Lida hatte ihn jedes Mal nach ein, zwei Jahren wieder abgemeldet, weil sie dort die falschen Werte vermittelten. Rockbees Unterhaltszahlungen waren unterdessen Monat für Monat für Geldgeschenke an Freunde und Liebhaber und verrückte Unternehmungen draufgegangen. Stryke erinnerte sich noch an ein Schmuckgeschäft, ein Kunstmagazin und ein digitalisches Restaurant, die alle gescheitert waren, ganz zu schweigen von der Kommune in Norfolk, die die schlimmste Erfahrung seines jungen Lebens gewesen war. Rockbees Anwälter, denen der Rockstar die gesamte Verantwortung für das Wohlergehen seines Sohns übertragen hatte, schränkten die Unterhaltszahlungen schließlich so ein, dass Lida das Geld nicht mehr verschleudern konnte. Für Stryke, damals ein Teenager, hatte das nur zur Folge, dass die Vergnügungen ausblieben, weil Lida nicht bereit war, den Anwälten über ihre Ausgaben Rechenschaft abzulegen. Ab diesem Zeitpunkt sammelten sich Rockbees Zahlungen auf einem Sperrkonto an und die Familie lebte von dem weit geringeren Unterhalt, den Lucys Vater zahlte. Die zwei persönlichen Begegnungen mit seinem Vater hatte Stryke in schlechter Erinnerung. Rockbeer hatte nie gefragt, warum Strykes Geld nicht angetastet wurde. Der routinierte Steuerflüchtling musste für seine Band sorgen, mehr Werwerwillen unterhalten und zwei Ex-Frauen sowie die jetzige Frau bei Laune halten. Stryke, dessen Zeugung ein Unfall gewesen war und nach dem positiven Testergebnis obendrein das Ende von Rockbees zweiter Ehe nach sich gezogen hatte, stand auf Rockbees Prioritätenliste ziemlich weit unten. Strykes Onkel war das Männervorbild gewesen, an dem Stryke sich während der häufigen Liebraberwechsel seiner Mutter und einer Kindheit im langen Schatten seines leiblichen Vaters orientiert hatte. Lida hatte Ted, den ehemaligen Militärpolizisten, immer für Strykes unnatürliches Interesse für die Army und Ermittlungen verantwortlich gemacht. In bläuliche Cannabiswolken gehüllt hatte sie ernsthaft versucht, ihrem Sohn den Soldatenberuf auszureden, Vorträge über Großbritanniens schändliche Militärgeschichte gehalten, die unauflösbaren Bande zwischen Imperialismus und Kapitalismus beklagt und sich vergeblich bemüht, ihn dazu zu bringen, Gitarre spielen zu lernen oder sich wenigstens lange Haar erwachsen zu lassen. Trotz aller damit verbundenen Nachteile und Schmerzen wusste Stryke, dass die besonderen Umstände seiner Geburt und seiner Kindheit und Jugend ihm einen Vorsprung als Ermittler verschafft hatten. Er hatte fullzeitig gelernt, sich seiner Umgebung anzupassen. Sobald er begriffen hatte, dass es ungut war, nicht wie eine Andon zu reden, hatte sein Akzent zwischen London und Cornwall hin und her gewechselt. Bevor er sein Bein verloren hatte, war er trotz seiner Größe so beweglich gewesen, dass er oft kleiner gewirkt hatte. Zudem hatte er gelernt, wie nützlich es war, sich mit persönlichen Informationen bedeckt zu halten, um nicht mit der Vorstellung zu kollidieren, die andere Leute von einem hatten. Vor allem hatte Stryke ein empfindliches Radar für Verhaltensänderungen entwickelt, die häufig auftraten, sobald immer davor, dass er der Sohn einer Berühmtheit war. Die Tricks der Manipulatoren, Schmeichler, Lügner, Glücksritter und Heuchler durchschaute er seit seiner Kindheit. Diese zweifelhaften Talente waren das Beste, was er von seinem Vater bekommen hatte, denn eine Geburtstagskarte oder ein Weihnachtsgeschenk hatte es nie gegeben. Erst als er durch eine afghanische Sprengfalle ein Bein verloren hatte, hatte Rokkeby ihm eine handgeschriebene Karte geschickt. Stryke hatte Charlotte, die an seinem Krankenbitt gesessen hatte, gebeten, sie ungelesen in den Tritt einmal zu werfen. Seit die Medien angefangen hatten, sich für Stryke selbst zu interessieren, hatte Rokkeby weitere Versuche unternommen, sich mit dem entfremdeten Sohn auszusöhnen und in neueren Interviews sogar behauptet, sie verstünden sich gut. Mehrere von Strykes Freunden hatten ihm links zu einem jüngeren Online-Interview geschickt, in dem Rokkeby voller Stolz von Stryke gesprochen hatte. Die Nachrichten hatte Stryke gelöscht, ohne darauf zu antworten. Wenn auch nur widerwillig, empfand er für seinen Halbbruder Al, den Wokkeby in letzter Zeit als Abgesandten vorschickte, eine gewisse Zuneigung. Trotz des anfänglichen Widerstands von Seiten des älteren Bruders hatte Al seine hartnäckigen Bemühungen um eine Beziehung nie aufgegeben. Er schien die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit an Stryke zu bewundern, die der zwangsläufig hatte entwickeln müssen. Trotzdem bewies Al eine allmählich ärgerliche Hartnäckigkeit, bei dem Versuch ihn dazu zu bringen, ein Jubiläum zu feiern, das Stryke nichts bedeutete, außer dass es ihn wieder daran erinnerte, dass Rokkeby, die Band, immer wichtiger gewesen war als sein unehrlicher Sohn. Den Detektiv reute die Zeit, die er an einem Samstagmorgen dafür aufbringen musste, die jüngste Anfrage zu dem Thema zu beantworten. Zuletzt gab er in Kürze den Vorzug vor weiteren Argumenten. Bleibe bei meiner Auffassung aber von meiner Seite kein Groll oder Verbitterung. Hoffe, dass alles klappt und freue mich auf ein Bier, wenn du mal wieder in der Stadt bist. Nachdem Stryke diese lästige Privatsache aus der Welt geschafft hatte, machte er sich ein Sandwich, zog ein frisches Hemd über sein T-Shirt, nahm aus der Akte Bambrow das Blatt mit, auf das Biltarbet seine rätselhafte Mitteilung in Bitman-Kurzschrift geschrieben hatte, setzte sich in seinem BMW und fuhr nach West Wickham, wo er mit Gregory Talbert, dem Sohn des verstorbenen Bill, verabredet war. Bei Sonnenschein und Regen unterwegs und dabei rauchend konzentrierte sich Stryke wieder auf ihren Pfeil und überlegte nicht nur, welche Fragen er dem Sohn des Kriminalbeahnten stellen wollte, sondern dachte auch über verschiedene Probleme im Detekteilalltag nach, die sich seit seiner Rückkehr ergeben hatten. Am Vortag hatte Barkley bestimmte Fragen angeschnitten, um die Stryke sich würde kümmern müssen. Der Schotte, den Stryke für seinen zweitbesten Ermittler nach Robben hielt, hatte sich zunächst typisch unverblümt über den Tänzer aus dem West End geäußert, gegen den sie etwas Belastendes finden sollten. »Über den ist nichts rauszukriegen. Wenn er ne Ander bumst, muss er in ner verdammten Garderobe leben. Klar ist er mit unserem Mädel weniger eine Kreditkarte zusammen, aber er ist zu clever, um es sich mit ner guten Partie zu verdarben.« »Vermute ich hast du recht«, hatte Stryke erwidert, »aber wir haben dem Klienten drei Monate zugesagt, also müssen wir weitermachen. Wie kommst du übrigens mit Pat zurecht?« Er hatte gehofft, auch Barkley würde die neue Sekretärin für einen Nervensieger halten. Aber da wurde er enttäuscht. »Ei, sie ist klasse. Klingt wie ein Hafenarbeiter mit Bronchitis, ist aber echt effizient. Wenn ihr sie aber ehrlich über die neuen reden wollen, ähm«, Barkleys bei Augen hatten Stryke unter dichten Brauen hervorgemustert. »Wed nur weiter«, sagte Stryke. »Morris leistet weniger, als er sollte.« »Ne, das wollte ich eigentlich nicht sagen«, der Glasgeorg katzte sich den vorzeitiger gauten Kopf. »Hat Robin dir nichts erzählt?« »Gab es zwischen den beiden Streit?« »Keinen richtigen Streit, nein«, erwiderte Barkley langsam. »Aber er lässt sie von ihr nicht sagen, und das gibt er hinter ihrem Rücken auch ganz offen zu.« »Tja, das muss anders werden. Ich rede mit ihm. Und er hat eigene Ansichten, was den Fall Wiesel angeht.« »Ach ja?« Er glaubt immer noch, dass er die Assistentin rumkriegt. Robin hat entschieden, dass Hutchins ihn ablösen soll. Sie hat rausgefunden, dass das Wiesel ein Mitglied im Händen-Meifel-Club ist. Ja, hat sie mir gemailt. Und sie will Hutchins hinschicken, damit er versucht, sich mit ihm anzufreunden. Cleverer Schachzug. Darf allem, was wir über ihn wissen, spielt Wiesel gern den Macho. Mois will trotzdem mal seine Methode bleiben. Er tut vornherum so, als wäre er für den neuen Plan. Aber … Du glaubst, dass er sich weiter mit der Assistentin trifft? Treffen … Wer war höflich ausgedrückt? Strike hatte daraufhin Mois zu sich zitiert und ihm unmissverständlich erklärt, er möge die Finger von Wiesels Assistentin lassen und sich in der kommenden Woche auf Two Times Freundin konzentrieren. Mois hatte keine Einwände erhoben. Tatsächlich hatte seine Kapitulation etwas Unterwürfiges an sich gehabt. Das Gespräch hatte einen schalen Nachgeschmack hinterlassen. Mois war in fast jeder Beziehung ein wünschenswerter Mitarbeiter mit vielen guten Verbindungen zur Polizei. Aber waren … in der Art, allem bereitwillig zuzustimmen, lag einer Beflissenheit die Strike nicht Gefähr. Als er später am Abend dem Taxi, in dem Leichtfuß und seine Freundin saßen, durchs Westend folgte, erinnerte er sich an Dr. Guptas gefaltete Hände und die Feststellung, entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens sei ein eingeschweißtes Team. Westwickam erwies sich als ein Vorort mit langen Reihen hübscher Häuser mit Erkerfenstern, breiten Einfahrten und Einzelgaragen. Die Avenue, in der Gregory Tarbot wohnte, zeugte von Solidität und gewissenhaften Mittelständlern, die ihren Rasen regelmäßig mähten und kündlich die Mülltonne rausstellten. Die Häuser waren keine Paläste wie die an Dr. Guptas Straße, aber doch um ein vielfaches geräumiger als Strikes Dachgeschosswohnung. Er bog in Tarbets Einfahrt ab und parkte den WMW vor einem Bauschuttbehälter, der das Garagentor blockierte. Als er den Motor abstellte, wurde die Haustier von einem zurückhaltend aufgeregt wirkenden blassen Glatzkopf mit großen Ohren und Nickelbrille geöffnet. Aus seiner Online-Recherche wusste Strike, dass Gregory Tarbot in der Verwaltung eines Kantenhauses arbeitete. »Mr. Strike«, rief er, sobald der Detektiv vorsichtig aus dem BMW stieg. Die Einfahrt war regennass und die Erinnerung an seinen Sturz auf der Fährdener Farm war noch frisch. »Der bin ich«, sagte Strike. Er schloss seine Autotür und schlägte die Hand aus als Tarbets, der fast einen Kopf kleiner war, als er auf ihn zukam. »Entschuldigen Sie den Schutt«, sagte er, »wir bauen unser Dachgeschoss aus.« Während sie auf die Haustier zugingen, kamen zwei ungefähr zehnjährige Mädchen, Zwillingsschwestern, herausgestürmt und rannten Gregory beinahe um. »Schön im Garten bleiben, Mädels«, rief Gregory. Für Strike bestand das viel dringendere Problem darin, dass sie barfuß waren und die Erde eisig und nass. »Tier in im Garten bleiben, Mädels«, imitierte eines der Mädchen, und Gregory musterte die Zwillinge milde über die Brille hinweg. »Ungezogenheit ist nicht lustig.« »Issi, Wolfer, dann«, rief die eine zurück, worauf die andere laut lachte. »Noch ein Fluch und es gibt heute Abend kein Schokopudding für dich, Jada«, sagte Gregory. »Und mein iPad? Kannst du dir auch nicht ausleihen?« Jada schnitt eine Groteske wie Masse, aber sie fluchte nicht wieder. »Wir sind Pflegeeltern«, erklärte Gregory an Strike-Gewand. »Unsere eigenen Kinder sind aus dem Haus. Riecht's ein und nehmen Sie doch bitte Platz.« Auf Strike, der aus Feinstücken in fast spartanischem Minimalismus lebte, wirkte der übervolle und unordentliche Raum unattraktiv. Er wäre Gregory's Einladung gern gefolgt und hätte sich hingesetzt, aber dazu hätte er erst zig Dinge wegräumen müssen, was ihm ungehörig vorgekommen wäre. Ohne sie weiter um Strike zu kümmern, beobachtete Gregory die Zwillinge durchs Fenster. Im nächsten Moment kamen die fröstenden Mädchen auch schon wieder ins Haus gelaufen. »Sie lernen es noch«, sagte er, als die Hauste ins Schloss fiel und die Zwillinge die Treppe hinaufrannten. Erst als er sich umdrehte, dämmerte ihm, dass keine der Sitzgelegenheiten frei war. »Oh, tu mir leid«, sagte er, ohne betreten zu wirken, wie Jonas gewesen wäre, denn ein spontaner Besucher ihr Haus in einem solchen Zustand vorgefunden hätte. »Ihr waren heute Morgen die Mädchen drin.« Gregory räumte eine tropfende Wasserpistole, zwei nackte Barbie-Puppen, mehrere bunte Plastikteile und eine halbe Mandarine von einem Sesse, damit Strike sich setzen konnte, und warf den Krempel auf den hölzernen Couchtisch, auf dem sich schon Zeitschriften, mehrere Fernbedienungen, Briefe, leere Briefumschläge und weitere Plastikgegenstände türmten, vor allem Negosteine. »Tee«, uhd er an, »Kaffee, meine Frau ist mit die Jungs im Haienbad.« »Oh, Sie haben auch Jungs. Daher der Dachgeschossumbau«, sagte Gregory. »Deren ist seit fast fünf Jahren bei uns.« Während Gregory Tee machen ging, hob Strike das offizielle Album mit Stickern der diesjährigen Champions-League-Teilnehmer auf, das er auf dem Teppich unter dem Couchtisch entdeckt hatte. Mit Lehmut erinnerte er sich daran, wie auch er einmal Fußballaufkleber gesammelt hatte. Noch während er darüber nachdachte, ob Arsenal diesmal eine Chance hätte, brachte ein Poltern über ihm die Hängelampe ganz leicht zum Schwingen, und er sah zur Decke. Dem Geräusch nach sprangen die Zwinninger immer wieder von ihren Betten. Er legte das dicke Album weg und versuchte zu ergründen, vergebens, was Terbitt und seine Frau dazu bewogen haben mochte, vier fremde Kinder bei sich aufzunehmen. Als Gregory mit einem Tablett erschien, war Strike in Gedanken bei Charlotte, die stets behauptet hatte, sie tauge nicht für Ehe und Familie, doch in der Schwangerschaft hatte sie geschworen, ihre dann zu früh geborenen Zwillinge in die Obhut ihrer Schwiegermutter zu geben. »Wären Sie so freundlich?«, fragte Gregory mit einem Blick auf den Couchtisch. Strike beeilte sich, mehrere Gegenstände aufs Sofa zu räumen. »Danke«, Gregory stellte das Tablett ab. Er machte einen weiteren Sesse frei, wodurch sich der Haufen auf dem Sofa vergrößerte, griff nach seinem Becher und setzte sich. »Bitte bedienen Sie sich«, er deutete auf eine leicht klebrige Zuckerdose und eine ungeöffnete Packung Kekse. »Vielen Dank«, sagte Strike und Löffelte Zucker in seinen Tee. »Also«, sagte Gregory, der leicht aufgeregt wirkte, »Sie versuchen zu beweisen, dass Creed Margot Bambrou erbautet hat?« »Naja«, sagte Strike, »ich versuche herauszufinden, was ihr zugestoßen ist, und eine Möglichkeit ist natürlich Creed. Haben Sie das letzte Woche in der Zeitung gelesen, dass eine Zeichnung von Creed über tausend Pfund gebracht hat?« »Habe ich verpasst«, sagte Strike. »Ja, hat dem Observer gestanden, selbst Porträt in Bleistift aus seiner Zeit in Belmarsh, auf einer Seite verkauft, die Kunst von Mördern anbietet. Verrückte Welt.« »Stimmt«, bestätigte Strike. »Also, wie ich am Telefon schon gesagt habe, möchte ich mit Ihnen über Ihren Vater sprechen.« »Ja«, wird eine Malböckte Gregory weniger munter. »Ich, äh, ich weiß nicht, wie viel Sie wissen, dass er nach einem Zusammenruf vorzeitig pensioniert wurde.« »Nun ja, das, das ist die Kurzfassung«, sagte Gregory. »Schuld daran war seine Schilddrüse, eine jahrelang nicht erkannte Überfunktion. Ihr ist abgemagert, hat schlecht geschlafen. Er hat unter starkem Druck gestanden, müssen Sie, nicht nur innerhalb der Polizei, auch von Seiten der Presse. Die Leute waren sehr aufgebracht. Sie wissen schon, meine verschwundene Ärztin, Mom hat sein sonderbares Benehmen auf den Stress zurückgeführt.« »In welcher Beziehung sonderbar?« »Er hatte das Gästezimmern beschlaggenommen und niemanden mehr reingelassen«, sagte Gregory. Bevor Strike nach näher, wenn Einzelheiten fahren konnte, fuhr er fort. Sobald die Schilddrüsenerkrankung erkannt war und behandelt wurde, ist er wieder normal geworden, aber für seine Karriere war es zu spät. Er hat seine Pension bekommen, hatte aber noch jahrelang ein schlechtes Gewissen wegen des Fights Bambrow. Er hat sich schuldig gefühlt, wissen Sie, weil er dachte, wenn er nicht so krank gewesen wäre, hätte er ihn vielleicht erwischt. Bei Margo Bambrow nicht die letzte Frau war, die Krieg ermordet hat, aber das wissen Sie vermutlich alles. Nach dem Mord an Bambrow hat er Andrea Huten entführt. Als sie ihn verhaftet und entdeckt haben, was sich in seinem Keller befand, die Foltergeräte und die Fotos, die er von seinen Opfern gemacht hatte, hat er gestanden, manche bis zu fünf Monaten am Leben erhalten zu haben, bevor er sie umgebracht hat. Als das bekannt wurde, hat Dad sich furchtbar aufgeregt. Er hat sich alles immer wieder durch den Kopf gehen lassen, weil er dachte, wenn er ihn früher geschnappt hätte, könnten Bambrow und Hut noch leben. Er hat sich Vorwürfe gemacht, weil er so darauf fixiert gewesen war, denen ... Gregory unterbrach sich selbst. Weil er sich hätte ablenken lassen. Ihr Vater war also auch nach seiner Genesung davon überzeugt, Kriet habe Margo auf dem Gewissen? »Oh ja, absolut«, sagte Gregory leicht erstaunt darüber, dass dies überhaupt fraglich sein sollte. »Sie hätten doch alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen. Den Exfreund, diesen zwielichtigen Patienten, der in sie verknallt war, keinem war etwas nachzuweißen. Statt seine ehrliche Meinung zu äußern, dass wegen Talbots Krankheit wertvolle Monate verstrichen seien, in denen alle Verdächtigen, auch Kriet, Zeit gehabt hätten, eine Leiche zu verstecken, Beweise zu vernichten oder ihr Alibi festzuzohren, zog Strike das Bad Papier aus der Tasche, auf das Talbot die Nachricht in Pittman-Kurzschrift notiert hatte, und hier des Gregory hin. »Ich wollte Sie nach einer Sache fragen, M. Das ist die Schrift Ihres Vaters, oder?« »Wo haben Sie das denn hier?«, zögern Cliff Gregory danach. »Aus der Polizeiakte. Ihr steht, und das ist das Letzte von Ihnen, das Zwölfte, und der Kreis schließt sich, wenn das Zehnte, dann folgt ein unbekanntes Wort, Baphomet gefunden ist, aufgezeichnet im wahren Bohr. Ich frage mich, ob Sie etwas damit anfangen können. Im selben Augenblick war von oben ein lautes Kachen zu hören. »Entschuldigung«, murmete Gregory, legte das Blatt aufs Teetablett und eilte hinaus. Strike hörte Schritte auf der Treppe, dann begann Terbit zu schimpfen. Anscheinend hatte eine der Schwestern eine Kommode umgeworfen. Zwei Sopana hoben zu Rechtfertigungen und gegenseitigen Anschuldigungen an. Durch die Netzgardinen sah Strike draußen einen alten Volvo-Vorfahren. Eine mullige Brünette, ein von fünfzig, in einem dunkelblauen Regenmantel stieg mit zwei Jungen aus, deren Alter er auf vierzehn oder fünfzehn schützte. Die Frau ging nach hinten zum Kofferraum und nahm zwei Sporttaschen und mehrere Aldi-Einkaufstüten heraus. Die Jungen, die schon zur Haustür geschlauft waren, wurden zurückzitiert, damit sie Tragen eifen. Gregorys Frau betrat die Dealer, und er selbst erschien wieder an der Wohnzimmer-Tür. Einer der Jungen drängelte sich an ihm vorbei und starrte ihren Besucher verwundert an, als wäre der ein ausgebrochenes Zootier. »Ahai«, sagte Strike. Der Junge wandte sich verblüfft an Gregory. »Wer ist das denn?«, fragte er und zeigte auf Strike. Der zweite Junge tauchte neben ihm auf und musterte Strike mit der gleichen Mischung aus Staunen und Misstrauen. »Das ist Mr. Strike«, stellte Gregory ihn vor. Dann tat die Faut zwischen die beiden Jungen, legte jedem eine Hand auf die Schulter und schob sie mit einem Lächeln für Strike aus dem Zimmer. Gregory schloss die Tür und kehrte an seinen Platz zurück. Ihm schien ein Feind zu sein, worüber Strike und er zuletzt gesprochen hatten, aber dann fiel sein Blick auf das Blatt Papier, von seinem Vater vollgekritzelt, mit Pentagrammen gesprengelt und durch den rätselhaften Text in Pitman-Kurzschrift ergänzt. »Wissen Sie, wieso Dad Pitman beherrschte?«, fragte er gespielt munter. »Meine Mutter hat in der Ausbildung zur Sekretärin Steno gelernt, also hat er mitgemacht, damit er mit ihr üben konnte. Er war ein guter Ehemann und auch ein guter Vater«, fügte er leicht defensiv hinzu. »Klingt so«, sagte Strike. Es entstand eine Pause. »Hören Sie«, sagte Gregory, »die Details von Dads Krankheit sind damals aus der Presse hausgehalten worden. Er war ein guter Polizist und es war nicht seine Schuld, dass er krank wurde. Meine Mutter lebt noch. Für sie wäre es schrecklich, wenn jetzt alles herauskommen würde.« »Ich kann mir vorstellen, wie, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob Sie das können«, Gregory errötete leicht. Er schien ein höflicher, sanftmütiger Mann zu sein, dem dieser Zwischenruf einiges abverlangte. Die Angehörigen mehrerer Opfer von Creed haben im Nachhinein … Also, es hat viel Hass auf Dad gegeben, dass er Creed nicht gefasst hat, dass er alles vermasselt hat. Leute haben ihm nach Hause geschrieben, er sei eine Schande für die Polizei. Mom und Dad sind deswegen umgezogen. Bei unserem Telefonat hatte ich den Eindruck, sie interessierten sich für Dads Theorien, nicht für … nicht für solches Zeug. Er zeigte auf das mit Pentagrammen übersähte Papier. »Die Theorien Ihres Vaters interessieren mich sehr«, sagte Strike, »und weil ein wenig Doppelzumlichkeit angebracht zu sein schien oder zumindest eine kleine Umdeutung der Fakten, fügte der Detektiv hinzu, was von Ihrem Vater in der Fallakte steht, ist größtenteils sehr vernünftig. Er hat alle richtigen Fragen gestellt. Bemerkt hat er vor allem den Nieferwagen«, warf Gregory ein. »Genau«, sagte Strike. »Ein regnerischer Abend wie damals, als Vera Kenny und Gary Whiteman entführt wurden.« »Richtig«, Strike meckte. »Die beiden miteinander rannenden Frauen«, fuhr Gregory fort, »und die letzte Patientin, die wie ein Mann aussah. Ich meine, wenn man alles zusammennimmt, muss man doch eingestehen, genau davon rede ich«, sagte Strike. »Auch wenn er vielleicht krank war, hat er Hinweise als solche erkannt. Mich interessiert nur, ob diese Stehnotzeilen etwas enthalten, was ich wissen sollte.« Gregory wirkte nicht mehr ganz so aufgeregt. »Nein, sicher nicht. Aus ihnen spricht nur seine Krankheit.« »Wissen Sie«, sagte Strike langsam, »Ihr Vater war nicht der einzige, der Creed mit Satanismus in Verbindung gebracht hat. Der Titel der besten Biografie, der Dämon vom Paradise Park. Genau, Creed und Baphomet haben vieles gemeinsam.« In der folgenden Pause polterten die Zwillinge die Treppe herunter und fragten ihre Pflegemutter lautstark, ob sie Schokomus gekauft habe. »Hören Sie, ich wäre froh, wenn Sie beweisen könnten, dass es Creed war«, sagte Gregory schließlich, »beweisen, dass Dad letztlich doch recht hatte. Dass Creed zu clever für ihn war, wäre keine Schande. Er war auch zu clever für Lawson, zu clever für alle. Ich weiß, dass in seinem Keller keine Spuren von Margot Bambrough zu finden waren, aber er hat auch nie verwarten, wo Andrea Hutens Kleidung und Schmuck geblieben sind. Gegen Ende hat er bei der Beseitigung der Leichen seine Herangehensweise variiert. Mit Huten, die er von einer Klippe geworfen hat, hatte er Pech, weil sie so schnell gefunden wurde. »Alles war«, sagte Strike und nahm einen Schluck Tee, während Gregory geistesabwesend an einem Niednagel karrte. Eine volle Minute verstrich, bevor Strike beschloss, den Druck zu erhöhen. »Die Sache mit dem wahren Buch«, als Gregory leicht zusammenzogte, war klar, dass er einen Treffer gelandet hatte. »Ich habe mich gefragt, ob Ihr Vater neben der Ermittlungsakte private Aufzeichnungen geführt hat. Und ob«, sagte Strike, als Gregory keine Antwort gab, »sie vielleicht noch existieren.« Gregories irrrichtender Blick blieb an Strike hängen. »Na gut«, sagte er schließlich. »Dad war auf etwas Übernatürliches aus. Das dämmerte uns erst gegen Ende, als klar wurde, wie krank er war. Er hat jede Nacht Salz vor unsere Zimmertüren gestreut, um Baphomet fernzuhalten. Mom war davon ausgegangen, er hätte sich im Gästezimmer ein Homeoffice eingerichtet, aber er hat niemanden wein gelassen. In der Nacht, als er eingewiesen wurde«, sagte Gregory betrübt, »ist er, äh, schreiend aus dem Zimmer gestürzt und hat uns alle geweckt. Mein Bruder, die standen auf dem Flur. Dad hatte die Tür des Gästezimmers offengelassen und wir konnten die Pentagramme an den Wänden und brennende Kerzen sehen. Er hatte den Teppich aufgerollt und einen Zauberkreis für ein Ritual auf den Fußboden gemalt. Angeblich hatte er, also er glaubte, er hätte irgendeine Art Dämon heraufbeschworen. Mom hat den Notarzt gerufen, dann ist ein Krankenwagen gekommen und …« »Tja, eines Weitere wissen Sie.« »Was schlimm für Sie alle gewesen sein«, sagte Straik. »Ja, kann man wohl sagen. Wen er Dad im Krankenhaus war, hat Mom das Zimmer geputzt, die Tarotkarten und okkulten Bücher entsorgt und die Pentagramme und den Zauberkreis überstrichen. Für sie war es umso beunruhigender, weil sie vor Dads Zusammenbruch beide regelmäßige Kirchgänger gewesen waren. Er war eindeutig schwer krank, sagte Straik, was nicht seine Schuld war, aber er war weiterhin Kriminalbeamter, hatte weiterhin Sachverstand, das sieht man in den offiziellen Unterlagen. Sollte es anderswo private Aufzeichnungen geben, die vielleicht zusätzliche Informationen enthalten, wären das wichtige Dokumente.« Gregory kaute wieder auf seinem Nagel herum, dann schien er sich zu einem Entschlussstuhl zu rängen. »Seit wir telefoniert haben, denke ich darüber nach, ob ich Ihnen vielleicht, vielleicht das hier geben sollte«, sagte er, stand auf und trat an einen überquellenden Bücherschrand in der Ecke. Aus dem obersten Fach zog er ein großes, altmodisches Notizbuch aus Leder, das mit einer Schnur umwickelt war. »Das hier ist nur deshalb nicht im Müll gelandet«, sagte Gregory und sah auf das Notizbuch hinab. »Weil Dad es nicht aus der Hand geben wollte, als der Krankenwagen kam. Er hat gesagt, er müsse den Geist beschreiben, den er herauf beschworen habe. Er hat das Notizbuch ins Krankenhaus mitgenommen. Sie ließen ihn den Dämonen zeichnen, was den Ärzten verstehen half, was in seinem Kopf vorging, weil er anfangs nicht mit ihnen reden wollte. Das alles habe ich erst später ausgefunden. Damals wurde mein Bruder lautig bewusst von einem abgeschirmt. Als Delt wieder gesund war, hat er das Notizbuch behalten, weil es ihn angeblich daran erinnerte, seine Medikamente einzunehmen. Trotzdem wollte ich sie erst kennen, Nahnen, bevor ich diese entscheidend treffe. Stryke, der sich beherrschen musste, um nicht die Hand nach dem Buch auszustrecken, saß da und versuchte, so mitfühend einzublicken, wie es sein von Natur aus mürrischer Gesichtsausdruck zuließ. Robin verstand es weit besser, Wärme und Empathie auszustrahlen. Seit sie zusammenarbeiteten, hatte er oft beobachtet, wie geschickt sie widerspenstige Zeugen zum Reden brachte. »Sie müssen verstehen«, sagte Gregory, ohne das Notizbuch herzugeben, als müsste er erst noch einen letzten Punkt unterstreichen, dass er einen … völligen mentalen Zusammenbruch hatte. »Natürlich. Wem haben Sie das Buch noch gezeigt?« »Niemanden«, antwortete Gregory. »Es hat sicher zehn Jahre auf dem Dachboden gelegen. Wir hatten dort oben noch ein paar Kartons mit Zeug aus Moms und Dads altem Haus. Komisch, dass Ihre Anfrage just in dem Moment kam, als Sie den Speicher ausgemistet haben. Oder vielleicht hat Dad das alles veranlasst? Will er mir so mitteilen, dass es in Ordnung ist, das hier weiterzugeben?« Strike stieß einen laut aus, den Talbot gern als Bestätigung dafür werten sollte. Nicht der Raumbedarf für zwei weitere Kinder, sondern Gregorys toter Vater stecke hinter der Entscheidung, den Dachboden auszumästen. »Nehmen Sie es«, sagte Gregory unvermittelt und hielt Strike das alte Notizbuch hin. Er wirkte fast erleichtert, dass es in andere Hände überging. »Ich weiß Ihr Vertrauen zu schätzen. Darf ich mich noch einmal melden, wenn ich hier drin etwas finde, bei dem Sie mir vielleicht helfen könnten?« »Ja, natürlich«, sagte Gregory. »Meine Mailer, das haben Sie. Ich gebe Ihnen noch meine Handynummer.« Fünf Minuten später stand Strike in der Dealer und schüttelte Mrs. Talbot die Hand. »Freit mich, Sie kennenzulernen«, sagte sie. »Ich bin froh, dass er Ihnen das Ding gegeben hat. Dann weiß eben nie, oder?« Und mit dem Notizbuch in der Hand pflichtete Strike ihr Ball. Und als die schöne Britomat verwandelt, ihr trübes Sorgen in ein Zorngesstarren, verzog des Kummers Nebel. Edmund Spencer, die Feenkölligen. Weil Strike darauf bestand, nahm Robin, die im Dienst der Detektei jüngst mehrere Wochenenden geopfert hatte, den folgenden Dienstag und Mittwoch frei. Ihren Vorschlag ins Büro zu kommen, um sich das Notizbuch anzusehen und systematisch den letzten Karton mit Ermittlungsakten zu beforsten, für die bisher noch keine Zeit gehabt hatte, war von ihrem Seniorpartner strikt abgelehnt worden. Strike wusste, dass Robin in diesem Jahr niemals den vollen, ihr zustehenden Urlaub wäre nehmen können, aber zumindest so viele Tage wie möglich sollten es sein. Doch wenn Strike sich eingebildet hatte, Robin würde die freien Tage genießen, hatte er sich getäuscht. Sie verbrachte den Dienstag mit aller Weltsdienen wie Waschen und Einkaufen und war am Mittwoch zu einem schon zweimal verschobenen Termin bei ihrer Anwältern unterwegs. Als sie ihren Eltern eröffnet hatte, dass Matthew und sie sich nach ihrer gerade mal einjährigen Ehe scheiden lassen wollten, hatten sie ihr zu einem Rechtsanwalt in Harrogate geraten, einem alten Freund der Familie. Ich lebe in London. Was hätte ich von einer Anwaltsform ein Yorkshire? Robin hatte sich für eine Anwältin Ende 40 namens Judith entschieden, deren trockener Humor, grauer Haarschopf und schwarze Horn-Dwelle Robin gleich bei ihrer ersten Begegnung für sie eingenommen hatte. In den folgenden zwölf Monaten war Robins Begeisterung allmählich abgeklungen, es erschierig, einem Menschen gern zu haben, dessen Job darin bestand, die neuesten, unversöhnlich aggressiven Mitteilungen von Matthews Anwalt weiterzugeben. Im Laufe der Zeit war Robin überdies aufgefallen, dass Judith gelegentlich verfahrensrelevante Informationen vergaß oder falsch in Erinnerung hatte. Robin, die selbst stets darauf achtete, ihren Klienten den Eindruck zu vermitteln, sie denkt in erster Linie an deren speziellen Fall, hatte der Verdacht beschlichen, Judith wäre womöglich gewissenhafter, wenn sie selbst reicher wäre. Wie Robins Eltern hatte Judith ursprünglich geglaubt, die Scheidung würde glatt über die Bühne gehen und mit zwei Unterschriften und einem Händedrot besiegelt sein. Die beiden waren seit rund einem Jahr verheiratet und hatten keine Kinder, nicht mal ein Haustier, um das sie sich hätten streiten können. Robins Eltern hatten sich sogar eingebildet, Matthew, den sie seit seiner Kindheit kannten, durfte sich so für sein Untreu schämen, dass er den Wunsch hätte, Robin zu entschädigen und in Bezug auf die Scheidung großzügig und vernünftig handeln würde. Doch bei dem wachsenden Zorn ihrer Mutter auf den noch Schwiegersohn kaute es Robin inzwischen vor Anrufen daheim. Die Kanzlei Sterling und Cops lag 20 Gehminuten von Robins Wohnung entfernt in der North End Road. Am Morgen hatte Robin beschlossen, in ihrem warmen Mante und mit Schirm rein zur körperlichen Ertüchtigung zu Fuß zu gehen, weil sie in letzter Zeit so viele Stunden Sitzen vor dem Haus des Wetteransagers verbracht hatte. Tatsächlich war sie das letzte Mal eine volle Stunde zu Fuß gegangen, als sie in der National Portrait Gallery gewesen war. Ein ergebnisloser Besuch, abgesehen von einem unbedeutenden Vorfall, den Robin nicht weiter beachtet hatte, weil Strike sie gelehrt hatte, der Intuition zu misstrauen, die von Laien so verklärt wurde und die, wie er sagte, in den meisten Fällen auf persönlichen Vorurteilen oder Vorlieben beruhte. Müde, niedergeschlagen und in der Gewissheit, dass sie von Judith wieder nichts Aufmunterndes hören würde, kam Robin gerade an einem Wettberuf vorbei, als ihr Handy kringelte. Weil sie Handschuhe trug, brauchte sie etwas länger, um es aus der Schultertasche zu holen, und kam leicht panisch, als sie es endlich schaffte, dem unbekannten Anrufer zu antworten. Ja, hallo, hier Robin Ellicott. Ähm, hi, Eden Richards. Robin wollte partout nicht einfallen, wer Eden Richards war. Die Frau am anderen Ende schien ihr Dilemma zu ahnen. Wilmer, Badys Tochter, erklärte sie. Sie haben meine Geschwister und mich angeschrieben, weil sie mit uns über Margot Bambrough reden wollten. Oh Jan, natürlich, danke für den Rückruf, wobbend hart in den Eingang des Wettbüros und hielt sich das freie Ohr zu, um den Verkehrslärm auszublenden. Eden, das fiel ihr jetzt ein, war Wilmers Älteste, die Labour-Stadträtin aus Lewisham. »Eidsohn, hören Sie«, sagte Eden Richards, »die möchten nicht mit Ihnen reden, und dabei spreche ich für uns alle, okay?« »Tut mir leid, das zu hören«, sagte Robin. Die Geistesabwesen beobachtete, wie ein Dobermann sich hinhockte und auf den Gehweg kackte, während sein Herrchen mit einer Plastiktüte in der Hand missmutig daneben stand. »Darf ich fragen, weshalb?« »Wir wollen einfach nicht, okay?« »In Ordnung«, erwiderte Robin, »aber um es noch einmal klarzustellen, wir möchten nur Aussagen überprüfen, die nach Margot verschwinden.« »Wir können für unsere Mutter nicht mehr sprechen«, fiel Eden ihr ins Wort. »Sie ist tot, und Margot's Tochter tut uns wirklich Neid, aber wir wollen nichts wieder aufwöhnen, was...« »Das sind Dinge, die keiner von uns noch mal durchmachen will. Die waren alle noch jung, als sie verschwunden ist, und...« »Es war für uns eine schlimme Zeit.« »Also lautet die Antwort Nein.« »Okay?« »Verstehe«, sagte Robin. Trotzdem wünschte ich mir, Sie würden Ihre Entscheidung noch mal überdenken. »Wir haben nicht vor, Sie zu persönlichen...« »Tun Sie, aber«, unterbrach Eden sie. »Ja, tun Sie, und wir wollen das nicht, okay?« »Sie sind nicht von der Polizei.« »Übrigens steckt meine jüngste Schwester gerade mitten in einer Chemotherapie.« »Lassen Sie sie also bitte in Ruhe. Sie kann keine zusätzliche Belastung brauchen.« »Das war's, was ich sagen wollte.« »Die Antwort lautet Nein.« »Okay?« »Kontaktieren Sie keinen von uns noch mal.« »Okay?« Dann war die Leitung tot. »Scheiße«, sagte Robin Lard. Der Rundebesitzer, der gerade einen stattlichen Haufen in den Kotbeutel schaufelte, sagte, »Geld für uns beide, Schätzchen.« Robin rang sich ein Lächeln ab, steckte ihr Handy wieder ein und ging weiter. Wenig später, sie fragte sich immer noch, ob sie das Gespräch mit Eden geschickter hätte führen können, stieß sie die Glastür von Sterling und Copps Rechtsanwälte auf. »So«, sagte Judith Copps, kaum dass Robin ihr in deren mit Aktenschränken vollgestellten winzigen Büro gegenüber saß, und verfiel wieder in Schweigen, während sie zunächst in den vor ihr liegenden Schriftstücken blätterte, um sich mit den Einzelheiten des Falls neu vertraut zu machen. Robin sah ihr dabei zu. Lieber hätte sie weitere fünf Minuten im Wartezimmer verbracht, als Zeugin dieser flüchtigen Levision dessen zu werden, was ihr selbst so viel Kummer bereitete. »Hm«, machte Judith schließlich. »Ja, wollte nur kontrollieren. Ja, wie ich in meiner Mail schon beschrieben hatte, ist am 14. die Antwort auf unser Schreiben eingegangen. Sie wissen also, dass Mr. Canliffe nicht bereit ist, von seinem Standpunkt hinsichtlich des Gemeinschaftskontos abzurücken.« »Ja, deshalb glaube ich, wir sollten in die Mediation eintreten.« »Und wie ich in meiner Antwort geschrieben habe,« sagte Robin und fragte sich, ob Judith die E-Mail je gelesen hatte, »sehe ich nicht, wie eine Mediation Erfolg haben sollte.« »Eben deshalb wollte ich persönlich mit Ihnen reden,« sagte Judith lächelnd. »Wir machen oft die Erfahrung, dass zwei Parteien, die sich zusammensetzen und dann argumentieren müssen, vor allem in Gegenwart unparteiischer Zeugen, denn ich wäre natürlich an Ihrer Seite, plötzlich weit weniger kompromisslos sind als in der schriftlichen Kommunikation.« »Sie haben doch selbst gesagt,« entgegnete Robin, und Blut rauschte in ihren Ohren, wie so oft, wenn sie das Gefühl hatte, nicht gehört zu werden. »Dass Matthew es darauf anzulegen, scheint den Pfeil vor Gericht zu bringen. Unser gemeinsames Konto interessiert ihn kein bisschen. Er hat zehnmal mehr Geld als ich. Er will bloß gewinnen. Der Richter soll ihm bestätigen, dass ich ihn wegen seines Bankkontos geheiratet habe. Für ihn ist das Geld gut angelegt, solange er am Ende auf irgendein Urteil verweisen kann, das mir alle Schuld zuweist.« »Man unterstellt dem Ex-Partner gern mal die schlimmsten Motive,« sagte Judith noch immer lächelnd, »aber er ist offenbar ein intelligenter, intelligente Menschen, kann genauso boshaft sein wie alle anderen auch.« »Das stimmt,« sagte Judith mit einer Miene, als versuchte sie, Robin bei Laune zu halten. »Aber sich zu weigern, es mit einer Mediation wenigstens zu versuchen, ist für sie beide schlecht. Kein Richter bringt Wohlwollen für jemanden auf, der sich weigert, auch nur zu versuchen, sich außergerichtig zu einigen.« Die Wahrheit war natürlich, wie sie beide nur zu gut wussten, dass es Robin davor graute, Matthew und seinem Anwalt, der all diese unterkühlten Briefe geschrieben hatte, gegenüber sitzen zu müssen. »Ich habe ihm gesagt, dass ich nichts vom Erbe seiner Mutter will,« erwiderte Robin. »Ich möchte nur zurückhaben, was meine Eltern für unser erstes Haus zugeschossen haben.« »Sicher«, Judith klang leicht gelangweilt. Dieses Erboment hatte Robin bislang bei jedem ihrer Gespräche vorgebracht. »Aber Sie wissen auch, dass seine Position lautet, dass ich buchstäblich nichts zu unseren Finanzen beigetragen hätte und er alles behalten sollte, weil er mich aus Liebe geheiratet hätte und ich nur aufs Geld ausgewesen wäre, das ärgert Sie offenbar,« stellte Judith fest. Inzwischen lächelte sie nicht mehr. »Wir waren zehn Jahre zusammen.« Robin versuchte, mit wenig Erfolg ruhig zu bleiben. »Als er noch studiert hat und ich schon gearbeitet habe, habe ich alles bezahlt. Hätte ich die Quittungen aufheben sollen?« »Bei der Mediation können wir das natürlich vortragen.« Da ritt er nur wütend. Auf einmal fühlte sie sich den Tränen nahe. »Okay. Okay, meinetwegen. Versuchen wir es mit der Mediation.« »Ich glaube, das ist das Vernünftigste.« Jetzt lächelte Judith Kops wieder. »Ich schreibe an Bofi Shenton und zumindest habe ich so die Möglichkeit, Matthew zu sagen, was für ein Scheißkerl er ist.« Judith lachte kurz auf. »Och, das würde ich Ihnen nicht raten.« »Ach nicht,« dachte Robin und stand mit einem gezwungenen Lächeln auf, unzugehen.« Böiger, feuchtkater Wind empfing sie, als sie die Kanzlei verließ. Sie stapfte in Richtung Finnborough Road, wo sie mit Taubengesicht und in die Augen wehenden Haaren in ein kleines Café einkehrte. Unter Missachtung ihres Vorsatzes, sich gesund zu ernähren, bestellte sie sich einen Kaffee-Latte und einen Schoko-Brownie. Sie starrte auf die regnasse Straße hinaus und genoss den Trost von Kaffee und Gebäck, als ihr Handy erneut klingelte. Es war strike. »Ai«, brachte sie mit vollem Unterhaus. »Schau, esse gerade.« »Das würde ich auch gern,« sagte er. »Ich stehe vor dem verdammten Theater. Bargley hat recht, glaube ich. Wenn Leichtfuß nichts nachweisen kann, aber ich habe Bambo-Neuigkeiten.« »Ich auch,« sagte Robin, die inzwischen geschockt hatte. »Nur leider keine Guten. Wilma Batys Kinder wollen nicht mit uns reden.« »Die Kinder der Putzfrau? Warum nicht?« »Wilma war keine Putzfrau mehr, als sie gestorben ist,« rief Robin ihm in Erinnerung. »Sie war Sozialarbeiterin.« Doch während sie das sagte, fragte sie sich, weshalb sie das Bedürfnis hat, ihn zu verbessern. Vielleicht steckte dahinter bloß die Befürchtung, wenn Wilma Batys für immer die Putzfrau bliebe, würde sie selbst Robin für immer die Aushilfe sein. »Schon gut. Und warum wollen die Kinder der Sozialarbeiterin nicht mit uns reden?«, fragte Strike. »Die Tochter hat mich angerufen. Eden, die Älteste, meinte, sie wollte die schwierige Zeit nicht wieder aufleben lassen. Sie hat behauptet, es habe mit Margo nichts zu tun, aber dann hat sie sich widersprochen und sinngemäß gesagt, über Margos Verschwinden zu reden, bedeutet zwangsläufig, auch auf Privatangelegenheiten zu sprechen zu kommen.« »Naja, der Vater hat Anfang der 70er Jahre gesessen und Margo hat Wilma dazu ermuntert, ihn zu verlassen,« sagte Strike. »Vermutig steckt das dahinter. Glaubst du, es lohnt sich, sie nochmal anzurufen und sie zu überwäden? Sie wird sich nicht umstimmen lassen.« »Und sie hat gesagt, dass sie auf ihre Geschwister spricht?« »Ja, die Jynste macht eine Chemotherapie. Speziell sie soll ich in hohe lassen.« »Okay, mach das, aber die anderen sind vielleicht einen weiteren Versuch wert. Das bringt Eden nur gegen uns auf. Schon möglich, aber was hätten wir zu verlieren?« »Wahrscheinlich nichts,« sagte Robin. »Und was hast du Neues?« »Die Arztshelferin und die Empfanzdame, die nicht Gloria Conti hieß.« »Irene Bull,« sagte Robin. »Irene Bull, jetzt Hickson, genau. Beide sind bereit, mit uns zu reden. Wie sich herausgestellt hat, sind sie seit ihrer gemeinsamen Zeit in der Praxis gute Freundinnen. Irene hat Janice und uns für Samstag Nachmittag zu sich eingeladen. Ich glaube, wir sollten beide hinfahren.« Robin schaltete den Lautsprecher ein, um parallel einen Blick auf den Dienstplan zu werfen, den sie auf ihrem Handy abgespeichert hatte. Für Samstag war eingetragen Strikes Geburtstag, TTS Freundin. »Am Samstag bin ich mit Two Times Freundin dran,« sagte sie und schaltete die Lautsprecher wieder aus. »Um die soll Mois sich kümmern,« entgegnete Strike. »Du könntest uns hinfahren, wenn du möchtest,« fügte er hinzu. Und Robin lächelte. »Mach ich gern,« sagte sie. »Na schön, dann auf viel Spaß an deinem feinen Tag.« Und damit legte er auf. Robin aß den Rest ihres Brownies und genoss jeden Bissen, trotz der bevorstehenden Mediation und zweifellos auch aufgrund der Zufuhr von Schokolade, fühlte sie sich weit glücklicher als zehn Minuten zuvor. Dort fand ich ihn, in Leid und trauger Verwirrung, der Einzige, der sich je treu mir zur Seite stellt, da ob ich zu ihm trat und ihn zu trösten, mich zu ihm gesellt. Edmund Spencer, die Feen, Königin. Strike erzählte nie jemandem, dass sein Geburtstag bevorstand und vermied es auch, es am bewussten Tag zu erwähnen. Das sagt nicht einfach daran, dass er nicht würdigen konnte, wenn jemand sich daran erinnerte. Tatsächlich war er dann viel gerührter, als er es sich je anmerken ließ, aber er hegte einen angeborenen Wiederwillen gegen geplante Feiern und erzwungene Fröhlichkeit, und von allen albernen Bräuchen verabscheute er ein mehrstimmiges Happy Birthday am meisten. Soweit er zurückdenken konnte, waren an jedem Geburtstag traurige Erinnerungen hochgekommen, mit denen er sich lieber nicht befassen wollte. Als er noch klein gewesen war, hatte seine Mutter manchmal vergessen, etwas für ihn zu kaufen. Sein leiblicher Vater hatte das Datum überhaupt nie zur Kenntnis genommen. Geburtstage waren für ihn untrennbar mit der Gewissheit verbunden, dass er seine Existenz einem Zufall verdankte, dass seine genetische Abstammung zunächst bestritten worden und die Geburt selbst grauenhaft Darling gewesen war. Wenn Männer Kinder kriegen müssten, würde die Menschheit in einem Jahr aussterben. Seine Schöster Lucy hätte es als grausam empfunden, den Geburtstag eines Angehörigen ohne ein Geschenk, einen Anruf oder, sofern es sich einrichten ließ, eine Party oder zumindest ein Essen verstreichen zu lassen. Deshalb belog er Lucy meist und behauptete, einen wichtigen Termin zu haben, um nicht bis nach Bromley fahren und an einer Familienfeier teilnehmen zu müssen, die Lucy selbst weit mehr genoss als er. Da vor kurzem hätte er zu einem Take-away-Dinner bei seinen Freunden Nick und Ilza nicht Nein gesagt, aber Ilza hatte vorgeschlagen, er solle Robin mitbringen, und weil Strike schon Wochen zuvor zu dem Schluss gekommen war, Ezas immer unverblümtere Versuche, ihn zu verkuppeln, würden sich nur durch Totalverweigerung abwehren lassen, hatte er geflunkert, er wäre daheim bei Lucy. Nun lieb Strike für seinen Geburtstag nur die vage Hoffnung, dass Robin ihn vergessen würde, wie er ihren, und sie wieder quitt wären. Als er am Freitagmorgen die Eisentreppe runterkam, lagen zu seiner Überraschung auf Pets Schreibtisch neben der üblichen Post zwei Päckchen und vier Briefe. Die Briefumschläger waren alle in Primärfarben gehalten, Freunde und Angehörige hatten offenbar sicherstellen wollen, dass ihre Glückwünsche ihn pünktlich zum Wochenende erreichten. »Hast wohl Geburtstag?« fragte Pet mit ihrer tiefen, rauchigen Stimme, ohne den Blick vom Monitor abzuwenden, während sie mit ihrer E-Zigarette zwischen den Lippen weiter tippte. »Er ist morgen,« sagte Strike und nahm die Briefe in die Hand. Drei Handschriften kannte er, die vierte nicht. »Click, wunsch, da alles Gute,« knurrte Pet und ließ die Tastenkapp an. »Hättest was sagen sein.« »Nur so zum Spaß«, fragte Strike. »Wieso? Hättest du mir einen Kuchen gebacken?« »Nein«, sagte Pet gleichmütig, »aber vielleicht ne Karte gekauft.« »Gut, dass ich nichts gesagt habe.« »Wieder ein Baum gerettet.« »Es wäre keine große Karte gewesen.« Pets Finger wirbelten weiter über die Tastatur. Glinsen verschwand Strike mit Samtkarten und Päckchen in seinem Büro, aus dem er sie später, noch immer ungeöffnet, mit nach oben nahm. Als er am 23. aufwachte, galt sein erster Gedanke der bevorstehenden Fahrt mit Robin nach Greenwich. Die Bedeutung dieses Tages wurde ihm erst wieder bewusst, als er die Karten und Päckchen auf den Tisch liegen sah. Die Päckchen enthielten einen Pullover von Ted und Joan und ein Sweatshirt von Lucy. Ilza, Dave Powworth und sein Halbbruder Al hatten Schatzkarten geschickt, die ihn zwar nicht zum Lachen brachten, aber immerhin vage erheiterten. Er zog die vierte Karte aus dem Umschlag. Auf der Vorderseite war ein Bluthund abgebildet, den Strike nachdenklich betrachtete, wozu der wohl ausgesucht worden war. Strike hatte nie einen Hund gehabt und obwohl er Hunde, Katzen vorzog, weil er beim Militär mit einigen gearbeitet hatte, gehörte Hundeliebe, er nicht zu seinen hervorstechendsten Charakterzügen. Als er die Karte aufklappte, stand da »Happy Birthday, Commerin«, »Liebe Grüße«, »Johnny«, in Klammern »Dad«. Einen Moment lang betrachtete Strike nur die Wörter. Sein Verstand war so leer wie der Rest der Karte. Die Schrift seines Vaters hatte er zuletzt vor Augen gehabt, als er um ein Bein ärmer mit Morphium vollgepumpt gewesen war. Als Kind hatte er dessen Unterschrift gelegentlich auf Schriftstütten gesehen, die seiner Mutter zugestellt worden waren. Damals hatte er den Namen immer ehrfürchtig angestarrt, als sähe er darin wirklich einen Teil seines Vaters, als wäre die Tinte Blut und ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass sein Vater ein echter Mensch, nicht nur ein Mythos war. Urplötzlich und mit einer Wucht, die ihn selbst erschreckte, packte ihn die Wut, um jenes kleinen Jungen willen, der einst seine Seele dafür verkauft hätte, eine Geburtsdatskarte von seinem Dad zu bekommen. Auch wenn sich der Wunsch, zu Johnny Rockaby Kontakt zu haben, längst verflüchtigt hatte, erinnerte er sich noch gut an den scharfen Schmerz, den ihm als kleinem Jungen dessen fortgesetzter, unversöhnlicher Abwesenheit zubefügt hatte, wann immer seine Grundschulkasse Karten zum Vatertag bastelte, fremd, die ihn ausfragten, deshalb er keine Kontakt zu Rockaby habe, oder andere Kinder ihn verhöhnten, indem sie Songs der Dadbeats kröten oder behaupteten, seine Mutter habe sich nur aus Geldgier mit Rockaby eingelassen. Er erinnerte sich an die klähende Hoffnung, am starksten vor Geburtstagen und Weihnachten, sein Vater möge ihm etwas schicken, ihn anrufen oder irgendetwas tun, was bewies, dass Strike existierte. Die Erinnerung an diese Fantasien hasste Strike mehr als den Schmerz, den ihr ewiges Nicht-in-Erfüllung-Gehen nach sich gezogen hatte. Am allermeisten jedoch hasste er die hoffnungsvollen Lügen, die er sich selbst erzählt hatte, wenn er als Kind Ausreden für seinen Vater erfunden hatte, der bestimmt nicht wusste, dass die Familie wieder umgezogen war, der Sachen an die falsche Adresse geschickt hatte, der ihn kennenlernen wollte, aber nicht erreichen konnte. Wo war Rockaby gewesen, als sein Sohn noch ein Niemand gewesen war? Wo war er gewesen, wenn Liders Leben wieder mal entgleist war, sodass Ted und Joan hatten eingreifen müssen? Wo war er bei den Hundert Mahn gewesen, als seine Anwesenheit etwas Echtes, Ehrliches bedeutet hätte, statt von dem Bemühen deprägt zu sein, in den Zeitungen gut dazustehen? Von seinem Sohn wusste Rockaby buchstäblich nur, dass er privat erlegt tief war, und das erklärte den verdammten Bluthund. Scheiß auf dich und deine Karte. Strike wiss die Karte zweimal durch und warf die Viertel in den Papierkorb. Hätte er nicht befürchtet, der Rauchmelder könnte anspringen, hätte er sie verbrannt. Der Zorn pulsierte noch den ganzen Morgen, er hasste seine eigene Wut, weil sie davon zeugte, wie emotional abhängig er in gewisser Weise noch immer von Rockaby war. Als er sich auf den Weg nach Earthscourt machte, wo Robin ihn abholen würde, war er nicht weit davon entfernt, sich zu wünschen, Geburtstage wären nie erfunden worden. Eine Dreiviertelstunde später beobachtete Robin, die mit dem Land Rover am Eingang des U-Bahnhofs parkte, wie Strike mit dem in Leder gebundenen Notizbuch unter dem Arm auf den Gehwicker austrat. Er wirkte brummiger, als sie ihn je erlebt hatte. »Wirgwunsch zum Geburtstag«, sagte sie, als er die Beifahrertür aufzog. Strikes Blick fiel sofort auf die Karte und das kleine eingewickelte Päckchen auf dem Armaturenbrett. »Scheiße!« »Morgen«, sagte er und wirkte gleich noch brummiger. Als Robin anfuhr, fragte sie, »ist es dein 39. oder ist etwas anders passiert?« Strike, der keine Lust hatte, über Rockaby zu reden, riss sich zusammen. »Nein, Achim.« »Ich bin nur erledigt. Ich hab bis da mitternacht den letzten Bamboro-Karton durchgesehen.« »Das wollte ich am Dienstag machen, aber du hast mich ja nicht gelassen.« »Du hattest einen Urlaubstag gut«, entgegnete Strike knapp. Er riss den Umschlag mit ihrer Karte auf. »Du hast noch immer Urlaubstage gut.« »Ich weiß, aber das wäre bestimmt interessanter gewesen als Bügelwäsche.« Strike betrachtete die Vorderseite von Robins Karte, ein Aquarell von St. Mors, und so eine Karte in London zu finden, musste sie lange gesucht haben. »Hm. Sehr schön«, sagte er. »Danke.« Er klappte sie auf. Auf viele weitere glückliche Lebensjahre. Alles Liebe, Robin. X. Sie hatte noch nie ein Küsschen X unter eine Mitteilung an ihn gesetzt, aber es gefiel ihm. Schon besser gelaunt, packte er das keine Päckchen aus. Es waren Bluetooth-Kopfhörer wie diejenigen, die Luke im Sommer in St. Mors kaputt gemacht hatte. »Ach, Robin, das ist...« »Danke. Die sind großartig. Ich hatte mir noch keine neuen gekauft.« »Ich weiß«, sagte Robin. »Ich hab's bemerkt.« Als Strike die Karte in den Umschlag zurücksteckte, nahm er sich vor, ihr ein wirklich anständiges Weihnachtsgeschenk zu machen. »Ist das Beth Harbets geimes Notizbuch?«, fragte Robin mit einem Blick auf den Lelerband auf Strikes Knien. »Genau das. Ich zeig's dir, sobald wir bei Janice und Irene waren. Es ist komplett verrückt, voller bizarrer Zeichnungen und Symbole. Und was war im letzten Aktenkarton? Irgendwas Interessantes? Nichts Weltbewegendes. Unterlagen aus dem Jahr 1975 sind mit späteren vermischt worden. Aber ein paar Kleinigkeiten waren interessant. Beispielsweise ist Wirrma, die Putzhilfe, einige Monate nach Margus' Verschwinden entlassen worden, wegen kleiner Diebstähler, wichtigen Trunkenheit, wie Gopter mir erzählt hat. Aus Sandtaschen und Geldbörsen waren immer wieder kleinere Geldbeträge verschwunden. Außerdem weiß ich jetzt, dass an Enners zweitem Geburtstag eine Frau bei ihnen zu Hause angerufen und sich als Margo ausgegeben hat. »Oh Gott, wie schrecklich«, sagte Robin. »Ein Scherzanruf?« Die Polizei ging davon aus. Sie konnte ihn zu einer Telefonzelle in Marily Bones zurückverfolgen. Cynthia, Ex-Kindermädchen, später zweite Ehefrau, hatte den Anruf entgegen den Namen. Die Frau, die sich als Margo ausgab, forderte Cynthia auf, gut für ihre Tochter zu sorgen. Hat Cynthia die Stimme erkannt? Der Polizei hat sie erklärt, sie sei zu schockiert gewesen. Die Stimme soll ähnlich wie Margus geklungen haben, aber letzten Endes war Cynthia doch der Meinung, jemand habe versucht, sie zu imitieren. »Was bringt Leute dazu, sowas zu machen?« fragte Robin ehrlich verwirrt. »Idioten«, sagte Strike. »In dem Karton waren auf mehrere Aussagen von Leuten, die Margo nach ihrem Verschwinden gesehen haben wollten. Allesamt widerlegt. Aber ich hab eine Liste zusammengestellt, die ich dir mäle. Stürzt dich, wenn ich rauche?« »Nur zu«, sagte Robin, und Strike kurbelte sein Fenster runter. »Übrigens habe ich dir gestern Abend auch eine kleine Info gemäht, eine sehr kleine. Erinnerst du dich an Herbert Schimmings, den Foristen, dessen Lieferwagen mit überhöhter Geschwindigkeit vom Clerkenwall Green weggefahren sein soll? Klar. Hat er ein Geständnis hinterlassen? Ach, leider nicht, aber ich habe mit seinem ältesten Sohn gesprochen, der behauptet, der Lieferwahn seines Vaters sei am bewussten Abend um halb sieben definitiv nicht in Clerkenwall gewesen. Er habe vor dem Haus eines Karinettenlehrers in Kempten gestanden, zu dem sein Vater ihn freitags gefahren habe. Das wollen sie damals bei der Polizei ausgesagt haben. Sein Vater hat immer draußen im Wagen gewartet und Spionage-Omani gelesen. Der Klarinettenunterricht steht nicht in den Protokollen, aber Talbot und Lawson haben Schimmings geglaubt. Allerdings ist es gut, das bestätigt zu bekommen, fügte er hinzu, damit Robin nicht glaubte, er würde derlei Routinearbeiten erabwürdigen. Denn das heißt, es könnte am Ende doch Dennis Creed's Lieferwagen gewesen sein. Strike zündete sich eine Benson & Hatches an und biß den Rauch aus dem Fenster. In dem letzten Karton hat übrigens ausspannendes Material über die beiden Frauen gelegen, zu denen die unterwegs sind. Nachdem Lawson den Fall übernommen hatte, sind nämlich ein paar Dinge ans Licht gekommen. Tatsächlich? Ich dachte, Irene hätte einen Zahnarzttermin gehabt und Janice Hausbesuche gemacht. Das haben sie ursprünglich ausgesagt, bestätigte Strike, und Talbot hat ja Aussagen nie überprüft, hat beiden aufs Wort geglaubt, weil er keiner Frau zugetraut hat, der Essex-Butcher zu sein. Genau. Strike schlug sein Notizbuch auf und blätterte zu den Seiten, die er am Dienstag vollgekürzelt hatte. Laut Arrins erste Aussage hatte sie in den Tagen vor Magus Verschwinden pochende Zahnschmerzen. Weil ihre Freundin Janice, die Pflegeschwester, einen Abszess vermutete, ließ Irene sich einen Notfalltermin um drei Uhr geben und verließ die Praxis um halb drei. Janice und sie wollten am Abend noch ins Kino gehen, aber Arrins Gesicht war nach der Extraktion so geschwollen, dass sie lieber zu Hause bleiben wollte, als Janice anrief und fragte, wie es ihr beim Zahnarzt ergangen sei und ob sie noch Lust auf Kino habe. Keine Hindys, mummelte Wobbin, eine andere Welt. Genau das habe ich auch gedacht. Heutzutage würden Arrins Freundinnen Startesberichte im Minutentakt erwarten und Selfies vom Behandlungsstuhl. Terbit hat seinen Leuten zu Verstehende gegeben, er habe den Zahnarzt selbst angerufen, um die Aussage zu verifizieren, aber das hat er nicht getan. Würde mich nicht wundern, wenn er eine Kristallkugel zu Rate gezogen hätte. Ha, das ist mein Ernst. Warte, bis du seine Tietzbuch siehst. Strike betterte um. Ein halbes Jahr später übernimmt Lawson den Fall und macht sich daran, sämtliche Aussagen von Zeugen und Verdächtigen systematisch zu überprüfen. Irwin hat auch ihm die Zahnarztgeschichte aufgetischt. Eine halbe Stunde später geriet sie in Panik und klopfte erneut bei ihm an. Diesmal gab sie zu, dass sie gelogen hatte. Sie hatte gar keine Zahnschmerzen, war auch nie beim Zahnarzt gewesen. Sie war sauer, weil sie in der Praxis so viele unbezahlte Überstunden angehäuft hatte und fand, sie habe sich einen feinen Nachmittag verdient. Also hat sie die Zahnschmerzen und den Nottermin vorgetäuscht und ist zum Shoppen ins Westend gefahren. Lawson hat sie erklärt, ihr sei erst bei ihrer Heimkehr eingefallen, übrigens hat sie damals noch bei ihren Eltern gewohnt, dass Janice bei ihrem Treffen womöglich sehen wollen würde, welcher Zahn ihr gezogenbauten war oder zumindest eine Schwennung erwarten dürfte. Also hat sie ihre Freundin angelogen und behauptet, sie würde sich nicht wohl genug fühlen. Aus seinen Notizen geht davor, dass Lawson ihr ins Gewissen geredet hat, ob sie nicht wisse, dass es fatal sei, die Polizei zu belügen, man könne schon für weniger verhaftet werden und so weiter. Außerdem hat er ihr erklärt, diese neue Version bedeute, dass sie für den Nachmittag und Abend kein Alibi habe, nur für gegen halb sieben, als Janice sie zu Hause angerufen hat. Wo hat Irene denn damals gewohnt? In der Corporation War, die zufällig ganz in der Nähe des Three Kings liegt, allerdings nicht auf dem Weg, den Margo von der Praxis ausgenommen hätte. Jedenfalls ist Irene hysterisch geworden, als es um die Alibis ging. Sie hat wirre Geschichten über Feinde erzählt, die Margo angeblich hatte, ohne sie je benennen zu können. Letztlich hat sie Lawson wieder auf die anonymen Briefe verwiesen, die Margo bekommen hatte. Tags darauf war Irene noch einmal bei Lawson, diesmal in Begleitung ihres aufgebachten Vaters, der ihr keinem Gefallen getan hat, als er Lawson vorwarf, seine Tochter zu schikanieren. Bei diesem dritten Gespräch hat Irene Lawson einen am entscheidenden Tag um 15.10 Uhr gedruckten Kaufbeleg aus der Oxford Street vorgelegt, ein Barkauf. Lawson war es bestimmt ein Vergnügen, Irene und ihrem Dad zu erklären, die Quittung beweise nur, dass irgendwer an jenen Tag in der Oxford Street eingekauft habe. Trotzdem, eine Quittung vom richtigen Tag zur richtigen Uhrzeit? Hätte ihrer Mutter gehören können oder einer Freundin. Wozu hätten sie die ein Heidesjahrland aufgehoben? Wozu hätte Irene das tun sollen? Darüber dachte Robin kurz nach. Sie bewahrte ihre Belege regelmäßig auf, aber die brauchte sie auch für die Spesenabrechnung. Er? Vielleicht ein bisschen komisch, dass sie die noch hatte, gestand sie ein. Lawson ist es nie gelungen, mehr aus Irene herauszubekommen. Ich glaube allerdings nicht, dass er sie wirklich verdächtigt hat. Ich habe fast den Eindruck, dass er sie einfach nicht leiten konnte. Wegen der anonymen Briefe, die sie angeblich gesehen hatte, die mit dem Höhenfeuer, hat er sie ziemlich in die Mangel genommen. Ich glaube, er hat nicht an die Existenz dieser Briefe geglaubt. Ich dachte, die andere Empfandsdame hat bestätigt, einen gesehen zu haben. Stimmt, aber die beiden könnten unter einer Decke gesteckt haben. Jedenfalls ist nie ein Brief gefunden worden. Das wäre eine gravierende Lüge, stellte Robin fest. Bei dem andieblichen Zahnarztbesuch kann ich noch verstehen, dass sie geschwindelt und es dann mit der Angst zu tun bekommen hat, aber im Zusammenhang mit einem vermissten Fall von anonymen Briefen zu fabulieren. Vergiss nicht, dass Erwin schon vor Margus' Verschwinden von anonymen Briefen erzählt hat. Vielleicht ist sie einfach nur dabei geblieben. Die zwei Rezeptionistinnen könnten die Drohbriefe erfunden haben, weil es ihnen Spaß gemacht hat, Gerichte in die Welt zu setzen. Und nach Margus' Verschwinden gab es vielleicht kein Zurück mehr. Soviel zu Irene, sagte Stryke und blätterte einige Seiten weiter. Kommen wir zu ihrer besten Freundin, der Arzthelferin und Pflegeschwester. Janice hatte ursprünglich ausgesagt, sie sei den ganzen Nachmittag unterwegs gewesen und habe Hausbesuche gemacht. Bei der letzten Patientin einer alten Dame mit Mehrfacherkrankung sei sie unerwartet lang aufgehalten worden. Sie sei dort etwa um sechs Uhr gegangen und habe dann von der nächstbesten Telefonzelle Irene angerufen und zu hören, ob es bei dem Kinobesuch bleibe, aber Irene habe sich zu schlecht geführt. Nun hatte Janice aber schon einen Babysitter organisiert und wollte sich den Film »Spieler ohne Skrupel« mit James Kahn unbedingt ansehen. Also ist sie allein gegangen, war anschließend bei der Nachbarin, um ihren Sohn abzuholen und ist heimgegangen. Terbit hat sich nicht die Mühe gemacht, das nachzuprüfen, aber ein eifriger junger Beamter hat aus eigener Initiative nachgeforscht und alles für plausibel befunden. Sämtliche Patienten bestätigten, dass Janice zur vereinbarten Zeit bei ihnen gewesen sei und die Babysitterin, dass Janice ihren Sohn zur vereinbarten Zeit abgeholt habe. Janice konnte sogar die halbabgerissene Kinokarte vorweisen, und weil das keine Woche nach Margus' Verschwinden war, war es auch nicht allzu verdächtig, dass sie die Karte noch hatte. Andererseits beweist eine abgerissene Kinokarte genauso wenig, dass sie sich den Film angesehen hat wie die Quiddum beweist, dass Irene einkaufen war. Er warf die Kippe aus dem Fenster. »Wo hat Janice letzte Patientin des Tages gewohnt?« erkundigte sich Robin, und Strike ahnte sofort, dass sie in Gedanken bereits mit Zeiten und Entfernungen jonglierte. In der Gobsell Street, ungefähr zehn Autominuten von der Praxis entfernt. Mit dem Wagen hätte sie Margo auf dem Weg zum Three Kings abfangen können, wenn Margo sehr langsam gegangen oder aufgehalten worden wäre, oder die Praxis später verlassen hätte, als Gloria angegeben hat. Aber da hätte sie obendrein Glück haben müssen, weil Margos Weg zum Teil durch Fußgängerzone geführt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich mit einer Freundin fürs Kino verabredet, wenn man vor hat, jemanden zu entführen, sagte Robin. »Ich auch nicht. Aber ich bin noch nicht fertig. Als Lawson den Fall übernimmt, stellt er fest, dass auch Janice Talbert beloben hat.« »In Ernst?« »Ja. Wie sich herausgeschlägt hat, hatte sie gar kein Auto. Sechs Wochen vor Margos Verschwinden hatte Janice, alter Morris Minor, den Geist aufgegeben, und sie hat ihn an einen Schrotthändler verschabelt. Ihr Hausbesucher hat sie fortan mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen müssen. In der Praxis sollte niemand wissen, dass sie kein Auto mehr hatte, damit keiner behauptete, sie könne ihre Arbeit nicht erledigen. Ihr Mann hatte sie mit ihrem Kind sitzen lassen. Sie sparte auf ein neues Auto, aber, bis es soweit gewesen wäre, hätte es noch eine Weile gedauert. Deshalb behauptete sie lieber, wenn jemand fragte, der Morris Minor sei in der Werkstatt oder öffentliche Verkehrsmittel seien praktischer. Aber wenn das alles stimmt, es stimmt, Lawson hat es überprüft, mit der Autoverwertung telefoniert und so weiter. Dann kommt sie ganz eindeutig nicht für die Entführung in Frage. »Ich neige dazu, dir zuzustimmen«, sagte Strike. »Sie hätte sie natürlich ein Taxi nehmen können, aber da hätte der Fahrer eingeweiht sein müssen. Nein, das Interessante an Janice ist, dass Talbert sie, die er für völlig unschuldig hielt, siebenmal befragt hat, häufiger als alle anderen Zeugen oder Verdächtigen.« »Siebenmal?« »Jep«, anfangs hatte er sogar eine Entschuldigung dafür. Sie war eine Nachbarin von Steve Douthwaite, Magos schwergestresstem Patienten. Bei den Befragungen zwei und drei ging es ausschließlich um Douthwaite, den Janice vom Grüßen kannte. Douthwaite war Talbets Favorit als Essex-Butcher, womit seine Ermittlungsrichtung von vornherein feststand und natürlich befragt man die Nachbarn, wenn man davon ausgeht, dass jemand bei sich zu Hause Frauen ermordet. Aber obwohl Janice ihm nicht mehr über Douthwaite erzählen konnte, als er längst wusste, hat Talbert nicht locker gelassen. Nach der dritten Refragung hat er Douthwaite nicht mehr erwähnt und ihr stattdessen allerlei andere seltsame Fragen gestellt. Er wollte wissen, ob sie je hypnotisiert worden sei, ob sie sich vorstellen könne, einen Versuch damit zu machen. Er hat sie nach ihren Träumen gefragt, Janice gebeten, sie in Tagebuchform für ihn aufzuschreiben, uns hier aufgefordert, ihm eine Liste ihrer letzten Sexualpartner vorzulegen. Wie bitte? In der Akte liegt ein schreitendes Polizeipräsidenten, sagte Strike, der sich bei Janice für Talbets Benehmen entschuldigt hat. Alles in allem verständlich, dass man ihn so schnell wie möglich aus dem Dienst entfernen wollte. Hat sein Sohn dir irgendetwas davon erzählt? Strike lief sich Gregories ernstes, sanftes Gesicht in Erinnerung, dessen Behauptung, Bill sei ein guter Vater gewesen und die Verlegenheit, sobald das Gespräch auf die Pentagramme gekommen war. Ich bezweifle, dass er davon gewusst hat, Janice scheint darum kein großes Theater gemacht zu haben. Naja, sagte Robin, sie ist immerhin Pflegeschwester. Vielleicht hat sie geahnt, dass er krank war. Sie dachte kurz darüber nach. Aber wäre das nicht beängstigend, dass ein Ermittler alle fünf Minuten bei einem aufkreuzt und sogar verlangt, dass man ein Traumtagebuch führt? Das würde wohl den meisten Leuten Angst einjagen. Ich glaube ja, die Erklärung dafür liegt auf der Hand. Aber fragen wir sie selbst danach. Strike drehte sie zum Rücksitz um und entdeckte, wie erhofft, eine jute Tasche mit Essen. Immerhin hast du Geburtstag, bemerkte Robin, die Walter gerade aussah. Mh, willst du auch Kekse? Ist für mich noch zu früh, aber iss ruhig. Als Strike sich nach hinten beugte, um nach der Tasche zu greifen, fiel ihm auf, dass Robin wieder nach ihrem alten Parfum duftete. Und gab's ein Übel, hörte sie von einem, so walzt sie's aus, macht's umso grimmer, erfreut sich dran, es auszubreiten, macht jegliches genüsslich schlimmer. Edmund Spencer, die Feenkönigin Irene Hickson wohnte in einer kurzen, leicht geschwungenen georgianischen Reihenhauszeile aus gelben Klinkern mit Bobenfenstern und Oberlichtern über den schwarzen Haustüren. Robin fühlte sich an die Straße erinnert, in der sie gegen Ende ihrer Ehe zur Miete das Haus eines Kapitäns und Kaufmanns bewohnt hatte. Auch hier gab es eine Erinnerung an die Vergangenheit Londons als Handelszentrum. Über einem der Bogenfenster stand die Inschrift Wall Circus Tea Warehouse. Das da Hickson muss gut verdient haben. Strike sah zu der wohlproportionierten Fassade hoch, als Robin und er die Straße überquerten. Das hier ist von der Corporation Law ein gutes Stück entfernt. Robin drückte auf den Klingelklopf. Sie hörten jemanden rufen, »Lass nur, ich mach Ihnen auf!« Und einige Sekunden später stand eine kleine, silbergrauhaarige Frau mit rundlichem, blassrosigem Gesicht in der Tür. Zu einem blauen Pullover trug sie eine Freizeithose. Unter dem Pony, den sie sich bestimmt selbst geschnitten hatte, wie Robin vermutete, spähten blaue Augen hervor. »Mrs. Hickson?« fragte Robin. »Janice P.T.«, sagte die Ätherfrau. »Sie sind Robin, nicht wahr? Und sie, geradezu professionell interessiert, glitt ihr Blick über Strikes Beine. Komm, Robin, spricht man sie so aus?« fragte sie und sah ihm wieder ins Gesicht. »Vollkommen richtig,« sagte Strike, »sehr freundlich, dass Sie Zeit für uns haben, Mrs. Beatty.« »Kein Ding!«, sie trat von der Tür zurück, um sie einzulassen. »Aivine kommt auch gleich!« Ihre von Natur aus hochgebogenen Mundwinkel und die Grübchen in den vollen Wangen verliehen ihrem Gesicht einen fröhlichen Ausdruck, selbst wenn sie nicht lächelte. Sie führte die beiden durch eine Diele, die Strike bedrückend überladen fand. Alles war dunkelrosa, die geblümte Tapete, der hofflorige Teppichboden, die duftende Potpourri-Schale auf dem Telefontischchen. Das entfernte Rauschen einer Toilettenspülung verriet, wo sich Aivine befand. Das Wohnzimmer war in olivgrün gehalten und alles, was sich beladen mit Volants behängen, mit Fansen versehen oder polstern ließ, war entsprechend verziert. Auf Beistelltischchen standen dicht an dicht Familienfotos in Silberrahmen. Auf dem größten Foto war eine stark gebräunte Blondine, Anfang 40 zu sehen, die über Cocktails mit Tropenfrüchten und bunten Papierschirmchen hinweg Wange an Wange mit einem rotgesichtigen Gentleman turtelte, in dem Robin den verstorbenen Mr. Hickson vermutete. Er schien etliche Jahre älter, als seine Frau gewesen zu sein. Vor der olivgrün lenzenden Tapete standen ein eigens dafür angefertigt Mahagoniregalen, Nippesfigürchen, allesamt junge Frauen. Manche trugen Krinolinen, andere hielten Sonnenschirme, wieder andere schnupperten an Blumensträußen oder hatten Lämmer im Arm. Die sammelt sie, erläuterte Janice, als sie sah, dass Robin die Figürchen betrachtete. Hübsch nicht? Sehr, flunkerte Robin. Janice schien Skrupel zu haben, die Gäste an Irines Stelle aufzufordern, Platz zu nehmen. Deshalb blieben sie fürs Erste stehen. »Hatten Sie's weit?«, fragte Janice höflich. Doch ehe sie antworten konnten, sagte eine gebieterische Stimme, »Hallo, willkommen!« Wie ihr Wohnzimmer vermittelte Irene Hickson auf den ersten Blick den Eindruck überladener Opulenz. Sie war ebenso blond wie mit 25, aber weit fülliger und enorm vollbusig. Sie hatte die Augen mit den schweren Lidern schwarz umharmt, die schmalen Augenbrauen zu hohen Pioro-Bögen gepinselt und schalachoten Lippenstift aufgelegt. In einem senffarbenen Twinset, schwarzer Hose, Lackpumps und reiflich Goldschmuck, darunter Ohrclips, die so schwer waren, dass sie die ohnehin gedehnten Ohrläppchen umso länger machten, kam sie in einer atemberaubenden Wolke aus Ambreparfum und Haarspray auf sie zu. »Wie geht es Ihnen?«, fragte sie und steckte Streikstahn die mit klirrenden Armreifen behängte Hand hin. »Hat Janice Ihnen schon erzählt, was heute Morgen passiert ist? So seltsam, weil Sie doch heute kommen, so seltsam, aber ich kann schon gar nicht mehr erzählen, wie oft mir solche Dinge passieren.« Sie legte eine Kunstpause ein und fügte theatralisch hinzu. »Meine Margot ist zerbrochen, meine Margot Fontaine im obersten Regal.« Sie zeigte auf eine Lücke zwischen den Nippesfiguren. »Ist in eine Million später zerschält, als ich sie mit dem Federwedel abgestaubt habe.« Anscheinend wartete sie auf eine Reaktion. »Wirklich seltsam,« sagte Robin, weil sie wusste, dass Streik nichts sagen würde. »Ja, nicht wahr,« gab Irene zurück. »Tee, Kaffee, was immer Sie möchten.« »Ich mach Ihnen, Liebes,« sagte Janice. »Danke, Schätzchen, vielleicht beides.« Mit einer Geste bot sie Robin und Streik die Sessel an. »Bitte, nehmen Sie doch Platz.« Von ihren Sesseln aus konnten Streik und Robin durch ein Fenster mit krastenbesetzten Vorhängen in einen Garten mit luxuriös gepflasterten Wegen und Hochbilden hinaus säen. Mit den niedrigen Buchsbaumhecken und einer schmiedeeisernen Sonnenuhr wirkte er vage enisabethanisch. »Mein Eddie hat für den Garten gelebt,« erklärte Irene sofort. »Er hat seinem Garten geliebt.« »Gott hab ihn selig, hat dieses Haus geliebt. Deshalb bin ich noch hier, obwohl es eigentlich zu groß für mich ist. Entschuldigen Sie, mir geht's gerade nicht so gut,« fügte sie halbfüsternd hinzu, ließ sich aufs Sofa sinken und gruppierte umständlich mehrere Kissen um sich herum. »Jen kümmert sich röhrend um mich.« »Tut mir leid, das zu hören,« sagte Streik. »Dass es Ihnen nicht gut geht, meine ich. Nicht, dass Ihre Freundin sich um sie kümmert.« Irene quiekte so entzückt auf, dass Robin schon glaubte, sie hätte Streik am liebsten den Oberarm geknufft, wenn er nur in Heichweite gesessen hätte. Als vertraute sie Streik etwas nur für ihn Bestimmtes an, flüsterte sie laut weiter. »Reizdarm, kommt und geht. Die Schmerzen sind manchmal...« »Na ja, das Komische ist, dass ich nichts gespürt habe, als ich weg war. Ich hab meine älteste Tochter besucht. Sie wohnt in Hampshire, deshalb hab ich ihren Brief nicht gleich bekommen. Aber sobald ich wieder zurück war, hab ich Jen angerufen und gesagt, »Du musst kommen. Ich hab solche Schmerzen. Und meine Hausärztin ist keine Hilfe,« fügte sie mit einer Grimasse hinzu. »Diese Frau. Alles meine Schuld,« sagt sie, »und dass ich auf alles verzichten soll, was das Leben lebenswert macht.« »Ich hab Ihnen gerade erzählt, Jen«, sagte sie, als ihre Freundin mit einem Tablett wiederkam, »dass du dich rührend um mich kümmerst.« »Nur weiter gute Kritik mag jeder gern,« erwiderte Jenis heiter. Strike war halb aufgestanden, um ihr das Tablett mit Teekanne und Kaffeebereiter abzunehmen, aber genau wie Mrs. Gupta lehnte auch sie seine Hefe ab und stellte alles auf einen gepolsterten Hocker. Auf einem Teller mit Kuchenspitze lagen Schokokekse, teils in Goldfolie verpackt, für den Würfelzucker gab es eine Zuckerzanne und das Knochenporzellan mit Blumendekor war offenbar das Besondere. Janis setzte sich zu ihrer Freundin aufs Sofa, schenkte ein und bediente Irwin zuerst. »Ditte, nehmen Sie sich doch,« forderte Irwin die Besucher auf. Sie musterte Strike Abarthos voll. »Ach, der berühmte Cameron Strike. Ich hatte fast einen Herzanfall, als ich Ihren Namen unter dem Brief gelesen habe, und Sie wollen versuchen, Cree zu überführen. Glauben Sie, dass er mit Ihnen redet? Lässt man Sie denn zu ihm?« »Soweit sind wir noch nicht,« sagte Strike lächelnd. Er zog sein Notizbuch heraus und die Kappe von seinem Stift. »Wir haben noch einige Fragen zum Hintergrund, die Sie beide vielleicht...« »Oh, wir tun alles, um zu helfen,« sagte Irwin eifrig. »Alles.« »Wir haben die Aussagen gelesen, die Sie bei der Polizei gemacht haben,« sagte Strike. »Wenn Sie nichts...« »Ach, du meine Güte!« unterbrach Irwin ihm mit gespieltem Entsetzen. »Da wissen Sie also, dass ich unartig war? Sie kennen die Geschichte mit dem Zahnarzt. Bestimmt machen junge Frauen das heute noch. Schwinde, um ein paar Stunden frei zu haben. Aber ich hatte das Pech, den Tag zu erwischen an dem Margot...« »Sorry, das hab ich nicht so gemeint...« Irwin schüttelte den Kopf. »Wirklich nicht. So bringe ich mich selbst in Schwierigkeiten...« Sie kicherte verlegen. »Ruhig, Mädchen, hätte Eddie gesagt. Nicht wahr, Jan?« Sie stieß ihre Freundin an. »Hätte er nicht ruhig Mädchen gesagt...« »Eindeutig...« Janice nickte beflissen. »Was ich eigentlich sagen wollte,« hob Strike nur an. »Wenn keine von Ihnen etwas hinzuzufügen hat...« »Oh, glauben Sie nicht, dass Sie nicht darüber nachgedacht hätten,« unterbrach Irwin ihn abermals. »Wäre uns noch etwas eingefallen, wären wir damit zur Polizei gegangen.« »Nicht wahr, Jan?« »Möchte ich mir über einige Punkte klar etwas schaffen.« »Mrs. Speedy«, »Strike sah zu Janice, die Geistesabwesen mit ihrem Ehering spielte.« »Als ich die Protokolle gelesen habe, ist mir aufgefallen, wie oft Detective Inspector Talbot. Das ist uns wohl beiden aufgefallen, Cameron,« warf Irwin ein, noch eher Janice etwas sagen konnte. »Ihnen und mir.« »Ich weiß genau, was Sie gleich fragen. Wieso hat er nicht aufgehört, Jan zu belästigen?« »Ich habe immer gesagt...« »Das stimmt doch, Jan, dass das nicht recht war, dass du es melden solltest.« »Aber das hast du nicht getan, oder?« »Ich meine, ich weiß, dass er einen Nervenzusammenbruch hatte und bla, bla, bla. Das wissen Sie natürlich auch,« sagte sie an Strike-Gewand und nickte, was wohl als Kompliment gedacht war und zugleich ihre Bereitschaft zu weiteren Auskünften signalisierte. »Aber auch kranke Männer sind eben immer noch Männer.« »Mrs. Speedy«, wiederhote Strike etwas lauter, »wieso hat Talbot sie ihrer Meinung nach immer wieder befragt?« Irwin verstand den Wink mit dem Zaunpfahl und ließ Janice antworten, doch kaum das ihrer Freundin Fahrt aufnahm, war Irwins selbst bei Haschum wieder erschöpft. Sie lieferte einen gemurmelten Kontrapunkt, wiederholte und betonte teils nachdutlich, was Janice sagte und erweckte ganz allgemein den Eindruck, als feuchtete sie, Strike könnte vergessen, dass sie auch da war, wenn sie nicht alle paar Sekunden einen Laut von sich gäbe. »Das weiß ich nicht,« sagte Janice, die weiter mit ihrem Ehring spielte. »Bei den ersten Malen hat er ganz normale Fragen gestellt.« »Ganz normale, ja,« murmelte Irwin und nickte. »Was ich an dem Tag gemacht hätte und so, was ich über die Leute wüsste, die zum Margo kamen, weil ich ja viele Patienten kannte. Die haben sie ja in der Praxis kennengelernt,« warf Irwin ein. »Aber dann schien er plötzlich irgendwie zu glauben, ich hätte, na ja, spezielle Fähigkeiten. Klingt verrückt, ich weiß, aber ich glaub nicht, dass er...« »Oh, ich aber schon,« sagte Irwin, ohne Strike aus den Augen zu lassen. »Nein, ich glaube nicht, dass er...« »Sie wissen schon,« Janice schien es peinlich zu sein, es auch nur anzusprechen, »dass er scharf auf mich war. Er hat ungehörige Fragen gestellt, aber ich hab ihr genagt, dass er...« »Im Kopf nicht ganz richtig war,« Janice sah zu Robin. »Ich hatte das Gefühl, das durfte ich keinem erzählen, immerhin war er von der Polizei. Also hab ich bloß da gesessen, als er nach meinen Träumen gefragt hat. Und nach ein paar Gesprächen wollte er auch bloß noch über mich, meine Ex-Freunde und zu reden, gar nicht mehr über Margo oder die Patienten. »Aber ein Patient hat ihn doch interessiert, nicht?« Ob Robin an und prompt warf Irwin aufgeregt ein. »Duckworth?« »Douthwade,« sagte Strike. »Douthwade, ja, den hab ich gemeint,« mummelt Irwin. Um ihre Verlegenheit zu überspielen, nahm sie sich einen Keks, sodass Janice sogar für kurze Zeit reden konnte, ohne unterbrochen zu werden. »Ihr hat nicht nach Steve gefragt, klar,« sagte Janice und nickte, »weil der in meinem Wohnblock in der Percival Street gewohnt hat. Kannten Sie douthwade besser?«, wollte Robin wissen. »Eigentlich nicht. Tatsächlich gar nicht, bis er mal zusammengeschlagen wurde. Da war ich spät heimgekommen und hab gesehen, dass er von Nachbarn umringt auf dem Treppenabsatz lag. Die Leute wussten, dass ich Pflegeschwester war, also...« Ich hatte meinen Sohn Kevin auf dem Arm und und Einkäufe in der anderen Hand, aber Steve war übel zugerichtet, also musste ich helfen. Er wollte keine Polizei, aber bei den Verletzungen hatte ich den Verdacht, er könnte vielleicht innere Blutungen haben. Der andere Kerl hatte einen Baseballschläger benutzt, ein eifersüchtiger Ehemann. »Der aber alles völlig falsch verstanden hatte, nicht wahr?«, ging Irwin dazwischen. »Weil Douthwade, dem nicht schwul war,« sie lachte. »Wer war mit der Frau, du, befreundet, aber dieser eifersichtige Idiot glaubt? Also, ich weiß nicht, ob Steve schwul war,« sagte Janice, »aber Irwin war nicht mehr zu bremsen. « »Mann, Frau, und schon sind zwei und zwei fünf. Mein Eddie war ganz genauso.« »Jen, das kannst du bestätigen. Wie war Eddie?« Sie stieß Janice erneut an. »Ganz genau so, oder etwa nicht?« »Ich weiß noch, wie ich mal gesagt habe, Eddie, wenn ich einen anderen Mann auch nur ansehe, da kann er schwul sein oder Waliser, denkst du immer gleich ihm. Aber nachdem du mir das erzählt hattest, Jan, hab ich auch gedacht, ja, dieser Duckworth darf so und so, der ist ein bisschen tuntig. Das hab ich gesehen, als er dann in die Praxis kam. Gut aussehend, hm, aber irgendwie verweichlicht.« »Ich weiß trotzdem nicht, ob er schwul war, Irwin. Ich hab ihn nicht gut genug gekannt, um, er ist doch aber immer zu dir gekommen,« sagte Irwin vorwurfsvoll. »Das hast du mir selbst erzählt. Er war ständig bei dir und wollte Tee und Mitleid und dir all seine Probleme erzählen.« »Das war bloß ein paar Mal,« sagte Janice, »wir haben geredet, wenn wir uns auf der Treppe begegnet sind. Und einmal hat er mir mit den Einkäufen geholfen und ist auf ne Tasse Tee da geblieben. Aber er hat dich doch gefragt,« so führte Irwin, »dazu komme ich gerade, Liebes,« sagte Janice, bemerkenswert geduldig, wie Strike fand. »Er hatte oft Kopfschmerzen,« erklärte sich Strike und Robin, »und ich hab ihm geraten, zum Arzt zu gehen, weil ich keine Diagnose stellen konnte. Ich meine, er hat mir leidgetan, aber ich wollte nicht mit Abendsprechstunden in unserem Wohnblock anfangen. Ich musste mich ja um Kevin kümmern.« »Sie glauben, dass Dorf Wade wegen der Kopfschmerzen bei Margo war?«, hackte Robin nach. »Nicht, weil er in sie verliebt war?« »Er hat ihr mal Pralim geschickt,« sagte Irwin, »aber er hat in ihr mehr eine Kummerkastentante gesehen, wenn Sie mich fragen.« »Also, er hatte die Kopfschmerzen und war definitiv nervös, vielleicht auch deprimiert,« sagte Janice. »Immerhin haben ihn alle für den Selbstmord dieses Mädchens verantwortlich gemacht, aber, ach, ich weiß nicht, und von anderen Nachbarn habe ich gehört, dass in seiner Wohnung junge Männer ein- und ausgegangen wären.« »Da hast du es,« triumphierte Irwin, »schwul.« »Nicht unbedingt,« sagte Janice, »vielleicht waren das bloß Kumpels oder Dealer oder Healer. Die mit gestohlenem Zeug gehandelt haben. Aber eins weiß ich, weil die Leute in der näheren Umgebung davon geredet haben. Der Mann dieses Mädchens, das sich umgebracht hat, hatte sie öfter verprügelt. Echt tragisch, aber die Zeitungen haben alle Steve angedichtet, und da ist ihr abgehauen. Tja, Sex verkauft sich halt besser als häusliche Gewalt, nicht wahr? Grüßen Sie Steve von mir, wenn Sie ihn sprechen,« fügte sie hinzu. »Es war nicht fair, was die Medien mit ihm gemacht haben.« Robin hatte bei Strike gelernt, ihre Interviews und Notizen in drei Kategorien zu organisieren. Leute, Orte und Dinge. Jetzt fragte sie beide Frauen, »Können Sie sich an weitere Patienten erinnern, die mal Probleme in der Praxis gemacht haben oder in einem ungewöhnlichen Verhältnis zu Margo?« »Arm«, sagte Irene, »erinnerst du dich an den einen, Jen, der eine Bart bisher her hatte?« Sie hielt sich eine Hand an die Taille. »Weißt du noch, wie er gleich wieder geheißen? Äbten, Äpfelforb, das weißt du das sicher noch, Jen. Er hat gestohnten wie ein Obdachloser, und du musstest bei ihm einen Hausbesuch machen. Er hat sich immer in der Umgebung der Pazis herumgetreten. Ich glaube, gewohnt hat er in der Clerkenwell Road. Manchmal hatte er seinen Jungen dabei, ein, ähm, echt komisches Kärtchen, riesige Segel oben.« »Oh, Hattie«, Janice runzelte die Stirn, »aber waren die nicht Magos? Er hat später Leute auf der Straße angehalten und ihnen erzählt, er hätte Margo umgebracht,«, erklärte Irene Strike aufgeregt. »Ja, hat er. Er hat Dolle, die angehalten. Natürlich hat Dorothy nicht daran gedacht, zur Polizei zu gehen. Nicht Dorothy. Für sie war der Typ ein Spinner. Aber ich hab sie gefragt. Was, wenn er's doch war, Dorothy? Und du hast niemandem davon erzählt?« »Dieser Äpfelforb war total durchgeknallt. Hat seine junge Frau eingesperrt.« »Sie war nicht eingesperrt, Irene«, sagte Janice erstmals mit einer Spur von Ungeduld. »Eine Sozialarbeiterin hat festgestellt, dass sie Platzangst hat, aber sie ist nicht gegen ihren Willen festgehalten worden.« »Aber sie war komisch«, sagte Irene undirrt. »Das hast du mir selbst erzählt. Ich glaube ja, dass jemand ihn den Kleinen hätte wegnehmen sollen. Du hast mal gesagt, die Wohnung war verwahrlost. Man kann den Leuten nicht die Kinder wegnehmen, nur weil sie nicht geputzt haben,« entgegnete Janice und wandte sich wieder an Strike und Robin. »Ja, ich hab die Äpfelforbs besucht. Nur einmal, aber ich glaub nicht, dass sie was mit Margot zu tun hatten. Das war damals anders, wissen Sie. Die Ärzte hatten eigene Listen und die Äpfelforbs haben auf der von Dr. Brenner gestanden. Er hatte mich gebeten, bei ihnen vorbeizuschauen und nach dem Jungen zu sehen. »Erinnern Sie sich noch an die Adresse? Den Straßennamen?« »Kurze«, sagte Janice stirnrunselnd. »Ja, ich glaub, es war, es war die Clerkenwell. Ich denk schon. Ich war nur einmal dort, wissen Sie. Der Junge war kränklich und Dr. Brenner wollte, dass jemand nach ihm sieht. Selbst hat er nie Hausbesuche gemacht, wenn es vermeiden konnte. Aber der Junge war fast schon wieder gesund. Allerdings hab ich gleich gesehen, dass sein Dad ein Spinner war«, Arvin nickte. »Nervös war. Irgendwie von der Rolle«, fuhr Janice fort. »Als ich in die Küche bin, um mir die Hände zu waschen, hat eine ganze Ladung Benzedrin auf der Arbeitsplatte gelegen. Ich hab die Eltern ermahnt, das Zeug wegzuschließen, weil der Junge ja schon laufen konnte.« »Echt komischer Junge«, warf Arvin ein, »und bin anschließend zu Brenner und hab gesagt, Dr. Brenner, der Mann ist Benzedrin-Junkie. Das macht nämlich abhängig«, wussten wir schon Damen als »selbst im Jahr 1974«. Brenner hat's natürlich für Anmaßen gehalten, dass ich seine Verschreibung in Frage gestellt hab. Aber ich war besorgt. Also hab ich die zuständige Sozialarbeiterin angerufen, ohne Brenner was zu sagen und ne beruhigende Auskunft bekommen. Sie hatte die Familie schon länger auf dem Schirm. »Aber die Mutter«, »niemand kann für andere Leute entscheiden, was sie glücklich macht, Irene«, sagte Janice, »sie hat den Jungen geliebt. Auf in seinen Vater«, »wie klar, ihr war seltsam, der arme Teufel«, gab Janice zu. »Er hat sich für eine Art, ähm, weiß gar nicht, wie ich's nennen soll, »Guhu oder Magier« gehalten, hat sich eingebildet, er könnt Leute mit dem bösen Blick verhexen. Das hat er mir bei dem Hausbesuch erzählt. Als Kantenschwester trifft man oft Leute mit komischen Ideen. Ich hab immer gesagt, »Wirklich?«, »wie interessant«, hat er keinen Zweck, ihnen zu widersprechen. Aber Applethorpe hat echt geglaubt, er könnt Leute verhexen. Er war besorgt, der Kleine könnt die Röteln gekriegt haben, weil er sich über ihn derärgert hatte. Er meinte, er könnt Leuten sowas antun. Er ist dann selbst gestorben, der arme Teufel, ein Jahr nach Magus verschwinden. »Echt jetzt?«, Eivin klang leicht enttäuscht. »Ja, da warst du schon nicht mehr bei uns, hattest Eddie geheiratet. Ich weiß noch, dass die Straßenreinigung ihn frühmorgens zusammengerollt, unter der Walter-Street-Blitz gefunden hat. Herzschlag ist einfach umgekippt und da war niemand, der ihm hätte helfen können. Dabei war er noch gar nicht so alt. Ich weiß noch, dass Dr. Brenner seinetwegen ein bisschen nervös war. »Wieso denn das?«, fragte Strike. »Na ja, er hatte ihnen die Bennys verschrieben, die sich der Mann eingeworfen hat.« Zu Robins Überraschung huschte ein Lächeln über Strikes Gesicht. »Aber Applethorpe war nicht der Einzige«, fuhr Janice fort. Sie schien nichts Merkwürdiges an Strikes Reaktion der Macht zu haben. »Ich denk da an O-Tonnenweise. Leute haben hoch und heilig geschworen. Sie hätten etwas gehört oder eine Ahnung und bla,« sagte Irene und verdrehte die Augen. »Und dann wir, die wirklich involviert waren.« »Ach, es war schrecklich, einfach.« »Entschuldigung«, sagte sie und legte die Hand auf den Magen. »Ich, oh, ich muss nur schnell.« »Sorry«, Irene stürzte aus dem Zimmer. Als Janice ihr nachsah, war angesichts ihres von Natur ausfolgligen Gesichtsausdrucks schwer zu sagen, ob sie ihr besorgt oder amüsiert war. »Sie kommt zu Recht«, erklärte sie Strike und Robin gelassen. »Ich hab ihr gesagt, dass die Ärztin vermutlich recht hat, wenn sie ihr von stark gewürztem Essen abrät, aber gestern Abend wollt sie unbedingt einen Curry. Sie ist oft einsam, dann ruft sie mich an, damit ich rüberkomme. Ich hab hier übernachtet. Eddie ist erst letztes Jahr gestorben, fast neunzig. Gott hab ihn selig. Er hat Irene und die Mädchen angebetet. Er fehlt ihr schrecklich. Sie wollten uns von jemandem erzählen, der angeblich auch gewusst hat, was Margot zugestoßen ist,« suggerierte Strike behutsam. »Was? Ja, richtig, ähm, Charlie Mammich, Saunabranche, ziemlich gut betucht, dem wird man nicht zutrauen, dass er seine Zeit damit verbringt, sich Storys auszudenken. Aber so war es nun mal, die Leute sind eben komisch. Was hat er denn erzählt?«, fragte Robin. »Na ja, also, Charlies Hobby waren Motorräder. Er hat ein halbes Dutzend und hat immer Touren durchs ganze Land gemacht. Nach einem Unfall hat er mit zwei gebrochenen Beinen daheim gelegen und ich war mehrmals die Woche bei ihm. Das war gut zwei Jahre nach Magos Verschwinden. Also, Charlie hat immer gern mit mir geplaudert. Und eines Tages schwört ihr aus heiterem Himmel, er hätte Margot ungefähr eine Woche nach ihrem Verschwinden im Lemmington Spa gesehen. »Ich hab das nicht ernst genommen«, sagte Janice Kopfschüttet. »Wie gesagt, netter Kerl, aber geschwätzig.« »Was genau hat er erzählt?«, hackte Robin nach. »Auf ner Motorradtour nach Norden hat er vor dieser großen Kirche in Lemmington Spa Halt gemacht und mit nem Becher Tee und nem Sandwich an der Mauer gelehnt. Und auf dem Friedhof wäre ne Pfau unterwegs gewesen, die sich die Karpsteine angesehen hätt. Nicht hauernd oder so, bloß interessiert. Schwarzhaarig, wenn man Charlie glauben will. »Hübsch hier was«, hat er ihr zugerufen. Sie hat sich nach ihm umgedreht und... Also, er hat Stein und Bein geschworen, dass das Margot Bamboro mit gefärbten Haaren war. Als sie ihr zurief, sie käme ihm bekannt vor, wär sie nervös geworden und geflüchtet. »Und das soll eine Woche nach ihrem Verschwinden gewesen sein?«, fragte Robin. »Ja, er meinte, er hätt sie von den ganzen Zeitungsfotos wiedererkannt. Also sag ich zu ihm, bist du damit zur Polizei Charlie und er Logo und dann sagt er, dass er ein ziemlich hohes Tier bei der Polizei kennt, die mir alles erzählt hat. Aber ich hab nie wieder was davon gehört oder gesehen, deshalb... Sie wissen schon.« »Das hat Vamage Ihnen im Jahr 1976 erzählt?«, hakte Strike nach und notierte sich etwas. »Ja, müsste hinkommen«, sagte Janice, die sich immer noch stirnrund sind zu erinnern versuchte, als Irene wieder hereinkam. »Weil Kreed da inzwischen geschnappt worden war. So kamen wir drauf. Er hat in der Zeitung von dem Prozess gelesen und auf einmal sagt er ganz cool, ich glaub nicht, dass er Margot Bambrough was angetan hat, weil ich sie nach ihrem Verschwinden noch gesehen hab.« »Hat Margot ihres Wissens eine Verbindung zu Lemmington Spa?«, fragte Robin. »Worum geht's denn hier?«, fragte Irene scharf. »Ach und nichts«, antwortete Janice, »nur eine dumme Geschichte, die ein Patient mir erzählt hat. Margot mit gefärbten Haaren auf einem Fliethof. Du weißt schon, Lemmington Spa«, sagte Irene sichtlich ungehalten, und Robin hatte den Eindruck, als bereute sie es, Janice allein im Rampenlicht zurückgelassen zu haben. »Das hast du mir gar nie erzählt.« »Boah, na ja, das war 1976«, sagte Janice leicht eingeschüchtert. »Du hattest gerade Sharon bekommen. Da gab's Wichtigeres als Charlie Vemmichs Lügenmärchen.« Irene nahm sich stirnrunzelnd einen weiteren Keks. »Ich würde gern noch mal auf die Praxis zu sprechen kommen«, sagte Streik. »Wie war's, mit Margot zusammenzuarbeiten?«, fragte Irene laut, als wäre jetzt sie an der Reihe, nachdem sie Minutenlamm ohne Streits Aufmerksamkeit hatte auskommen müssen. »Nun, aus persönlicher Sicht«, sie legte eine genießerische Pause ein, als freute sie sich auf das, was gleich käme. Um ganz ehrlich zu sein, gehörte sie zu den Leuten, die einfach alles besser wissen. Sie hat einem gesagt, wie man leben soll, wie Krankenakten zu führen sind, wie man eine Tasse Tee macht und bla bla bla. »Ach, Irene, so schlimm war sie nicht«, murmelte Janice. »Ich hab sie Unsinn, Jan. Sie ist nie drüber weggekommen, dass sie die Intelligenzbestie in ihrer Familie war und hat uns alle für beschränkt gehalten. Also dich vielleicht nicht«, sagte Irene und verdrehte die Augen, als ihre Freundin den Kopf schüttete. »Aber mich, eindeutig, hat mich wie eine Schwachsinnige behandelt. Gönnerhaft ist gar kein Ausdruck. Ich will nicht sagen, dass ich sie nicht mochte«, »fügte Irene eilig hinzu. Aber sie war wählerisch, sehr von sich überzeugt, hatte komplett vergessen, dass sie selbst auch nur aus einer Reihenhaussiedlung in Stedney kam, um es mal so zu sagen.« »Was hatten Sie für einen Eindruck?«, fragte Robin Janice. »Na ja«, begann Janice aber erwähnen, ließ sie gar nicht erst zu Wort kommen. »Fessen ab, Jan, gib's zu. Er hat sich einen reichen Facharzt, und das war dann bei Gott kein Reihenhäuschen mehr, diese Villa in Ham. Eine echte Offenbarung war das für uns, und dann hat sie die Fähigkeit, in die Praxis zu kommen und uns anderen das befreite Leben zu predigen. Die Ehe ist kein Endzweck. Auf Verheiratete können Karriere machen und bla bla bla, und immer kritisch, immer auf Fehlersuche. Was sagt sie? Wie man sich am Telefon meldet, wie man mit Patienten redet, sogar wie man sich anzieht. »Irin, ich glaube nicht, dass dieses Oberteil für die Arbeit geeignet ist. Dabei war sie selbst ein verdammtes Bunny Girl gewesen. Ach, diese Hörchelei. Ich hatte nichts gegen sie«, beteuerte Robin. »Echt nicht. Ich versuche nur, Ihnen ein vollständiges Bild.« Oh, und sie hat sich kein Tee von uns machen lassen, »Stimmt's, Jen? Keiner der beiden anderen Ärzte hat sich je darüber beschwert, dass wir keinen Teebeutel aufdießen könnten.« »Das war nicht der Grund«, sagte Janice. »Komm schon, Jen. Du weißt, wie pingelig...« »Wieso mochte sie denn nicht, wenn andere Leute ihr Tee gemacht haben?« fragte Strike Janice. Robin konnte ihm ansehen, dass er kurz davor war, die Geduld mit Irene zu verdieren. »Oh, ähm, das hat angefangen, als ich mal Geschirr gespült hab,« antwortete Janice, »als ich dem Rest Tee aus Dr. Bunners Becher weggeschüttet hab, war da eine, eine Atomalpölle, Stimmt's? Amutalkapse, die auf dem Boden geklebt hat. Das wusste ich wegen der Farbe. Blau,« warf Iwin ein, »Stimmt's?« »Blue Heavens,« so hießen sie auf der Straße. »Ja«, sagte Janice. »Downer, ich hab immer drauf geachtet, dass alle wussten, dass ich nichts dergleichen in meiner Schwestern-Tasche hatte, wenn ich zu Hausbesuchen unterwegs war. Man musste vorsichtig sein, sonst konnte man überfallen werden. Woher wussten Sie, dass es Dr. Bunners Becher war?« fragte Streik. »Ihr hat immer denselben benutzt, den mit dem Wappen seiner alten Universität,« erklärte Janice. »Wer, wenn ein anderer sich daran vergriffen hätte?« Sie zögerte. »Ich weiß nicht, ob Sie schon mit Dr. Gupta gesprochen haben. Wir wissen, dass Dr. Bunner von Barbituraten abhängig war,« sagte Streik, und Janice wirkte erleichtert. »Erwichtig. Also, ich wusste, dass ihm die Katze heimgefallen war, als er welche geschluckt hatte. Wahrscheinlich hat er es gar nicht gemerkt und geglaubt, sie wäre auf den Boden gerollt. Wenn in einer Arztpraxis in einem Getrennt Drogen gefunden werden, da werden normalerweise Fragen gestellt. Wenn sowas versehentlich in jemandes Tee gerät, ist das eine ernste Sache.« »Wie sehr würde eine einzelne Katze,« begann Robin, »Oh, sie würde nicht wirklich schaden,« dozierte Irene. »Nicht wahr, Jan?« »Nein, eine einzelne Katze, das ist nicht meine volle Dosis. Man würde sich leicht schläfrig fühlen, mehr nicht. Jedenfalls ist Margot gerade reingekommen, als ich versucht habe, die Katze mit einem Teelöffel vom Boden des Bechers zu kratzen. Wir hatten eine Teeküche mit Ausguss, Wasserkässe und Kühlschrank neben dem Schwesternzimmer. Sie hat gesehen, wie ich die Katze rausgekratzt habe. Also war es nicht binglich, sondern reine Vorsicht, dass sie danach ihren T-Set zubereitet hat. Ich habe auch immer darauf geachtet, meinen eigenen Becher zu benutzen.« »Haben Sie Margot erzählt, wie die Kapsel ihrer Meinung nach in den Becher geraten war?« erkundigte sich Robin. »Nein«, sagte Janice, »weil Dr. Gupta mich gebeten hatte, nicht über Gunners Problem zu reden, habe ich nur gesagt, muss zufällig passiert sein, was theoretisch hier stimmte. Ich dachte allerdings, sie würde das Personal zusammenrufen und in eine Untersuchung einleiten. »Ja nun, du kennst meine Vermutung, warum sie es nicht getan hat,« sagte Irene. »Irene«, sagte Janice kopfschüttelnd. »Ehrlich, meiner Theorie nach,« sagte Irene unbeirrt, »hat Margot geglaubt, jemand anders hätte die Kapsel in Brenners Tee geworfen, und wenn Sie mich fragen, wer?« »Irene«. Es war eine eindeutige Aufforderung, sich zurückzuhalten, aber Irene war nicht zu bremsen. »Ich kann's Ihnen sagen.« »Gloria, dieses Mädchen war ein Trampen, stammte aus dem kriminellen Milieu. Nein, das sage ich dir, Jen, weil Cameron sicher alles wissen will, was in der Praxis vorgegangen ist.« »Wie soll Gloria denn etwas in Brenners Tee gekippt haben?« fragte Janice an Strike und wobbengebannt. »Ich glaube nicht, dass sie, also nachdem ich jeden Tag mit Gloria an einem Schreibtisch gesessen habe, Jen«, sagte Irene von oben herab, »weiß ich recht gut, wie sie wirklich war.« »Aber selbst, wenn sie die Kapsel in seinen Tee geworfen hätte, Irene, was sollte das mit Magus verschwinden zu tun haben?« »Das weiß ich nicht,« sagte Irene, die allmählich verärgert zu sein schien. »Aber sie interessiert doch,« wandte sie sich an Strike. »Wer dort gearbeitet hat und was dort vorgegangen ist, habe ich recht.« »Siehst du,« sagte sie zu Janice, als er nickte und fuhr fort. »Gloria stammte aus einer kriminellen Familie, eine aus Little Italy.« Janice versuchte zu protestieren, aber Irene ließ sich nicht aufhalten. »Das stimmt, Jen. Eine ihrer Brüder hat mit Drogen gehandelt. Das hat sie mir selbst erzählt. Diese Atomalkatze brauchte gar nicht aus Brenners Vorrat gestammt zu haben. Sie konnte sie genauso gut von einem ihrer Brüder bekommen haben. Gloria hat Brenner gehasst. Er war ein kümmerlicher alter Sack, das stimmt, der uns ständig gerüffelt hat. Einmal hat sie zu mir gesagt, stell dir ein Leben mit ihm vor. Wenn ich seine Schwester wäre, würde ich dem alten Dreckskeilers Essen vergiften. Das hat Margo gehört und sie hat Gloria zurechtgewiesen, weil Patienten im Wartezimmer saßen. Und es unprofessionell war, über einen Kollegen herzuziehen. Jedenfalls hat Margo nie das Geringste wegen Brenners Teebecher unternommen. Weil sie weiß, wer es war, habe ich mir damals gedacht. Sie wollte ihren kleinen Liebling beschützen. Gloria war ihr Projekt, wissen Sie? Gloria saß andauernd in Margo's Sprechzimmer, um sich Vorträge über Feminismus anzuhören, während ich draußen am Empfang die Stellung halten durfte. Sie hätte Gloria mit einem Mord davon kommen lassen, das hätte sie getan. Völlig blinder Fleck. Wissen Sie zufällig, wo Gloria inzwischen lebt? fragte Strike. Keine Ahnung, sie hat ziemlich bald nach Margo's Verschwinden gekündigt, sagte Irene. Ich hab sie nie wieder gesehen, nachdem sie die Praxis verlassen hatte, sagte Janice, der sichtlich unbehaglich zumute war. Aber ich glaub nicht, Irene, dass wir mit Schuldzuweisungen um uns werfen und Och, sei so nett, unterbrach Irene ihre Freundin und presste sich die Hand auf den Bauch. Und hol mir das Medikament, das auf dem Kühlschwanz steht, ja? Och, mein Magen ist immer noch nicht in Ordnung und möchte jemand mehr Tee oder Kaffee, wenn Janice schon mal draußen ist? Janice stand bereitwillig auf, stellte Teekanne und Kaffeebereiter aufs Tablett und ging damit in Richtung Küche. Als Robin aufsprang und ihr die Tür aufmachte, bedachte Janice sie mit einem Lächeln. Während ihre Schritte auf dem Flur mit dem hochflurigen Teppich verhalten, saß Erwin da, ohne zu lächeln. Die arme Jan, sie hatte wirklich ein schlimmes Leben, eine Kindheit wie aus einem Dicken zu mahnen. Eddie und ich haben sie finanziell unterstützt, nachdem Beatty sie verlassen hatte. Sie nennt sich Beatty, aber sie waren nie verheiratet, wissen Sie, führte Irene aus, schrecklich, nicht wahr? Und sie hatte ja auch schon das Kind. Ich glaube, dass er nie sesshaft werden wollte und dann hat er sie irgendwann sitzen lassen. Larry, ich meine, er war vielleicht nicht der Hellste, sagte sie und lachte kurz auf. Hä, aber er hat viel von ihr gehalten. Ich glaube, sie meinte erst noch, sie würde einen besseren finden. Larry hat für Eddie gearbeitet, nicht im Büro. Er war nur Maurer, Mädchen für alles. Aber letzten Endes hat sie dann doch gemerkt, dass, naja, sie wissen schon, nicht jeder ist bereit, sich mit einer Frau mit Kind einzulassen. Könnte ich sie nach den Drohbriefen an Marburg fragen, die sie gesehen haben, Mrs. Hickson? Oh ja, natürlich, sie glauben mir also, die Polizei hat mir nicht nicht geglaubt. Es seien zwei gewesen, haben sie ausgesagt. Genau, ich hätte den erst normalerweise da nicht aufgemacht, aber Dorothy war nicht da und Dr. Brenner wollte, dass sie die Post sortiere. Dorothy hat sonst nie gefehlt. Damals nur, weil ihrem Sohn die Mandeln rausgenommen wurden. Verzogener Kleiner, was weiß ich, das war ihr. Es war das einzige Mal, dass ich sie aufgeregt erlebt habe, als sie mir erzählt hat, dass er tags darauf ins Krankenhaus misste. Sonst war sie stahlhart. Aber sie war ja auch Witwe und er war alles, was sie hatte. Janice kam mit frischen Getränken zurück. Robin stand auf und nahm die schwere Teekanne vom Tablett. Janice getehte es mit einem Lächeln und flüsterte, Danke, um Irene nicht zu unterbrechen. Was hat denn drin gestanden? fragte Streik. Naja, das ist schrecklich lang her, sagte Irene und nahm mit einem knappen Lächeln, aber ohne ein Dankeschön, die schachte Magentabletten von Janice entgegen. Aber, soweit ich mich erinnere, sie drückte mehrere Tabletten aus der Blisterpackung, lassen Sie mich nachdenken, ich will nichts Falsches erzählen. Er war richtig unanständig. Margot wurde mit dem F-Wort bezeichnet, das weiß ich noch, und es stand drin, auf Frauen wie sie würde das Höhenfeuer warten. War er mit der Maschine geschrieben, in Druckschrift, Handschrift, Irene spürte die Tabletten mit einem Schluck Tee hinunter. Und was war mit dem Zweiten? fragte Streik. Von seinem Inhalt weiß ich nichts. Ich war in ihrem Sprechzimmer, um ihr was auszurichten, und hab ihn nur auf dem Schreibtisch liegen sehen. Dieselbe Schrift. Hab sie sofort wieder ackert? Dass ich ihn gesehen hab, hat ihr nicht gefallen. Sie hat ihn zusammengeknüllt und in den Tret einmal geworfen. Janice schenkte Tee und Kaffee nach. Irene nahm sich einen weiteren Keks. Das werden Sie vermutlich nicht wissen, sagte Streik. Aber hatten Sie jemals Grund zu der Annahme, Margo könnte schwanger gewesen sein, bevor Sie... Woher wissen Sie das? keuchte Irene. Sie war schwanger? fragte Robin. Ja, sagte Irene. Sehen Sie, Jan, mach kein solches Gesicht. Echt jetzt? Ich war am Telefon, als die Klinik anrief, deren Margo einen Hausbesuch gemacht hat. Die Klinik wollte den Termin für den folgenden Tag bestätigen. Die nächsten Wörter hauchte sie nur. Den Termin für die Abkaibau. Man hat Ihnen am Telefon erzählt, welcher Eingriff für Sie geplant war, hackte Robin nach. Irene wirkte sekundenlang verwirrt. Sie, äh, der Jan, nicht genau, also, ich bin nicht stolz darauf, aber ich hab dort zurückgerufen, aus reiner Neugier. So was macht man, wenn man jung ist, oder nicht? Robin hoffte, dass ihr Antwortlächern aufrichtiger wirkte, als das von Irene. Wann war das, Mrs. Hickson? Wissen Sie das noch? fragte Strike. Nicht lang vor Ihrem Verschwinden. Vier Wochen vorher, irgendwas in dieser Art. Vor oder nach den anonymen Drohbriefen. Ich weiß nicht, danach, glaube ich, sagte Irene, oder davor. Harry, ich kann mich nicht erinnern, haben Sie mit jemandem über den Termin gesprochen? Nur mit Jane, die mich ausgeschimpft hat. Schimpf doch, Jane. Nein, ich weiß, dass du's nicht böse gemeint hast, murmelte Janice, aber vertrauliche Informationen über Patienten. Margot war nicht unser Patient, denn das ist ein Unterschied. Und Sie haben der Polizei nichts davon erzählt? erkundigte sich Strahk. Nein, sagte Irene, weil ich es ja nicht hätte wissen dürfen, oder? Und überhaupt, was hätte das mit Ihrem Verschwinden zu tun haben sollen? Sie haben mit niemandem, außer mit Mrs. Beatty darüber gesprochen? Nein, sagte Irene defensiv, weil, ich meine, wer in einer Arztpatzes arbeitet, muss gefälligst den Mund halten. Ich hätte alle möglichen Geheimnisse ausprobieren können, nicht wahr? Am Empfang habe ich auch Krankenakten gesehen, aber natürlich nie darüber gesprochen. Ich konnte Geheimnisse bewahren, das gehörte zu meinem Job. Strahk schrieb ausdruckslos, protestiert so viel in sein Notizbuch. Dann sah er wieder auf. Ich habe noch eine weitere Frage, Mrs. Hickson, die vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Ich habe gehört, dass Margot und Sie bei einer Weihnachtsfeier eine Auseinandersetzung hatten. Oh, Irene wirkte betroffen. Die hat die fast vergessen. Also, sie hielt kurz innen. Ich war sauer wegen etwas, was sie mit Jens Sohn Kevin gemacht hatte. Weißt du noch, Jen? Janice sah sie verständnislos an. Ach, komm schon, Jen, das weißt du doch noch, Irene stieß sie erneut an, als sie ihn in ihr Behandlungszimmer geholt hat und bla bla bla. Oh, sagte Janice, und Robin hatte einen Augenblick lang den Eindruck, diesmal sei Janice richtig gehend wütend auf ihre Freundin. Aber, du weißt es noch, stellte Irene zufrieden fest. Ich, ja, sagte Janice, ja, ich war verärgert, das stimmt. Jen hatte ihn an dem Tag nicht in die Schule geschickt, erzählte Irene Stryk. Stimmt doch, Jen, wie alt war er damals? Setz, und dann, was ist passiert, wollte Stryk wissen. Kev hatte Bauschmerzen, erklärte Janice. Na ja, er wollte eben einen Tag die Schule schwänzen. Meine Nachbarin, die manchmal auf ihn aufgepasst hat, war selbst krank. Im Prinzip, fiel Irene ihr ins Wort, hat Jen Kev zur Arbeit mitgebracht und, würden Sie bitte Mrs. Beatty die Geschichte erzählen lassen, ging Stryk dazwischen. Oh, ja, natürlich, erneut legte Irene sich die Hand auf den Bauch und rieb mit der Miene der erfahrenen Leidenden darüber. Ihre Nachbarin war krank, so flierte Stryk, Janice. Ja, aber ich musste arbeiten, also habe ich Kev in die Praxis mitgenommen und ihm ein Malbuch gegeben. Dann musste ich bei einer Patientin den Verband wechseln und habe Kev ins Wartezimmer gesetzt. Irene und Gloria haben ihn für mich im Auge behalten. Aber dann hat Margot, also sie hat ihn in ihr Sprechzimmer geholt und ihn untersucht, mit nacktem Oberkörper und allem. Sie wusste, dass er mein Sohn war, sie wusste, warum er da war. Trotzdem hat sie, ich war echt wütend, das will ich nicht abstreiten, sagte Janice ruhig, wir haben uns deshalb in die Haare gekriegt. Ich habe zu ihr gesagt, sie hätten warten müssen, bis ich fertig gewesen wäre, dann wäre ich schon mit ihm reingekommen, damit sie ihn untersuchen können. Und ich muss sagen, als ich ihr das erklärt habe, hat sie ein Rückzieher gemacht und sich entschuldigt. Nein, sagte Janice, weil Irene sich schon wieder in Position brachte, das hat sie getan, Irene, sie hat sich entschuldigt und mir Recht gegeben, sie hätte ihn nicht ohne mich untersuchen dürfen, aber er hatte sich den Bauch gehalten und sie hat spontan gehandelt. Es war keine böse Absicht, sie hat halt nur manchmal Leute gegen sich aufgebracht, wie ich schon gesagt habe, warf Irene ein, hat sich eingebildet, besser als andere zu sein, alles am besten zu wissen. Sie haben etwas voreilig gehandelt, wollte ich sagen, aber sie war eine, eine gute Ärztin, sagte Janice nachdeutlich. Bei Hausbesuchen erfährt man alles, man hört, was die Patienten über sie denken und Margot war allgemein beliebt, sie hat sich Zeit genommen, war freundlich, das war sie, Irene, ich weiß, dass sie dir auf den Keks gegangen ist, aber das war die Meinung der Patienten. Na gut, von dir aus, sagte Irene, mit einem, wenn du meinst, Ausdruck im Gesicht. Aber sie hatte in der St. Johns auch nicht viel Konkurrenz, stimmt's? Waren Dr. Gupta und Dr. Brenner unbeliebt, wurde es fragt Wissen. Dr. Gupta war ein feiner Kerl, sagte Janice, und ein guter Arzt, auf ein manche Patienten nicht zu einem farbigen wollten, leider waren, aber Brenner hat es den Leuten schwer gemacht, ihn zu mögen. Ich hab erst nach seinem Tod kapiert, warum er vielleicht, Irene pustete völlig unerwartet los, erzähl ihm, was du sammelst, Janice, los, wach schon. Dann wandte sie sich an Strike und Robin. Wenn das nicht das unheimlichste, morbideste, ich sammle sie nicht, widersprach Janice und errötete leicht. Ich hebe sie eben gern auf. Nachrufe, wie finden Sie das wohl? Wir anderen sammeln Porzellan und Schneekugeln und bla bla bla, aber Janice sammelt, es ist keine Sammlung, wiederholte Janice noch immer rosa angelaufen. Ich hab nur, sie wandte sich fast flehentlich an Robin. Meine Mom konnte nicht lesen. Unglaublich, sagte Erwin selbstgefällig und lieb sich weiter den Bau. Janice hielt kurz die Luft an, dann sagte sie, Tja, also, Dad hat sich nie was aus Büchern gemacht, aber er hat jeden Tag die Zeitung mitgebracht und so hab ich lesen gelernt. Die besten Stories hab ich ausgeschnitten, die persönlichen Schicksale, Romane haben mich nie interessiert. Ich find nichts daran, wenn jemand sich was ausdenkt. Oh, ich liebe gute Romane, wief Erwin und rieb sich weiter den Bauch. Jedenfalls, ich weiß nicht, wenn man einen Nachhof liest, erfährt man, wie ein Mensch wirklich war, oder nicht, und wenn's jemand war, den ich gekannt oder gepflegt hatte, hab ich sie aufbewahrt, weil ich finde, dass irgendwer das tun sollte. Man schafft's mit seinem Leben in die Zeitung, ist doch eine Leistung, oder nicht? Nicht, der Mann Dennis Kriet heißt, dann nicht, Irene machte ein Gesicht, als hätte sie etwas Cleveres gesagt. Als sie sich daraufhin nach vorne beugte, um sich einen weiteren Keks zu nehmen, heilte ein ohrenbeträubend lauter Furz durch den Raum. Sie lief dunkelrot an. Robin, die kurzbefürchtete, Stryke könnte lospusten, fragte Janice laut. Haben Sie Dr. Banners Nachruf aufgehoben? Oh ja, antwortete Janice, die das Geräusch anscheinend mitnichten beeindruckt hatte. Vermutlich war sie als Pflegeschwester weit Schlimmeres gewöhnt. Und er erklärt einiges. In welcher Hinsicht, fragte Robin, die sich davor hütete, Stryke oder Irene anzusehen. Er war in Bergen-Bälzen als einer der ersten Mediziner vor Ort. Cosa grad, Robin war schockiert. Ja, ich weiß, sagte Janice. Man hat nie drüber geredet. Ich hätt's nie erfahren, wenn's nicht in der Zeitung gestanden hätte, was er gesehen haben muss. Leichendagen, tote Kinder. Ich hab ein Buch aus der Bibliothek darüber gelesen. Schrecklich. Ich weiß nicht, vielleicht war er deshalb so, wie er war. Nie hat er leid getan, als ich das gelesen hab. Als er gestorben ist, hatte ich ihn schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Jemand hat mir den Nachruf gezeigt, weil er wusste, dass ich in seiner Praxis gearbeitet hatte. Und ich hab ihn zur Erinnerung aufgehoben. Man kann beinah viel verzeihen, wenn man weiß, was er erlebt und was er durchgemacht hat. Aber das geht eigentlich für jeden, stimmt's? Sobald man's weiß, ist alles erklärt. Nur schade, dass man's oft erst viel zu spät erfährt. Alles in Ordnung Liebes, fragte sie Irene. Irene schien beschlossen zu haben, dass nach dem Furz die einzig würdevolle Bemäntelung darin bestand, ihr Unwohlsein zu betrolen. Das ist bestimmt Distress, sagte sie mit der Hand am Hosenbund. Es flammt immer auf, wenn ich ... Oh, sorry, wandte sie sich betont, demütig an Strike und Wobbin. Aber ich müsste sie leider bitten. Natürlich. Strike klappte sein Notizbuch zu. Wir haben ohnehin alle Fragen geklärt, die wir uns gestellt hatten. Außer es gäbe noch etwas, fragte er die beiden Frauen, was ihnen einfallen würde, was ihnen im Nachhinein merkwürdig erscheint oder aus dem Rahmen fällt. Wir haben schon darüber nachgedacht, stimmt's? fragte Janice Irene. Nach all den Jahren, wir haben natürlich darüber gesprochen. Es muss Creed gewesen sein, sagte Irene abschließend. Welche andere Erklärung gebe es denn? Wo könnte sie sonst hingegangen sein? Glauben Sie, Sie dürfen ihn besuchen? fragte sich Striker North. Keine Ahnung. Er stand auf. Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft und die Beantwortung unserer Fragen. Janice begleitete sie noch hinaus. Arvin winkte ihnen wortlos zu, als sie das Zimmer verließen. Glauben konnte ihr ansehen, dass die Befragung für sie weniger erfreulich verlaufen war, als sie es sich erhofft hatte. Hier waren unbehagliche und peinliche Eingeständnisse abgerungen worden. Das Bild, das sie von ihrem jugendlichen Ich gezeichnet hatte, war sicher weniger schmeichelhaft ausgefallen, als sie es sich gewünscht hätte. Und niemandem, dachte Robin, als sie Janice an der Haustür die Hand gab, würde es sonderlich Spaß machen, vor völlig fremden Leuten laut zu furzen. Nun denn, sprach Artegeil, lass es probieret sein und in die erste Waagschale das Wahre legen, und Tatis legte dann jedoch das Falsche rein, indes die andere Seite. Edmund Spencer, die Feenkönigin. Nun, ich bin kein Arzt, sagte Strike, als sie über die Straße zu Robins Landwurfer zurückgingen. Aber ich hab das Curry in Verdacht. Nicht, wie der Willen musste Robin lachen. Sie konnte nicht anders, als eine gewisse stellvertretende Verlegenheit zu empfinden. Du hast nicht so dicht bei ihr gesessen, sagte Strike, als er einstieg. Ich tippe auf Lambuna. Tch, ernst, Rapf, sagte Robin halb lachend, halb angewidert. Schluss damit. Doch während er sich anschnallte, sagte Strike, ich brauch einen ordentlichen Drink. Nicht weit von ihr gibt's einen guten Papp. Ich hab ihn gegoogelt, der Trafalgar Tavern. Einen guten Papp zu finden gehörte zweifellos zu den Nettigkeiten, die Robin sich für seinen Geburtstag ausgedacht hatte. Und Strike fragte sich, ob sie es darauf anlegte, dass er ein schlechtes Gewissen hatte. Vermutlich nicht. Trotzdem tat dieser Effekt prompt ein, so dass Strike sich nicht weiter dazu äußerte, sondern nur fragte, was hältst du von alledem, was wir gehört haben? Ähm, das gab ein paar Querströmungen. Robin fuhr aus der Parklücke. Und ein paar Lüden waren auch dabei. Glaube ich auch, sagte Strike. Welcher hast du entdeckt? Erstens, Irines und Margos Streit auf der Weihnachtsfeier. Robin bog aus der Circus Street ab. Ich glaube nicht, dass es da tatsächlich um die Untersuchung von Janis Sohn ging, obwohl Margo Kevin vielleicht wirklich ohne deren Erlaubnis untersucht hat. Da bin ich mir sicher, sagte Strike. Aber du hast recht, der Streit an sich dürfte einen anderen Grund gehabt haben. Irene hat Janis regelrecht genötigt, die Geschichte zu erzählen, weil sie von der Wahrheit ablenken wollte und das wirft Fragen auf. Hat Irene ihre Freundin Janis zu der gemeinsamen Befragung mit eingeladen, damit Janis uns nichts erzählen kann, was Irene nicht genehm wäre? Das ist das Problem mit Freunden, die man seit Jahrzehnten hat. Sie wissen zu viel. Robin, die sich am Morgen die Route zum Trafagor Tavern eingeträgt hatte und sie sich jetzt wieder ins Gedächtnis rief, musste sofort an all die Geschichten denken, die Ilsa von Strike und Charlotte erzählt hatte. Von Ilsa wusste sie überdies, dass Strike eine Einladung zu ihr und Nick abgelehnt hatte, weil er angeblich schon seiner Schwester zugesagt hatte. Wenn sie an den jüngsten Streit zwischen Strike und Lucy dachte, konnte sie das kaum glauben. Vielleicht war sie paranoid, aber sie fragte sich auch, ob Strike ihre Gesellschaft außerhalb der Arbeitszeit mied. Du verdächtigst, Irene, nicht, stimmt's? Nur der Lüge und einer zwanghaften Geltungssucht, erwiderte Strike. Ich glaube nicht, dass sie clever genug ist, um Margot Bambrough entführt zu haben und 40 Jahre lang damit durchzukommen. Andererseits sind Lügen immer interessant. Ist dir noch etwas aufgefallen? Ja, an der Geschichte mit Lemmington Spa war etwas komisch oder vielmehr an Irines Reaktion, als Janice davon gesprochen hat. Ich vermute, dass Lemmington Spa ihr etwas bedeutet und es war merkwürdig, dass Janice ihr nie von dem Patienten erzählt haben will. Ich finde, das hätte sie tun müssen, nachdem sie doch beste Freundinnen sind, beide Margot gekannt haben und an all den Jahren in Verbindung geblieben sind. Wieso hätte Janice ihr das verschweigen sollen, selbst wenn sie geglaubt hat, dass Lemmington geflunkert hat? Hm. Noch ein guter Punkt, sagte Strike. Während sie an weitens maraggrünen Rasenfächen vorüberfuhren, betrachtete er nachdenklich die neoklassizistische Fassade des National Meritim Museum. Was hältst du von Janice? Als sie endlich reden durfte, hat sie recht anständig gewirkt, sagte Robin. In der Zug auf Margot und Douthwaite hat sie sich fair ausgedrückt, aber wieso sie sich dazu hergibt, Irines Dienstmädchen zu spielen? Manche Leute brauchen es, gebraucht zu werden, und sie muss sich irgendwie verpflichtet fühlen, wenn es stimmt, dass Erwin und ihr Mann sie finanziell unterstützt haben. Strike entdeckte den von Robin ausgesuchten Papp schon aus weiter Ferne, groß und opulent, mit Balkonen, Markisen versehen und mit Blumenkästen und Wappen geschmückt, stand er am Thämserufer. Robin parkte und zwischen schwarzen Eisenpollern hindurch hielten sie auf die Holztische mit Blick aufs Wasser zu, zwischen denen eine lebensgroße Statue des schmächtigen Lord Nelson über den Fluss hinausblickte. Siehst du, sagte Robin, hier kannst du draußen sitzen und rauchen. Es ist dafür nicht zu frisch, fragte Strike. Mein Mantel ist warm, ich hole... Nein, ich, sagte Strike nachdrücklich, was möchtest du trinken? Nur ein Lime and Soda bitte, weil ich fahre. Im selben Moment, da Strike den Papp betrat, erkannt plötzlich ein vielstimmiges Happy Birthday und beim Anblick der Heliumballons in der Ecke war er eine zehntel Sekunde lang starr vor Entsetzen, weil er schon glaubte, Robin hätte ihn zu einer Überraschungsparty hergeschleppt. Einen Herzschlag später hatte er festgestellt, dass er kein einziges Gesicht kannte, und dass auf den Ballons die Zahl 80 stand. Eine winzige alte Dame mit labendelfarbenem Haar saß am Kopfende eines Tischs und strahlte übers ganze Gesicht. Ein Blitzlichtgewitter brach los, als sie die Karzen auf der Schokotorte ausblies und ein kleiner Junge träutete auf einer Kindertrompete. Immer noch leicht erschüttert hing der Strike an die Theke. Er machte sich Vorwürfe, weil er Robin unterstellt hatte, sie hätt eine Party für ihn organisieren wollen. Nicht mal Charlotte, mit der er die längste und engste Beziehung seines Lebens gehabt hatte, hatte so etwas jemals getan. Tatsächlich hatte Charlotte nie zugelassen, dass etwas so Profanes wie sein Geburtstag mit ihren Stimmungen und Launen kollidierte. An Strides 27. Geburtstag, als sie wieder mal wild eifersichtig oder angesichts seiner Weigerung, der Arm, in den Rücken zu kehren, wütend gewesen war, die jenen Gründe für die vielen Streitereien und Szenen verschwammen. In seiner Erinnerung hatte sie sein verpacktes Geburtstagsgeschenk vor seinen Augen aus dem Fenster in dritten Stock geworfen. Es gab natürlich auch andere Erinnerungen, zum Beispiel seinen 33. Geburtstag. Er war gerade aus dem Sally Oak Hospital entlassen worden und Charlotte hatte ihn erstmals mit Prothese in ihre Wohnung in Nottingham mitgenommen, hatte für ihn gekocht und war nach dem Essen mit zwei Bechern Kaffee aus der Küche gekommen, splitternackter und schöner als jede Frau, die er je zuvor gesehen hatte. Er hatte gleichzeitig gejatzt und gelacht. Seit fast zwei Jahren hatte er keinen Sex mehr gehabt. Die folgende Nacht wurde er wohl nie vergessen, vor allem nicht, wie sie später in seinen Armen geschluchzt und ihm versichert hatte, er sei der einzige Mann für sie und dass sie sich davor fürchte, was sie empfinde, weil sie Angst habe, er werde sie verbös erhalten, wenn sie seinen fehlenden Unterschickel nicht bedaure, bei der ihr ihn zurückgebracht habe, sodass sie jetzt für ihn sorgen könne, wie er es immer für sie getan habe. Kurz vor Mitternacht hatte Stryki einen Heiratsantrag gemacht und sie hatten sich nur mal geliebt und bis Tagesanbruch darüber gesprochen, dass er bald seine Detectaikon werde. Und sie hatte ihm erklärt, sie wolle keine Verlobungsring, er solle sich das Geld für seine neue Karriere aufsparen, in der er bestimmt höchst erfolgreich sein werde. Als Stryki mit Drinks und Chips zu Robin zurückkam, saß sie mit den Händen in den Manteltaschen auf der Sitzbank und wirkte niedergeschlagen. Kopf hoch, sagte Stryki und meinte damit ebenso sehr sich selbst wie sie. Sorry, mummelte Robin, auch wenn sie nicht wusste, wofür sie sich entschuldigte. Statt sich ihr gegenüber, setzte er sich neben sie, sodass sie beide aufs Wasser schauen konnten. Vor ihnen lag ein schmaler Kiesstrand, an dem sich kleine Wellen brachen. Gegenüber wagten die stahlgrauen Bürotürme der Canary Wharf in den Himmel, links davon The Shard. An diesem kalten Novembertag war die Themse bleigrau. Stryk riss ein Chipstütchen in der Mitte auf, damit sie sich beide bedienen konnten. Robin, die sich wünschte, sie hätte einen Kaffee bestellt, nahm ein Stück von ihrer Soda, aß ein paar Chips und schob die Hände wieder in die Manteltaschen. Ich weiß, dass das nicht die richtige Einstellung ist, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht daran, dass wir herausfinden, was mit Margot Bambrough passiert ist. Wie kommst du denn darauf? Naja, weil Irene sich an Namen falsch erinnert, weil Janice mitmacht und den Grund für den Streit auf der Weihnachtsfeier verschweigt, weil alles so, so lang her ist. Die Leute sind nicht verpflichtet, uns gegenüber die Wahrheit zu sagen, selbst wenn sie sich daran erinnern könnten. Und rechnet man mit ein, daß sie stur an alten Überzeugungen festhalten, wie an der Sache mit Gloria oder der Pille in Benasté und daß sie sich wichtig machen, indem sie behaupten, etwas zu wissen, tja, ich befürchte allmählich, daß wir das Unmögliche versuchen. Als Robin da gesessen und aufs Streit gewartet hatte, war Müdigkeit hier eine Welle über sie hinweg geschwappt und hatte bloß Hoffnungslosigkeit zurückgelassen. Jetzt reiß dich zusammen, voller Distrati auf, wir haben schon zwei wichtige Tatsachen herausgefunden, von der die Polizei nichts wusste. Er zündete sich eine Zigarette an. Erstens wissen wir, dass in Magos Praxis ein großer Vorwart an Barbituraten lagerte. Zweitens könnte bei Margo Bambro eine Abtreibung vorgenommen worden sein. Aber bleiben wir mal bei den Barbituraten. Übersehen wir hier etwas? Dass es in der Pazes Mittel gab, jemanden in einen Tiefschlaf zu versetzen? Margo wurde nicht betäubt, entgegnete Robin und knabberte trübselig Chips. Sie ist zu Fuß losgegangen. Nur wenn wir annehmen, dass Gloria nicht gelogen hat, ich weiß, aber wir hätten Theo und sie, weil dann doch Theo beteiligt gewesen sein müsste, oder nicht? Die hätten Gloria und Theo ihr so viel verabreichen können, dass sie das Bewusstsein verloren hätte. Vergiss nicht, wenn Irene die Wahrheit sagt, hat Margo ihren Tee immer selbst zubereitet. Und nach Janis Auskunft über die Dosierung wären eine Menge Katze nötig gewesen, bis jemand tatsächlich bewusstlos geworden wäre. Gute Schlussfolgerung. Und wenn wir schon über die Geschichte von der Pille im Tee, die hast du ihr nicht geglaubt? Doch, sagte Strike, weil es eine völlig sinnlose Lüge gewesen wäre. Sie ist nicht interessant genug, um spannend zu sein, ich meine, eine einzelne Kapsel. Allerdings hört sie die Frage auf, ob Margo von Beners Abhängigkeit wusste oder zumindest etwas vermutet hat. Die Downer müssen ihn schläfrig gemacht haben. Vielleicht ist ihr aufgefallen, dass sie manchmal begriffsstutzig wirkte. Was wir bisher über Margo wissen, deutet darauf hin, dass sie ihn sofort konfrontiert hätte, wenn sie geglaubt hätte, er verhalte sich unprofessionell oder gefährde sogar Patienten. Und wir haben ein paar wichtig, interessante Hintergrundinformationen über Brenner bekommen, der ein traumatisierter, unglücklicher und einsamer Mann gewesen sein durfte. Was, wenn Margo ihm angedroht hat, ihm die Approbation entziehen zu lassen? Der drohende Verlust von Status und Prestige eines Mannes, der buchstäblich sonst nichts mehr hat? Leute haben schon für weniger gemordet. An besagtem Abend hatte die Praxis vor ihr verlassen. Was, wenn er auf sie gewartet hat und ihr angeboten hat, sie mitzunehmen? Da wäre sie misstrauisch geworden, glaube ich, sagte Wobbin, nicht, weil er hätte gewalttätig werden können, aber weil er sie vielleicht angeschrien hätte, was zu ihm gepasst hätte, soweit wir ihn kennen. Ich an ihrer Stelle wäre selbst bei Regen lieber zu Fuß gegangen und sie war jünger als eher groß und sportlich, wie fällt gerade nicht mehr ein, wo er gewohnt hat, ähm, bei seiner ledigen Schwester, ungefähr 20 Autominuten von der Praxis entfernt. Die Schwester hat ausgesagt, er sei zur gewohnten Zeit heimgekommen. es noch eine weitere Möglichkeit im Bezug auf die Barbiturate, fuß Drackfort. Wie Janice festgestellt hat, hat sie einen gewissen Straßenwert und Brenner schien einen größeren Vorrat angelegt zu haben. Vielleicht hatte ein Außenstehender, der zufälligerweise wusste, dass in der Praxis Drogenlagerten sie stehlen wollen und kam Margo in die Quere. Dann wäre Margo in der Praxis gestorben, was wiederum bedeutet, dass Gloria und Theo zurück im Bild wären. Die beiden hatten es vielleicht auf die Drogen abgesehen und wir haben vorhin von Glorias dirrendem Bruder gehört, ergänzt der Robin. Warum so skeptisch? Arin war sehr daran interessiert, Gloria zu diffamieren, kannst du nicht? Schon, aber die Tatsache, dass Glorias Bruder gediert hat, ist ebenso interessant wie der Umstand, dass sie in der Paxes Drogen lagerten, die leid zu stehen gewesen wären. Rainer hätte vermutlich nie zugegeben, dass sie in seinem Besitz gewesen waren und hätte den Diebstahl nicht angezeigt, was dazu verlockt haben könnte, die Situation auszunutzen. Ein krimineller Bruder macht einen noch nicht selbst kriminell. Na, richtig, aber umso mehr will ich Gloria finden. Der Ausdruck Person von Interesse passt auf sie ziemlich genau. Und dann diese Sache mit der Abtreiber. Wenn Irene die Wahrheit gesagt hat, die Klinik tatsächlich angerufen hat, um den Termin zu bestätigen. Wenn, sagte Robin. Ich glaube nicht, dass das gelogen war, sagte Strack, aus dem entgegengesetzten Grund, wie bei der Geschichte mit der Katzel in Beiners Teebecher. Diese Lüge wäre zu Auseinandersetzung wegen vertraulicher Patientendaten klang wahr. Außerdem muss auch sie Beobbens Behauptung auf irgendwelchen Informationen basieren. Es würde mich kein bisschen wundern, wenn der Tipp von Irene gekommen wäre. Sie kommt mir nicht vor wie eine Frau, die sich eine Chance entgehen lässt, laut zu spekulieren oder zu tratschen. Robin äußerte sich nicht dazu. Sie hatte nur einmal in ihrem Leben damit rechnen müssen, Schwaner zu sein und konnte sich noch gut an die Erleichterung erinnern, die über sie hinweg gebrannt war, als das Ergebnis vorlag und es somit auch keine weiteren Kontakte mit Fänden und keine weiteren intimen Prozeduren noch mehr Blut und mehr Schmerzen geben musste. Aber das Kind des eigenen Mannes abtreiben zu lassen, dachte sie, wäre Margot wirklich dazu imstande gewesen, obwohl sie bereits die Schwester dieses Kindes zur Welt gebracht hatte? Was war ihr in dem Monat vor ihrem Verschwinden durch den Kopf gegangen? War sie vielleicht wie Talbit im Begriff gewesen, zusammenzuweichen? Die vergangenen Jahre hat Norbin gelehrt, wie rätselhaft Menschen selbst für all die jenigen waren, die sie zu kennen glaubten. Untreue und Bigamie, Manien und Fetische, Diebstahl dass sie schier den Überblick verloren hatte. Trotzdem hielt sie selbst sich den Getäuschten und Hereingelegten, die auf der Suche nach der Wahrheit in die Detektei kamen, nicht für überlegen. Hatte sie nicht auch geglaubt, ihren Mann in und auswendig zu kennen? Wie viele hunderte Nächte hatten sie eng um schlummen im Bett gelegen, einander Vertrauliches zugeflüstert und in Dunkeln miteinander gelacht? Sie hatte fast ihr halbes Leben mit Matthew verbracht und erst nach dem Fund eines harten glitzernden brenjant Ohrsteckers in ihrem Bett erkannt, dass er noch ein anderes Leben führte und nicht der Mann war, vielleicht nie gewesen war, für den sie ihn gehalten hatte. Du willst nicht glauben, dass sie eine Abtreibung hatte, stellte Strike fest, der den Grund für Robbins Schwein zumindest teilweise erahnte. Gestern kam eine E-Mail von ihr. Sie ist glücklich Pastoren im Ruhestand und gern bereit, sich mit uns zu treffen, wenn sie zum Weihnachtseinkauf nach London kommt. Das Datum müssen wir noch festlegen. Das ist gut, sagte Robin. Ich will endlich mit jemandem reden, der Margot wirklich gemocht hat. Gupta mochte sie, wandte Strike ein, und Janice auch, das hat sie vorhin selbst gesagt. Robin riss die zweite Chipstüte auf. Was aber zu erwarten war, oder? meinte sie, dass Leute nach allem, was vorgefallen ist, wenigstens vorgeben, Margot gemocht zu haben. Bei Erin war das anders. Fand du es nicht ein bisschen exzessiv, noch vierzig Jahre später, solche Ressentiments zu haben? Sie hat wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. Wer was nicht, ich weiß auch nicht, ein geschickter gewesen, sichert sie ihre Freundin hinzustellen? Ja, aber vielleicht wusste Erin, dass zu viele Leute bezeugen würden, dass sie keine Freundinnen waren. Was hältst du von den anonymen Drohbriefen? Wahr oder gelogen? Hm, gute Frage, Stryke katzte sich im Kinn. Irina hat es wirklich genossen, uns zu erzählen, Margot sei mit dem F-Wort Bedacht Lorden, aber Höhenfeuer klingt nicht nach etwas, was sie erfinden würde. Ich hätte eher etwas in Richtung Zicke erwartet. Er zog sein Notizbuch heraus und überflog, was er sich bei der Befragung notiert hatte. Wir sollten diesen Hinweisen nachgehen auf, wenn sie vielleicht nicht viel wert sind. Was hältst du davon, dich um Charlie Mammage und Lemmington Spar zu kümmern, während ich mir Applethorpe und die Bennys vornehme. Jetzt hast es wieder gemacht, sagte Robin. Was gemacht? Gegrinst, als du Bennys gesagt hast. Was ist ein Benzedrin so witzig? Oh, Stride gluckst in sich hinein. Es erinnert mich nur an eine Geschichte, die mir mein Onkel Ted mal erzählt hat. Hast du Crosswords gesehen? Was ist Crosswords? Oh, ich vergesse immer, wie viel jünger du bist, sagte Stride. Das war eine Nachmittagserie mit einer Figur namens Benni. Er war ... Na ja, allzutage würde man wohl intellektuell beeinträchtigt sagen. Er schlicht gestrickt, hat ständig eine Wollmütze getragen, aus seiner Weise eine ikonische Figur. Und an den hast du gedacht? fragte Robin, die sich immer noch fragte, was daran so amüsant gewesen sein Morter. Nein, aber das muss man wissen, um den Rest zu verstehen. Du hast vom Feigland Krieg gehört? Ich bin nur jünger als du, Strike, aber nicht blöd. Gut, okay. Die britischen Truppen, Ted war 1982 dabei, nannten die Einheimischen Bennys, eben nach der Figur aus Crossroads. Das Oberkommando hört davon und weist die Truppe an, hört auf, diese Leute, die wir gerade befreit haben, Bennys zu nennen. Also, sagte Strike glänzend, haben sie angefangen, sie Dorst zu nennen. Dorst? Was soll das heißen? Doch, Bennys, ach, sagte Strike und brach ein scheinendes Gelächter aus. Robin lachte mit, allerdings hauptsächlich, weil Strike so belustigt war. Als er sich wieder beruhigt hatte, sahen sie sekundenlang über die Themsey hinaus und tranken bzw. hauchten, bis er sagte, ich schreibe ans Justizministerium, da antrage einen Besuch bei Creed. In Ernst? Wir müssen es versuchen. Die Behörden haben immer geglaubt, Creed habe mehr Frauen überfallen und ermordet, als ihm nachgewiesen wurden. In seinem Haus sind Schmuck und Kleidungsstücke gefunden worden, die niemandem zugeordnet werden konnten. Dass alle glauben, Creed sei es gewesen, bedeutet nicht, dass er es nicht war, ergänzte Robin, die seine seufzte und rieb sich das Gesicht. Möchtest du sehen, wie verrückt Torbert wirklich war? Bitte. Er zog das in Leder gebundene Notizbuch aus der Innentasche seines Mantels und gab es ihr. Robin stug es auf und blätterte eine Weile schweigend darin. Die Seiten waren mit seltsamen Zeichnungen und Diagrammen bedeckt. Die winzige Schrift war akribisch sauber, aber verkrampft. Einzelne Schlagwörter und Symbole waren unterstrichen oder eingekringelt. Die Übereil Pentagramme und Namen, von denen keiner mit dem Fall Bambo zu tun hatte. Crowley, Levy, Adams und Schmidt. Hu, sagte sie heitlaut, als sie zu einer besonders eichverzierten Seite kam, von der ein Ziegenkopf mit einem belitten Auge sie böse anzustarren schien. Sieh sich das einer an. Sie beugte sich darüber. Er benutzt astrologische Symbole. Was benutzt er? fragte Strike und detrachtete sturmrunzeln die aufgeschlagene Seite. Das hier ist die Waage, erläuterte Robin und deutete auf ein Symbol am Fuß der Seite. Das ist mein Tierkreis Zeichen. Ich hätte mal so einen Schlüsselanhänger. Verdammt, er benutzt Sternzeichen. Strike zog das Rotizbo zu sich heran und blickte so angewidert rein, dass Robin zu lachen begann. Strike studierte die Seite. Robin hatte recht, und die um den Ziegenkopf gezeichneten Kreise sagten ihm sogar noch etwas anderes. Er hat ihr vollständiges Horoskop für den mutmaßlichen Augenweg ihrer Entführung berechnet, sagte er, hier, das Datum, 11. Oktober 1974, 18.30 Uhr. Ach, du Scheiße, Astrologie, der hatte echt einen Ort ab. Was ist dein Sternzeichen? Keine Ahnung. Ach, red kein Unsinn, sagte Robin. Er starrte sie verständnislos an. Du krokettierst doch nur, sagte sie, jeder kennt sein Sternzeichen. Tu nicht so, als stimmst du darüber. Strike glänzte widerstrebend, zündete sich eine neue Zigarette an und sagte Schützer, Aszendent Skorpion, Sonne im ersten Haus. Du bist, Robin begann zu lachen. Echt? Oder hast du das gerade erfunden? Natürlich ist das nicht echt, nichts davon ist echt, aber so stand es in meinem Geburts Horoskop. Was gibt's da zu lachen? Du weißt, wer meine Mutter war, die hat diesen Scheiß geliebt, weil nach meiner Geburt hat einer ihrer besten Kumpels ein Hohes Kok für mich erstellt. Den hier hätte ich sofort erkennen müssen, sagte er und deutete auf den Ziegenkopf, aber ich hatte noch keine Zeit, das ganze Buch durchzublättern. Und was bedeutet es, die Sonne im ersten Haus zu haben? Nichts, alles Blödsinn. Robin ahnte, dass er nicht erzählen wollte, woran er sich noch erinnerte und lachte noch alles Blödsinn und wir haben es in diesem Fall auch ohne Sternzeichen mit genügend mystischem Mist zu tun, mit einem Medium, einem heiligen Ort, Talbit und Baphomet, mit Irene und ihrer zersplitterten Margot Fontaine, rief Robin ihm ins Gedächtnis. Irene und ihre verfluchte zersplitterte Margot Fontaine, umte Strike und verdrehte die Augen. Kalter Nieser Regen setzte ein und sprengte die Tischplatte und das Notizbuch. Strike schlug es rasch zu, damit die Tinte nicht verlief. In stillschweigendem Einverständnis statten sie auf und machten sich auf den Rückweg zum Land Rover. Die lavendelhaarige Lady, die am selben Tag Geburtstag hatte wie Strike, wurde von zwei Frauen nach ihren Töchtern in einen Toyota gesetzt. Die Angehörigen standen unter Schirmen um den Wagen herum und unterhielten sich beschwingt. Noch während Strike in den Land Rover stieg, fragte er sich flüchtig, wo er an seinem achtzigsten wäre, falls er ihn denn erleben sollte und wer ihm die Ehre erweisen warder. Und späterhin wird sich noch Unbekanntres zeigen. Wie sollt ein Mann als Zeuge von so Falschem gelten, dass nichts war, als was er längst hat gekannt, was wenn im hellen Mondes lichte ferner, was wenn in jedem ungesehenen Sterne er glücklich hören sollt von anderen Welten. Edmund Spencer, die Feenkönigin. An diesem Abend holte sich Strike ein Takeaway, um allein in seiner Dachgeschosswohnung zu essen. Als er die Singapurnudin auf seinen Teller kippte, war sich der Ironie seiner Situation bewusst. Wenn Etzer nicht den Ehrgeiz gehabt hätte ihn mit Robin zu verkuppeln, hätte er jetzt mit ihr und Nick in deren Wohnung in der Octavia Road zusammengesessen und mit seinen beiden ältesten Freunden, aber auch mit Robin selbst Spaß haben können, deren Gesellschaft ihm trotz der vielen Stunden, die sie miteinander gearbeitet hatten, nie langweilig wurde. Während Strike aß, dachte er über seine Geschäftspartnerin nach, über das Küsschen-Symbol auf der wohlgewählten Karte, über die Kopfhörer und den Umstand, dass sie ihn jetzt Strike nannte, wenn sie kurzzeitig verärgert war oder sie miteinander scherzten. Alles unverkennbare Anzeichen für zunehmende Intimität. Wie stressig ihr Scheidung, von der sie wenig erzählte, auch sein mochte, wie wenig sie vermutlich bewusst eine Romanze anstrebte, sie war mittlerweile eine freie, ungebundene Frau. Nicht zum ersten Mal fragte sich Strike, wie egoistisch die Vermutung sein dürfte, Robins Gefühle ihm gegenüber könnten über reine Freundschaft hinausgehen. Mit ihr kam er besser aus, als er je mit einer anderen Frau ausgekommen war. Ihre gegenseitige Zuneigung hatte alles überdauert, den gemeinsamen Arbeitsalltag, persönliche Schwierigkeiten, die beide hatten überwinden müssen, seit sie sich kannten, und sogar die große Enttäuschung, als einmal der Eindruck entstanden war, er hätte sie entlassen wollen. Sie waren ins Krankenhaus geeilt, als er allein am Bett seines erkannten Neffen gesessen hatte und hatte damit bestimmt das Missvergnügen ihres noch Ehemanns riskiert, den Strike im Gedanken nie anders als mit das Arschloch bezeichnete. Auch für Robins gutes Aussehen war er nicht unempfänglich. Tatsächlich war es ihm bewusst, seit sie erstmals in seinem Büro den Mantel abgelegt hatte. Trotzdem gefährderte ihre äußere Erscheinung seinen Seelenfrieden weitaus weniger, als die tiefe und schuldbewusste Befriedigung, im Augenblick der wichtigste Mann in ihrem Leben zu sein. Weil er jetzt an etwas weitergehendes denken durfte, weil ihr Ehemann aus dem Spiel und sie wieder frei war, fragte er sich manchmal ernsthaft, was passieren würde, wenn er Beiföhr, die sie beide so viel geopfert hatten, die für Strike die Erfüllung all seiner Ambitionen bedeutete es über Leben, dass die Partner miteinander ins Bett gingen. Er konnte die Frage formulieren, wie er wollte, die Antwort lautete jedes Mal Nein. Weil er zu wissen glaubte, Robin nicht aus einer puritanischen Haltung heraus, sondern aus Gründen, die mit einem alten Trauma zusammenhängen, letztlich die Sicherheit und Dauerhaftigkeit einer Ehe anstrebte. Und Strike war nicht für die Ehe geschaffen. Trotz mancher Unannehmigkeit sehnte er sich am Ende eines Arbeitstags nach seinen eigenen vier Wänden, die sauber und aufgeräumt waren, exakt nach seinen Wünschen organisiert und frei von emotionalen Stürmen, von Schuldgefühlen und wechselseitigen Anschuldigungen, von der Forderung nach Hau-Mark Kitschkartenglück, von einem Leben, in dem er für das Wohlbefinden eines anderen Menschen verantwortlich war. Tatsache war, dass er immer für eine Frau verantwortlich gewesen war, für Lucy, als sie inmitten von Schmutz und Chaos zusammen aufgewachsen waren, über Lieder, die von einem Liebhaber zum nächsten getaumelt war und die er noch als Teenager körperlich hatte beschützen müssen, bis hin zu Charlotte, deren Sprunghaftigkeit und selbst zerstörerische Neigungen von Psychiatern und mit sich Namen belegt worden waren und die er trotzdem geliebt hatte. Inzwischen war er allein und hatte eine Art Frieden gefunden. Keine der Affären und One-Night-Stands seit der Trennung von Charlotte hatte ihn tief im Innern berührt. Tatsächlich hatte er sich manchmal gefragt, ob Charlotte seine Fähigkeit tief zu empfinden auf dem Gewissen hatte. Trotzdem machte er sich etwas aus Robin fast gegen seinen Wählen. Er spürte vertraute Regungen wie den Wunsch, sie glücklich zu machen, der ihn weit mehr ärgerte, als seine neue Angewohnheit wegzusehen, wenn sie sich über seinen Schreibtisch beugte. Sie waren Freunde, er überlegte flüchtig, dass jeder einzelne Frau, die er kannte, sich sofort über die Zugluft beklagen wurde. Er zündete sich eine Zigarette an, klappte den Laptop auf, den er mit nach oben genommen hatte und entwarf einen Brief ans Justizministerium, in dem er erklärte, er sei von Anna Phipps engagiert worden, kurz seine Tätigkeit als Ermittler in der Army und außerhalb darlegte und um Genehmigung bat, Dennis Creed in Broadmoor befragen zu dürfen. Als er fertig war, gähnte er, zündete sich die x-te Zigarette nach der Dämon vom Paradise Park und schlug das letzte Kapitel auf. Eine Frage ließ die Ermittler, Creed's Keller im Jahr 1976 betraten und dort mit eigenen Augen die Kombination aus Gefängnis und Folterkammer sahen nicht los. Waren die zwölf Frauen, die er nachweislich überfallen, vergewaltigt und oder ermordet hatte, die einzigen Opfer? In unserem letzten Gespräch war Creed, dem an eines aggressiven Ausbruchs gegen einen Vollzugsbeamten Privilegien entzogen worden waren, wortkarger und geheimnisvoller als je zuvor. Frage, manche vermuten, es könnte noch mehr Opfer gegeben haben. Antwort, wirklich? Louise Tucker, sie war 16, sie war von zu Hause weggelaufen. Ihr Journalisten gebt immer gern das Alter von Neuten an. Wie kommt das? Weil es eine bestimmte Vorstellung vermittelt, mit so einem Detail. Können wir uns alle identifizieren? Wissen Sie etwas über Louise Tucker? Ja, sie war 16. In ihrem Keller ist Schmuck gefunden worden, der niemanden zugeordnet werden konnte, und Kleid um Stöcker. Sie Sie nicht darüber reden? Warum wollen Sie nicht über die Sachen reden, die niemanden zugeordnet werden konnten? Denkt ein Teil von ihnen vielleicht, ich habe nichts mehr zu verlieren, ich könnte einige Leute beruhigen, Angehörigen Gewissheit geben? Sie denken nicht, das könnte eine Art Wiedergutmachung sein? Damit könnte ich meinen Ruf teilweise wiederherstellen? Meinen Ruf? Meinen Sie wirklich, dass ich meine Zeit damit verbringe, wir Sorgen wegen meines Rufs zu machen? Ihr Leute habt echt keine? Das weitere war unverständlich. Was ist mit Cara Rovesen? Im Jahr 1973 verschwunden. Wie alt war sie? Seit 20 war Dame in Soho. Ich mag keine Nutten. Wie kommt's? Schmutzig. Sie waren selbst hin und wieder bei Prostituierten, wenn nichts Besseres im Angebot war. Sie haben's versucht, Helen Wardrop war eine Prostituierte und ist ihnen entkommen, hat sie der Polizei beschrieben. Sie haben versucht, Helen aus dem selben Viertel zu entführen, in dem Cara zuletzt gesehen wurde. Was war mit Margaret Bamberon? Ein Lieferwagen, der ihrem ähnlich sah, ist in dem Viertel, in dem Geschwindigkeit aufgefallen. Hätten sie Bamberon entführt, wäre sie gleichzeitig mit Susan Meyer in ihrem Keller gewesen, nicht war? Nett für sie. War es nett für sie? Jemand, mit dem sie reden konnte. Soll das heißen, dass sie Bamberon und Meyer gleichzeitig gefangen gehalten haben? Die Antwort war ein Lächeln. Was war mit Andrea Hutten? War Bamberon schon tot, als sie Andrea entführt haben? Andreas Leiche haben sie von einer Klippe geworfen, das war eine neue Vorgehensweise. War sie die erste, die sie dort untergeworfen haben? Sie wollen nicht bestätigen, ob sie Margot Bamber entführt haben? Wieder ein Lächeln. Stryk legte das Buch weg und blieb eine Zeit lang rauchend und nachdenklich liegen. Dann gliff er nach Bill Taubets Notizbuch, das er zuvor aufs Bett etwas Verständlichem, was mit irgendeiner Tatsache oder Wegmark in Verbindung stand, durchblätterte er die engbeschädenen Seiten, bis er spontan einen dicken Finger auf die Seiten legte, weil er auf einen zumindest halbverständlichen und sogar vertrauten Satz gestoßen war. Zwölftens Fische gefunden. Daher ist der Mörder wie erwartet. Es folgte ein Symbol, das Stryk noch nie gesehen hatte. Es erforderte einige Ansteignung aufzustehen und sein eigenes Notizbuch zu holen. Zurück auf seinem Bett fand er den Satz, den Pat aus der Pittman Kurzschrift für ihn übertragen hatte. Und das ist das letzte von ihnen, das Zwölfte und der Kreis schließt sich, wenn das zehnte unbekanntes Wort Baphomet gefunden ist, aufgezeichnet im wahren Buch. Das unbekannte Wort, erkanntes right jetzt, war das gleiche Symbol, das in Tarberts Notizbuch hinter »Wie erwartet« stand. Frustriert und neugierig zugleich griff Streit zu seinem Handy und googelte astrologische Symbole. Minuten später, nachdem er leicht angewidert mehrere Astro-Webseiten besucht hatte, hatte er Tarberts Satz erfolgreich gedeutet. Er lautete »Zwölftes Fische gefunden, daher ist der Mörder wie erwartet Steinbock. Die Fische waren das zwölfte Tierkreiszeichen, der Steinbock das Zehnter. Der Steinbock wurde durch die Ziege symbolisiert, die Tarberts in seiner manischen Phase mit der ziegenköpfigen Gottheit Baphomet in Verbindung gebracht zu haben schien. So ein Scheiß, mummerte Strike, schlug eine neue Seite auf und notierte sich etwas. Dann fiel ihm etwas ein. Die seltsamen, unerklärlichen Daten mit Kreuzen dahinter, die hinter sämtlichen Zeugenaussagen von Männern gestanden hatten. Er fragte sich, ob es die Mühe wert war, aufzustehen, nach unten zu laufen und die entsprechenden Seiten aus den Aktenkartons herauszusuchen. Mit einem Seufzer gab es sich einen Ruck, knöpfte sich die Hose wieder zu, stand auf und nahm den Büroschlüsse vom Haken neben der Tür. Zehn Minuten später kam Strike mit seinem Laptop und einem neuen Notizbuch in sein Schlafzimmer zurück. Als er sich wieder auf der Bettdecke ausstreckte, fing ihm auf, dass das Display seines Handys leuchtete. Jemand hatte versucht, ihn zu erreichen, während er unten gewesen war. Er tippte auf Lucy und sah aufs Display. Er hatte einen Anruf von Charlotte verpasst. Strike legte das Handy wieder weg und klappte den Laptop auf. Dann machte er sich an die mühsame Arbeit, den unerklärlichen Daten hinter den Zeugenaussagen der männlichen Beteiligten, die jeweiligen Sternzeichen zuzuordnen. Wenn seine Vermutung zutraf, dass Terbitt die Sternzeichen der Männer herausgesucht hatte, dann war Steve Douth Wade Fisher, Paul Satchwell Widder und der am 27. Dezember geborene Roy Phipps ein Steinbock. Trotzdem hatte Terbitt schon früh entschieden, Roy Phipps habe nichts mit dem Fall zu tun. Scheiße, das ergibt doch kein Zen, sagte Strike ins Leere hinein. Er stellte den Laptop wieder weg, geferneut nach Terbitts Notizbuch und las unter der Schlussfolgerung weiter, Magus Mörder müsse ein Steinbock gewesen sein. Jesus, murmelt Strike, während er nicht sonderlich erfolgreich versuchte, mit Hilfe der astrologischen Webseiten die Unmengen von esoterischem Geschwaffe zu deuten. Soweit er feststellen konnte, schien Terbitt Roy Phipps als Schuldigen ausgeschlossen zu haben, weil der kein echter Steinbock, sondern unter irgendeinem Sternzeichen geboren war, aus dem Strike nicht schlau wurde. Er vermutete sogar, Terbitt könnte es sich selbst ausgedacht haben. So wie Strike sich wieder mit dem Notizbuch befasste, sah er die in Form eines Keltenkreuzes ausgelegten Tarotkarten aus seiner Jugend vor sich. Weil Lieder sich als Tarotleserin geriert hatte, hatte er oft beobachtet, wie sie die Karten in der gleichen Formation ausgelegt hatte, die Tarot sie auf die Seite gezeichnet hatte. Allerdings hatte er nie erlebt, dass den Karten astrologische Bedeutungen zugeschrieben worden wären und fragte sich, ob vielleicht auch dies Tarots Idee gewesen war. Sein Handy vibrierte und er griff danach. Charlotte hatte ihm ein Foto geschickt, ein Nacktfoto, auf dem sie zwei Becher Kaffee hielt, darunter stand, heute vor sechs Jahren, ich wollte, es wäre wieder wie damals, Happy Birthday, Louis, X. Gegen seinen Willen, Startes treibt diesen Körper an, den kein vernünftiger heterosexueller Mann nicht hätte begehren können und das Gesicht, um das Venus sie beneidet hatte. Dann fiel ihm der verschwommene Fleck an ihrem Unterleib auf, wo sie ihre Kaiserschnitt Narbe retuschiert hatte, das Haif gegen seine beginnende Erektion. Wie ein Trinker die Schnapsfasche von sich wegschob, röschte er das Bild und widmete sich wieder Tarbets Notizbuch. Es ist der Geist, der Gutes oder Böses schafft, der Elend oder Froh, arm oder angesehen macht, denn mancher, dem der Überfluss steht, zu Gebot, hat nicht genug auf höchlich mehr erwacht, während ein anderer, der an so vielem hätte Not sich mit dem wenigen reich und klug gedacht. Edmund Spencer, die Feenkönigin. Elf Tage später wurde Robin um acht Uhr morgens von ihrem Handy geweckt, nachdem sie in der Nacht kaum ein Auge zugemacht hatte. Sie hatte erneut erfolglos vor dem Haus des Wetteransagers gewartet und war in ihre Wohnung in Outscourt zurückgefahren, um ein paar Stunden zu schlafen, Ehe sie wieder losmiste, um im Café von Fortnum in Mason gemeinsam mit Strike ohne Kennedy zu befragen. Völlig desorientiert warf sie mehrere Gegenstände vom Nachttisch, als ihn dunkel nach ihrem Handy tastete. Hallo, Robin, flirte jemand, du bist Tante geworden, ich bin was? Sorry, murmelte sie. Ein Traum hing wie eine Spinnbebe an ihr. Pat Chauncey hatte sie zum Abendessen eingeladen und war zutiefst beleidigt gewesen, als sie abgelehnt hatte. Du bist Tante geworden, Jenny hat ihr Baby bekommen. Oh, allmählich dämmerte ihr, dass der Anrufer ihr älterer Bruder Stephen war. Oh, das ist wundervoll, was, ein Mädchen, sagte Stephen begeistert, eine Bommerie, 3900 kamen. Wow, zacke Lobben, das, ist das groß, es kommt mir, ich schick dir gerade ein Bild, sagte Stephen, hast du es schon? Nein, nein, warte, Lobben setzte sich benahm auf, dann schaltete sie den Nordsprecher ein, damit sie unterdessen ihre Nachrichten checken konnte. Das Foto kam, und erwarf einen hundsliger, haarloser Säugling in einem Krankenhaushämtchen zu säen, der mit hochrotem Gesicht die Fäustchen ballte, als wäre er wütend darüber, aus seiner stehlen, behaglichen Dunkelheit ins klelle Licht des Kreises als geholt worden zu sein. Hat's eben bekommen, oh, Stephen, sie ist wunderschön, das war gelogen, kotz der imbrannten Tränen in Robins übermüdeten Augen. Mein Gott, Button, das war früher Stephens Spitzname gewesen, du bist Vater, ich weiß, verrückt, oder? Wann kommst du heim, um sie dir anzusehen? Bald, versprach Robin ihm, an Weihnachten, Saccennini begrüße er, wird gemacht, muss jetzt schon anrufen, bis bald, Wobbs. Er legte auf. Robin blieb in Dunkeln liegen und starrte das leuchtende Bild des runzligen Babys an, dessen geschwollene Augen fest zusammengekniffen waren, als hätte es sofort gesehen, dass diese Welt nichts Besonderes war. Dass sie Bruder Stephen jetzt Vater war und die Familie ein neues Mitglied hatte, war schon erstaunlich. Robin meinte, wieder die Stimme ihrer Cousine Katie zu hören, irgendwie bist du in einer anderen Richtung unterwegs als wir. Damals mit Matthew, bevor sie angefangen hatte, in der Detektei zu arbeiten, hatte sie fest damit gerechnet, dass sie eines Tages Kinder bekäme. Und Robin hatte nichts gegen das Kinderkriegen, aber sie wusste mittlerweile, dass diese Arbeit, die sie so sehr liebte, für eine Mutter unmöglich wäre oder aber aufhören würde, die Arbeit zu sein, die sie so sehr liebte. Die Mutterschaft, davon zeugten ihr bekannte Mütter in ihrem Alter, schien einer Frau alles abzuverlangen, was sie nur geben konnte. Katie hatte ihr vom ständigen leichten Herzschmerz erzählt, wenn sie nicht mit ihrem Sohn zusammen war. Und Robin hatte versucht, sich einen noch festeren Haltestrick vorzustellen, als die Wut und die Schuldgefühle mittels derer Matthew sie hatte anbinden wollen. Das Problem war nicht, dass Robin glaubte, sie würde ihr Kind nicht lieben. Im Gegenteil, sie geht es für so wahrscheinlich, dass sie ihr Kind über alles lieben würde, dass sie den Job würde opfern müssen, für den sie freiwillig Ehe, Schlaf, persönliche und finanzielle Sicherheit hinbegeben hatte. Und was würde sie dann für den Menschen empfinden, der dieses Opfer erfordert hatte? Sie machte Licht und beugte sich hinunter, um die Dinge aufzuheben, die sie vom Nachttisch gefegt hatte, ein näheres Glas, zum Glück heil geblieben und das dünne billige Taschenbuch mit dem Titel Was ist Margaret Bambrow zugestoßen von C.B. Oakden, das sie gestern per Post bekommen und gleich gelesen hatte. Strike wusste noch nicht, dass es ihr genungen war, sich ein Exemplar von Oakdens Buch zu beschaffen und Robin freute sich darauf, es ihm zeigen zu können. Sie hatte überdies ein paar weitere Neuigkeiten, die den Fall Bambrow seine Präsentation sich verpflichtigt. Weil andererseits klar war, dass sie nicht wieder einschlafen würde, stand sie lieber auf. Unter der Dusche bemerkte Robin zu ihrer Überraschung, dass sie weinte. Das ist doch lächerlich. Du willst gar kein Baby. Reiß dich zusammen. Als Robin nach oben kam, angezogen, ihr Haar geföhnt, die Ringe unter den Augen mit Make-up abgedeckt, saß Max in der Küche und aß Toast. Morgen, sagte er und sah von den Nachrichten auf seinem Handy auf. Alles okay? Bestens, sagte Robin gezwungen heiter. Ich hab grad erfahren, dass ich Tante geworden bin. Heute früh war's soweit. Oh, Glückwunsch, sagte Max. Ähm, Jumur oder Mädchen? Ein Mädchen, Robin stellte die Kaffeemaschine an. Ich hab sowas wie acht Patenkinder, sagte Max trötselig. Eltern lieben kinderlose Paten. Sie glauben, dass wir uns mehr reinhängen, weil wir selbst keine Kinder haben. Stimmt, sagte Robin immer noch angeschränkt heiter. Sie selbst war Patentante von Katys Sohn. Zu seiner Taufe war sie erstmals seit ihrer Hochzeit wieder in der Kirche gewesen. Sie nahm einen becher schwarzen Kaffee mit zurück in ihr Schlafzimmer, wo sie ihren Laptop aufklappte, weil sie beschlossen mit Una Kennedy nicht viel Zeit, sodass dies die Diskussion abkürzen würde. Hi, hier ein paar Fundstücke zu Bambrough, bevor wir uns heute sehen. Charles Wemmich, der Saunamillionär, ist tot, ich habe mit seinem Sohn gesprochen, der nicht bestätigen konnte, dass sein Vater Marbo gesehen haben will. Allerdings erinnert er sich daran, dass Janice seinen Vater nach dessen Unfall gepflegt hat und sagt, Wemmich Senior habe sie gemocht und ihr vermutlich all seine Anekdötchen erzählt. Der Vater hat offenbar gern ein bisschen übertrieben, wenn es der Story nützte, aber er war kein Lügner und hatte ein gutes Herz, er hatte nie Lügenmärchen über eine verschwundene Frau erzählt. Er hat auch bestätigt, dass sein Vater mit einem hohen Polizeibeamten namens Green, Dienstgrad und Vorname unbekannt, befreundet war. Die Witwe von Wemmich Senior lebt noch in Spanien, aber sie war die zweite Ehefrau und der Sohn ist mit ihr zerstritten. Werde mal versuchen, ihre Telefonnummer oder Mailadresse in Erfahrung zu bringen. Bin mir zu 99 Prozent sicher, die richtige Amanda White gefunden zu haben, die jetzt Amanda Loss heißt. Vor zwei Jahren hat sie auf Facebook einen Artikel über vermisste Personen gepostet, in dem auch Margo vorkam. In Kommentar dazu hat sie angemerkt, sie habe persönlich mit Margos Verschwinden zu tun gehabt. Ich habe ihr eine Nachricht geschickt, aber noch keine Antwort bekommen. Ich habe ein Exemplar von Was ist Margrit Bambrow zugestoßen aufgetrieben und gelesen, es ist nicht Lamm, nach allem, was ihr bisher über Margo wissen, sturzt es vor Ungenauigkeiten. Bis später X. Das Küsschen Symbol hatte sie aus Schlafmanne ganz automatisch hinzugefügt und die E-Mail abgeschickt, bevor sie es wieder hatte löschen kann. Es war eine Sache, auf einer Geburtstagskarte ein Küsschen hinzuzufügen, aber eine ganz andere, sich anzugewöhnen, dienstliche E-Mails damit zu schließen. Mest. Sie konnte schlecht ein PS schicken, indem sie Strike aufforderte, ignorier das Küsschen, das habe meine Finger unabsichtig dahingesetzt. Das hätte ihn erst recht darauf aufmerksam gemacht, falls er sich nichts dabei gedacht hätte. Als sie den Laptop zuklappte, leuchtete das Display ihres Handys. Es war eine lange, aufgeregte Textnachricht von ihrer Mutter über Anna Burmerys Vollkommenheit mitsamt Foto, das sie mit ihrer neuen Enkelin in den Armen zeigte. Robins Vater stand mit einem Strahlen im Gesicht hinter ihr. Robins schrieb zurück, sie ist wunderschön, obwohl das Baby auf diesem Foto ebenso uneinsehnlich war wie auf dem ersten. Trotzdem war es nicht wirklich gelogen, allein Annables Geburt war natürlich irgendwie wunderschön, ein Wunder des Alltags und Robins rätselhafte Tränen unter der Dusche waren zum Teil die Anerkenntnis dieser Tatsache gewesen. In der U-Bahn zum Piccadilly Circus zog Robins ihr Exemplar von C.B. Ogdens Buch heraus, das sie bei einem Second-Hand Buchhändler in Chester gefunden hatte, und blätterte es erneut durch. Der Buchhändler hatte ihr erzählt, er habe das Buch aus dem Nachlass einer älteren Dame und es habe seit Jahren bei ihm gestanden. Robins hatte den Verdacht, dass er erst durch ihre E-Mail von dem zweifelhaften rechtlichen Status des Titels erfahren hatte, der ihn jedoch nicht am Verkauf hinderte. Nachdem Robins ihm am Telefon versichert hatte, ihn nicht als Quelle zu benennen, war er gern bereit gewesen, es ihr mit einem üppigen Aufschlag zu überlassen. Robins konnte nur hoffen, dass Streit den preis gerechtfertigt Wende, sobald er den Text gelesen hatte. Robins spezielles Exemplar musste dem Einstampfen entgangen sein, weil es zu den Exemplaren gehörte, die der Autor noch vor dem Gerichtsurteil vorab vom Verlag bekommen hatte. Auf dem Vorsatzblatt stand eine Widmung für Tante May mit den besten Wünschen C.B. Oakden K. mit den besten Wünschen. Eine ziemlich affektierte, hoch trabende Widmung für eine Tante, wie Robins fand. Das kaum hundert Seiten lange, binnige Taschenbuch warb mit Margo als Bunny Girl auf dem Titel, ein Foto, das Robin vertraut war, weil es auch in vielen Zeitungsartikeln über ihr Verschwinden abgedroht worden war. Halb angeschnitten zeigte diese Vergrößerung ein zweites Playboy Häschen, Una Kennedy. Zwischen Weiteren war das vollständige Foto im Bildteil in der Mitte des Buchs abgedruckt, den auch Streik sicherlich für den wertvollsten Teil halten würde. Allerdings nur frittete Robin, weil er Namen und Gesichter zusammenwachte und nicht, weil er bei den eigentlichen Ermittlungen nützlich wäre. Robin stieg am Piccadilly Circus aus, ging bei stürmischem Wind und schaukelnden Weihnachtslicht an die Piccadilly hinauf und fragte sich, wo sie ein Babygeschenk für Steven und Jenny finden würde. Daddem sie zunächst an keinem passenden Geschäft vorbeigekommen war, stand sie fast eine Stunde vor ihrem Gesprächstermin mit Una Kennedy vor Fortnum und Mason. Seit sie in London lebte, war sie oft an dem berühmten Kaufhaus vorbeigekommen, ohne es je betreten zu haben. Die reichgeschmitte Fassade war ein grünig im Blau gehalten und die weihnachtlich dekorierten Schaufenster gehörten zu den schönsten in der ganzen City. Mit Kunstschnee eingefasste runde Kucklöcher gewährten einen Blick auf Darge aus Juwelen gleich glitzernden kandierten Früchten, Seidenschals, vergoldete Teedosen und Nussknacker in Gestalt von Nährchenprinzen. Als ein besonders kalter Regnerwischer Windstoß sie traf, ließ Robin sich, ohne groß zu überlegen, durch einen der Eingänge, an die mein Portier in Rock und Zylinder stand, in die Weihnachtsfantasie hineintreiben. Das Kaufhaus war mit weinrotem Teppichboden ausgelegt. Überall stapelten sich türkisblau Geschenkpäckchen. Gleich zuvor erst entdeckte sie genau die Trüffe, in die Morris ihr zum Geburtstag geschenkt hatte. Robin ging an Marzipanfrüchten und Plätzchen vorbei, bis sie im rückwärtigen Teil des Erdgeschosses das Café entdeckte, in dem sie sich mit Una treffen wollten. Sie kehrte um. Sie wollte der Pastoren im Ruhestand nicht vorzeitig begegnen, sondern die Zeit bis dahin nutzen, um erst in nüchtern geschäftsmäßige Stimmung zu kommen. Entschuldigung, fragte sie eine gehetzt wirkende Frau, die für eine Kundin Marzipanfrüchte zusammenstellte, wo finde ich Babysachen? Entfeiter Stock, sagte die Verkäuferin und hatte sich schon wieder abgewandt. Die wenigen Babysachen waren nach Robins dafürhalten exorbitant teuer, aber als Annables einzige Tante und in London lebende Verwandter stand sie unter einem gewissen Druck, ein entsprechend weltstädtisches Geschenk zu machen. Sie entschied sich für einen großen kuscheligen Teddybären. Robin kam gerade mit ihrer türkisblauen Tagetasche von der Kasse, als ihr Handy klingelte. Sie ging davon aus, dass Strike anrief, stattdessen stand eine unbekannte Nummer im Display. Hallo? Hi Robin, hier ist Tom, sagte eine zornige Stimme. Robin fiel partout nicht ein, wer dieser Tom sein könnte. In Gedanken gingen sie die Fälle durch, die sie gerade bearbeiteten. Two Wiese und Bambrow, konnte sich aber an keine Tomme erinnern, also sagte sie fröhlich wie zu einem alten Bekannten, Oh, hi, Tom Turvey. Der Mann hatte sich nicht täuschen lassen. Oh, sagte Robin, deren Herz unangenehm zu hämmern begann. Sie tat in einer Nische, in der teure Kerzen in Regalen standen. Tom Turvey war Sarah Shedlocks Verlobter. Robin hatte keinen Kontakt mehr mit ihm, seit sie entdeckt hatte, dass ihre jeweiligen Partner miteinander geschlafen hatten. Sie hatte ihn nie besonders gemocht und auch nie erfahren, ob er von der Affäre wusste. Vielen Dank auch, sagte Tom, echt verdammt toll von dir, Robin. Er brüllte fast, so dass Robin ihr Handy ein Stück vom Ohr bekiert. Wie bitte, fragte sie und schien plötzlich nur mehr aus Nerven und Puls zu bestehen. War wohl zu mühsam, mir was zu sagen, die ist einfach und best deiner Händin Unschuld, ja. Tom, sie hat dir verdammt noch mal an alles erzählt. Du hast letztes Jahr schon gewusst und ich erfahrs heute, vier Wochen vor meiner Hochzeit. Tom, ich, na hoffentlich, bist du jetzt glücklich, blaffte er sie an. Robin hielt das Handy ausgestrickt von sich weg, trotzdem bei Toms Stimme deutlich zu verstehen. Ich bin der Einzige von uns, der nicht rum gefögelt hat und hatte eine dicke Frau, die sich für die Kerzen im Regal hinter ihr interessierte. Mit einer gemummelten Entschuldigung machte Robin ihr Platz und lief weiter bis zum Eisengeländer der breiten Treppe, die sich in die tiefe Wand und den Blick bis ins Untergeschoss freigab, wo scheinbar verkürzte Menschen mit Einkaufsgarben voll teurem Schinken und Weinflaschen durcheinander liefen. Sie war so verwirrt, dass sie und versuchte sich durch gleichmäßiges Atmen zu behohigen. Robin! Sie ging weiter. Erst als jemand erneut Robin rief, drehte sie sich um. Strike kam gerade durch den Nebeneingang von der Duke Street herein. Die Schultern seines Mantels waren mit glitzernden Regentropfen benetzt. Hi! sagte sie übernommen. Jetzt dir gut? Eine Zehntel Sekunde lang spürte sie mit dem Gedanken ihm eines zu erzählen. Schließlich wusste er von Matthews Affere, wusste wie ihre Ehe geendet hatte und kannte Tom und Sarah. Aber Strike wirkte selbst angespannt, hielt sein Handy fest umklammert. Bestens dir? Nicht so toll. Die beiden wichen zur Seite aus, damit eine Touristengruppe das Kaufhaus betreten konnte. Am Schatten der Hölz einen Treppe sagte Strike, Jones Zustand hat sich verschlechtert. Sie ist wieder im Krankenhaus. Oh Gott, das tut mir leid, sagte Robin. und kümmere mich um alles. Nein, sie hat Ted ausdeutig gesagt, dass wir nicht wieder anholten sollen. Allerdings sieht er das gar nicht ähnlich. Strike wirkte genauso desorientiert und mitgenommen, wie Robin sich fühlte, also riss sie sich zusammen. Scheiß auf Tom, Scheiß auf Matthew und Sarah. Im Ernst kommen, fahr hin, ich kann nicht vertreten. In 14 Tagen fahr ich sowieso. Ted sagt, sie wünscht sich, uns alle an Weihnachten dort zu haben. Im Krankenhaus ist sie entlieblich bloß für ein paar Tage. Nur wenn du dir sicher bist, Robin sah auf die Uhr, wir haben noch eine Viertelstunde, bis Una kommt, sollen die im Café auf sie warten? Ja, sagte Strike, gute Idee, ich kann einen Kaffee brauchen. God rest you merry gentlemen, trellerte es aus den Lautsprechern, als sie beide in schmerzliche Gedanken versunken, in das Reich kandierter Früchte und teurer Tees eintauchten. Mein Glück in Fröhlichkeit in Betten, Lauben bei Bankett und Festen und Übel stets dir obgleich gekrönet die Freude zu Tadeln der Jove gern frönet. Edmund Spencer die Feenkönigin. Das Café lag jenseits einer geraden Treppe, die vom Erdgeschoss hinaufführte. Nachdem Robin und Strike an einem Vierertisch am Fenster Platz genommen hatten, saß er schweigend da und blickte auf die German Street hinab, auf der die Passanten unter ihren Schirmen wie wandünnde Pilze aussahen. Hier war er nur einen Steinwurf von dem Restaurant entfernt, in dem er Charlotte zuletzt gesehen hatte. Seit sie ihm das Nacktfoto zum Geburtstag geschickt hatte, hatte er mehrere Anrufe und SMS von ihr erhalten, allein drei am Vorabend. Strike hatte sie alle ignoriert, aber irgendwo unter dem Kummer um Joan machte sich die altvertraute Sorge breit, was Charlotte als nächstes tun konnte. Ihre Nachrichten klangen zunehmend überreizt, sie hatte mehrere Selbstmordversuche hinter sich, von denen einer beinahe erfolgreich gewesen wäre. Auch drei Jahre nach ihr Trennung versuchte sie weiter, ihn für ihr Wohlbefinden und ihr Glück verantwortlich zu machen, was ihn gleichermaßen verärgerte und betrübte. Als Ted am Morgen angerufen hatte, war Stryk gerade dabei gewesen, die Nummer der Bank herauszusuchen, in der Charlottes Mann arbeitete. Falls Charlotte mit Selbstmord drohte oder gar einen Abschiedsbrief schickte, wollte er Jago alarmieren. Kommenen, sagte Robin. Er zu dem Robin einen Toast bekam, verfielen sie wieder in Schweigen. Robin wandte sie vom Fenster ab, beobachtete die Kunden, die sich im Erdgeschoss mit Luxusartikeln für Weihnachten eindeckten und gingen Gedanken erneut Tom Turvys Ausbruch durch. Die Nachbeben spürte sie immer noch. Vier Wochen vor meiner Hochzeit. Die Hochzeit musste abgesackloten sein. Sarah musste Tom wegen Matthew verlassen haben, auf den sie es immer schon abgesehen hatte. Robin war sich sicher, dass sie Tom nie verlassen hätte, wenn Matthew nicht willens gewesen wäre, ihr das gleiche wie Tom zu bieten, brillanten und einen Namens wechsel. Ich bin der einzige von uns, der nicht drum gefögelt hat. Nach Toms Überzeugung waren also außer ihm selbst alle untreu gewesen. Matthew musste ihm folglich erzählt haben, Tag an eifersichtig gewesen war und den er in einem fort misstrauisch beäugt hatte. Und obwohl Tom jetzt von Matthew und Sarah wusste, obwohl das Doppelspiel und der Betrug seines alten Freundes aufgeflogen waren, glaubte Tom weiter an die mehr von Robin und Strike und fand anscheinend, dass Robin schuld sei an seinem Elend. Hätte sie sich nicht mit Strike eingelassen, wäre Er ist nie zu diesem Domino Effekt der Untreue gekommen. Ist wirklich alles in Ordnung? Robin zuckte leicht zusammen. Strike war aus seiner eigenen Gedanken wert zurückgekehrt und sah sie über seine Kaffeebecher hinweg an. Äh, äh, klar, sagte sie, hast du meine Mail bekommen? Mail? Strike zog sein Handy aus der Tasche. Ja, aber ich hab sie noch nicht gelesen, sorry, ich war anderweitig. Lass nur, sagte Robin, die trotz allen neuen Problemen wegen des versehentlich verschickten Küsschens innerlich erschauderte. War nicht so wichtig, äh, sich bis später. Aber ich hab das hier gefunden. Sie holte den Falmargo Bamber aus ihrer Umhängetasche und legte es treikenn. Doch noch ehe er sich überrascht äußern konnte, murmelte sie, gibt's hier, gibt's sofort hier, nahm es ihm weg und steckte es wieder ein. Eine voll schlanke Frau kam quer durchs Café auf sie zu. Zwei von Weihnachtsgeschenken überquende Einkaufstaschen baumelten an ihren Händen. Sie hatte die Pausbacken und großen Schneidezähne eines fröhlichen Streifenhahnchens, was ihrer Attraktivität bereits auf Jugendfotos einen Ketten Charme verliehen hatte. Ihr Haar, das einst lang, dunkel und glänzend gewesen war, waren zwischen Kinnlang und Weiß, bis auf eine gewagte poporote Strähne über der Stirn. Vor ihrem lila Pullover baumelte ein amethystbesetztes großes silbernes Kreuz. »Mrs. Kennedy?« fragte Robin. »Die bin ich,« keuchte sie. Sie wirkte nervös. »Diese Schlangen, aber was soll man bei Fortnimm vor Weihnachten anderes erwarten? Na, wenigstens machen Sie einen leckeren Senf.« Robin schmunzelte. Strike zog den Stuhl neben sich unter dem Tisch hervor. »Danke sehr,« sagte Una und nahm Platz. Ihr angenehmer irischer Akzent hatte sich kaum abgeschliffen, obwohl sie, wie Robin wusste, den größeren Teil ihres Lebens in England verbracht hatte. Die beiden Detektive stellten sich ihr vor. »Sehr erfreut, sie kennenzulernen,« sagte Una Kennedy, schüttete ihnen die Hand und räusperte sich. »Entschuldigung, ich war ganz aus dem Häuschen, als ich ihre Nachricht bekommen habe,« erklärte sich Strike. »Ich habe mich Jahr um Jahr gefragt, wieso Roy nie jemanden engagiert hat, obwohl er es sich doch hätte leisten können und die Polizei die Ermittlungen irgendwann eingestellt hat. Dann hat die kleine Energy engagiert, ja? Ach, Gott segne dieses Mädchen, was es durchgemacht haben muss. »Oh, hallo,« sagte sie zu dem Ober, »könnte ich ein Cappuccino und ein nervös, so ist es nun mal. Es gibt keinen Grund,« wurde Strack schon erwidern, doch Una fiel ihm ins Wort. Oh, doch, was immer Margot zugestoßen ist, etwas Gutes war sie jedenfalls nicht. Seit fast vierzig Jahren bete ich für sie, bete um Wahrheit und bitte Gott, sich ihrer lebend oder tot anzunehmen. Sie war meine beste Freundin und ich sorry, ich wusste, dass das »Ach, fragen Sie mich etwas,« verlangte sie mit einem verlegenen Lachen, »wetten Sie mich vor mir selbst.« Robin sah zu Strike, der ihr mit einem Nicken die Befragung überließ und sein Notizbo zückte. »Am besten fangen wir damit an, wie sie Margot kennengelernt haben,« schlug Robin vor. »Eb, da tier ich,« sagte Una, das war 1966, wir hatten uns beide als Bunny girls beworben, aber das wissen sie sicher schon. Robin nickte. »Ich hätte damals eine gute Figur, ob sie es glaubt oder nicht,« lächelnd zeigte Una an ihrem rundlichen Körper hinab, auch wenn sie den Verlust ihrer Taille nicht allzu sehr zu bedauern schien. Robin hoffte, dass Strike sie später nicht dafür tadeln würde, dass sie ihre Fragen nicht nach Leuten, Orten und Dingen sortierte, »Sind Sie wegen des Jobs aus Irren weggezogen? Oh nein,« antwortete Una, »ich war schon in London, ich war damals quasi von daheim weggelaufen. Stellen Sie sich eine Klosterschülerin mit superstrenger Mami vor, ich hatte einen Wochen nun aus einem Klamotten Laden in der Tasche und als meine Mami mich einmal zu oft ausgeschimpft hat, habe ich die nächste Fähre genommen nur das London eine Karte geschrieben. Ich sei am Leben und man solle sich keine Sorgen um mich machen. Danach hat meine Mami fast dreißig Jahre lang nicht mehr mit mir gesprochen. Ich habe damals gekähnert, als ich gehört habe, dass in Mayfair ein Playboy Club eröffnet werden sollte und im Vergleich zu dem, was man anders so verdienen konnte, war der Verdienst irre hoch. 35 Pfund die Wochen. Damit haben wir angefangen. Das wären heutzutage 600 pro Woche. Nirgends in London konnte ein Arbeitermädchen auch nur annähernd so viel verdienen, mehr als die meisten unserer Daddies nach Hause brachten. Und sie haben Margo im Club kennengelernt? Beim Vorstellungsgespräch, das sie genommen würde, war auf den ersten Blick klar. Sie hatte eine Tropffigur, bestand aus nichts als Beinen und das Mädchen hat von Zucker gelebt. Sie war drei Jahre jünger als ich und hat ein falsches Alter angegeben, damit sie Oh, danke sehr, sagte Ona, als der Ober ihren Cappuccino und den Karottenkuchen servierte. Wieso hatte Margo sich dort beworben? Erkundigte sich Wobben. Weil ihre Familie arm war, und ich meine wirklich arm, sagte Ona. Ihr Vater hatte einen Unfall gehabt, Ihre Mami hatte als Putzfrau gearbeitet. Selbst meine Familie hatte mehr als ihre. Dabei lebt man in Irland auf einer kleinen Farm weiß Gott nicht auf großem Fuß. Aber die Bambrows waren battle arm. Nun war sie ein cleveres Mädchen und ihre Familie brauchte Hilfe. Sie ist zum Medizinstudium zugelassen worden, hat aber der Uni gesagt, sie müsse noch ein Jahr aussetzen. Dann so witzig war. Witzig? hackte Robben nach. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass Zweig überrascht den Kopf hob. Oh, Margot war der witzigste Mensch, den ich in meinem Leben gekannt habe, sagte Ohna, im ganzen Leben. Wir haben auf Tränen gelacht. So hab ich nie wieder gelacht. Klasse Cogni-Akzent, mit ihr musste man einfach lachen, bis man nicht mehr konnte. Also haben Kuchen. Die wurden richtiggehend inspiziert, bevor wir rausgingen, Uniform korrekt angelegt, Fingernäge lackiert und es gab mehr Regeln, als sie sich vorstellen können. Der Club hat sogar Zivilleute auf uns angesetzt, damit sichergestellt war, dass wir niemandem unseren echten Namen nannten oder eine Telefonnummer zusteckten. Wenn man nur ein bisschen anstellig war, konnte man ordentlich Geld zurücklegen. Margot ist irgendwann zum Sigridger befördert worden und mit dem Bauchladen umgegangen. Die Männer mochten sie, weil sie unterhaltsam war. Sie hat kaum einen Penny für sich selbst verbraucht. Die Hälfte des Geldes kam auf ein Sparkonto fürs Medizinstudium. Der Rest war für ihre Mami. Sie hat jede Menge Überstunden gemacht. Bunny Peggy, so hat sie sich genannt, weil keiner der Gäste ihren richtigen Namen wissen sollte. Ich war Bunny Una, weil niemand meinen eigentlich irischen Namen wichtig aussprechen konnte. Wir haben alle möglichen Angebote bekommen. Man musste natürlich Nein sagen, aber irgendwie war es doch nett gefragt zu werden. Robin sah sie überrascht an und Una erklärte lächelnd. Glauben Sie ja nicht, dass Margo und ich nicht genau wussten, was wir da taten? Einen schwarzen Korsetts mit Häschen Ohren auf dem Kopf. Aber wissen sie, damals durfte eine Frau keinen Kredit aufnehmen, ohne dass ein Mann mit unterschrieben hätte oder auch nur eine Kreditkarte besitzen. Ich habe mein Geld anfangs verschleudert, aber dann habe ich von Margo gelernt und angefangen zu sparen. Am Ende konnte ich mir ein Ernstes eine Wohnung in Bar kaufen. Die Mädchen aus der Mittelschicht, denen Mami und Daddy das Studium finanzierten, konnten es sich leisten, ihre BHs zu verbrennen und unrasierte Achsel zu haben. Margo und ich, wir haben nur getan, was wir tun mussten. Der Club war aber auch elegant und kodiviert, das war kein Puff. Sie hätten ihre Lizenz verloren, wenn es dort schmuddelig zu begangen wären. Es kamen auch weibliche Gäste, Männer haben ihre Frauen oder ihre Freundinnen mitgebracht. Es sehen sollen, was ich in meinem vorigen Job hatte wegstecken müssen. Hände unterm Rock, wenn ich mich über einen Tisch gebeugt habe und Schlimmeres. Im Playboy-Club waren die gut aufgehoben. Die Gäste durften sich auch nicht mit Bunny Girls verabreden. Naja, theoretisch nicht. Es ist durchaus vorgekommen. Auch bei Margo. Ich war deswegen sauer auf sie und hab zu ihr gesagt, hatte ihn mitgebracht. Er selbst war kein Club Mitglied, deshalb hat Margo geglaubt, das wäre eine Grauzone. Trotzdem hab ich ne Sorgen gemacht, es könnte sie den Job kosten. Sie mochten ihn nicht? Nein, ich mochte ihn nicht, hat sich eingebildet, er wäre Robert Plant, aber Margo ist komplett auf ihn reingefallen. Sie ist nicht viel ausgegangen, weil sie so sparsam war, aber ich war in meinem ersten Jahr in London in vier Nachtclubs und bin massenhaft Satchwells begegnet. Er war sechs Jahre älter als sie Künstler, hat so enge Jeans getragen, dass sie darunter der Schwanz und die Eier abgezeichnet haben. Strike pustete los und Una sah ihn überrascht an. Sorry, wummelt er, sie sind arm, anders als die meisten Pastoren, die ich kenne. Ich glaube nicht, dass die liebe Gott etwas dagegen hat, wenn ich Schwanz und Eier erwähne, sagte Una leicht hin. Immerhin hat er sie geschaffen, oder nicht? Also sind die beiden ein Paar geworden, fragte Robin. Ja, sagte Una, es war die reinste Leidenschaft, man konnte die Hitze zwischen den beiden spüren. Was Margot betraf, sehen Sie, vor Satchwell hatte sie eine Art Tunnelblick auf das Leben gehabt, das Ziel Ärztin zu werden und ihre Familie zu versorgen, immer fest im Blick. Sie war klüger als die meisten Jungs, die sie kannte, und das mögen die Männer nicht sonderlich. Ja, hat sie erklärt, vor Satchwell habe sich nie ein Mann für ihren Verstand interessiert, dass ich nicht lache. Das Mädchen hatte eine Figur wie Jane Birken. Oh, und ihr gehe es auch nicht nur um sein Aussehen, hat sie gesagt. Er sei sehr belesen, er könne über Kunst reden. Das konnte er stundenlang, ich hab selbst gehört. Also ich kann er keinen Monet von einem Marget Werbeklakat unterscheiden. Deshalb es steht mir kein Urteil zu, aber ich glaube, dass er ein Schwätzer war. Er ist mit Margo in Museen gegangen, um Robin zu, und weil er genau wusste, was er tat, war für sie alles umso wichtiger. Sie war wahnsinnig verliebt. Das war sie, wahnsinnig. Dann ist sie eines Nachts, wenige Wochen vor Beginn ihres Medizinstudiums heulend bei mir aufgekreuzt. Sie hatte Paul nach der Arbeit einen Überraschungsbesuch abstatten wollen und in seiner Wohnung eine andere angetroffen, nackt. Ein Modell, hat er behauptet, Modell stehen um Mitternacht, sie hat Kehrt gemacht und ist abgehauen. Er ist noch hinter ihr her, aber sie ist in ein Tazzi gesprungen und zum Meer gefahren. Das sie war untröstlich. Wir haben die ganze Nacht lang geredet und ich habe ihr erklärt, sie sei ohne ihn besser dran, was nur die Wahrheit war. Ich habe gesagt, Margot, demnächst fängt dein Studium an, die Hörsiele sind voller hat sie mir dann etwas gestanden, was ich noch nie jemandem erzählt habe. Ona Kennedy schien zu zögern und Robin versuchte, sie zurückhalten freundlich, aber aufmunternd anzusehen. Sie hatte ihm erlaubt, Fotos von ihr zu machen. Sie wissen schon, Fotos. Jetzt hatte sie Bammel und wollte sie zurück haben. Um Himmels Willen habe ich gesagt, warum hast du das zugelassen, Margot, es hätte ihre Mutter ins Grab gebracht. Wie stolz sie auf sie waren, ihre einzige Tochter, ihr kluges Mädchen, wären die Fotos irgendwo aufgetaucht, in einem Magazin oder so, hätten sie das nicht überwunden. In der ganzen Straße erzählen sie herum, was für ein heller Kopf Margot war. Also habe ich gesagt, ich gehe mit dir hin und dir holen sie uns wieder. Also sind wir hingefahren und haben an seine Tür geämmert. Ach dieser Dreckskerl, Entschuldigung, sagte sie, das ist keine christliche Einstellung, werden sie sagen, aber warten sie nur, bis sie alles gehört haben. Sedge will hat Margot erklärt, mit dir werde ich, aber nicht mit deinem Kindermädchen. Kindermädchen. Also ich habe zehn jahrelangen in Wolverham mit Opfern häuslicher Geballt gearbeitet, wissen sie, und es gehört zu den Merkmalen der Täter, unvollsamen Opfern vorzuwerfen, sie stünden unter der Kontrolle anderer, ihr Kindermädchen. Bevor ich mich versehe, ist sie drin und die stehe voller geschossenen Wohnungstür. Er hat sie reingezarrt und mir die Tür vor der Nase zugeknallt. Ich konnte hören, wie sie sich angeschrien haben. Margot hat ihm so gut sie konnte Paroli geboten. Gott segne sie, aber dann, und das wollte ich eigentlich erzählen, sagte Una, und ich will es richtig wieder geben. Ich hab es auch Detective Inspektor Terbitt erzählt, aber der hat mir nicht zugehört und dann habe ich seinem Nachfolger erzählt. Wie hieß er gleich wieder? Lawson. Lawson, Una nickte, ich hab es beiden erzählt. Ich konnte nicht die Tür hören, wie Margo und Paul sich angeschrien haben. Margo hat die Bilder und die Negative verlangt. Eine andere Zeit, wissen sie. Die Negative brauchte man, um zu verhindern, dass weitere Abzüge gemacht würden. Aber er hat sich geweigert. Er hat gesagt, er besitze die Urheberrechte daran, der Dreckskerl. Und dann, und das ist der wichtige Teil, habe ich Margo sagen hören, Zähl ihnen dort von deinem Kissentraum. Kissentraum? wiederhote Robin. Mehr hat sie nicht gesagt, und er hat sie geschlagen. Der Schlag war so heftig, dass ich ihn durch die Tür hören konnte. Sie fing an zu kreischen. Ich habe an die Tür gehämmert und getreten und ihm gedroht sofort, die Polizei zu rufen. Das hat ihm einen Schreck eingejagt. Er hat die Wange raus. Das Gesicht war ganz rot und man konnte den Abdruck der Finger sehen. Ich habe mich vor sie gestellt und zu Sedge wohl gesagt, komm bloß nicht noch mal in ihre Nähe. Du hast gehört, was sie gesagt hat. Sollten diese Fotos irgendwo auftauchen, gibt's Ärger. Und ich schwöre ihnen, in seinem Blick hat Mordlust gelegen. Er hat sich vor mir aufgebaut, aber ich hatte Angst, das gebe ich zu. Dann fragt er Margo, hast du's ihr erzählt? Und Margo sagt, sie weiß nichts, noch nicht. Und er sagt, du weißt, was passiert, wenn ich erfahre, dass du geredet hast. Und er hat eine obszöne Pose gemacht, könnte man sagen, wohl nach einem der Fotos, die er geschossen hatte. Dann ist er in seine Wohnung zurück fragte Robin. Das wollte sie nicht. Man könnte annehmen, sie hätte Angst gehabt, aber wissen sie, ich glaube, das liebt an uns Frauen, saft Stoona. Wir werden so sozialisiert, aber vielleicht hat auch Mutter Natur etwas damit zu tun. Wie viele Kinder würden ihren ersten Geburtstag nicht erleben, wenn ihre Mamis ihnen nicht verzeihen könnten? Selbst an jenen Tag mit seinem Handabdruck im Gesicht wollte sie es nicht erzählen, weil ein Teil von ihr ihnen nicht schaden wollte. Genau das habe ich bei Opfern häuslicher Gewalt andauernd erlebt. Die Frauen nehmen ihre Männer weiter in Schutz, machen sich weiter Sorgen um sie. Manche Frauen tun sich schwer damit, einen Menschen nicht nett zu lieben. Hat sie Satchwell danach wieder gesehen? Wolle Gott, ich könnte es verneinen, sagte Una und dass sie in Teilzeit weiter arbeiten durfte, sodass sie auch weiter viel zusammen waren. Eines Tages hatte ihre Mami im Club angerufen, weil ihr Daddy krank geworden war, aber Margot war nicht zur Arbeit erschienen. Ich hatte schreckliche Angst. Wo war sie? Was war ihr zugestoßen? Warum war sie nicht da? An diesen Augenblick habe ich noch oft gedacht, wissen Sie, denn als es dann wirklich passierte, war ich mir sicher, sie würde wie damals einfach wieder auftauchen. Als Margot gesehen hat, wie sehr ich mich über ihr abtauchen aufgeregt habe, hat sie mir die Wahrheit gesagt, sie war wieder mit Satchwell zusammen gewesen. Sie brachte all die bekannten Ausreden, er habe geschworen, sie nie wieder zu schlagen, er habe sich ihretwegen die Augen ausgeheult, es sei der schlimmste Fehler seines Lebens gewesen und überhaupt habe sie ihn provoziert. Ich hätte ihr gesagt, wenn du ihn nach allem, was er dir angetan hat, immer noch nicht durchschaust, jedenfalls haben sie sich irgendwann wieder getrennt und zu Überraschung, er hatte sie nicht nur verprügelt, sondern einen ganzen Tag in seiner Wohnung eingesperrt, sodass sie nicht zur Arbeit konnte. Es war die erste Schicht, maßendlich soweit, sagte Una Kennedy. Sie erklärte mir, dass sie ihre Lektion gelernt habe, dass ich immer recht gehabt hätte, sie würde nie mehr zu ihm zurück gehen. Das war's, finito. Hat sie die Fotos zurückbekommen? fragte Robin. Das habe ich als erstes gefragt, als sie seien wieder zusammen. Sie hat mir erzählt, er habe sie angeblich vernichtet und das hat sie auch diesen Kissen kaum gedroht hat. Der Mann hatte Angst, er hätte niemals etwas vernichtet, mit dem er sie notfalls hätte erpressen können. Dürfte ich noch ein Cappuccino bestellen? fragte Una. Mein Hals ist vom vielen Reden ganz trocken. Natürlich, sagte Strike, winkte den Oberharrern und bestellte eine weitere Runde Kaffee. Una zeigte auf Robins Einkaufstasche von Fortnam. Sie haben sich Glückwunsch, Strike war überrascht, dass ihm Robin das noch nicht erzählt hatte. Oh, wie schön, sagte Una, mein fünftes Enkelkind ist gerade einen Monat alt. Bis der neue Kaffee kam, füllten sie die Pause, in dem Una Robin Fotos von ihren Enkeln und Robin ihr die zwei Fotos von einer Bummerie zeigte, die sie am Morgen bekommen hatte. Ist sie nicht zauberhaft, flüsterte Una, als sie das Foto auf Robins Handy durch ihre knallrote Lesebolle betrachtete. Die Frage galt aus Strike, der nur halbherzig zustimmte, wann er lediglich ein zornig wirtendes, haarloses Affenbaby erkennen konnte. Als der Kaffee serviert und der Ober wieder gegangen war, sagte Robin, weil ich Karden, wissen sie zufällig, ob Margo Verwandte oder Freund in Lemmington Spar hatte. Lemmington Spar? Una runzelte die Stirn. Lassen Sie mich nachdenken, ähm, eins der Mädels im Club war aus, nein, das Herr Kingsland, ähm, die Namen sind irgendwie ähnlich, finden sie nicht, sonst wüsste ich niemanden, nein, wieso? Eine Woche nach ihrem Verschwinden will jemand sie dort gesehen haben. Oh, sie soll an zig Orten gesehen worden sein, aber keine der Meldungen hat sich je bestätigt und keine davon war plausibel, aber Lemmington Spar wäre mir neu. Sie nahm einen Schluck Cappuccino. Waren sie noch oft mit ihr zusammen, nachdem Margo ihr Medizinstudium aufgenommen hatte? Ja, sie hatte in Teilzeit weiter im Club gearbeitet, bewundernswert, wie sie das alles geschafft hat, Studium, Arbeit, die Familie zu versorgen, sie lief auf Nerven und Schokolade und war immer noch Gärtenschlank. Zu Beginn des zweiten Studienjahres hat sie dann Roy kennengelernt. Ona kenne die Seufstern. Selbst die Klügsten können unglaublich dumm sein, wenn es um ihr Liebesleben geht. Manchmal denke ich sogar, je klüger mit Büchern, desto dimmer in Sachen Sex. Margo hat geglaubt, ihre Lektion gelernt zu haben, erwachsen geworden zu sein. Sie hat nicht gesehen, dass es die klassische Trostbeziehung war. Auch wenn er äußerlich keine Ähnlichkeit mit Sedgewell hatte, war es im Prinzip ein und dasselbe. Roy hatte die Art Hintergrund auf die Margo ansprann. Bücher, Reisen, Kultur, wissen sie? Andererseits war sie sich ihrer eigenen Bildungslücken durchaus bewusst und unsicher, weil sie nicht wusste, welche Gabel sie nehmen sollte und wie man sich richtig ausdrückte, Toilette statt Klo, ach dieses ganzes nobistische Zeug. Aber Roy war ebenfalls schwer verliebt, es war also keine Einbahnstraße. Eine Frau wie sie hatte er bis dahin nie kennengelernt. Sie hat ihn schockiert, aber auch fasziniert, der Playboy Club und ihre Arbeitsmoral, ihre feministischen Ideen, wie sie ihre Eltern unterstützte. Sie hatten oft Streit, intellektuelle Auseinandersetzungen, wissen Sie? Trotzdem hatte der Mann etwas Blutleeres an sich. Er war nicht staubtrucken, aber plötzlich musste Una lachen. Blutleer? Sie wissen, dass er eine Blutkrankheit hat? Ja, sagt Robin, das von Sohn zu Syndrom. Richtig, sagte Una. Er war sein Läden lang von seiner Mutter, die ein Hauer war, in Warte gepackt und verhätschelt worden. Ich bin ihr ein paar Mal begegnet. Die Frau hat mich wie Dreck behandelt. Und Joy? Stille Wasser sind tief, könnte man in seinem Fall sagen. Gefühle hat er kaum gezeigt. Ihre gegenseitige Anziehungskraft hat nicht auf Sex, sondern tatsächlich auf dem intellektuellen Austausch beruht. Nicht, dass er nicht gut ausgesehen hätte, er war attraktiv, aber auf irgendwie schlaffe Weise. Ein größerer Unterschied zu Setschwer war kaum denkbar. Ein hübscher Kerl, ganz Augen und Lannemäne, aber er war auch manipulativ. Hier eine kleine Missbilligung, dort ein kalter Blick. Er hat Magus anderer Art geliebt, gleichzeitig war sie ihm unheimlich. Er wollte eine Frau, die radikal anders war als seine Mutter. Trotzdem sollte Mami mit ihr einverstanden sein. Deshalb waren von Anfang an Verwerfungen da. Und der konnte schmollen, sagte Una. Ach, ich hasse Leute, die das machen. Meine Mutter war genauso. 30 Jahre lang hat sie nicht mit mir geredet, weil ich nach London gegangen war. Zuletzt hat sie eingelenkt, um ihre Enkel sehen zu können, aber dann hatte meine Schwester an Weihnachten einen Schwitz und hat ihr gesteckt, dass ich aus der Kirche ausgetreten und zu den Anglikanern übergelaufen war. Damit verheiratet waren, hat Roy oft tagelang nicht mit Margot geredet. Einmal hatte sie eine Woche lang angeschwiegen, bis sie die Geduld verloren und gesagt hat, ich gehe. Das hat ihn zur Vernunft gebracht. Ich habe sie gefragt, was hatte er denn? Und es war der Club. Er hat es gehasst, dass sie dort gearbeitet hat. Ich habe sie gefragt, hat er vielleicht angeboten, für deine Eltern zu sorgen, wenn du nur noch studierst? Und sie meinte, oh, er mag es einfach nicht, dass andere Männer mich angaffen. Mädchen mögen das dieses Besitzdenken. Sie sehen darin den Beweis dafür, dass er nur sie will, aber in Wahrheit ist es andersherum. Er will sie nur für sich. Er darf ruhig andere Frauen ansehen und aus seinen Kreisen haben sich einige für Roy interessiert. Er war wie gesagt ein hübscher Kerl aus einer reichen Familie. Sehen Sie sich seine Cousine Cynthia an, die in den Kulissen gewartet hat. Kannten Sie Cynthia? fragte Robin. Bin ihr ein zweimal begegnet, unscheidbares Persönchen. Sie hat keine zwei Sätze mit mir gesprochen, sagte Una, aber sie hat es verstanden, dafür zu sorgen, dass Roy sich gut fühlte, hat immer über seine Witze gelacht, egal wie schwach sie waren. Margot und Roy müssen gleich nach dem Studium geheiratet haben. Ja, das stimmt, ich war sogar Bautium fahren, da hat sie schon als Ärztin gearbeitet. Roy war der Überflieger, er hatte an einer der großen Unikliniken angefangen, an welcher weiß ich nicht näher. Roy Eltern hatten dieses schöne große Haus mit riesigen Rasenflächen und allen. Nach dem Tod seines Vaters, kurz vor Annas Geburt, hat die Mutter es Roy überschrieben. Margos Name stand nicht in der Schenkungsurkunde, hat sie mir damals erzählt, und dass Roy mit seiner Familie unbedingt in dem Haus leben wollte, in dem er aufgewachsen war. Es war wirklich schön, draußen bei Hampton Court. Also ist die Schwiegermutter ausgezogen und Margo und Roy sind eingezogen. Nur hat die Schwiegermutter sich leider berechtigt gefühlt, jederzeit reinzuschneien, weil sie ihnen das Haus immerhin geschenkt und das Gefühl hatte, es würde immer noch ihr als Margo gehören. Und sie haben Margo weiter oft getroffen? fragte Robin. Na klar, spätestens alle paar Wochen. Die waren wirklich beste Freundinnen, auch nachdem sie Roy geheiratet hatte. Die beiden hatten natürlich auch ihre gutbürgerlichen Freunde, aber ich glaube, sagte Una mit gepresster Stimme, sie wusste, dass ich ihr immer zur Seite stehen würde, wissen sie? Margo hat sich in Kreisen bewegt, in denen sie sich einsam fühlte. Zu Hause oder im Beruf? hackte Robin nach. Zu Hause war sie wie ein Fisch auf den trockenen, erklärte Una. Voice Haus, Voice Familie, Voice Freunde, Voice alles. Sie ihr Daddy im Rollstuhl saß, wäre es schwierig gewesen, mit ihm zu dem großen Haus rauszufahren. Ich glaube, dass die Bambos Roy und seine Mutter als einschüchternd empfunden haben. Es ist Margo lieber nach Stampney gefahren, um sie zu besuchen. Sie hat die beiden weiter finanziell unterstützt, hat sich bei ihren vielen Verpflichtungen manchmal ganz schön aufgerieben. Und wie war es bei der Arbeit? Da ging es bergauf, sagte Una Kennedy. Damals gab es noch nicht viele Ärztinnen und sie war jung, stammte aus einer Arbeiterfamilie. Aber in der Praxis an der St. John's Lane hat sie sich einsam gefühlt. Das war kein glücklicher Ort, sagte Una, wie zuvor schon Dr. Gupta. In ihrer typischen Art hat Margo versucht, es dort besser zu machen. Das war Margos Leitsatz. Die Dinge alle zu einem Team zusammen zu schweißen. Wer hat sie gemorbt? Dieser Alte, antwortete Una, die führt sein Name gerade nicht ein. Außer ihr haben dort noch zwei Ärzte gearbeitet, stimmt's? Dieser Alte und ein Inder. Sie meinte, der Inder sei schon in Ordnung, obwohl auch der sie manchmal seine Missbedingung spüren ließ. Sie hat mal Streit wegen der Pillen, hat sie mir erzählt. Ärzte durften sie da schon an ledige Frauen verschreiten, bei ihrer Einführung war sie nur für Verheiratete vorgesehen gewesen. Der Inder wollte sie unverheirateten Patientinnen trotzdem nicht verschreiben. Kurz vor Magos Verschwinden eröffneten die ersten Beratungsstellen für Familienplanung. Wir haben damals viel darüber gesprochen. Gott sei Dank hat Margo gesagt, weil sie sich sicher war, dass die Frauen, die zu ihnen kamen, die Pille von den Kollegen nicht bekommen hätten. Aber es waren nicht nur die beiden. Sie hatte auch Probleme mit dem übrigen Personal. Ich glaube, die Arzthelferin mochte sie nicht. Janice, hackte Robin nach. Hieß sie Janice? Una runzelte die Stirn. Oder Irene. Sie war jedenfalls blant, sagte Una. Ich erinnere mich noch an eine Weihnachtsfeier. die Feier organisiert und Angst, es könnte ein Reinfall werden. Robin musste arbeiten, konnte also nicht dabei sein. Das war nur wenige Monate nach Annas Geburt. Margot war noch in Elternzeit und ihre Kollegen hatten eine Vertretung für sie eingestellt, einen Mann. Sie befürchtete, die Praxis könnte ohne sie besser laufen. Ihr Hormonhaushalt war immer noch durcheinander. Sie war erschöpft und machte sich wegen ihrer Rückkehr in die Praxis gedanken. Anna muss damals zwei, drei Monate alt gewesen sein. Margot hatte sie bei der Feier dabei, weil sie noch stillte. Sie hatte das Ganze organisiert, weil sie eine Art Neustart mit ein wollte, bevor sie die Arbeit wieder aufnehmen würde. Was war mit Irene? fragte Robin, die Strike schreibbereit dasitzen sah. Na ja, sie hat sich betrunken, sofern es die Blondine war. Sie hatte irgendeine Typen zur Feier mitgebracht und gegen Ende hat sie Margot vorgeworfen, sie hätte mit ihrem Begleiter geflirtet. Kam sie in ihrem Leben schon mal was lächerlicheres gehört? Margot hatte ihren Säugling im Arm und diese Frau fällt regelrecht über sie her. War das nicht die Arztheffe? Das ist alles so lang her. Nein, Oh, die hat Margot gelebt, sagte Ona. Sie hat immer erzählt, das Mädchen sei clever, aber in einer schwierigen Lage. Einzelheiten hat sie nie verraten. Ich nehme an, die Kleine hatte sie um ärztlichen hart gefragt und Margot hätte mit mir nie über eine Patientin gesprochen. Vertraulichkeit war ihr sehr wichtig. Kein Beichtvater wäre mit den Geheimnissen anderer Leute respektvoller umgegangen. Ich würde Sie gern etwas Dinikates fragen, begann Worben zögernd. Im Jahr 1985 sollte ein Buch über Margot erscheinen und sie Ich habe mich mit Void zusammengetan, um das Erscheinen zu verhindern, sagte Ona sofort. Allerdings, es war von A bis Z erlogen. Sie wissen offenbar, was dieser K geschrieben hat, über die Ähm, auch wenn Ona nicht katholisch war, schreckte sie vor dem Lüge, weder Margot noch ich hatte je eine Abtreibung. Hätte sie über eine nachgedacht, hätte sie mit mir darüber gesprochen, die waren beste Freundinnen. Jemand hatte den Termin unter ihrem Namen vereinbart. Keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte, in der Klinik hat niemand ihr Foto erkannt. Margot war also nie dort. Das Beste in ihrem Leben war Anna und sie hätte ein weiteres Kind niemals abtreiben lassen, niemals. Sie war beileibe nicht gläubig, aber das hätte sie für eine Sünde gehalten. Sie war nicht gläubig, hakte Robin nach. Atti ist denn durch und durch, sagte Una, hat das alles für Aberglauben gehalten. Ihr Mami war sehr fromm und dagegen hat Margot rebelliert. Die Kirche erhält Frauen klein, das war ihre Meinung und mich hat sie mal gefragt, wenn es einen Gott gibt, warum müsste mein Daddy, der ein guter Mann ist, von dieser Leiter fallen? Wieso muss meine Familie in Armut leben? Tja, aber von Heuchelei und Religion konnte Margot mir nichts erzählen, was sie nicht längst gewusst hätte. Inzwischen war ich meine eigene Mami hat sich für den Stellvertreter Gottes auf Erden gehalten, eindeutig, und einige der Nonnen an meiner Schule waren die reinsten Scheusale, Schwester Maria Teresa, sehen sie das? Ona schob ihren Pony hoch, unter dem eine Narbe von der Größe eines Fünf Penny Stücks zum Vorschein kam. Sie hat mit einem Geodreieck aus Metall zugeschlagen, überall Blut, wirst es verdient haben, hat meine Mami nur gesagt, und jetzt erzähle ich Ihnen, wer mich an Schwester Maria Teresa erinnert hat. War das die Arzthelferin, die ältere Frau in Magos Praxis? Vielleicht er Dolphy? Die Frau, an die ich denke, war verwitwet. Ja, das war Dolphy, die Sekretärin. Ihr genaues Ebenbild, vor allem die Augen, sagte Ona. Sie hat mich auf der Feier sofort in Beschlag genommen. Sie fühlen sich zur Kirche hingezogen, solche Frauen. In fast jeder Gemeinde gibt's ein Paar davon. Nach außen in Form innerlich das reinste Gift. Sie wissen schon, da wird gesäuselt, Vater, vergib mir, denn ich habe gesündigt, aber die Dolphys dieser Welt glauben nicht, dass sie wirklich sündigen können. Aber eins hat mich das Leben gelehrt, wo keine Fähigkeit zur Freude ist, da ist auch keine Fähigkeit zur Goethe, sagte Una Kennedy. Sie konnte Margo nicht leiden, diese Dorre Fee. Als ich erwähnt habe, dass ich Margos beste Freundin sei, hat sie angefangen, mir neugierige Fragen zu stellen, wie wir uns kennengelernt hätten, welche Freunde sie gehabt und wie sie Roy kennengelernt habe, Sachen, die sie überhaupt nichts angingen. Gott dieser Frau hat am Nachbartisch gesessen. Als ich Margo später von dem Gespräch erzählt habe, hat sie mir zugestimmt. Dolphy war eine Schlange. Dolphys Sohn hat das Buch über Margo geschrieben. Was? Ihr Sohn? Jatzte Una. Wirklich? Tja, na, da haben sie's. Zwei echte Prachtexemplare, die beiden. Wann haben sie Margo zuletzt gesehen? fragte Robin. Exakt zwei Wochen vor dem Abend, an dem sie verschwand? Auch da waren wir im Free Kings verabredet. Ich hatte an dem Abend im Club frei. Ein paar andere Pubs wären näher an der Praxis gewesen, aber sie wollte den Kollegen nach Feierabend nicht mehr begegnen. Wissen Sie noch, worüber Sie zufällig auf der Straße begegnet. Sie meinte, ihr habe anders gewirkt als Fuya und das hat mir ehrlich gesagt Sorgen gemacht. Sie hatte kein Talent für eine Affäre, allerdings war sie unglücklich. An dem Abend hat sie mir die ganze Geschichte erzählt, er habe sie um ein Wiedersehen gebeten und sie habe Nein gesagt. Ich habe ihr geglaubt, weil sie so verdammt elend ausgesehen hat, als sie es erzählt hat. Sie wirkte zutiefst niedergeschlagen, unglücklich, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Sie hat erzählt, Roy wehte seit zehn Tagen nicht mehr mit ihr, seit sie Satchel begegnet sei. Sie hatten sich gestritten, weil seine Mutter nach wie vor in ihrem Haus ein und aus ging, als gehörte es immer noch ihr. Margrit wollte neue Möbel, neue Vorhänge, aber Roy meinte, es würde seiner Mutter das Herz brechen, wenn sie die entsorgten, die sein Vater geliebt hatte. So war Margrit eine Fremde im eigenen Haus, durfte nicht mal neue Vorhäng erkaufen. Dann hat sie erwähnt, ihr sei schon den ganzen Tag eine Zeile aus Cold and Spark durch den Kopf gegangen. Johnny Mitchells Album Cold and Spark erklärte sie, als Robin sie verständnislos ansah. Johnny Mitchells war Margos Venigion, das Album hatte sie umgehauen und dann diese Zeile aus The Same Situation Called in my struggle for higher achievements and my search for love that don't seem to cease. Ich kann mir den Song bis heute nicht anhören, das wäre zu schmerzhaft. Jedenfalls sei sie nach dem Treffen Paul gerade wie heimgefahren hat sie gesagt und habe Roy bruhwarm davon erzählt. Ich glaube, dass sie vielleicht sogar einschränktes Gewissen hatte, aber vor allem wollte sie ihn wach rütteln. Sie war erschöpft und detrimiert. Sie wollte ihm nur zu verstehen geben, dass jemand sie einst begehrt hatte. Das ist doch nur menschlich. Wach auf, hat sie gesagt. Du kannst mich nicht einfach ignorieren und immer nur deinen Kopf durchsetzen. So kann ich nicht leben. Also in seiner typischen Art ist Roy natürlich nicht aufgebraust oder hat angefangen mit Sachen zu werfen. Ich glaube, das hätte sie leichter verkraftet. Er war wütend, klar, aber das hat er gezeigt, indem er noch abweisender, noch schweigsamer wurde. Meines Wissens hatte er bis zu dem Tag, an dem sie verschwand, kein Wort mehr mit ihr gewechselt. Das hat los, dass ich insgeheim damit gerechnet habe, dass sie ihn verlässt. Als wir uns zuvor, zuletzt im Pub getroffen hatten, hatte ich ihr erklärt, Satchwell ist nicht die Antwort auf alles, was zwischen Roy und dir nicht stimmt. Und wir haben auch über Anna geredet. Margo hätte lieben gern eine ein-, zweijährige Auszeit genommen, um sich auf Anna zu konzentrieren. Genau das wollten übrigens auch Roy und seine Mutter, dass sie bei Anna blieb und den Job an den Nagel hängte. Aber das hätte sie nicht gekonnt. Sie hat nach wie vor ihre Eltern unterstützt. Ihr Mami war mittlerweile ebenfalls krank und Margo wollte nicht, dass die Arme weiter putzen ging. Solange sie arbeitete, konnte Roy ihr nicht reinreden, wenn sie ihre Eltern unterstützte. Und seine Mutter hätte nie zugelassen, dass sie empfindsames, zartes Söhnchen für zwei kettenrauchende Eastender mitarbeitete. Können Sie sich an sonstige Themen erinnern? Wir haben über den Playboy Club gesprochen, weil ich kündigen wollte. Ich hatte meine Wohnung und habe ernstlich über ein Studium nachgedacht. Margo war sehr dafür. Wegen ihrer Einstellung zur Religion habe ich ihr allerdings nicht erzählt, dass ich an ein Theologie Studium dachte. Wir haben auch ein bisschen über Politik diskutiert. Wir hofften beide, dass Wilson die Wahl gewinnen würde. Und ich habe ihr erzählt, wie sehr es mir zusetzte, dass ich immer noch nicht den Mann fürs Leben gefunden hatte. Ich war immerhin schon über 30, damals fast übers heiratsfähige Alter hinaus. Als wir uns voneinander verabschiedet haben, habe ich noch gesagt, vergiss nicht, dass bei mir immer ein Zimmer frei ist, mit Platz für ein Kinderbett. Wieder traten Tränen in Unas Augen und liefen ihr über die Wangen. Sie griff nach Serviette und tupfte sich das Gesicht. Entschuldigung, 40 Jahre ist das jetzt her, aber mir kommt es vor, als wie es gestern gewesen. Sie verschwinden nicht einfach, die Toten. Es wäre leichter, wenn sie es täten. Ich kann sie so deutlich vor mir sehen. Kämme sie jetzt diese Treppe herauf, wäre ein Teil von dir nicht überrascht. Sie war eine so lebhafte Person, dass sie einfach verschwunden ist. Dass da jetzt diese Leerstelle ist, Robin schwieg, bis ohne sich die Tränen getrocknet hatte. Dann fragte sie, können sie sich noch erinnern, wie sie das Treffen am Elften vereinbart haben? Sie hatte mich angehufen, wollte sich am selben Ort zur selben Zeit mit mir treffen. Ich habe natürlich Ja gesagt, allerdings hat ihre Stimme so komisch geklungen, dass ich gefragt habe, alles in Ordnung mit dir? Sie hat gesagt, ich muss dich wegen einer Sache um Rat fragen. Ich sollte wirklich nicht darüber reden, aber du bist die Einzige, der ich vertrauen ihm wissen. Nein, antwortete Strack, natürlich nicht, erstmals wirkte Una aufgebracht, und ich kann nicht behaupten, dass mich das überrascht. Warum nicht, fragte Robin. Talbot hat in einer Fantasiewelt gelebt, sagte Una, das habe ich bei der Befragung bin fünf Minuten gemerkt. Ich habe Roy angerufen und gesagt, dieser Mann taugt nichts, beschwer dich, verlanne einen anderen Ermittler, er hat nichts unternommen, oder vielleicht doch, aber ohne Erfolg, und Lawson hat mich für ein albernes kleines Bunny Girl gehalten, sagte Una, hat vermutlich gedacht, dass ich ihn anschwinde, um mich interessant zu machen, weil meine beste Freundin verschwunden war. Für mich war Margot Bambrough eher eine Schwester als eine Freundin, sagte sie nachdrücklich, und der einzige Mensch, mit dem ich je wirklich über sie gesprochen Tauzeugin sein sollen. Haben sie eine Ahnung, in welcher Sache sie ihren Rat brauchte? fragte Robin. Nein, antwortete Una, ich habe seither oft überlegt, ob es vielleicht etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hatte, vielleicht irgendwas mit Roy, aber wieso hätte sie dann sagen sollen, sie dürfe nicht darüber reden? Wir hatten schon über Roy gesprochen, bei unserem letzten Treffen hatte ich hier unmissverständlich erklärt, wenn sie ihn verlassen wolle, könne sie bei mir wohnen, und einer natürlich auch. Dann habe ich gedacht, vielleicht war es etwas, was eine Patientin ihr erzählt hatte, weil sie, wie gesagt, sehr auf Vertraulichkeit geachtet hat. Auf jeden Fall bin ich am elften bei Regen den Hügel hoch zu diesem Pack. Ich war früh dran, deshalb wollte ich noch einen Blick in die große Kirche auf der anderen Straßenseite Augenblick, sagte Streik scharf. Was für einen Mantel haben sie getragen? Seine Frage schien Una nicht zu überraschen, im Gegenteil, sie lächelte. Sie denken an den alten Totengräber oder was immer er war. Wer geglaubt hat, ihr habe Margo dort reingehen sehen? Ich habe ihnen gesagt, dass ich das war. Ich hatte einen Regenmantel Treffen in der Kirche gewesen sein könnte, habe ich ihnen gesagt, nein, sie hat Kirchen gehasst, ich war dort, das war ich. Und warum? fragte Streik. Warum sind sie reingegangen? Ich habe einen Ruf bekommen, antwortete Una schlicht. Robin musste sich ein Nächern verkneifen, weil die Antwort Streik fast verlegen machte. Gott hat mich zurückgerufen, führte Una aus. Ich war oft an andikanischen Kirchen, weil ich mich fragte, ist das wohl die Antwort? An den Katholiken konnte ich so vieles nicht ertragen, aber ich spürte trotzdem, dass es mich zu Gott hin zog. Wie lange waren sie ihrer Erinnerung nach in der Kirche, erkundigte sich Wobben, um Strike Zeit zu verschaffen, sich von seiner Verlegenheit zu erholen. Etwa fünf Minuten. Ich habe ein kurzes Gebet gesprochen, gegangen. Dort habe ich dann fast eine volle Stunde gewartet, bevor ich Woi angerufen habe. Anfangs dachte ich, sie könnte in der Praxis aufgehalten worden sein. Dann fragte ich mich, ob sie unsere Verabredung vergessen hatte. Aber als ich bei ihr zu Hause angerufen habe, hat Woi gesagt, sie sei nicht da. Er hat mich ziemlich abgefertigt. Keine Ahnung, was da noch zwischen ihnen Also bin ich nach Hause geeilt, aber dort war sie auch nicht. Gegen neun Uhr hat Woi angerufen und wollte wissen, ob sie sich bei mir gemeldet hatte. Erst da habe ich angefangen, ihr wirklich Sorgen zu machen. Und er beschloss, die Polizei zu verständigen. Alles weitere wissen sie, sagte Ona ruhig. Es war, es war wie ein Albtraum. Man setzt all seine Hoffnungen gefahren und irgendwo bewusstlos eingeliefert, abgetaucht, um ungestört nachdenken zu können. Aber irgendwie habe ich es gleich gewusst, sie hätte ihre Tochter niemals zurückgelassen und sie wäre nie weggegangen, ohne mir Bescheid zu geben. Ich wusste, dass sie tot war. Ich habe natürlich mitbekommen, dass die Polizei auf den Essex-Butcher getippt hat, aber ich... Aber sie, packte Robin Ich habe mir meine eigenen Gedanken gemacht. Paul Setschwell tritt kaum drei Wochen zuvor erneut in ihr Leben und sie verschwindet für immer. Ich weiß, dass er eine Art Alibi hatte, dass all seine Künstlerkollegen hinter ihm gestanden haben. Ich habe Talbert und Lonson aufgefordert, ihn nach seinem Kissentraum zu fragen und herauszufinden, was das genau war, dieser Kissentraum von dem Margo um kein Streit zu. Hat einer von ihnen Setschwell je nach dem Kissentraum gefragt? Nein, antwortete Streit langsam, ich glaube nicht. All dies waren müßge Träume, Schlammerwein, des Geistes Bilder, Visionen und Orakeln, unbewiesene Meinung und Fantasterwein und hübsch gefälliges wie Lügen Märchen Fabeln. Edmund Spencer, die Feenkönigin. Drei Abende später saß Streit vor einem unscheinbaren Reihenhaus in Stoke Newington in seinem BMW. Die Ermittlungen gegen Wiesel erwiesen sich inzwischen im fünften Monat als ergebnislos. Die unruhigen Aufsichtsratsmitglieder, die den Verdacht hatten, ihr Geschäftsführer werde vom ehrgeizigen Wiesel erpresst, grummelten mittlerweile missbedingend und überlegten offenbar, ob sie einen anderen Detektiv beauftragen sollten. Selbst nachdem Hudson sich im Weifeklapp mit Wiesel angefreundet und ihn mit Gin abgefüllt hatte, hatte der mit keiner Silbe verraten, was er gegen seinen Boss in der Hand hatte. Schlussendlich hatte Strike beschlossen, W.B. selbst zu überwachen. Immerhin war denkbar, dass der Geschäftsführer, ein rundlicher Mann in Nadelstreifen und mit einer Art Mönchstonsor einen Hinweis auf das erpressbare Verhalten lieferte, das Wiese aufgedeckt und das ihm eine Beförderung eingebracht hatte, die weder sein Lebenslauf noch seine Persönlichkeit rechtfertigte. Strike war sich sicher, dass es sich nicht um einen einfachen Fall ehelicher Untreu handelte. Wie B.s jetzige Frau erstrahlte im makellosen Plastikglanz einer frisch aus dem Zellophan ausgepackten Puppe und Strike vermutete, dass mehr als nur eine Affäre ihres Mannes nötig wäre, um sie dazu zu bringen, ihm ihre schwarze American Express Karte vor die Füße zu werfen, zumal sie seit Fändung garantiert hätten. In fast Einfenstern und umblinkte Weihnachtstekoration. An der Dachrinne des Hauses neben ihm hingen gleißend helle blau-weiße Eiszapfen, die sich in die Netzhaut einbrannten, wenn man sie zu lange ansah. Kenzer an Haustüren und mit Kunstschnee und Glitzerspray in orange, rot und grün besprühte Fensterscheiben spiegelten sich in den schmutzigen Pfützen und erinnerten Streik an die Weihnachtseinkäufe, die er schleunigst erledigen musste, wenn er Geschenke mit nach Cornwall nehmen wollte. Joan war an diesem Morgen aus dem Krankenhaus entlassen worden, frisch eingestellt und fest entschlossen, die Vorbereitungen für ein Weihnachtsfest mit der ganzen Familie selbst in die Hand zu nehmen. Streik wolle nicht nur für Ted und sie Geschenke kaufen müssen, sondern auch für Schwester, Schwager und Neffen. Angesichts der gegenwärtig guten Auftragslage der Detektei war dies eine lästige Zusatzaufgabe und ihm fiel auch wieder ein, dass er etwas für Robin kaufen musste, etwas Besseres als Blumen. Streik, der Shopping im Allgemein und Geschenkkäufe im Besonderen verabscheute, griff nach seine Zigaretten und nicht weiter darüber nachdenken zu müssen. Sobald die Zigarette brannte, zog er das Exemplar von der Fall Margot Bambrough heraus, das er Robin verdankte, aber noch nicht gelesen hatte. Kleine farbige Haftstreifen markierten Stellen, von denen Robin glaubte, sie könnten für ihre Ermittlungen wichtig sein. Nach einem Waschenblick zu der immer noch geschlossenen Haustür schlug Streik das Buch auf, las ein paar Seiten quer und sah zwischendurch regelmäßig auf, um sicherzustellen, dass WB noch nicht herausgekommen war. Kapitel 1, das er überflog, obwohl Robin da nichts angemerkt hatte, schilderte pflichtig Margos Kindheit und Jugend. Weil Ogden niemanden hatte finden können, der sich besonders gut erinnerte, hatte er auf Gemeinplätze, Vermutungen und zig Fülse zurückgreifen müssen. Margot Bambrough durfte davon geträumt haben, die Armut hinter sich zu lassen, sei in der fieberhaften Fun gewesen und wird erkannt haben, welche Möglichkeiten für folgenlosen Sex die Antibabypille bohrt. Aufgeblasen wurde der Umfang durch Trivia, dass Mary Quant den Mini-Rock Populär gemacht habe, London das Zentrum einer lebhaften Musikszene gewesen sei und die Beatles ungefähr zum Zeitpunkt von Margos 19. Geburtstag in den USA in der Ed Sullivan Show aufgetreten seien. Für Margo müssen die Möglichkeiten, die diese neue, egalitäre Ära der Arbeiterklasse eröffnete, aufregend gewesen seien, informierte C.B. Oakton seine Leser. Kapitel 2 behandelte Margos Zeit im Playboy-Club und hier verschwand die steife Bemühtheit, die das vorige Kapitel geprägt hatte. Oakton fand Margo als Playboy-Hieschen offenbar weit anregender als das Kind Margo und ließ sich ausführlich über das Gefühl von Freiheit und Befreiung aus, das sie empfunden haben musste, sobald sie ihr Bunny-Korsett schnürte, die Hasenohren aufsetzte und geschickt die BH-Körbchen auspolsterte, damit ihr Busen voll genug lürgte, um den Vorgaben ihres Arbeitgebers zu entsprechen. Obwohl Oakton den Text elf Jahre nach Margos Verschwinden verfasst hatte, war es ihm gelungen, einige ehemalige Bunny-Gods aufzuspüren, die sich noch an Margo erinnern konnten. Bunny Lisa, inzwischen verheiratet und Mutter zweier Kinder, bewichtete, sie habe viel mit ihr gelacht und sei nach deren Verschwinden am Boden zerstört gewesen. Bunny Rita, mittlerweile Inhaberin einer Werbeagentur, schilderte sie als echt clever, eindeutig auf dem Weg nach oben und Mut Master, für ihre arme Familie muss es schrecklich gewesen sein. Strike sah er nur zu dem Haus, in dem WB verschwunden war, noch immer nichts von ihm zu säen. Weil CB Oakton ihn langweilte, schlug er die erste Stelle auf, die Robin markiert hatte. Nach ihrem erfolgreichen Gastspiel im Playboy-Club fiel es der verspielten, koketten Mago schwer, eine Angestellte der Arztpraxis in der St. Lane weiß zu berichten, dass ihr Benehmen für ein Sprechzimmer nicht immer angemessen war. Sie hat nicht hinreichend Distanz gewahrt, das war ihr Problem, ihr fehlte der Hintergrund, den viele Akademiker haben. Eine Ärztin sollte über ihren Patienten stehen. Eine Patientin, die bei ihr Rat gesucht hat, empfahl sie das Buch Joy of Sex. Anschließend habe ich gehört, wie Leute im Wartezimmer darüber gesprochen und gekichert haben. Eine Ärztin darf doch niemandem empfehlen, solches Zeug zu lesen. Das wirft ein Schichtes Licht auf die gesamte Praxis. Ich habe mich für sie geschämt. Und dann dieser junge Kerl, der immer wieder zu ihr kam und Pralinen und alles Mögliche mitgebracht hat. Wenn sie Leute über Stellungen beim Sex aufgeklärt hat, liegt es wohl auf der Hand, dass die Männer auf falsche Ideen kamen. Es folgt mehrere Absätze, offenbar aus Pressemeldungen zusammengestellt, über den Selbstmord von Steve Douthwades verheirateter Geliebten, seine überstürzte Kündigung und den Umstand, dass Lawson ihn mehrmals befragt hatte. Oakden, der das Bestmögliche aus dem kümmerlichen Material machte, schaffte es anzudeuten, Douthwade sei bestenfalls unehrenhaft, schlimmstenfalls aber gefährlich gewesen, ein unsteter Herumtreiber und prinzipienloser Weiberheld, in dessen Umgebung Frauen die Angewohnheit hatten, zu sterben oder zu verschwinden, mit einem amüsierten Schnauben last weit weiter. Douthwade, der sich heute Stevie Jaxx nennt, arbeitet inzwischen in einem Butlins Ferienressort and Crapton on Sea. Und nachdem Strike sich erneut davon überzeugt hatte, dass WB noch nicht herausgekommen war, wo er tagsüber Aktivitäten für Gäste leitet und abends auf der Bühne steht. Seiner Longfellow Serenade kommt bei den Damen besonders gut an. Der schwarzhaarige Dorf Wade Jaxx ist doch immer ein gut aussehender Mann, der bei den weiblichen Gästen unübersehbar beliebt ist. Ich habe schon immer gern gesungen, erzählt er mir nach seinem Auftritt an der Bar. In meiner Jugend war ich in einer Band, meinen Pflegeeltern. Ich habe mir immer gedacht, es wäre toll, selbst ein Wetcoat zu werden. Viele große Entertainer haben ja angefangen, wissen sie. Als das Gespräch auf Margot Bambrough kommt, zeigt sich jedoch eine andere Seite des Kissen Kleinkünstlers. Die Zeitungen haben jede Menge Mist geschrieben. Ich habe ihr nie Pralinen oder so gekauft. Das haben die sich nur ausgedacht, um mich als Widerling hinzustellen. Ich hatte ein Magengeschwör und Kopfschmerzen. Damals hatte ich eine schlimme Zeit hinter mir. Auf die Bitte, seine Namensänderung zu erklären, verlässt Daufwet die Bar. Seine Kollegen im Ferienlager reagieren in Setz darüber, dass die Polizei Stevie in Zusammenhang mit dem Verschwinden der um einen Ärztin vernommen haben will. Davon hat er nie was erzählt, sagt Julie Wilkes, 22. Ich bin echt schockiert, das hätte er uns erzählen müssen. Er hat auch nie erwähnt, dass Jax nicht sein wichtiger Name ist. CB Oakden unterhielt seiner Leser des Weiteren mit einem kurzen Exkurs in die Geschichte der Butlins Ressource und beendete das Kapitel mit einem Absatz, in dem er spekulierte, welche Möglichkeiten sich einem Schürzenjäger dort geboten haben mochten. Streit zündete sich eine neue Zigarette an, dann schlug er Robbins zweite Markierung auf. Die kurze Passage befasste sich mit Jules Bayless, der mit Wilma erst Putzhilfe, dann Sozialarbeiterin verheiratet gewesen war. Als einzige neue Information stand dort, der verurteilte Vergewaltiger Bayless sei erst im Januar 1975, volle drei Monate nach Magus verschwinden, auf Bewährung entlassen worden. Trotzdem behauptete Oakden, Bayless aber garantiert irgendwie erfahren, dass Margot seiner Frau geraten hatte, ihn zu verlassen. Er durfte zornig darüber gewesen sein, dass die Ärztin versucht hatte, die Familie auseinander zu treiben und habe durchaus kriminelle Verbindungen gehabt. Die Polizei teilte Oakden seinen Lesern mit, habe die Bewegungen von Bayless Freunden und Verbanden am 11. Oktober sicher sorgfältig überprüft, was den Schluss naheliegt, einen enttäuschenden Schluss, dass keine verdächtigen Aktivitäten entdeckt wurden. Robins dritte Markierung betraf die Seiten, die von der mutmaßlichen Abtreibung im Bright Street Nursing Home handelten. Diesen Teil der Geschichte leitete Oakden mit einem lauten Tusch ein, es würden nie zuvor publizierte Tatsachen enthüllt. Was darauf folgte, interessierte Streit nur insofern, als es bewies, dass 18. September 1974 eine Abtreibung vorgenommen worden war, an einer Patientin, die sich als Margot Bambrough ausgegeben hatte. Oakden hatte die Kopie eines OP-Berichts abgedruckt, den er von einem anonymen Angestellten der Klinik erhalten hatte, die im Jahr 1978 geschlossen worden war. So hatte jene anonyme Person wie Streit Moodmaster nicht mehr um ihren Job fürchten müssen, als Oakden ihr Geld für gewisse Informationen geboten hatte. Sie hatte Oakden allerdings auch erzählt, die Patientin habe den später veröffentlichten Zeitungsfotos von Margot kein bisschen ähnlich gesehen. Als nächstes stellte Oakden eine Reihe rhetorischer Fragen, mit denen seine törichten Verleger und er und verleumt zu entgehen, ob es möglich sei, dass die Frau, die die Abtreibung hatte vornehmen lassen, Margos Namen mit deren Einbilligung benutzt hatte. Margot angeblich einen Monat nach der Abtreibung in die Klinik zurückgekehrt war, nur hatten es nicht ihre eigenen sein können, weil Margot bis kurz vor ihrem Verschwinden gesund und munter in der St. Jones Lane gearbeitet hatte. Sobald sie jedoch einer Freundin zugeschrieben wurden, erfüllten die nicht näher definierten Komplikationen einen doppelten Zweck. Sie lieferten Margot einen Grund, in die Klinik zurückzukehren, um Una zu besuchen, während Una Grund hatte, in Bezug auf ihr Treffen zu lügen. Insgesamt konnte Ogden von Glück sagen, dass er nicht verklagt worden war, von Streik, der annahm, dass Roy wurde zu Wobbens vierte Markierung, nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass die Tür des überwachten Hauses immer noch geschlossen war, las er die nächste markierte Textstelle. Ich habe sie so deutlich gesehen, wie ich jetzt sie sehen kann. Sie hat an dem Fenster gestanden und an die Scheibe gehämmert, als wollte sie Aufmerksamkeit erregen. Daran erinnere ich mich besonders, weil ich damals jenseits von Mitternacht gelesen hatte und an Frauen dachte und was sie durchmachen wissen sie und dann hab ich hoch gesehen und sie entdeckt. Wenn ich jetzt die Auge schließe, ist sie da. Ich sehe sie wie auf einem Foto vor mir und das setzt mir seit damals zu. Ehrlich. Das bildest du dir ein, haben die Leute seither zu mir gesagt oder du musst auch mal loslassen. Inhaber der kleinen Druckerei, die damals im Obergeschoss des Gebäudes untergebracht war, waren Arnold und Rachel Sawyer. Die Polizei glaubte ihr Versicherung, Margot Bambrough habe nie einen Fuß in das Gebäude gesetzt. Die von Mandy in jener Nacht beobachtete Frau sei vermutlich Mrs. Sawyer selbst gewesen, die angab, eines der Fenster habe geklemmt und einen kräftigen Schlag benötigt, um richtig zu schließen. Eine bemerkenswerte Verbindung zwischen A&R Printing und Margot Bambrough blieb jedoch von der Polizei unentdeckt. A&Rs erster Großauftrag war vom inzwischen geschlossenen Nachtclub Drudge gekommen, vom selten Club, für den Paul Satchwell, Margos Ex-Liebhaber, ein gewagtes Wandgemälde entworfen hatte. Satchwells Entwurf zierte die Handsette, die bei A&R gedruckt worden waren, so das anzunehmen ist, dass er und die Sawyers Kontakt hatten. Könnte das darauf hinweisen? Heilige Scheiße, moment ist reik und blätterte zu einer Stelle weiter, die Robin Dick mit Bleistift angestrichen hatte. Wayne Truelove hingegen, sein ehemaliger Nachbar meint, Paul Satchwell sei ins Ausland gegangen. Er hat mir noch erzählt, dass ihm eine längere Reise vorschwebte. Ich glaube nicht, dass er mit seiner Kunst wie hat er wohl mit dem Gedanken gespielt, sich eine Zeit lang abzusetzen, war vermutlich clever, erst mal wegzugehen. Robins letztes Merkzeichen kann ziemlich weit hinten. Nachdem Streit sich vergewissert hatte, dass WBs Wagen noch dastand und die Haustür weiter geschlossen war, las er einen Monat nach Margos verschwinden, besuchte ihr Mann Roy die St. Jones Praxis. Roy, der seinen Missmut bei der Grillparty im Sommer nicht hatte verbergen können, wirkte bei dem Besuch erwartungsgemäß bedrückt. Dolphy erinnert sich, er wollte mit uns einreden und uns dafür danken, dass wir mit der Polizei kooperiert hatten. Er sah angegriffen aus, kein Wunder, wir hatten ihre persönlichen Sachen zusammengepackt, weil in ihrem Zimmer jetzt die Vertretung arbeitete. Die Polizei hatte es schon durchsucht, ihr ganzes Zeug lag in einem Karton, eine Handcreme, die gerahmte Promotionsurkunde und ein Foto von ihm, Roy, mit ihrer kleinen Tochter. Er hat sich den Inhalt angesehen und ist ein bisschen rührselig geworden, aber dann hat er nach etwas gegriffen, was auf ihrem Schreibtisch gestanden hatte, eine kleine Holzfigur, eine geschnitzte Wikingerin. Er fragte, wo kommt die her, woher hatte sie die, und das wusste natürlich niemand, aber er hat sich darüber ziemlich aufgeregt, fand ich. Wahrscheinlich hat er geglaubt, es sei das Geschenk eines anderen Mannes gewesen. Die Polizei hatte sich da natürlich auch schon für ihr Liebesleben interessiert. Schlimm, wenn ein Mann seiner Frau nicht vertrauen kann. Streit sah erneut zum Haus, aber da tat sich nichts, also blätterte er zum Ende des Buß, das mit einem letzten Feuerwerk aus Spekulationen, Vermutungen und halbgaren Theorien schloss. Einerseits deutete Sibi Ogden an, Margot Bambrough habe ihr tragisches Ende selbst verschuldet, denn das Schicksal habe sie dafür bestraft, dass sie zu sinnlich und kühn gewesen sei, dass sie als Bunny Girl in Korsett und mit Hasenohren gearbeitet habe und so vermessen gewesen sei, sich aus dem Stand ihrer Eltern hocharbeiten zu weihen. Andererseits schien sie ihr Leben von potenziellen Mördern umgeben zugebracht zu haben. Nicht ein einziger Mann, der sich mit Margot in Verbindung bringen ließ, entging Ogdens Verdacht, weder der charmante, aber nichtsnutzige Stevie Jacks, ehemals Darth Wade, der herrische Blutspezialist Roy Fix, der nachtragende Vergewaltiger Jules Bayliss, der heißblütige Frauenheld Paul Satchwell, noch das berüchtigte Sexmonster Dennis Creed. Strike wollte das Buch schon beiseite legen, Bildteil in der Mitte auf vier. Außerdem aus den Zeitungen vertrauten Porträtfoto und der Aufnahme von Margot und Una als Bunnygirls, Una kurvig und breit lächelnd, Margot statuenhaft mit blonder Mähne, gab es drei weitere Fotos, alle waren von schlechter Qualität und zeigten Margot nur zufällig. Unter dem ersten stand der Autor, seine Mutter und Margot mit energischem Kinn, eisgraum Haar und geschwungenem Brillengestell sah Dorothy Oakton in die Kammer war. Einen Arm hatte sie um einen schmächtigen sommersprossigen Jungen mit Parschenfriso gelegt, der das Gesicht verzog. Er erinnerte Streik an Luke, seinen ältesten Neffen. Hinter den Oaktons lagen ein akkurat gestützter Rasen und jenseits davon ein weitläufiges Haus mit Spitzgiebeln. In mittlerer Entfernung wagten Pfeiler und Mauerwerk aus dem Rasen. Bei näherer Betrachtung gelangte Streik zu dem Schluss, dass dort ein Gartenhaus entstehen sahte. Ohne zu ahnen, dass sie fotografiert wurde, ging Margot Bembrow hinter Dorothy und Carl vorbei, barfuß in T-Shirt und abgeschnittener Jeans und mit einem Teller in der Hand lächelte sie jemandem zu, der nicht auf dem Foto zu sehen war. Streik vermutete, dass die Aufnahme bei als er es sich vorgestellt hatte. Nach einem neuerlichen Blick auf Webys gepackten Wagen betrachtete Streik die letzten beiden Fotos, die auf der Weihnachtsfeier in der Arztpraxis entstanden waren. Die Empfangstheke verschwand unter Flittergold und im Wartezimmer waren die Stühle in einer Ecke gestapelt worden. Streik studierte beide Aufnahmen und entdeckte Margot auf der ersten mit der kleinen Anna im Arm im Gespräch mit einer schlanke Frau mit Wuschelkopf und großen Augen zu sehen, die Streik als die junge Janice identifizierte. Auf dem zweiten Bild waren alle Gesichter bis auf eines von der Kamera abgewandt oder teils verdeckt. Ein hagerer, mürrischer Mann mit zurückgekämmtem Haar schien als einziger gewarnt worden zu sein, dass jemand ein Foto machen wollte. Auf einem Farbfoto hätte er wohl rote Augen gehabt. sehenbar. Auf dem Foto standen am Bildrand daheim Männer, die nach ihren Mänteln zu urteilen gerade erst eingetroffen waren. Die schwarze Kleidung bildete rechts hinten einen massiven dunklen Block. Alle hatten der Kamera den Rücken zubekehrt, aber der größte von ihnen hatte den Kopf nach links gedreht, sodass eine schwarze Kotelette, ein großes Ohr, ein Stück fleischige Nase und ein Auge mit schwerem Lied sichtbar waren. An der linken Hand, mit der er sich die Nase rieb, glänzte ein großer Ring mit goldenem Löwenhaupt. Streitz sah sich das Foto ganz genau an und blickte erst auf, als er Geräusche auf der Straße hörte. W.B. war eben aus dem Haus getreten. Eine mollige Blondine in einem Hausanzug und rosa Pantoffeln stand auf der Fußmatter, sie rupt die Hand und tätschelte W.B. den Kopf, als wäre er ein Kind oder ein Hündchen. Er verabschiedete sich lächernd, wandte sich ab und ging zu seinem Mercedes. Streit warf das Exemplar von der Far Margot Bamboo auf den Beifahrersitz, wartete kurz, bis W.B. losfuhr und nahm die Verfolgung auf. Fünf Minuten später war klar, dass der Mann zu seinem Haus in West Bompton zurückfuhr. Mit einer Hand am Lenkrad zog Streit sein Handy heraus, um einen alten Freund anzurufen. Er landete auf der Mailbaus. Schenker, hier ist Bunsen, muss was mit dir besprechen. Sag Bescheid, wann ich dich auf ein Bier einladen kann. Edler Ritter waren sie alle und von hohem Sinn, doch für die schöne Britomate waren sie nur Schatten. Edmund Spencer die Feenkönigin Bei fünf laufenden Aufträgen und vier Tage vor Weihnachten erwischte die Krippewelle zwei von Streits freien Mitarbeiter. Morris war der Erste, die Schuld gab er der Kindertagesstätte seiner Tochter, in der das Virus wie ein Buschfeuer unter Kindern und Eltern wütete. Er arbeitete weiter, bis Fieber und Gelenkschmerzen einer telefonischen Krankenwelt unterzwangen, hatte es bis dahin aber seine Frau und seine kleine Tochter infizierte. Da Sashoch hätte daheim bleiben sollen, schreibt mich im Auto an zu husten, blaffte Barkley heiser ins Telefon, kaum das Streit am Morgen des 20. das Büro betreten hatte. Die letzte Teambesprechung vor Weihnachten war für zehn Uhr angesetzt, aber nachdem nun zwei von ihnen ausgefallen waren, hat Streit beschlossen, die Besprechung abzusagen. Bisher nicht erreicht hatte er lediglich Robin, die vermutlich in der U-Bahn saß. Streit hatte sie gebeten, früher zu kommen, damit sie den Fall Bambrow durchsprechen konnten, bevor die anderen kamen. Dabei wollte Memo nach Glasgow fliegen, kälzte Barkley, während Streit den Wasserkocher anschlähte, aber die Kreine hat solche Ohren Schmerzen. Na gut, sagte Streit, der selbst nicht ganz auf den Damm war, was zweifellos an Schlafmangel und zu viel Nikotin lag. Werd wieder gesund und komm zurück, sobald du kannst. Arschloch, knurrte Barkley, dann fügte ihr eilig hinzu. Mois, nicht du, ach, froher, beschissener Weihnachten. Streit, der sich einzureden versuchte, das Katzen im Hals, die Schweißausbrüche und der Schmerz hinter seinen Augen seien nur Einbildung, machte sich ein Becher Tee, ging hinüber ins Arbeitszimmer und zog die Jarresin hoch. Die quer über die Denmark Street gespannte Weihnachtsbeleuchtung schaukelte heftig im Wind und im starken Regen. Wie an den vergangenen fünf Morgen lief sich Streit ins Gedächtnis, dass er seine Weihnachtseinkäufe noch nicht erledigt hatte, und als er wie gewohnt auf seiner Seite des Doppelschreibtischs Platz nahm, dämmerte ihm, dass er die Aufgabe jetzt so lang vor sich hergeschoben hatte, dass er sie binnen ein, zwei Stunden würde erledigen müssen. Wenigstens blieben ihm so die vorgelagerten langen Überlegungen erspart, worüber die jeweils Beschenkten sich freuen könnten. Regen passet ans Fenster hinter ihm, am liebsten wäre er wieder ins Bett gegangen. Er hörte, wie die Tür auf und wieder zu ging. »Morgen«, lief Loben aus dem Vorzimmer, Scheuß liegt draußen. »Morgen«, bief Streik zurück. »Wasser hat eben gekocht, Besprechung ist abgesagt, die Grippe hat jetzt auch Barclay erwischt. »Mist«, sagte Robin, »wie fühlst du dich? « »Gut«, sagte Streik und ordnete seine bämberen Notizen. Als Robin mit ihrem Teebecher in einer Hand und ihrem Notizbuch in der anderen das Büro betrat, fand Sider Streik alles andere als gut aussah. Er war blasser als sonst, seine Stirn glänzte leicht und er hatte graue Schatten unter den Augen. Sie schloss die Tür und setzte sich ihm gegenüber, ohne seinen Zustand zu kommentieren. »Brochen sowieso keine Teambessprechung«, murmelt es Streik, in sämtlichen Fällen praktisch keine Fortschritte. Leichtfuß ist clean. Ihm kann man schlimmstenfalls nachsagen, dass er wegen des Geldes mit dir zusammen ist, aber das hat ihr Vater ja von Anfang an gewusst. Du Thams Freunde betrügt ihn nicht und weiß der Teufel, was Wiesel gegen sein Boss in der Hand hat. Du hast meine Mail über die Bondinen in Stork Newington gelesen? Ja, sagte Robin, deren Gesicht vom stürmischen Regenbetter gerötet war. Sie versuchte ihr Haar mit den Fingern zu entwirren. Unter der Adresse bist du nicht findig geworden? Nein, wenn ich haken müsste, würde ich auf eine Verwandte tippen. Als er gegangen ist, hat sie ihm den Kopf getätschelt. Domina? Stuck Robin vor. Es gab nicht viel, was sie seit ihrem Eintritt in die Delektei nicht über seltsame Vorlieben mächtiger Männer gelernt hätte. Daran habe ich auch schon gedacht, aber wie sie sich verabschiedet haben. Das war irgendwie entspannt, vertraut, aber er hat keine Schwester und sie hat ein gutes Stück jünger ausgesehen als er. Welche Cousins Tetschen einander den Kopf? Hm. Sonntagabend passt nicht zu einem Anwalt oder Therapeuten, aber Tetschen ist irgendwie familiär. Eine Trainerin? Eine Wahrsagerin? Es wäre eine Idee, Strike liebt sich das Kinn. Der zu Nähere wären wahrscheinlich nicht begeistert, wenn herauskäme, dass er sich bei geschäftlichen Entscheidungen von einer Wahrseiger aus Stoke Newington beaten lässt. Ich wollte Morris über Weihnachten auf die Frau ansetzen, aber er ist außer Gefecht, hat Schins überwacht Two-Times Freund und ich will über morgen nach Cornwall. Du fährst wann genau nach Messam? Am Dienstag? Nein, sagt Robin Ich erinnere mich, flog er in seinem Kopf pochte es und der Tee schien gegen das Katzen in seinem Hals nicht zu helfen. Kein Problem. Das hieß natürlich, dass er das Weihnachtsgeschenk für Robin heute noch würde kaufen und überreichen müssen. Ich könnte versuchen, einen späteren zuzunehmen, sagt Robin, aber kurz vor Weihnachten Nein, der stehen ein paar Freitage zu, fiel ihr ins Wort. Robin hatte indessen den starken Verdacht, dass Morris und Barkley nicht die einzigen Grippekranken in der Detektei waren. Möchtest du noch einen Tee? Was? Nein, sagte Strike, der ihr unfairerweise verübelte, dass sie ihn dazu nötigte, wie er es sah, einkaufen zu gehen. Und Postkarte ist eine Pleite, wär buchstäblich nichts, ich hab vielleicht etwas zu Postkarte. Was? fragte Strike überrascht. Unser Wetteransager hat gestern wieder eine Karte bekommen, ins Fernsehstudio, es ist die vierte aus dem Shop der National Portrait Gallery und der Text ist merkwürdig. Sie zog die Karte aus ihrer Umhängetasche und legte sie Strike hin. Auf der Vorderseite war ein Selbstporträt von Joshua Maynals abgebildet, der sich in Stereotyper Pose die Hand über die Augen hielt, als würde er den Horizont absurren. Auf der Rückseite stand Ich irre mich hoffentlich, aber ich glaube, du hast jemanden mit ein paar meiner Karten zu mir auf die Arbeit geschickt. Hast du die Nachrichten jemandem gezeigt? Ich hoffe nicht, versuchst du mir Angst zu machen? Du tust immer so freundlich und bodenständig, ohne Gehabe und Macken, und ich hätte gedacht, du hättest ignoriere es einfach. Streitzer Wobbin an, soll das heißen. Wobbin berichtete, dass sie sich die drei Kunstkarten, die Postkarte zuvor geschickt hatte, im Museumsshop nachgekauft hatte. Dann war sie durch die vielen Seele gegangen und hatte die Karten so gehalten, dass die Aufseher sie hatten sehen müssen. Eine eulenhafte Frau mit die Gabrielle schien darauf reagiert zu haben und war durch eine Tür mit der Aufschrift kein Zutritt verschwunden. Ich habe es dir nicht gleich erzählt, sagt Robin, weil ich dachte, ich hätte es mir vielleicht eingebildet. Außerdem hat sie meiner Vorstellung von Postkarte so exakt entsprochen, dass ich schon befeuchtet habe, ich könnte den Talbot machen und Gespenstern nachjagen. Aber du hast nicht den Talbot gemacht. Verdammt gute Idee, in den Shop zu gehen und erhielt die Vanelskarte hoch. Volltreffer beim ersten Versuch. Ich konnte sie leider nicht heimlich fotografieren. Robin versuchte sich nicht anmerken zu lassen, wie sehr sie sich über Strykes Lob freute. Aber sie ist in Saal 8 und ich kann sie beschreiten. Dicke Brille, kleiner als ich, kurzes, dichtes braunes Haar, Anfang 40. Stryke notierte sich die Beschreibung. Vielleicht soll ich dort kurz vorbei, bevor ich nach Cornwall fahre, sagte er. Aber gut, zurück zum Verbumbron. Bevor einer von ihnen ein weiteres Wort sagen konnte, klingelte das Telefon im Vorzimmer. Stryke, der froh war, über etwas meckern zu können, sah auf die Uhr, stemmte sich hoch und sagte, es ist schon neun. Pat müsste, im selben Moment ging die Tür mit dem Glaseinsatz auf, sie hörten Pats gemächliche Schritte und dann ihre rauchige Stimme. Privatdeliktei kommer in Stryke. Robin verkniff sich ein Grinsen, als Stryke auf seinen Stuhl zurücksank. Im nächsten Augenblick klopfte es und Pat steckte den Kopf zur Tür herein. Morgan, hab einen Gregory Talbot für dich am Apparat. Stell ihn durch, sagte Stryke. Bitte, fügte er hinzu, als er das kriegerische Blitzen in Pats Blick das Telefon auf dem Doppelschreibtisch. Stryke schaltete den Lautsprecher ein. Hi, Gregory, Stryke hier. Oh, hallo, Gregory klang besorgt. Was kann ich für Sie tun? Ähm, also, Sie wissen doch, dass wir den Dachboden ausweimen. Ja, gestern hab ich einen alten Karton ausgepackt, berichtete Gregory nervös, und unter Dads Papieren und seiner Uniform war etwas versteckt. Nicht versteckt, sagte eine mürrische Frauenstimme im Hintergrund. Aber ich wusste nicht, dass es da war, entgegnete Gregory, und jetzt will, lass mich mit ihm reden, sagte die Frau, meine Mutter gern mit Ihnen sprechen. Ein aggressiv klingender ältere Frauenstimme meldete sich. Sind Sie Mr. Stryke? Ja. Hat Gregory Ihnen erzählt, wie schäbig die Polizei gegen Ende behandelt hat? Durchaus, sagte Stryke, nach der schädlichen Behandlung hätte er weiter Dienst tun können, aber Sie haben ihn nicht gelassen, er hatte Ihnen alles gegeben, die Polizei war sein Leben. Hat Gregory Ihnen Bills Notizen gegeben? Hat er. Also, nach Bills Tod habe ich im Schuppen in einem Karton eine Filmdose mit dem Creed Zeichen gefunden. Sie haben die Notizen gelesen, Sie wissen, dass Bill ein spezielles Zeichen verkriet hatte? Ja. Ich konnte nicht alles mitnehmen, als ich ins betreute Wohnen umgezogen bin. Dort hat man praktisch keinen Speicherraum, also habe ich sie in einen der Kartons gelegt, die auf Gregs und Alice's Dachboden kommen sollten. Ich hatte sie schon ganz vergessen, bis Greg gestern beim Aufräumen darauf gestoßen ist. Die Polizei hat sehr deutlich gemacht, dass Bills Theorien sie nicht interessierten, aber Greg sagt, dass sie das anders sehen, deshalb sollten sie die Dose bekommen. Dann war Gregory und eine Tür fiel in Schloss. Es handelt sich um eine Dose mit einem alten 16 Millimeter Film, erklärte er Strike hart laut. Man weiß nicht, was darauf ist. Ich habe keinen Projektor, um ihn mir anzusehen, aber ich habe den Streifen ins Licht gehalten und es sieht mir nach Schmudelfilm aus und da habe ich Skrupel, ihn für die Müllabfuhr rauszulegen. Strike ahnte, dass er wegen seiner Pflege Kinder Bedenken hatte. Wenn ich ihnen den Film gebe, müssten sie dann, sie möchten, dass nicht ans Licht kommt, woher wir ihn haben, fragte Strike mit einem Blick auf Robin. Ich sehe derzeit keinen Grund, warum wir das verraten müssen. Robin fiel auf, dass Strike ihm nichts versprochen hatte, aber Gregory schien sich damit zufrieden zu geben. Dann bringe ich ihn vorbei, sagte er, muss heute Nachmittag sowieso in den Westen, die Zwillinge wollen den Weihnachtsmann sehen. Als Gregory aufgelegt hatte, sagte Strike, es so nicht auch den Eindruck, dass die Tarbots selbst nach 40 Jahren immer noch fest daran glauben, das Telefon im Vorzimmer klingelte wieder. Dass Creed Margo ermordet hat, ich kann mir übrigens denken, wie das Symbol auf der Filmdose aussieht, weil Pat klopfte erneut an. Nachher dann nochmal, sagte Strike, der kaum noch schlucken konnte. Was? Sehr charmant, sagte Pat eisig. Ich habe einen Mr. Schenker für dich am Pavard von deinem Handy umgeleitet. Er sagt, du ja klar, unterbarst weit sie, stell ihn zurück auf mein Handy. Bitte, fügte er hinzu, er sich und schloss die Tür hinter sich. Strike zog sein Handy heraus. Schenker, hi, danke für den Urkruf. Schenker, an dessen richtigen Namen er sich kaum mehr erinnern konnte, kannte er seit seiner Jugend. Schon damals hatten ihre Leben sich diametral entgegengesetzt entwickelt. Vor Strike hatten Studium, Army und die Detektivarbeit gelegen und der kein kriminelle Schenker war zu einem Verbrecher herangewachsen. Trotzdem verband halfen sie einander aus. Strike bezahlte Schenker ein Bar für Dienstleistungen oder Informationen, die er sonst nirgends herbekam. Das liegt an Bansen. Ich wollte dir wohl ein Bier ausgeben und ein Foto zeigen, sagte Strike. Bin später zufällig in deiner Nähe. Miss Sir Hemneys hat die falsche beschissene Monster Haipuppe für Sahara gekauft. Außer Hemneys hatte Strike kein Wort verstanden. Okay, ruf mich an, wenn du Zeit hast für einen Drink. Mach ich. Damit legte er auf. Schenker vergeudete keine Zeit, damit sich lang und breit zu verabschieden. Mit zwei neuen Teeböchern kehrte Robin zurück und schob die Tür mit dem Fuß zu. Entschuldiger, Strike wischte sich Schweißpern von der Oberlippe. Wo war nicht stehen geblieben? Du meintest, du glaubst zu wissen, wie das Symbol auf Tarbots Filmdose aussieht? Richtig, ja, komm, sagte Strike, das Symbol für den Steinbock. Ich habe mich mit seinen Notizen befasst, fügte er hinzu und tippte auf das in Leder gebundene Notizbuch, das vor ihm lag. Dann erläuterte er Robin, aus welchen Gründen der Tarbots zu der Überzeugung gelangt war, Margo sei von einem Mann mit dem Sternzeichen Steinbock entführt und ermordet worden. Tarbots hat Verdächtige aussortiert, weil sie keine Steinböcke waren, fragte Robin ungläubig. Genau, Strikes Rachen bandte immer stärker, er nahm einen Schluck Tee, allerdings ist Roy Phipps ein Steinbock und trotzdem hat Tarbots ihn ausgeschlossen. Wieso? Ich versuche immer noch alles zu entziffern, aber für Phipps scheint er ein merkwürdiges astrologisches Symbol verwendet zu haben, das ich nirgends finden konnte. Übrigens erkennen seine Notizen auch, weshalb er Janice immer wieder befragt hat. Sie ist Krebs, der Krebs ist das Gegenüber des Steinbocks und Krebs sind laut Tarbots Notizen hellsichtig und intuitiv. Vertaubert war Janice als Krebs seine Verbündete gegen Baphomet und er hat ihr übernatürliche Einsichten in Baphomets Identität zugeschrieben, daher das Turmtagebuch. Seiner Ansicht nach war aber noch wichtiger, dass Saturn, der Herrscher des Krebses, Robin hob ihren Tebecher an die Litten, damit er sie nicht grinsen sah. Streits Gesichtsausdruck bei der Erörterung all dieser astrologischen Phänomene glich in Destim eines Mannes, der die sprichwörtliche Kröte schlucken sollte. An Tag von Magus Verschwinden im Krebs gestanden hat. Daraus hat Harbit geschossen, Janice Kenne Baphomet oder habe eine Verbindung zu ihm, deshalb sollte sie auch ihre Sexualpartner auflisten. Wow, wummerte Robin. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es ist noch viel wilder. Sobald ich mit der Dechiffrivum fertig bin, melde ich dir die wichtigsten Punkte. Am interessantesten sind die hier und da aufblitzenden detektivischen Fähigkeiten eines Mannes, der gegen seine Krankheit ankämpft. Im Grunde hatte er die gleiche Idee wie ich. Margo könnte unter dem Vorwand, jemand brauche ärztliche Hilfe, irgendwo hingeloggt worden sein. Du hattest alles mit Hokuspokus verblänt. Er spricht von einem Stellium im sechsten Haus, dem Haus der Gesundheit, das eine Krankheit oder viel mehr Gefahr andeute. Was ist denn ein Stellium? Mehr als zwei Planeten, die eng beieinander stehen. Da Margos verschwinden hat die Polizei sändliche Patienten überprüft, die öfter bei ihr in Behandlung waren. Das war vor allem Douthwade, klar, aber auch eine fast demente alte Frau aus der Gobsell Street, die auf das Lanneweil in der Praxis anrief, und eine Familie aus der Herbal Hill, bei deren Kind nach einer Poli-Impfung Komplikation aufgetreten waren. Ärzte, sagte Robin, haben Kontakt zu so vielen Menschen. Und genau, das gehört zu den Dingen, die bei diesen Ermittlungen schiefgelaufen sind, glaube ich. Terbit hat ungehäufe Datenmengen angehäuft und irgendwann nicht mehr gesehen, was er hätte aussondern müssen. Andererseits ist die Möglichkeit, dass sie unter einem medizinischen Vorwand in ein Haus gelockt oder von einem rabiaten Patienten angegriffen wurde, nicht von der Hand zu weisen. Medizinisches Personal ist dauernd in allen möglichen Fendenhäusern unterwegs. Und sieh dir Dorfwet an. Lawson hat ihn für Magus Entführer oder Mörder gehalten, aber schon Terbit hatte sich für ihn interessiert. Obwohl Dorfwet Fische war, versuchte Terbit einen Steinbock aus ihm zu machen. Er hat sich notiert, Schmidt glaube Dorfwet sei in Wahrheit Steinbock. Wer ist Schmidt? fragt Robin. Tö, keine Ahnung, aber er oder sie kommt überall in den Notizen vor, hat anscheinend die Tierkreiszeiten korrigiert. So viele vertane Chancen, handfeste Beweise zu sichern, sagte Robin bedeugt, während Terbit nur jedermanns Horoskop überprüft hat. Genau, wird zum Lachen, wenn's nicht so ernst wäre. Sein Interesse für Dorfwet lässt trotzdem soliden Bulleninstinkt erahnen. Wer kommt Dorfwet auch verdammt zweifelhaft vor? Irgendwie Aal glatt. Ha, sagte Robin. Strike sah sie verständnislos an. Fische, erinnerte sie ihn. Ah, okay, sagte Strike ohne zu lächeln. Das Pochen hinter seinen Augen war schlimmer geworden. Er konnte kaum noch schlucken, aber er durfte jetzt keine Klöppe bekommen. Das war unmöglich. Ich hab gelesen, was du Oaktons Buch angestrichen hast, fuhr er fort, dass Dorfwet seinen Namen geändert hat, als er nach Clackton gegangen ist, um in einer Ferienanlage zu singen. Nach 1976 kann ich kein Steve, Steven oder Stevie Jakes mehr finden. Eine Namensänderung mühse sich er noch vertreten, wenn die Polizei ihm sehr zugesetzt hat, aber zwei wären schon verdächtig. Findest du? Aus seiner Krankenakte wissen wir, dass er der nervöse Typ war. Vielleicht ist ein Panik gewartet, als Oaktons in Butlins aufgekreuzt Außer ein paar Redcoats aus dem Resort wusste niemand, Stevie Jakes im Zusammenhang mit Margot Bambos Verschwinden befragt worden war. Vielleicht ist er ins Ausland gegangen, spekulierte Robin, und dort gestorben. Das kann dem Übrigen auch auf Prozett schwer zu treffen. Hast du gelesen, dass sein früherer Nachbar ausgesagt hat, er sei vermutlich auf Reisen gegangen? Wer, sagt Strag, hat sich in Bezug auf Gloria Conti schon etwas ergeben? Nichts, Robin seufzte, aber ich hab was anderes, sie schlug ihr Notizbuch auf. Immerhin besser als nichts, auch wenn es uns nicht glücklich voran bringt. Ich hab mit Charlie Wemmiches Witwe in Spanien telefoniert, der Saunamillionär, der Margot and Lemmington Spa auf dem Friedhof gesehen haben will. Strag nickte nur, er war froh, Dax, sie hat sie nicht genuschelt, aber bestätigt, dass Charlie geglaubt hat, Margot auf dem Friedhof gesehen zu haben, und er hat anschließend mit einem befreundeten Polizisten über die Sache gesprochen, dessen Namen sie leider vergessen hat, aber dann sagt sie plötzlich, nein, Augenblick, Mary Flanagan. Er hat geglaubt, Mary Flanagan gesehen zu haben. Ich hab den Ablauf mit ihr kapituliert und sie hat alles bestätigt, aber behauptet, er aber nicht Margot Bambrough, sondern Mary Flanagan gesehen. Ich habe Mary Flanagan gegoogelt, fuhr Robin fort, sie ist 1959 verschwunden, der am längsten zurückreichende Vermissten Fall Großbritanniens. Wer war deiner Meinung nach Verwirrter, Wurtestrat wissen, Mrs. Ramage oder Janice? Eindeutig Mrs. Ramage, sagte Robin, Janice hätte die beiden Frauen womöglich schon, sie hat keinerlei persönliches Interesse an Margot, für sie sind das bloß zwei Vermisste, deren Namen mit M beginnen. Wenn Charlie Ramage generell als Aufschneider bekannt gewesen wäre, dann wäre es nur verständlich, wenn sein Freund, der Polizist ihn nicht ernst genommen hätte. Er hatte die Stirn so tief gerunzelt, dass Robin fragte, hast du Schmerzen? Nein, nicht. Ach, ich wag mich nur, ob es sich lohnen könnte, Irene und Janice getrennt zu befragen. Ich hatte gehofft, nie wieder mit Irene Hickson reden zu müssen. Wir sollten trotz allem weiter die Augen aufhalten nach einer Verbindung zwischen Margot und Lemmington Spa. Aber du hattest noch eine andere Fährte? Die ist nichts Besonderes. Amanda Laws, die ehemalige Amanda White, die Margot am Fenster in Prinzip hat sie es nur auf Geld abgesehen. Tatsächlich? Sie hat es ein bisschen verschleiert. Sie habe der Polizei damals alles erzählt, aber niemand habe ihr geglaubt. Sie habe es Oakden erzählt und kein Penny dafür bekommen. Sie habe es satt, nicht ernst genommen zu werden. Und sofern wir ihre Geschichte hören wollen, möchte sie diesmal dafür bezahlt werden. Sie habe viel Kritik einstecken müssen, sei als Lügnerin und Phantastin bezeichnet worden und habe keine Lust, dies alles nochmal durchzumachen, ohne dafür entschädigt zu werden. Strike machte sich eine zweite Notiz. Schreib er, dass die Detektal Zeugen prinzip hier nicht bezahlt. Appellier an ihr besseres Ich. Wenn das nicht klappt, kann sie mal wegen 100 Pfund haben. Ich glaube er, sie hofft auf Tausender. Und ich auf Weihnachten auf den Bahamas, sagte Strike, hinter dem der Wegen ans Fenster prasselte. War das alles? Ja, Robin schlug ihr Notizbuch zu. Wird dem Benny Junkie, die angeblich Margo ermordet haben will, Applethorpe, bin ich bislang nicht weiter gekommen. Ich vermute mal, dass Saren sich mit den Namen der irrt hat. Ich habe alle nur denkbaren Varianten ausprobiert, ohne etwas zu finden. Vielleicht muss ich sie noch mal anrufen, aber davor versuche ich es lieber mit Janice. Du hast mir immer noch nicht erzählt, was du von Oaktens Buch hältst. Sir, der Typ ist ein übler Opportunist, sagte Strike, der mit Buchstärblich nichts zehn Kapitel gefüllt hat. Trotzdem würde ich ihn gern aufspüren, wenn das möglich wäre. Ich hab's seine Mutter gewesen zu sein, oder? Ich bezweifle, dass jemand, der Margot wirklich kannte, mit ihm geredet hat. Nein, pflichtete Strike ihr bei. Du hättest fast alle interessanten Stellen angemerkt. Fast? hakte Robin sofort nach. Alle, korrigierte sich Strike. Aber dir ist noch was anders aufgefallen? Nein, sagte Strike zunächst, aber als er sah, dass sie nicht überzeugt war, fügte er hinzu, ich habe mich nur gefragt, ob vielleicht jemand einen Auftragskiller auf sie angesetzt haben könnte. Ihr Mann? Möglich, sagte Strike. Oder denkst du an den Mann der Putzhilfe, Jules Bayless, mit den angeblich kriminellen Verbindungen? Er nicht. Aber wieso? Es dringt sich nur auf, wenn ich wie effizient der Täter vorgegangen ist, sofern sie dann ermordet wurde. Womöglich spricht das doch für einen Auftragsmord, murmelte Robin. Ich habe neulich erst die Lord Lugan Biografie gelesen. Er soll jemanden angeheuert haben, um seine Frau ermorden zu lassen. Aber der Mörder hat versehentlich das Kindermädchen erwischt. Strike kannte den Fall ebenfalls. Tja, aber wenn Margo das Gleiche zugestoßen sein sollte, haben wir es mit einem weit effizienteren Killer zu tun als Lugan. Von dir Streik drehte sich um und stellte fest, dass Wind und Regen immer noch an der Weihnachtsbeleuchtung zarten, während Robin an Roy Phipps denken musste, den Una blutleer genannt hatte und der an Tag von Magus verschwinden praktischerweise bettlägerig gewesen war. Ich muss los, sagte Streik unvermittelt und stemmte sich aus seinem Stuhl. Ich auch, mit einem Seufzer sammelte Robin ihre Sachen ein. Kommst du später noch mal vorbei? erkundigte sich Streik. Er musste ihr schließlich sein immer noch nicht besorgtes Weihnachtsgeschenk überreichen, ehe sie nach Yorkshire aufbrach. Hatte ich eigentlich nicht vor, sagte Robin. Wieso? Komm später noch mal rein, sagte Streik und dachte fieberhaft über einen plausiblen Grund nach. Dann zog er die Tür zum Vorzimmer auf. Bert? Ja, erwiderte sie ohne aufzublicken. Sie war wie immer flink an ihrer Tastatur zu Ganne. Die Ehezigarette wippte zwischen ihren Lippen. Robin und ich misst noch mal weg, aber ein gewisser Gregory Tarbet bringt später eine Dose mit einem 16 Millimeter Film vorbei. Glaubst du, dass du einen Projektor dafür organisieren könntest, idealerweise vor 5 Uhr? Ich soll es 5 Uhr einen der brauchsfähigen alten Filmprojekte auftreiben? Ganz genau, Streik wandte sich an Robin. Dann können wir uns noch kurz ansehen, was Tarbet in seinem Schuppen versteckt hat, bevor du nach Mesim aufprichst. Okay, sagte Robin, ich bin um 4 Uhr wieder da. Talus war sein Name aus erzner Form geschaffen, standhaft und wehrhaft bis zur roten Glut. In seiner Hand er einen Eisenflegel hielt, wer dem er Falschheit ausdrosch um der Wahrheit gut. Edmund Spencer, die Feenkönigin. Etwa zweieinhalb Stunden später stand Strike mit Tragetaschen neben sich an der Regent Street unter der Markise von Hamleys und redete sich hartnäckig ein, es gehe ihn gut, trotz empirischer Beweise dafür, dass er in Wahrheit zitterte. Um ihn herum klatschte Katta Regen aufs schmutzige Pflaster, der von den marschierenden Füßen der Passanten Hundertschaften wieder aus den Pfützen hinaus befördert wurde. Der Regen schwappte in Windschatten vorbeifahrende Autos über die Randsteiner und obwohl Zweig theoretisch unter einem Dach stand, tropfte es ihm in den Mantel kargen. Er warf einen Blick auf sein Handy. Er hoffte, dass Schenker nicht vergessen hatte, dass sie sich auf einen Ring treffen wollten, zündete sich dann eine Zigarette an, aber sein entzündeter Hals vertrug den Hauch nicht. Mit einem schlechten Geschmack im Mund trat er die Zigarette nach dem ersten Zug aus. Von Schenker war kein Mucks gekommen. Also glaubte Strike die prei gefüllten Taschen auf und ging weiter. Sein Rachen brannte jedes Mal wie Feuer, wenn er schluckte. Er war zuversichtlich gewesen, die Einkäufe innerhalb von zwei Stunden erledigen zu können, aber inzwischen war es nach zwölf und er war immer noch nicht fertig. Wie konnten sich Leute bloß für dies oder jenes entscheiden, wenn aus sämtlichen Nautsprechern Weihnachtslieder plärten, die Auswahl ausufernd war und alles wie Schrott aussah? Eine endlose Prozession von Frauen querte seinen Weg, alles Geschöpfe, die anscheinend mühelos Geschenke gefunden hatten. Waren sie genetisch darauf programmiert, immer das Richtige aufzuspüren? Gab es denn niemanden, den er dafür bezahlen konnte, ihm diese Einkäufe abzunehmen? Seine Lieder waren schwer, sein Hals brannte und seine Nase lief. Ohne recht zu wissen, wohin er ging oder wonach er Ausschau halten sollte, marschierte er blindlings weiter. Er, der normalerweise einen ausgezeichneten Ortsinn besaß, wog mehrmals falsch ab und verlor einmählich die Orientierung. Hier und da wembelte er sorgfältig errichtete Weihnachtsartikel, Kyramiden oder Leute an, die ihn dann wütend anfunkelten, in sich hineinbrunten und weiter eilten. Seine prallen Einkaufstaschen enthielten drei identische Nerveblaster für seine Neffen, Kunststoffpastolen, die Schaumstoffdarts verschossen und die Strike aus zwei Gründen gekauft hatte, weil er als elfjähriger liebend gern so etwas gehabt hätte und weil der für seinen Onkel Ted hatte er einen Pullover gekauft, da ihm nichts besseres eingefallen war, für seinen Schwager aus demselben Grund eine Schachtel Golfbälle und eine Fasche Gin, aber die schwierigsten Geschenke musste er noch besorgen, die für die Farn, Lucy, John und Robin. Sein Handy klingelte. Scheiße. Aus dem Fußgängerstrom humpelte er zur Seite, stellte neben einer Schaufensterpuppe mit Rentierpullover unter einer weiteren Markise die Tragetaschen ab und angelte sein Handy heraus. Strike! Wahnsinn, ich kann in 20 Minuten im Shakespeare's Head in der Great Marlborough Street sein. Sehen ihr uns dort? Klasse, sagte Streich Kaiser, wen gleich um die Ecke. Kopfhaut und Oberleib kribbelten unter einem neuerlichen Schweißausbruch. Entfernt denkbar gestand sich ein Teil seines Gehirns ein, das ihn Barclays Klippe erwischt hatte, die er auf gar keinen Fall an seine stark immungeschwächte Tante weitergeben durfte. Er sammelte seine Taschen ein und hinkte auf dem regenglatten Gehweg weiter. An der Great Marlborough Street ragte rechts von ihnen die schwarz-weiße Holzfassade von Liberty auf. Und den Haupteingang herum waren Kübel und Kisten mit Blumen aufgebaut. Verlockend leicht tragbar und fertig verpackt hätte er mühelos welche ins Shakespeare's Head und anschließend ins Büro mitnehmen können, doch diesmal würden Blumen nicht ausreichen. Zusehends schweißgebadet, der Tartstreich das Geschäft stellte seine Tragetaschen neben einem Wühltisch mit Seidenscharts ab und rief Ilse an. Hey Augie, sagte Ilse, was kann ich für Robin zu Weihnachten kaufen? Kates dir in sein Handy. Geht dir gut? Fantastisch. Hast du eine Idee? Ich bin bei Liberty. Hm, ich weiß, was du ihr schenken kannst. Sie will ein neues Parfum. Sie mag das Zeug nicht, dass sie... Danke, keine Hintergrundgeschichte, laffte Strike. Das ist großartig, Parfum. Welches hat sie? Das versuche ich gerade dir zu erzählen, Augie, sagte Ilse. Sie will Becks sehen. Such ihr einen neuen Duft aus. Ich rieche aber könnte ein zu intimes Geschenk sein, wie das grüne Kleid vor ein paar Jahren. Er war auf der Suche nach etwas wie Blumen, was kein Bouquet war, aber deutlich sagte, ich mag dich, ohne gleich nahezulegen, diesen Duft möchte ich an dir riechen. Du gehst einfach zu einer Verkäuferin und sagst, ich suche ein Parfum für eine Frau, die Philosykos hatte, jetzt aber was anderes. Die was? fragte Streik. Sie hatte was? Philosykos. Boucher bien, forderte Streik sie auf. Er hat inzwischen hämmernde Kopfschmerzen. Ilza tat wie geheißen. Und ich frage einfach eine Verkäuferin, die mir was Passendes raussucht. Das wäre die Idee, antwortete Ilza geduldig. Großartig, sagte Streik. Danke, bis bald. Die Verkäuferin dachte, das würdest du mögen. Ja, das könnte er sagen. Die Verkäuferin dachte, das würdest du mögen. Das wurde das geschenkt effektiv entpersonalisieren, es in etwas verwandeln, was fast so gewöhnlich wie Blumen war und trotzdem bewies, dass er sich Gedanken gemacht und angesteint hatte. Er nahm seine Tragetaschen wieder hoch und schleppte sich in Richtung der schon aus der Ferne glitzernden Flakon rein. Die Parfum Abteilung erwies sich als klein, kaum größer als Streits Büro. Er schob sich in den beengten Raum unter eine starren verzehrte Kuppel und fand sich von Auslagen umgeben wieder, die eine zerbrechliche Fracht aus Glasfläschchen enthielten, von denen manche Heizkrausen oder Spitzen trugen, während andere wie Juwelen funkelten oder Fiolen für einen Liebestrand glichen. Hier und da murmelte er eine Entschuldigung, wenn er Leute mit seinen Nerfpistolen, dem Gin und den Golf Band anrembelte. Schließlich stand er einem schlanken Mann in Schwarz gegenüber, der ihn fragte. Kann ich ihn behelflich sein, Sir? Im selben Moment fiel Streits Blick auf eine Reihe von Parfum Flakons mit schwarzen Etiketten und Schraubverschlissen. Sie wirkten diskret und funktional, ohne romantische Assoziationen. Eine von den, kälzte er. Sehr gern, sagte der Verkäufer. Ähm, ist für eine Frau, die Philosykos trägt, oder so ähnlich. Okay, der Verkäufer wandte sich anderen Flakons zu. Wie wäre es stattdessen mit Nein, sagte Streik, bevor der Verkäufer den Probierflakon aufschrauben konnte. Das Parfum hieß Carne Flower. Das mag sie nicht, hat sie erwähnt, fügte er hinzu, um hoffentlich weniger seltsam zu wirken. Gibt's irgendein anderes, das wie Philo vielleicht Don Tebrat, stuck der Verkäufer vor und spulte etwas auf einen Teststreifen. Heißt das nicht in deinen Armen? Nein, sagte Streik, ohne nach den Testschleifen zu greifen. Gibt es andere wie Philo Musque Ravuguer? Wissen sie was? Ich überleg's mir noch mal, entgegnete Streik, unter dessen Hemd ein neuerlicher Schweißausbruch kribbelte. Welcher Ausgang geht aus zum Shakespeare's Head? Diesmal ohne zu lächeln, dirigierte der Verkäufer ihn nach links. Unter gemummten Entschuldigungen zwängte Streik sich an Frauen vorbei, die verkaufsstudierten und Teststreifen bespulten, bog um eine Ecke und sah zu seiner Erleichterung den Pub, in dem er sich mit Schenker treffen wollte, unmittelbar jenseits der Glastüren eines Verkaufsraums voller Pralinen. Pralinen, dachte er, wurde langsamer und behinderte versehentlich eine Gruppe gehetzt wirkender Frauen. Pralinen mag jeder. Die Schweißausbrüche kamen jetzt in Wellen und ihm war gleichzeitig heiß und karrt. Er trat an einen Tisch, auf dem sich Pralinenpackungen stapelten und hielt Ausschau nach der größten, die nach Anerkennung und Freundschaft aussah. Auf der Suche nach einer Geschmacksrichtung glaubte er, sich an ein Gespräch über Salzkaramell zu erinnern. Er wehrte die größte Packung, die er finden konnte und ging damit zur Kasse. Fünf Minuten später trat Strike mit einer weiteren Tragetasche aufs Ende der Carnaby Street hinaus, über der Weihnachtsdekum mit musikalischen Motiven hing. In seinem fiebrigen Zustand erschienen ihn die durch riesige Kopfhörer und Sonnenbrillen angedeuteten Köpfe eher gruselig als festlich. Mit den prallen Taschen im Schlepp betrat er umständig rückwärts das Shakespeare's Head, in dem Lichterketten blinkten und Stimmengewirr und Gelächter in der Luft lagen. »Benson«, sagte eine Stimme gleich hinter der Tür. Schenker, karköpfig, hager, blass und über- und übertätowiert, hatte ihnen einen Tisch gesichert. Eine Narbe, die von der Oberlippe bis zum Backenknochen verlief, verlieh ihm ein ständiges höhnisches Elvis-Grenzen. Er schnitt der Geistesablesen mit den Fingern der freien Hand, ein Tick, den er seit der Jugend hatte. Schenker schaffte es, wo immer er war, Bedrohlichkeit auszustrahlen, als könnte es bei der geringsten Provokation zu einer gewalttätigen Eruption kommen. Obwohl der Papp zum Bersten voll war, hatte ihn niemand gefragt, ob an seinem Tisch noch ein Platz frei sei. Was Treik allerdings überraschte, waren die Einkaufstüten zu Schenkers Füßen. Es ist mit dir los, fragte er, als Treik ihm gegenüber auf die Band sank und seine Taschen unter dem Tisch verstaute. Sie ist beschissen aus. Nichts, sagte Treik, dessen Nase jetzt in einem fortlief und dessen Puls erratisch geworden zu sein schien. Erkältung oder so. Scheiße, bleiben wir bloß weg, sagte Schenker. Das könnt ihr daheim nicht brauchen. Sahara hat die Gläppe verdammt am mal glade erst hinter sich. Wird's ein Bier? Nein. Der Gedanke an Bier stieß ihn regelrecht ab. Bring mir ein Wasser mit, ja? Scheiße, mummelte Schenker und stand auf. Als er mit dem Glas Wasser zurück war und sich widersetzte, sagte Streik ohne Vorwede. Ich wollte dich nach einem Abend fragen, muss um 1992 93 herum gewesen sein. Du musstest in die Stadt, hattest ein Auto, konntest aber nicht selbst fahren, weil du dich am Arm verletzt hattest. Er war dick verbunden. Schenker zuckte mit den Schultern, als wollte er sagen, wer sollte sich an so was Belandloses erinnern. Sein Leben hatte aus einer endlosen Abfolge zugefügter oder erlittener Verletzungen bestanden und er war ständig irgendwo hin unterwegs gewesen, um Bargeld, Drogen, Drohungen oder Prügel zu überbringen. Zeitweilige Haftstrafen hatten nicht mehr bewirkt, als die Umgebung zu verändern, in der er seine Geschäfte machte. Die Hälfte der Jungs, mit denen er in der Jugend zusammen gewesen war, waren zwischen Tod, die meisten in Folge von Messerstichen oder einer Überdosis. Einer seiner Cousins war bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei umgekommen, ein anderer mit einem Schuss in den Hinterkopf ermaulet worden, ohne dass der Täter je gefasst worden wäre. Du musstest was ausliefern, fußt Reitfort, um Schenker auf die Sprünge zu helfen. Einer Luftpolster Tasche mit irgendwas, Drogen, Cash, keine Ahnung. Du bist damals in unser besetztes Haus marschiert, als jemand gesucht, der dich fährt. Ich hab gesagt, ich will's machen. Wir sind zu einem des Teasers seit zehn, fünfzehn Jahren geschlossen. Als wir hingekommen sind, hat eine Gruppe von Männern auf dem Gehweg gestanden und wollte eben reingehen. Einer davon war ein glatzköpfiger Schwarzer. Du und dein Scheiß Gedächtnis, sagte Schenker amüsiert, solltest damit auftreten, der große Gedächtniskünstler. Und neben ihm hat ein großer südländischer Typ mit gefärbten schwarzem Haar und langen Koteletten gestanden. Wir haben angehalten, du hast dein Fenster runtergekurbelt. Wer ist rübergekommen und hat eine Hand ins Fenster gelegt, als er mit dir geredet hat. Er hatte traurige Hundeaugen und einen massiven Goldring mit Löwenkopf. Mucki Ritschi, du erinnerst dich noch an ihn? Hab doch gerade gesagt, wie er heißt, oder? Ja soy, weißt du aus seinem richtigen Namen? Nico, Niccolo Ritschi, aber alle haben Mucki zu ihm gesagt, dein Nova alter Schule, Zuhäter, Besitzer von ein paar Stripclubs und Puffs, ein echtes Stück vom alten London, hatte schon als keiner Junge in der Sabini ging angefangen. Wie schreibt man Ritschi? R-I-C-C-I, oder? Was soll die Fahrgerei? Strike zog sein Exemplar von der Fall Margo Bambrough Haus, blätterte bis zu dem Foto von der Weihnachtsfeier und hielt das Buch Schenker hin, der misstrauisch danach Cliff. Er betrachtete den nur teilweise sichtbaren Mann mit dem Löwenring mit zusammengekniffenen Augen, dann gab er das Buch wortlos zurück. Was? fragte Strike. Er? Die da seh er. Wo war das? Clerken War Weihnachtsfeu an einer Arztpraxis? Schenker wirkte leicht überrascht. Naja, aber Clerken War war das alte Sabini Revier und sogar Gangster brauchen mal einen Arzt. Das war eine Party, keine Behandlung. Was hatte Muckiewitschi auf einer Ärztefeier zu suchen? Keine Ahnung, sagte Schenker. Musste wer umgelegt werden? Komisch, dass du das fragst. Eine Frau, die damals dabei war, ist nämlich verschwunden. Schenker sah ihn von der Seite an. Muckiewitschi ist Gaga, sagte er ruhig, total senier. Aber er lebt doch, er, in so einem Heim. Woher weißt du das? Ab Geschäfte mit seinem Ältesten gemacht, Luca. Sind die Jungs in derselben Branche wie ihr Alter? Naja, werdet ihr die Gitzern wie nicht mehr, oder? Aber sie sind immer noch Gangster, yeah. Dann botte Schenker sich über den Tisch und sagte halblaut, Öl zu, Bansen, leg dich nicht mit Muckiewitschis Jungs an. Dies war die erste derartige Warnung, die Schenker je ausgesprochen hatte. Wenn du dich mit dem Alten einlegst und versuchst, ihm was anzuhängen, skypeieren die Richie Boys dich, kapiert? Denen ist alles scheißegal, die fackeln dein Büro ab und zerschneiden deinem Mädel das Gesicht. Erzähl mir von Muckiewitschis Was du über ihn weißt? Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe, Bansen? Scheiße, erzähl mir einfach, was du weißt. Schenker machte ein finsteres Gesicht. Noten, Pornhoch, Dogen auch, aber hauptsächlich Frauen, selbe Zeit wie George Cornel, Jimmy Humphreys, Steezy uns halt. Der Goldring, den hatte ihm wohl Danny der Löwe geschenkt, Daniel Leo, der New Yorker Gangsterboss, angeblich waren sie verwandt, weiß aber nicht, ob das stimmt. Hast du mal ein Conti gekannt? fragte Strike, vermutlich ein bisschen jünger als Richie. Nee, aber Luca Richie ist ein beschissener Psycho, sagte Schenker. Wann ist die Eite verschwunden? Wann 174, sagte Strike. Er rechnete damit, Schenker unglaublich Scheiße 1974 sagen und sich spöttisch darüber auslassen würde, einer Zeit noch eine Spur zu finden, aber sein alter Freund betrachtete ihn nur Stirne und sind, während die schnippenden Finger an das unerbittliche Klopfen eines Nagekäfers erinnerten. Schlagartig war dem Detektiv klar, dass Schenker mehr über alte Verbrechen und die langen Schatten wusste, die sie warfen, als viel der Polizei beahnte. Sie hieß Margot Bambrough, sagte Strike, ist auf dem Weg zu einem geringste Spur. Schenker nahm einen Schluck Bier. Profi, Jack. Wörb ich auch, sagte Strike, und somit Scheiß auf somit, entgegnete Schenker, wenn sie von Mucki Ritchie oder seinen Jungs ungelegt wurde, ist sie eh nicht mehr zu retten, oder? Ich weiß, dass du gern den Pfadfinder spielst, aber der Letzte, der Luca auf den Schlips getreten ist. Seine Frau hat ein paar Tage später die Haustür aufgemacht und Säure ins Gesicht gekriegt, ist jetzt auf einem Auge blind, Finger weg Bansen, wenn Mucki Ritchie die Antwort ist, solltest du aufhören, Fragen zu stellen. Doch groß war Brito Martis Pein, ach wüsste sie nur, was tun, Edmund Spencer, die Feenkönigin. Irgendwie hatte Pettis geschafft, einen ureiten Filmprojekte aufzuspüren. Als Strike und Robin um Viertel vor sechs immer noch warteten, obwohl der Projektor eigentlich um vier Uhr nachmittags hätte geliefert werden sollen, verkündete Robin, dass sie jetzt wirklich los müsse. Sie hatte noch nicht gepackt, wollte früh schlafen gehen, weil sie den Morgenzug nach Yorkshire nehmen würde, und ehrlich gesagt war sie auch eingeschnappt, weil Strike ihr zu Weihnachten unverpackte Salzkaramel Palin geschenkt hatte, die er aus seiner Tragetasche gezerrt hatte, sobald sie aufgetaucht war, und die mutmaßlich der einzige jemannige Grund gewesen waren, weshalb er sie zurück ins Büro beordert hatte. Weil sie sich dafür in die überfüllte U-Bahn zur Denmark Street hatte quetschen müssen, fiel es ihr schwer, ihm nicht zu verübeln, dass sie so viel Zeit und Mühe darauf verwandt hatte, Robin hatte noch nie von dem seiner gehört, es war nicht einfach gewesen, den Mann, von dem Strike gesprochen hatte, sowie die Konzerte, die er noch nicht kannte, als jene, auf der No Visitors After Midnight zu identifizieren. Im Gegenzug bekam sie Schokolade, die er garantiert irgendwo im Vorbeigehen mitgenommen hatte. Entsprechend blieb Strikes Geschenk ungeöffnet in Macks Küche zurück, als Robin am folgenden Morgen in den überfüllten Zug nach Harrogate stieg. Während sie auf ihrem zum Glück reservierten Sitzplatz gen Norden reiste, versuchte sie sich einzureden, dass ihre innere Leere nichts als gewöhnliche Müdigkeit war. Das Weihnachtsfest wäre eine willkommene Abwechslung, sie würde ihre neue Nichte kennenlernen, faule Vormittage im Bett, Hausmannskost und lange Stunden vor dem Fernseher erwarteten sie. Hinten im Waggon brüllte ein Kleinkind, dessen Mutter es ebenso lautstark abzulenken und zu besänftigen versuchte. Robin zog ihren iPod heraus und setzte die Kopfhörer auf. Sie hatte sich Jonny Mitchells Chord and Spark heruntergeladen, nachdem Una erwähnt hatte, dass dies Margot Bambo's Lieblingsalbum gewesen sei, und dann wochenlang keine Zeit gehabt, das Album oder überhaupt Musik zu hören. Allerdings fand sie die Songs auf der Chord and Spark weder beruhigend noch aufmunternd. Robin fand sie verstörend, anders als alles, was sie je gehört hatte. Sie hatte Melodien oder eingängige Phrasen erwartet und wurde enttäuscht. Alles klang unvollendet, offen, unaufgelöst. Eine weiche Sopranstimme gaukelte und schwebte über den Klavier oder Gitarrenakkorden, die nie in etwas so Banales wie eine ins Ohr gegangen wäre oder zu dem man den Takt mit dem Fuß hätte klopfen können. Daran nichts zum Mitsummen, nichts zum Mitsingen, es sei denn, man konnte singen wie Mitchell selbst, was auf Robin eindeutig nicht zutraf. Die Texte klangen befremdlich und rüsten in ihr unangenehme Empfindungen aus. Robin war sich nicht sicher, ob sie das, was Mitchell besang je selbst empfunden hatte und fühlte sich unbehaglich verwirrt und traurig. Love came to my door with a sleeping wall and a madman's soul. Sekunden nach den ersten Akkorden des dritten Stücks schaltete sie den iPod aus und griff stattdessen zu der Zeitschrift, die sie unterwegs gekauft hatte. Das Kleinkind hinten im Waggon brüllte inzwischen aus Leibes Kräften. Robins melancholische Stimmung hielt an, bis sie ausstieg, dass, sobald sie ihre Mutter auf dem Bahnsteig stehen sah, stieg Wärme in ihr auf. Sie schloss Linda fest in die Arme und knapp sieben Minuten lang, während sie plaudernd vorbei an einem Café aus dem Weihnachtsmusik schepperte, zu Lindas Waden schlenderten, fand sie selbst den vertrauten, grimmig grauen Himmel über Yorkshire tröstlich und aufweiternd, genau wie das nach Roundtree, dem Labrador-Mefinder Auto. Ich muss dir was sagen, sagte Linda, sobald sie die Fahrertür zugezogen hatte. Statt den Motor anzulassen, da hielt sie sich nervös zu Robin um. Robins Magen kampfte sich in einem Anfall von Panik zusammen. Was ist passiert? Keine Angst, versicherte Linda eilig. Eindiet's gut, ich wollte dich trotzdem vorwarnen, bevor wir in Messem ankommen, nur für den Fall, dass du sie sehen solltest. Wen? Matthew, sagte Linda, er hat diese Frau mitgebracht, Sarah Shetlock, sie sind über Weihnachten zu Besuch bei Joffrey. Oh, sagte Robin, Himmel Marm, ich dachte, es wäre jemand gestorben. Sie ertrug Lindas Blick nicht, ihr Inneres war erkaltet und das fragile Glücksgefühl, das kurzzeitig in ihr aufgeflammt war, war wie unter einem kalten Windzug erloschen. Trotzdem wagen sie sich ein Lächern ab und erklärte dem Anschein nach ungerührt, hat zu weht, ich wusste Bescheid, Sarahs Ex-Verlobte hat nicht angerufen, ich hätte mir eigentlich denken können, sagte sie und fragte sich, warum sie es nicht getan hatte, dass sie Weihnachten hier verbringen, können jetzt bitte losfahren, ich sterbe, wenn ich nicht bald eine Tasse Tee aufbrachen, es war weder tröstig noch beruhigend für Robin, dass Linda sich empört darüber ausließ, wie wütend sie war, seit eine Nachbarin ihr erzählt hatte, Matthew und Sarah sein Hand in Hand durch den Ort geschlendert. Kein noch so scharfes Urteil über Moral und Verhalten ihres noch Ehemanns konnte Robin trösten und dass eher detailliert die Reaktion jedes einzelnen Familienangehörigen geschödert wurde, behagte er ebenso wenig. Martin wollte ihn sofort noch Marr umhauen. Dann wechselte Linda zum Thema Scheidung, was da los sei, warum noch nicht alles geklärt sei, ob Robin ehrlich glaube, dass diese Mediation etwas bringen würde, bewies Matthew nicht schon, indem er diese Frau vor ganz Messern zur Schau stellte, wie wenig Anstand und Vernunft bei ihnen noch ausrichten konnten? Warum nur hatte Robin dass diese Londoner Anwält in der Sache gewachsen war? Denn Corinne Merkswore hatte Linda erzählt, dass bei der Scheidung ihrer kinderlosen Tochter alles absolut glatt gegangen sei. Immerhin gebe es jetzt die kleine Anna Burmerie, schloss Lindas Monolog, als sie in die Straße abbogen, in der Robins Eltern wohnten. Warte nur, bis du sie siehst, Robin, warte nur. Die Haustür ging auf, noch ehe der Wagen zum Stehen kam, und von der Schwelle strahlt Jenny und Steven eine solche Vorfreude aus, dass ein unbeteiligter Beobachter hätte annehmen können, sie und nicht Robin würden das Baby gleich erstmals zu Gesicht bekommen. Robin ahnte, was von ihr erwartet wurde, legte ein begeistertes Lächeln auf und fand sich wenige Minuten später auf dem Sofa im äterlichen Wohnzimmer wieder, in den Armen einen kleinen, warmen, schlafenden und in Wolle gepackten Körper, der wagenfest und schwer war und nach Johnsons Baby Puder roch. Sie ist bezaubernd, Steven, sagte Robin, während Woundries Rute gegen den Couchtisch klopfte. Er stupste sie immer wieder mit der Schnauze an und versuchte den Kopf unter ihre Hand zu schieben, weil er unverständlicherweise nicht mit der üblichen Aufmerksamkeit und Liebe überschüttet wurde. Sie ist bezaubernd, Jenny, wiederholte Robin, während ihre schwägeren Fotos von Tante Robbins erster Begegnung mit Annabelle schoss. Sie ist bezaubernd, Mom, sagte Robin zu Linda, als die endlich mit einem vollbeladenen Tablett zurückkehrte und erfahren wollte, was Robin von dem fünfzig Zentimeter langen Wunder der Natur hielt. Das gleicht alles wieder aus, oder? Noch ein Mädchen zu haben, bemerkte Linda glückselig, ihr Zorn auf Matthew war verraucht, es zählte nur noch die Enkeltochter. Das Wohnzimmer war beengter als sonst, nicht nur wegen des Weihnachtsbaums und der Weihnachtskarten, sondern vor allem wegen der Babyausstattung. Wickelmatte, Weidenkörbchen, ein Stapel mysteriöser Musselintücher, ein Beutel mit Windeln und eine eigenartige Vorrichtung, die sich als Milchpumpe entpuppte. Robin schwärmte, lächelte, lachte, knabberte Weihnachtsplätzchen, lauschte der Schilderung der Geburt, bewunderte ihre Nichte wieder und immer wieder, hielt sie auf dem Arm, bis die Kleine aufwachte und erklärte, als Jenny das Baby schließlich an sich nahm und sich mit einer Aura neuer Bedeutsamkeit zum Stehen niederließ, dass sie kurz nach oben verschwinden und ausbacken werde. Sie trug ihre Reisetasche nach oben, ohne dass unten jemand davon Notiz genommen oder es bedauert hätte, so sehr drehte sich alles um das bewunderte Kind. Robin schob die Tür zu ihrem alten Kinderzimmer hinter sich zu, doch anstatt auszupacken, fiel sie auf ihr altes Bett. Mit vom vielen Lächeln halbtaubengesichtsmuskeln schloss sie die Augen und gestattete sich einen kurzen Moment, sich ihrer Erschöpfung und ihrem Elend hinzugeben. So kämpft er wohl mit aller Kraft, bis Schwäche ihn zu Boden zwann und er in schlimmem Schmerz erschlafft, während der Krankheit übler dran, Sieg über seinen Leib erran. Edmund Spencer, die Feenkönigin Drei Tage vor Weihnachten musste Streit sich eingestehen, dass er sehr wohl die Gebe hatte, nachdem er zu dem Schluss gekommen war, dass die einzig vernünftige Reaktion darin bestand, sich in seiner Dachwohnung zu verkriechen, bis sein Körper das Virus besiegt hätte, schleppte er sich zu einem überfüllten Salisbury's, glaubte dort im Fieberschweiß und durch den Mund atmend Vorräte für mehrere Tage zusammen und floh dann vor den Massen und den aus Lautsprechern quäkenden Beinachtsgesennen zurück in seine Zwei-Zimmer über dem Büro. Wie vorauszusehen gewesen war, traf es schon hart, dass er nicht zum Christfest nach Cornwall kommen würde. In ihrer Not bot sie ihm sogar an, dass er sehr wohl kommen dürfe, solange sie an entgegengesetzten Enden der Festtafel säßen. Doch zu Strikes Erleichterung legte Ted ein Veto ein. Vielleicht war Strike paranoid, aber er hatte das vage Gefühl, dass Lucy seine Krankheit für vorgetäuscht hielt, falls nicht, deutete ihr Tonfall an, er habe sich die Klippe womöglich absichtlich zugezogen. Er meinte einen leisen Vorwurf in ihrer Stimme zu hören, als sie ihm eröffnete, Joan inzwischen völlig kahl sah. Um fünf Uhr nachmittags hustete Strike, dass die Lunge wasselte und seine Weppen schmerzten. Die Beinprothese hatte er gegen die Wand gelehnt und dämmerte nur mehr ein T-Shirt und Boxershorts auf dem Bett vor sich hin, als ein Rumpen ihn wach rüttelte. Er hörte jemanden die Treppe hinunter gehen, weg von der Dach Geschoss Tür, doch er den Störenfried zurückrufen konnte, schüttete ihn ein weiter Wach Husten Kampf. Er war so sehr damit beschäftigt, sich halbwegs aufzurichten und seine Lunge freizuhusten, dass er die neuerlichen Schritte erst hörte, als jemand an seine Tür klopfte. Es kostete ihn Kraft, die er eigentlich nicht aufbringen konnte, laut zu rufen, Gross! Raustun auf irgendwas? hörte er Pets Reibeisenstimme. Nein, wollte Streik eigentlich antworten, doch es kam nur ein Krächzen. Hast du den Nut zu essen? Ja. Schmerzmitte? Ja. Ich hab dir was vor die Thier gestählt, er hörte, wie sie ein paar Dinge auf dem Boden ablegte. Weihnachtsgeschenke, ist die Suppe, solange sie heiß ist, wir sehen uns am 28. Doch ehe er etwas antworten konnte, klapperten ihre Schuhe schon wieder die Eisentrappe hinunter. Er war sich nicht sicher, ob er sich die heiße Suppe nur eingebildet hatte, doch allein die Möglichkeit genügte, dass er seine Krücken zu sich herzog und mühsam zur Tür humpelte. Die kühle Luft im Treppenhaus ergänzte seinen Fieberschweiß um eine Gänsehaut. Pat hatte es irgendwie geschafft, den alten Projektor nach oben zu schleppen und vermutlich hatte das Poltern, mit dem sie ihn abgesetzt hatte, ihn aufgeweckt. Daneben lagen die Filmdose aus Gregory Tarbets Dachboden, ein kleiner Stapel verpackter Weihnachtsgeschenke, eine Handvoll Karten und zwei Styroporbecher mit heißer Hühnerbrühe, die Pat zu Fuß aus Chinatown geholt haben musste. Er verspürte eine fast beschämende Dankbarkeit. Er ließ den schweren Projektor mitsamt Film vor der Tür liegen, schubste aber mit einer Krücke die Weihnachtsgeschenke und Karten in die Wohnung und bückte sich dann vorsichtig, um die Becher mit Subruh zu heben. Bevor er sich darüber her Weihnachten. Anschließend wickelte er sich in eine Decke und schlurfte die Suppe direkt aus dem Becher, ohne das geringste zu schmecken. Er hatte gehofft, die erste Frissigkeit würde das Katzen in seiner wunden Kehle lindern, aber der Husten blieb so hartnäckig, dass er ein-, zweimal fürchtete, die Suppe könnte wieder hochkommen. Aus sein Magen schien unschrissig, was beobachtete schwitzend und mit rumorenden Gedarmen, wie sich der Himmel draussen schwarz färbte und fragte sich, warum es ihm nicht besser gehen wollte. Nach einer Nacht, in der sich Phasen des Dämmerschlafs mit ausgiebigen Hustenanfällen abgewechselt hatten, musste Streik in seine verschwitzten Laken verheddert feststellen, dass sein Fieber noch immer nicht gesungen war. Seine sonst zu laute Wohnung war ungewöhnlich still. Die Tottenham Court Road war befemdlich wenig befahren. Er nahm an, dass die meisten Taxifahrer zu Hause bei ihren Familien waren. Eigentlich neigte Streik nicht zu selbst mit Leid, aber während er hustend und schlitzend mit schmerzenden Rippen und praktisch leerem Kühlschrank in seinem Bett lag, gingen ihm unwillkürlich vergangene Weihnachtsfeste durch den Kopf, vor allem jene, die er bei Ted und Joan in St. Morse verbracht hatte, wo immer alles wie im Fehm oder in Kinderbüchern abgelaufen war, inklusive Truthahn und Weihnachtscrackern und Strümpfen voller Geschenke. Dies war mitnichten das erste Weihnachtsfest, das er ohne Familie und Freunde verbrachte. Bei der Armee hatte es eine ganze Reihe davon gegeben, bei denen er zwischen Kameraden in Tarnuniformen und mit Weihnachtsmann-Mützen auf dem Kopf aus Aluschalen fade Truthahnschnitze gefuttert hatte. Beim Militär hatten ihn die festen Strukturen, die ihm so zugesagt hatten, über das Fehlen anderer Belüstigungen hinweg getröstet. Heute hingegen rechte die ihn kein Kameradschaftsgefühl auf, stattdessen musste er sich der trostlosen Tatsache stellen, dass er allein, krank und einweinig in einem zuwiegen Dachgeschoss festsaß, weil er immer noch konsequent vor jeder Beziehung zurückscheute, die in Stunden der Krankheit oder der Trauer Trost spenden konnte. Pets freundliche Geste wirkte am Weihnachtsmorgen rückblickend umso röhrender. Er drehte den Kopf. Die Geschenke, die sie nach oben gebracht hatte, lagen immer noch hinter der Tür auf dem Boden. Unter neuerlichen Hustenattacken kämpfte er sich aus dem Bett, griff nach seinen Krücken und trumpelte ins Bad. Sein Urin war dunkel, sein unrasiertes Gesicht im Spiegel aschfahl. Seine Gebrechlichkeit und Erschöpfung widerten ihn an, doch die bei der Armee eingeschliffenen Angewohnheiten hielten ihn davon ab, direkt ins Bett zurückzukehren. Er wusste, dass er sich umso elender fühlen würde, wenn er sich jetzt ohne Prothese und ungewaschen wieder hinlegte. Darun duschte er, allerdings ein sauberes T-Shirt, Boxershorts und einen Bademantel an und bereitete sich unter heftigen Hustenanfällen zum Frühstück ein fades Wasserpolz zu, weil er sich den letzten halben Lieder Milch für seinen Tee aufheben wollte. Weil er fest damit gerechnet hatte, längst wieder auf dem Weg der Besseren zu sein, beschränkten sich seine Vorräte mittlerweile auf eine Handvoll erschlafftes Gemüse, rohes Hündchen zwei Tage über dem Verfallsdatum und einen kleinen harten Klumpen Shedder. Nach dem Frühstück nahm Strike Schmerztabletten, legte seine Prothese an und wechselte die Bettwäsche. Er war fest entschlossen, den kurzfristigen Energieschub zu nutzen, bevor ihn die Krankheit wieder ins Bett nötigte, verfrachtete die Weihnachtsgeschenke vom Boden auf den Küchentisch und holte den immer noch auf den Treppen Absatz stehenden Projektor samt Filndose in die Wohnung. Wie erwartet, trug die Filndose in verblichenem, aber noch erkennbarem Fehlstift, das Symbol des Steinbocks. Gerade als er die Dose unter dem Küchenfenster an die Wand lehnte, summte sein Handy. Er rechnete mit einer Nachricht von Lucy, die von ihm wissen wollte, wann er anzurufen und allen in St. Maus fröhliche Weihnachten zu wünschen Gedenke. Fröhliche Weihnachten, Louis. Bist du glücklich? Ist jemand bei dir, den du liebst? 14 Tage waren vergangen, seit Charlotte ihm zuletzt geschrieben hatte. Fast als hätte sie seinen Entschluss, ihren Mann zu informieren, sollten ihre Nachrichten noch destruktiver werden, telepathisch aufgefangen. Es wäre so einfach gewesen, ihr zu antworten, ihr zu erzählen, dass er allein war, krank und ganz auf sich gestellt. Er dachte an das Nacktfoto, das sie ihm zum Geburtstag geschickt und dass er schweren Herzens gelöscht hatte. Aber er war seither so weit gekommen, er hat es inzwischen in einen einsamen Hafen geschafft, in dem er vor allen emotionalen Stürmen geschützt war, so sehr er sie geliebt hatte, so leicht sie ihn immer noch mit ein paar hingeworfenen Worten aus dem Gleichgewicht bringen konnte. Neben seinem kleinen schäbigen Esstisch stehen zwang er sich, jenes einzige Weihnachten vor seinem inneren Auge auferstehen zu lassen, zu dem er sie mit nach St. Mors genommen hatte. Er rief sich ins Gedächtnis, wie ihr Streit durch das ganze Haus Gehalt hatte, wie sie an der um den Trothahn versammelten Familie vorbeigestürmt war und die Ted und Joan ihn angesehen hatten. Sie hatten sich so auf Strikes Besuch gefreut, nachdem sie gewesen war. Er stellte sein Handy stumm. Selbst Respekt und Selbstdisziplin waren schon immer sein Bollwerk gegen Selbstmitleid und Lethargie gewesen. Was war schon ein Weihnachtstag? Man abgesehen davon, dass alle Welt sich zu fröhlichen Festmillern versammelte, war es doch nur ein Wintertag wie jeder andere. Und wenn er körperlich geschwächt war, warum sollte er dann nicht wenigstens seine geistigen Fähigkeiten nutzen, um am Bamberow-Fall weiterzuarbeiten. Also machte sich Strike einen weiteren starken Tee, gab einen winzigen Spritzer Milch dazu, kappte seinen Naptop auf und überflog, unterbrochen von wiederkehrenden Hustnahtatten, das Dokument, an dem er gearbeitet hatte, bis in die Krankheit niedergestrickt hatte. Eine Zusammenfassung von Bill Taubets symbolübersäten ledergebundenen Notizen, die Strike während nunmehr dreier Wochen dechiffiert hatte. Er hatte vor, Robin das Dokument zu schicken und um ihre Meinung zu bitten. Taubets okkulte Notizen 1. Überblick 2. Symbolschlüssel 3. Mögliche Fährten 4. Wahrscheinlich irrelevant 5. To-Do Überblick Taubets psychischer Zusammenbruch manifestiert sich in dem Glauben, er könne den Bamberow-Fall mittels Okkultismus lösen. Neben astrologischen Quellen verwendet er Alistair Crowleys Tod-Tarot-Karten, die ihrerseits Bezug auf die Astrologie nehmen. Er beschäftigt sich eingehend mit diversen okkulten Autoren wie Crowley, Elephas Levy und der Astrologin Evangelin Adams und probiert magische Rituale aus. Taubet war regelmäßiger Kirchgänger, solange er psychisch gesund war. Seit seiner Erkrankung glaubt er, er sei der Verkörperung des Bösen, des Teufels auf der Spur. Alistair Crowley, der Taubet offenbar mehr beeinflusst als jeder andere, nannte sich selbst Baphomet und brachte Baphomet gleichzeitig mit dem Teufel und dem Sternzeichen Steinbock in Verbindung. Wahrscheinlich kommt Talbot so auf die Idee, dass Magus Mörder ein Steinbock sein muss. Das Meiste aus dem Notizbuch ist nutzlos, aber ich glaube, Talbot hat drei, Strike Strich drei und ersetzte es durch vier. Wie immer, wenn er sich in die Arbeit vertiefte, brauchte eine Zigarette. Als wollte ihm seine Lunge den Wunsch gleich wieder austreiben, reagierte sie mit einem brutalen Hustenanfall, der ihn zwang, nach der Küchenrolle zu greifen, um alles aufzufangen, was seine Lunge auszustoßen versuchte. Derart zur Einsicht gebracht, zog Strike schlotternd seinen Bademantel enger, nahm einen Schluck Tee, ohne etwas zu schmecken, und machte sich wieder an die Arbeit. Das meiste aus dem Notizbuch ist nutzlos, aber ich glaube, Turbet hat vier potenzielle echte Pferden identifiziert, die nicht in der offiziellen Polizeiakte auftauchen, sondern ausschließlich in seinem wahren Buch, also dem ledernen Notizbuch. Symbolschlüsse In dem Notizbuch werden keine Namen verwendet, nur astrologische Symbole. Nicht benannte Augenzeugen führe ich hier nicht auf, keine Chance, sie nur anhand ihres Sternzeichens ausfindig zu machen. Aber nachdem ich korrespondierende Details abgeglichen habe, würde ich die Leute, die Turbet verwichtig hielt, folgenden Sternzeichen zu ordnen. Weder Paul Satchwell, Exfreund, Stier, Wilma Baylis, Putzhäfe, Zwilling Una Kennedy, Zwilling 2, Amanda Loss, die M am Fenster gesehen hat, Krebs Janice Beatty, Pflegeschwester, Arzthäferin, Krebs 2, Cynthia Fitz, Annas Kindermädchen, Stiefmutter, Löwe, Dennis Gupta, Arzt, Löwe 2, Willy Lomax, Will M in die Kirche gehen gesehen haben, Löwe 3, Fragezeichen, laut Terbets Vertizen wurde Löwe 3 von einem Unbekannten beim Verlassen der Praxis gesehen, es wird angedeutet, dass Löwe 3 abends in der Praxis war, sowie der Polizei bekannt gewesen sein muss. Stryk löschte den letzten Absatz und setzte dafür einen neuen Namen und eine neue Anmerkung ein. Löwe 3, Nico, Mucki, Richie, Gangster, war auf der Weihnachtsfeier, anscheinend hat ihn außer einem anonymen Passanten niemand erkannt. Jungfrau, Dolphy Oakden, Sekretärin, Varga, Joseph Brenner, Arzt, Varga 2, Ruby Elliot, sah zwei Frauen miteinander rangeln, Skorpion, Fragezeichen, Tote, Tota. Für den Skorpion schlage ich weiter unten eine Identität vor, es könnte aber auch jemand sein, von dem wir noch nichts wissen. Skorpion 2, Mrs. Flurry, fütter am Abend von Magus verschwinden, ihre alte Mutter über den Klöckenburg grehen, Schütze, Gloria Conti, Empfang, Schütze 2, Jules Baylis, Ehemann der Putzhilfe, Wassermann, Margot Bamberow, Opfer, Steinbock, Essex-Butcher, Baphomet, Fischer, Steve Douthwaite, Patient. Dann folgten zwei Symbole, die er auf keiner Astro-Webseite finden konnte, Roy Phipps, Ehemann, Arin Bull, Hickson, Empfang. Dann sind da noch zwei Symbole für Roy Phipps, Ehemann und Arin Bull, Hickson, Empfang. Das eine sieht aus wie ein Strichmännchen mit einem Lasso, das andere ähnelt dem Zeichen, das in der Mathematik für unendlich verwendet wird. Keine Ahnung, was die zwei Symbole bedeuten, konnte sie auf keiner Astro-Webseite finden. Talbert scheint sie erfunden zu haben. Vom Geburtsdatum her wäre Irwin Zwillinge und Roy Steinbock, allerdings schreibt Talbert, Fitz könne kein echter Steinbock sein, weil er erfinderisch, einfühlsam musikalisch sei und denkt sich, auf Schmidts Anraten, ein neues Symbol für ihn aß. Schmidt, der Name Schmidt taucht immer wieder auf, Schmidt korrigiert zu anderem Sternzeichen, Schmidt ändert alles, Schmidt empfiehlt Neubewertung. Mehr als alles andere will Schmidt Sternzeichen ändern, obwohl die doch eine feste Größe sein sollten, weil sich Geburtsdaten nicht ändern. Ich habe bei Gregory Talbert nachgefragt, der sich aber nicht erinnern kann, dass sein Vater jemanden dieses Namens gekannt hätte. Ich kann nur vermuten, dass es sich bei Schmidt um eine Projektion von Talbets zunehmend psychotischer Fantasie handelt. Vielleicht musste er sich widerwürdig eingestehen, dass die Beteiligten nicht die Eigenschaften hatten, die sie ihrem Tierkreiszeichen entsprechend hätten haben müssen, und Schmidt war die Stimme seiner Vernunft, die dies ins Lot zu bringen versuchte. Mögliche Fährten Joseph Brenner Obwohl Talbert anfänglich entschlossen war, Brenner aufgrund seines Sternzeichens, vage laut Evangeline Adams, das vertrauenswürdigste aller Zeichen, von jenem Verdacht auszunehmen, hat er später in seinen Notizen festgehalten, ein nicht weiter benannter Patient habe ihm erzählt, er oder sie habe Joseph Brenner am Abend von Margos Verschwinden in einer Wohnanlage namens Michael Cliff House an der Skinner Street gesehen. Das widerspricht Brenners eigener Darstellung, dass sie einer Feierabend direkt nach Hause gefahren sei, der Aussage seiner Schwester, die dies bestätigte, und möglicherweise auch der Aussage eines Nachbarn, der behauptet hat, er sei um elf Uhr abends mit seinem Hund an der Wohnung der Brenners vorbeigekommen und habe Brenner durchs Fenster gesehen. Es wird kein Zeitpunkt für die angebliche Sichtung von Brenner am Michael Cliff House genannt, das mit dem Auto nur drei Minuten von der Pazis entfernt liegt und damit deutlich näher an Margos Router als Brenners Zuhause, 20 Minuten entfernt. Nichts davon steht in der Polizeiakte und offenbar gab es auch keine weiteren Nachforschungen in dieser Richtung. Tod der Skorpion Taube deutet an, es habe einen Todesfall gegeben. Margo könnte die Umstände verdächtig gefunden haben. Der Tod der Skorpion steht in Verbindung zu den Tierkreiszeichen Fischer, Douthwaite und Caps, Janice. Damit wäre Joanna Hammond, die Frau mit der Douthwaite einer Affäre hatte und die ein dieblich Selbstmord verübte, die wahrscheinlichste Kandidatin für den Skorpion. Die Erklärung Hammond's Douthwaite Janice würde sich halbwegs kursibel einfügen. Margo könnte Douthwaite bei ihrer letzten Begegnung von ihrem Verdacht erzählt haben, woraufhin er aus ihrer Praxis stürmte. Janice als Douthwaites bekannte Nachbarin könnte ihn ebenfalls in Verdacht geahnt haben. Problem bei dieser Theorie ist nur, dass sich Joanna Hammond's Geburtsurkunde online abrufen konnte und sie im Sternzeichen Schütze geboren wurde. Entweder ist sie nicht die fragliche Tote oder Therbeth hat sich im Geburtsdatum geirrt. Blut bei den Phipps, Roy's Bettlägerigkeit Nachdem Lawson den Fall übernommen hatte, berichtet ihm Wilma die Putzhilfe, sie habe am Tag von Margos Verschwinden beobachtet, Roy sei im Garten herumspaziert, obwohl er angeblich bettlägerig war. Sie behauptet überdies, sie habe Blut auf dem Teppich im Gästezimmer entdeckt und den Fleck beseitigt. Weil Wilma dies angeblich gegenüber der Polizei nie vorgebracht hat, mutmaßt Lawson, sie wolle Roy Phipps in Schwierigkeiten bringen. Wie sich aber herausstellt, hat Wilma Talbot sehr wohl davon erzählt, doch statt in der offiziellen Polizeiakte hat der es bloß in seinem okkulten Notizbuch erwähnt. Damit hat Wilma ihm zwar eine möglicherweise wichtige Information gegeben, aber Talbids Notizen deuten darauf hin, dass er überzeugt ist, sie verheimlichen ihm etwas ganz anderes. Er scheint darauf fixiert zu sein, dass Wilma über geheime Kenntnisse, Fähigkeiten verfügt. Er spekuliert, der Stier könne Magik besitzen und deutet sogar an, Wilma könne das Blut zu rituellen Zwecken auf dem Teppich verteilt haben. Wenn er Karten legt, deckt er offenbar auf Tarotkarten auf, die mit dem Stier assoziiert werden, und scheint dies als Beleg dafür herzunehmen, dass Wilma mehr weiß, als sie verraten will. Er unterstreicht den Ausdruck »schwarzes Phantom« in Bezug auf Wilma und assoziiert sie mit der »schwarzen Lilith« und einem astrologischen Fixpunkt, der mit Tabus und Geheimnissen in Verbindung gebracht wird. Weil ich keine andere Erklärung finden kann, tippe ich auf eine ordentliche Portion altmodischen Hassismus. Da außen auf der Cheren Crossroad fuhr ein Auto vorbei, aus dessen Radio »Do they know it's Christmas« plärter. Sturmrundselnd fügte Strike einen weiteren Unterpunkt zu, mögliche Fährten hinzu. Nico Muckiewitschi Talbot zufolge berichtet ein anonymer Passant, er habe beobachtet, wie Löwe 3 eines Abends die Paxes verließ. Nico Muckiewitschi ist auf einem der Fotos zu sehen, die Dolphy Oakden 1973 während der Weihnachtsfeier in der Paxes machte. Das Bild ist im Buch ihres Sohns abgedruckt. Witschi war Sternzeichen Löwe, bestätigt durch das Geburtsdatum in einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 1968. Außerdem war er Berufsgenster, Pornograf und Zuhälter und wohnte 1974 in der Leather Lane Clerkenwell, also nicht weit von der Praxis entfernt, und könnte bei einem der Ärzte dort Patient gewesen sein. Er ist inzwischen über 90 und lebt, laut Schenker, in einem Pflegeheim. Dass Witschi auf der Feier war, wird in der offiziellen Akte nicht erwähnt. Talbot findet die Tatsache, dass Witschi dort war, trotzdem so bedeutsam, dass er sie in seinem Notizbuch vermerkt, aber nichts deutet darauf hin, dass er oder Lawson dieser Spur später nachgegangen wäre. Mögliche Erklärungen? Erstens, bei Witschi Löwe und kein Steinbock war, war Talbot der Ansicht, dass er nicht Baphomet sein konnte. Zweitens, Talbot glaubte dem Zeugen nicht, der gesehen haben wollte, wie Witschi das Gebäude verließ. Drittens, Talbot wusste, dass Witschi für den Abend, an dem Margot verschwand, ein Alibi hatte, hielt das aber nicht in seinem Buch fest. Viertens, Talbot wusste, dass Witschi ein Alibi für die anderen Entführungen des Essex Butcher hatte. Was immer davon zutrifft, dass Witschi überhaupt bei der Feier anwesend war, sollte genauer untersucht werden. Er hatte die nötigen Verbindungen, um jemanden ein für allemal verschwinden zu lassen, siehe unter To-Do. Nur mit wesentlich größerer Anstrengung als sonst konnte Strike seine Gedanken zu Mookie Witschi satieren und niederschreiben. Erschöpft mit bähnender Kehler und vom Husten schmerzenden Zwischenrippenmuskeln ging er seine Aufzeichnungen noch einmal durch, die abgesehen von der To-Do-Liste nur noch wenig von der Deutung enthielten, korrigierte ein paar Tippfehler, hängte alles an eine E-Mail an und schickte es an Robin. Erst danach ging ihm auf, dass der eine oder andere es unangebracht finden könnte, wenn er am Weihnachtsmorgen Arbeits-E-Mails geschickt bekäme. Doch dann schob er seine Skrupel beiseite. Robin feierte im Kreis ihrer Familie Weihnachten und würde daher frühestens tags darauf ihre E-Mails abrufen. Er kliff nach seinem Handy und warf einen Blick aufs Display. Charlotte hatte nicht noch mal geschrieben. Kein Wunder bei Zwillingen, einer aristokratischen Schliegerfamilie und einem Ehemann, die sie alle zufriedenstellen musste. Er legte das Handy wieder weg. Auch wenn er kaum noch Kraft hatte, fand Strike es umso nervenaufreibender gar nichts zu tun. Ohne große Neugier inspizierte er zwei der Weihnachtsgeschenke, die eindeutig von dankbaren Klienten stammten. Die waren an ihn und Robin adressiert. Er schüttelte das Größere. Palinen. Er ging ins Schlafzimmer zurück und sah eine Weile fern. Die benetranter Erwähnung des Weihnachtsfests deprimierte ihn, also schaltete er den Fernseher aus, gerade als der Ansage allen noch fäulicher. Er schurfte zurück in die Küchen, wo sein Blick auf den schweren Projektor und die Filmdose fiel, die direkt hinter der Tür lagen. Kurz entschlossen wuchtete er die schwere Maschine auf den Küchentisch, richtete den Projektor auf ein Stück blanke Küchenwand und steckte den Stecker ein. Dann löste er den Deckel von der Filmdose und fädelte die große 16-mm-Filmrolle in den Projektor. Weil er eindeutig nicht so klar denken konnte wie sonst und außerdem regelmäßig pausieren musste, um immer wieder abzuhusten, brauchte Strike eine knappe Stunde, bis er herausgefunden hatte, wie man den alten Projektor bediente. Bis dahin hatte er zu seinem Erstaunen so etwas wie Appetit entwickelt. Es waren zwischen kurz vor zwei Uhr nachmittags. Er verdrängte jeden Gedanken daran, was sich wohl zur selben Zeit in St. Maus abspielen mochte, wo sich zweifelsohne ein Truthahn mit allen drum und dran dem Gipfel bronzefarbener Perfektion näherte. Deutete stattdessen den leise aufkammenden Appetit als Zeichen wiederkehrender Gesundheit, holte die abgelaufene Packung Hühnerfleisch und das schlafe Gemüse aus dem Kühlschrank, hackte alles klein, kochte ein paar Instantnudeln weich und warf alles in eine Pfanne. Auch wenn er absolut nichts schmeckte, fühlte er sich nach dieser Nahrungsaufnahme wieder etwas menschlicher und vertegte darum, nachdem er die Packung von Geschenkpapier und Cellophane befreit hatte, obendrein mehrere Pralinen, ehe er den Projektor einschaltete. Auf der Wand flackerte in Nachmittagslicht blass eine nackte Frauengestalt auf. Ihr Kopf steckte unter einer Kapuza, die Hände waren auf den Rücken gefesselt. Ein schwarzes Männerhosenbein schob sich ins Bild und tat nach ihr. Sie stolperte, fiel auf die Knie, der Mann trat weiter zu, bis die Frau flach am Boden lag. Wenn es eine Tonspur gegeben hätte, hätte sie bestimmt geschrien, sie hätte schreien müssen. Eine dünne Narbe verlief unter ihrer linken Brust an den Rippen abwärts, als würde sie gerade nicht zum ersten Mal mit einem Messer traktiert. Sämtliche beteiligten Männer hatten ihre Gesichter mit Schals oder Skimasken bedeckt. Nur sie war nackt. Die Männer zogen lediglich ihren Jeans ein Stück hinunter. Lange bevor sie von ihr abließen, bewegte sie sich nicht mehr. Irgendwann, kurz vor dem Ende, als sie sich kaum noch hatte rühren können, aber immer noch Blut aus ihren zahllosen Stichwunden gesickert war, hatte sich die linke Hand eines weiteren Mannes, der anscheinend nur zugesehen hatte, vor die Linse geschoben. An der Hand war etwas Großes, Goldenes aufgeblitzt. Streik schaltete den Projektor aus. Schlagartig war er in kalten Schweiß gebadet. Sein Magen kampfte sich zusammen, und er schaffte es kaum zum Bad, ehe er sich übergab. Unter Brechanfällen harrte er aus, bis er alles Pfann sich gegeben hatte, und die Dämmerung sich vor den Dachgeschossfenstern herabsenkte. »Vergebt, o Herren, ruf der fremde Ritter, wenn ich des Streites keck mich unterwunden, doch nagt im Herzen mir der Gram so bitter.« Edmund Spencer, die Feenkönigin Annabelle lag laut weinend in Stevens altem Kinderzimmer eine Tür weiter. Robins Nichte hatte den Großteil der Heiligen Nacht durchgerollt, und Robin war mit ihr wachgeblieben und hatte per Kopfhörer Joni Mitchell gehört, um das Geinen auszublenden. Im Lauf der vier Tage, die Robin inzwischen im Haus ihrer Eltern in Messim ausharrte, hatte sie einmählich Zugang zu Mitchells meandernden Melodien gefunden. Genau wie zu den Texten, die ein merkwürdiges Gefühl des Verlorenseins in ihr auswürsten. Margot Bambro hatte darin Trost gefunden, und war ihr Leben nicht weitaus komplizierter gewesen als das von Robin? Bettelarme Eltern, die sie hatte unterstützen müssen, das geliebte Baby, das Margot tagsüber vermisste, eine Gemeinschaftspraxis, in der Feindseligkeit und Schikanen an der Tagesordnung waren, ein Ehemann, der nicht mit ihr reden wollte, ein zweiter Mann im Hintergrund, der ihr schwor, er habe sich verändert, wie schwerwogen verblichen damit Robins Probleme. Also lag Robin im Dunkeln und lauschte der Musik, wie es ihr im Zug nicht möglich gewesen war. Dort hatten die mit weicher Stimme gesungenen Texte gespreizt und abweisend geklungen. Robin hatte keine glamourösen Liebesaffären durchlebt, die sie hätte sie zieren und beklagen können. In ihrem Leben hatte es genau einen festen Freund gegeben, dazu eine Ehe, die katastrophal gescheitert war. Und jetzt war sie zu Hause bei ihren Eltern, eine kinderlose 29-Jährige, die irgendwie in eine andere Richtung unterwegs war als alle anderen, in anderen Worten, Wolkwärts. Doch jetzt, in der Dunkelheit, hörte sie Melodien zwischen den schwebenden Akkorden heraus, und als sie irgendwann die Musik nicht mehr mit dem verglich, was sie sonst gewöhnt war, dämmerte ihr auch, dass die so irritierend befemdlichen Metaphern tatsächlich Geständnisse der eigenen Unzulänglichkeit, der Vereinsamung waren, der Schwierigkeit, zwei Leben miteinander zu verschmäßen, des Wartens auf den einen, nie auftauchenden Seelenverwandten, der Sehnsucht nach Freiheit und Liebe zugleich. Sie zuckte regelrecht zusammen, als sie am Anfang des achten Tracks die Worte hörte, »I'm always running behind the times, just like this train«, und als Mitchell später im Stück fragte, »What are you going to do now? You got no one to give you love to«, taten ihr Tränen in die Augen. Keine Meile von ihrem Zimmer entfernt, im Gästezimmer von Robins Ex-Schwiegervater, lagen jetzt Matthew und Sarah zusammen im Bett, während Robin allein in ihr altes Zimmer heimgekehrt war, das für sie immer etwas von einer Gefängniszelle haben würde. Hier hatte sie nach ihrem Abgang von der Universität ganze Monate verbracht, in diese vier Wände eingeschlossen, durch die Erinnerung an einen Mann mit Gorillamaske und an die schlimmsten zwanzig Minuten ihres Lebens. Seit ihrer Ankunft hatten es alle im Haus kaum erwarten können, sie auf einen Spaziergang durch Messem zu begleiten, weil du dich nicht zu verstecken brauchst, womit sie, wenn auch in bester Absicht, einer Frau, deren Ex eine neue hatte, stillschweigend unterstellten, dass sie sich instinktiv würde verstecken wollen. Single zu sein war ein Marke. Erst jetzt, mit Cord and Spark im Ohr, erkannte Robin, dass sie tatsächlich in eine andere Richtung unterwegs war, als alle um sie herum. Sie kämpfte noch immer darum, wieder der Mensch zu werden, der sie hätte werden sollen, bevor ein maskierter Mann aus einem dunklen Treppenaufgang nach ihr die Griffen hatte. Und das verstand niemand. Bei allen Annahmen, ihr wahres Ich sei jene Ehefrau, die Matthew Canliffe sich gewünscht hatte, eine Frau, die in irgendeiner Personalabteilung artig vor sich hin arbeitete und nach Einbruch der Dunkelheit innerhalb der eigenen sicheren vier Wände blieb. Sie alle begriffen gar nicht, dass diese Frau das Ergebnis jener 20 Minuten gewesen war und dass die wahre Robin vielleicht nie zum Vorschein gekommen wäre, wenn sie nicht irrtümlich in ein schiebiges Büro in der Denmark Street geschickt worden wäre. Mit dem wagen Gefühl, die schlaflosen Stunden mit Gewinn verbracht zu haben, schaltete Robin ihren iPod aus. Es war vier Uhr nachts am zweiten Weihnachtsfeiertag und im Haus war Smooks Mäuschen still. Robin drehte sie zur Seite und stief endlich ein. Zwei Stunden später wachte Annabelle wieder auf und diesmal stand Robin auf und schlich mit einem Notizbuch, ihrem Laptop und dem Handy in der Hand, barfuß nach unten an den ausladenden Holztisch neben dem großen Herd. Es war schön, die Küche für sich allein zu haben. Hinter dem Fenster lag der Garten von eisigem Frost überzogen, dunkelblau Säbern in der winterlichen Vordämmerung. Sie legte Laptop und Handy auf den Tisch ab und begrüßte Raunchi, der inzwischen zu arthritisch war, um ihr morgens entgegenzuspringen, aber an seinem Korb neben der Heizung träge mit dem Schwanz wedelte. Dann machte sie sich einen Tee, setzte sich an den Tisch und klappte den Laptop auf. Sie hatte Strikes Zusammenfassung der Roskob-Notizen noch nicht gelesen, weil die eingetrudelt war, wer wann sie und ihre Mutter das Weihnachtsessen vorbereitet hatten. Robin hatte gerade Rosenkohl in den Dampfgarl gegeben, als sie aus dem Augenwinkel die Nachricht auf ihrem Handy bemerkt hatte, das an einer der wenigen Steckdosen gehangen hatte, die nicht von irgendwelchen Babygerätschaften des Beschlag belegt gewesen war, Flaschensterilisator, Babyphone oder Milchpumpe. Als sie Strikes Namen entdeckt hatte, hatte sich ihre Laune kurzfristig gebessert, weil sie sich sicher gewesen war, dass er sich für die Tom Waits DVD bedanken wollte und der Umstand, dass er ihr gleich am Weihnachtstag schrieb, war eine Art Freundschaftsbeweis, wie sie ihn womöglich noch nie von ihm bekommen hatte. Doch als sie die E-Mail aufklickte, las sie nur FYI, Zusammenfassung von Tarbets okkulten Notizen und To-Do. Die Enttäuschung musste ihr anzusehen gewesen sein. Als sie aufblickte, beäugte Linda sie kritisch. »Schlechte Nachrichten?« »Nein, in nur Strike.« »Ein Weihnachten?«, fragte Linda scharf. Im selben Augenblick ging Robin auf, dass ihr Ex-Schwiegervater Joffrey in Messam das Gerücht gestreut haben musste, Matthew sei ihr nur untreu geworden, weil er zuvor selbst schändlich hintergangen worden sei. Es stand ihrer Mutter ins Gesicht geschrieben, es erklärte Jennys prätzlich übersteigerte Konzentration auf Annabelle und den scharfen Seitenblick ihres jüngsten Bruders Jonathan, der eben Cranberry-Soße aus einem Glas in eine Saussiere goss. »Nur Arbeit«, hatte Robin knapp kommentiert, und ihre stummen Ankläge hatten sich hastig wieder in ihre Aufgaben vertieft. Daher machte sich Robin nun mit gemischten Gefühlen gegenüber dem Verfasser an die Lektüre von Streits Dokument. Dass er ihr an Weihnachten geschlieben hatte, kam einem Stehen Tadel gleich, als hätte sie ihn im Stich gelassen, indem sie nach Messam gereist war, statt in London zu bleiben und die Detektei am Laufen zu halten, während er, Barkley und Morris ihre Grippe auskurrierten. Aber wenn er ihr schon an Weihnachten schrieb, hätte der Anstand zumindest eine kurze, persönliche Nachricht erfordert. Vielleicht hatte er auf ihr Weihnachtsgeschenk genauso gleichgültig reagiert, wie sie auf seines. Robin war gerade am Ende der möglichen Fährten angelangt und versuchte zu verdauen, dass ein Berufsverbrecher zumindest bei einer Gelegenheit in Margot Bambros Nähe gewesen war, als die Küchentür aufging und das ferne Greinen der kleinen Annabelle herüberwehte. In Morgenmantel und Pantoffeln betat Linda die Küche. »Was machst du denn hier?«, fragte sie leicht missbelegend und hielt auf den Wasserkocher zu. Robin versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie verärgert sie war. In den vergangenen Tagen hatte sie gelächelt, bis ihr Gesicht geschmerzt hatte, sie hatte ihre Mutter bis an ihre physischen Grenzen unterstützt, sie hatte die kleine Annabelle angehimmelt, bis ihren Gefühl nach keine Pore ungerund geblieben war, sie hatte bei den Charadespielen mitgemacht, Drinks nachgeschenkt und Filme geschaut und für Jenny, die an Zofa gefesselt war, waren immer sie stillte Pralinen ausgewickelt und Nüsse geknackt. Sie hat interessiert und mitführend zugehört, wenn Jonathan von den Heldentaten seiner Universitätsfreunde erzählte. Sie hatte den Kommentaren ihres Vaters zu David Camelons Agrarpolitik gelauscht und sie hatte registriert, ohne sich darüber auszulassen, dass sich kein einziges Familienmitglied nach ihrer Arbeit erkundigt hatte. Durfte sie da nicht wenigstens für eine halbe Stunde in Ruhe in der Küche sitzen, wenn Annabelle ihr schon den Schlaf raubte? »Ich lese eine Mail«, antwortete Robin. »Sie glauben«, sagte Linda, und Robin war klar, dass sie, die frischgebackenen Eltern sein mussten, deren Gedanken und Wünsche inzwischen von alles überragender Bedeutung waren, dass es der Rosenkohl war. Sie hatte die ganze Nacht Koliken, Jenny ist fix und fertig. Annabelle hat keinen Rosenkohl gegessen. Sie nimmt ihn über die Muttermilch auf, dezierte Linda, und Robin hörte aus der Erwiderung leise Herablassung heraus, weil Robin von den Mysterien einer Mutterschaft keine Ahnung hatte. Mit zwei Bechern Tee für Stephen und Jenny verließ Linda die Küche. Erleichtert kappte Robin ihr Notizbuch auf, schrieb sich eilig ein Tag Gedanken auf, die ihr bei der Lektüre der möglichen Pferden gekommen waren, und widmete sich wieder Streichs Dokument, um seine kurze Liste der wahrscheinlich irrelevanten Punkte aus Tauberts Notizbuch zu studieren. Paul Setschbau. Nach den Notizen zu urteilen, die sich immer weiter von der Realität entfernen, verschächtert sich Tauberts geistige Verfassung nach wenigen Monaten massiv. Gegen Ende des Buchs beschäftigte er sich wieder mit den zwei anderen gehörnten Tierkreiszeichen, Widder und Stier, vermutlich, weil er immer noch auf den Teufel fixiert ist. Wie oben erwähnt, steht Wilma bei ihm unbegründet unter schwerem Verdacht, aber er macht sich auch die Mühe, ein komplettes Geburtshoroskop für Setschvill zu erstellen, das heißt, er muss den denauen Zeitpunkt von dessen Deboot in Erfahrung gebracht haben. Wahrscheinlich hat es nichts zu bedeuten, trotzdem ist es eigenartig, dass er sich Setschvill erneut vornimmt und so viel Zeit auf dessen Horoskop verwendet. Das hat er für keinen anderen Verdächtigen getan. Talbot unterstreicht Aspekte, die auf Aggression, Unehrlichkeit und Neurosen hinweisen sollen. Außerdem hätte er wiederholt fest, dass verschiedene Teile der Setschvill-Analyse identisch mit AC seien, ohne das weiter auszuführen. Roy Phipps und Arin Hickson Wie oben erwähnt sind die Zeichen, die Talbot für Roy Phipps und Arin Hickson, damals Ayrin Bohl, verwendet, in der Astrologie sonst nicht zu finden, die hat sich Talbot offenbar ausgedacht. Roy's Symbol sieht aus wie ein kopfloses Strichmännchen. Ich konnte nicht da ausfinden, wofür es steht, mutmaßlich ein Sternbild. Um Roy's Namen herum tauchen immer wieder Zitate über Schlangen auf. Ayrins erfundenes Zeichen sieht aus wie ein großer Fisch. Talbot Erneut ging die Küchentür auf und Robin drehte sich um. Es war wieder Linda. Bist du immer noch hier? fragte sie mit leisem Tade. Nein, sagte Robin. Ich bin oben. Linda lächelte schief und nahm weitere Porzellanböcher aus dem Schrank. Willst du noch einen Tee? Nein, danke. Robin klappte den Laptop zu. Sie hatte beschlossen, Strikes Dokument in ihrem Zimmer zu Ende zu lesen. Vielleicht war es nur Einbildung, aber Linda schien heute mehr Krach zu machen als sonst. Er lässt dich also auch über Weihnachten arbeiten? Schon seit vier Tagen hatte Robin den Verdacht, dass ihre Mutter mit ihr über Strike reden wollte. Seit Robin einen Blick auf die betretenen Gesichter ihrer Angehörigen erhascht hatte, ahnte sie auch warum. Trotzdem wollte sie ihrer Mutter das Verhör nicht auch noch erleichtern. Was meinst du mit auch? fragte Robin. Du weißt, wie ich es meine, sagte Linda. An Weihnachten. Ich hätte gedacht, du hättest dir ein bisschen Freizeit verdient. Ich habe Freizeit. Sie trug ihren leeren Becher zur Spüle. Inzwischen hatte Roundtree sich auf die Füße gekämpft, Robin ließ ihn durch die Hintertür in den Garten und spülte die eisige Luft auf jedem Fleck nackter Haut. Jenseits der Gartenhecke stieb die Sonne langsam in den eisigen Himmel und färbte den Horizont grün. Trifft er sich mit jemandem? fragte Linda. Strike? Er trifft sich mit vielen Menschen. Das gehört zu seinem Job. Jetzt tu doch nicht so. Warum interessiert dich das überhaupt? Sie hätte erwartet, dass ihre Mutter klein beigeben würde, wurde aber überrascht. Ich glaube, du weißt, warum. Sie sah ihre Tochter ins Gesicht. Robin spürte, dass sie rot anlief und ärgerte sich über sich selbst. Sie war eine 29-jährige Frau. Im selben Augenblick piepte ihr Handy auf dem Küchentisch. Bestimmt war Strike, und diese Ansicht war Linda offenbar auch. Sie griff nach Robins Handy, weil sie näher am Tisch stand und späte verstorben auf den Namen des Absenders, während sie es Robin reichte. Doch die Nachricht war nicht von Strike. Sie war von Saul Morris. Ich hoffe, dein Weihnachten ist nicht so beschissen wie meins. Normalerweise hätte Robin nicht geantwortet, doch der Zorn auf ihre Familie und noch etwas anderes, das wo über sie lieber nicht nachdenken wollte, trieb sie dazu, vor Lindas Augen zurückzuschreiben. Kommt darauf an, wie beschissen deins ist, meins ist ziemlich beschissen. Sie schickte die Nachricht ab und biegte zu Linda auf. Wer ist Saul Morris? fragte ihre Mutter. Ein Feiermitarbeiter der Detektei, ehemaliger Polizist, antwortete Robin. Ach, jetzt hatte sie Linda mit frischem Gedankenfutter versorgt. Sie nahm ihren Laptop vom Tisch und verließ die Küche. Wie nicht anders zu erwarten, weil er das Bad belegt, Robin kehrte in ihr Zimmer zurück. Bis sie sich auf dem Bett niedergelassen und den Laptop wieder aufgekappt hatte, hatte Morris zurückgeschrieben. Erzähl mir deine Probleme, dann erzähl ich dir meine, geteiltes Leid und so. Robin bereute schon jetzt, dass sie ihm überhaupt geantwortet hatte, legte das Handy mit dem Display nach unten aufs Bett und wandte sich wie das Strikes-Dokument zu. Irines erfundenes Zeichen sieht aus wie ein großer Fisch. Talbot beschreibt ziemlich undiplomatisch, wofür es seiner Meinung nach steht, dass ungeheuer Cetus, Leviathan, der biblische Baal, oberfläfflicher Charme, tiefsitzende Bosheit, wehend stark, genießte Ampenlicht, Schauspielerin, Lügnerin. Dass Irine eine Lügnerin ist, vermutet Talbot demnach schon bevor sich herausstellt, dass ihr Zahnarztbesuch erfunden war, was er aber nie erfahren wird. Allerdings gibt es keinen Hinweis darauf, wieso er sie dann für eine Lügnerin hält. Margot als Barbalon. Dies ist nur insofern relevant, als es Zeit wie Kank-Turbet wirklich war. An dem Abend, als er schließlich eingewiesen wird, versucht er sich an eine Art magischem Ritual. Nach seinen Notizen zu stießen, will er Baphomet heraufbeschwören, wohl, weil er hofft, Baphomet werde die Gestalt von Magus' Mörder annehmen. Talbot zufolge manifestiert sich im Zimmer aber nicht Baphomet, sondern Magus' Geist, der mich anklagt, der mich attackiert. Talbot glaubt, sie hätte sich im Tod in Baphomets Stellvertreterin ihr Pferd in Barbalon verwandelt. Die Dämonen, die er sieht, trägt eine Schale voll Blut und ein Schwert. Rund um das Bild der Dämonen erwähnt er mehrfach handschläftlich Löwen. Auf der Karte im Tod-Tarot, die für die Lust steht, reitet Barbalon auf einem siebenköpfigen Löwen. Später widmet sich Talbot erneut der Zeichnung mit der Dämonen und kitzelt küstliche Kreuze über einen Teil der Notizen und über die Dämonen selbst. Außerdem schreibt er quer über das Bild ein Bibelzitat, das vor Hexerei warnt. Nach der Erscheinung der Dämonen scheint er sich wieder in die Religion zu pflichten. Hier enden seine Notizen. Wobbin hörte, wie die Tür zum Bad auf und wieder zuging. Inzwischen musste sie dringend pinkeln und schoss aus ihrem Zimmer. Mit seinem Waschbeuter in der Hand und mit geröteten Augen schlurfte Steven gerade gähnend über den Treppenabsatz. Tut mir leif wegen netzer Nachtwobb. Jenny glaubt, es war der Rosenkohl. Ja, hat Mom schon gesagt, Wobbin schob sich an ihm vorbei. Kein Problem, hoffentlich geht es ihr wieder besser. Wir gehen mit dir eine Runde spazieren. Ich schau mal, ob ich dir Ohrenstöpfe besorgen kann. Wobbin nutzte die Gelegenheit, duschte und kehrte eilig in ihr Zimmer zurück. Noch während sie sich anzog, piepte ihr Handy zweimal. Als sie sich vor dem Spiegel die Haare kämmte, fiel ihr Blick auf das Parfum, das sie von ihrer Mutter zu Weihnachten bekommen hatte. Wobbin hatte ihr gegenüber erwähnt, dass sie auf der Suche nach einem neuen Duft war, bei der Alte sie zu sehr an Matthew erinnerte. Als sie das Geschenk geöffnet hatte, war sie gerührt gewesen, dass Linda sich an dieses Gespräch erinnert hatte. Die Flasche war rund, allerdings nicht wie eine Kugel, sondern wie ein abgeflachter Kreis. Chanel, chance of fraiche, die Flüssigkeit darin war blass grün. Unwillkürig müsste Wobbin an Rosenkohl denken. Nichtsdestotrotz sprühte sie sich ein paar Tropfen auf die Handgelenke und hinter die Ohren, und die Luft füllte sich mit einem scharfen Citrus und Blütenaroma. Deshalb, fragte sie sich, hat ihre Mutter diesen Duft ausgewählt? Was an diesem Parfum hatte sie mit Wobbin in Verbindung gebracht? Für Wobbin roch es wie ein Deodorant, nichtssagend, steril und absolut unromantisch. Sie musste an ihren enttäuschenden Frassard-Kauf denken und dass sie Versuch, sexy und weltgewandt zu wirken, ihr nichts als Kopfschmerzen eingebracht hatte. Sie dachte noch immer über die Diskrepanz zwischen dem Selbstbild der Menschen und dem Wunschbild ihrer Mitmenschen nach, als sie sich neben ihrem Laptop aufs Bett fallen ließ und das Handy umdrehte. Morris hatte zweimal geschrieben. Einsam und verkatert, ein Weihnachten nicht bei den Kindern zu sein, ist scheiße. Weil Wobbin nicht sofort geantwortet hatte, hat er hinterhergeschrieben, sorry, dass ich so ein selbstmitleidiger Arsch bin, ignorier mich einfach. Dass er sich als selbstmitleidigen Arsch bezeichnete, machte ihn ihr sympathischer denn je und weil er ihr leid tat, antwortete sie, ach verdammt, muss hart sein. Dann kehrte sie an ihren Laptop und zu dem letzten Abschnitt ins Streiksdokument zurück, in dem er Schritt für Schritt aufgeführt hatte, was jetzt zu tun wäre und neben jedem Punkt mit Initialen festgehalten hatte, wer was übernehmen sollte. To do. Weiteres Gespräch mit Gregory Tarbert. C.S. Ich will wissen, warum Bill Tarbert nach seiner Genesung nie mit den Kollegen über die möglichen weiteren Fährten aus seinem Notizbuch gesprochen hat, also über Brenners Sichtung in der Skinner Street, das Blut auf dem Teppichboden der Phipps, den Todesfall über den Margo sich eventuell Sorgen gemacht hat, Mucki Ritchies Besuch in der Praxis. Weiteres Gespräch mit Dennis Kupter. C.S. Er könnte wissen, wen Brenner an jenem Abend in der Skinner Street besucht hat, vielleicht einen Patienten? Kupter könnte eventuell auch erklären, warum Mucki Ritchie auf der Feier war. Werde ihn auch nach dem Skorpion fragen, falls dies auf den oben genannten verdächtigen Todesfall verweist. Befragung von Wolf Phipps. C.S. R.E. Wir haben Phipps schon zu lang außen vor gelassen. Wir sollten Anna fragen, ob sie ihn nicht doch überreden könnte, mit uns zu sprechen. Nach Möglichkeit Gespräch mit einem von Wilmer Bayless' Kindern vereinbaren. C.S. S.R.E. Umso wichtiger, falls wir nicht mit Roy sprechen können. Will Wilmers Geschichte gegen schicken. Roy im Garten, Blut auf dem Teppich. C.B. Oakden finden. C.S. Nichtwissen. Paul Satchwell finden und befragen. C.S. R.E. Steve Douthwaite finden und befragen. C.S. R.E. Unwillkürlich spürte Robin eine Art unterschwellige Kritik. Strike hatte sein Initialen auch hinter Punkte gesetzt, hinter denen zuvor nur ihre gestanden hatten. Sie hatte Satchwell finden. Sie hatte Wilmer Bayless' Kinder zu einem Gespräch überreden sein. Sie stellte den Laptop beiseite, gliff nach ihrem Handy und kehrte zum Frühstück in die Küche zurück. So wie sie den Raum betrat, wolle es schlagartig stehen. Linda, Stephen und auch Jenny blickten so schuldbewusst rein, als fürchteten sie, sie könnten belauscht worden sein. Robin steckte ein paar Scheiben Brot in den Toaster und versuchte, ihren Ärger hinunterzuschlucken. Hinter ihrem Rücken erahnte sie stumme Kommentare und Gesten. »Robin, wir sind Kalle Messier begegnet,« sagte Stephen unvermittelt, »als wir mit Annabelle draußen spazieren waren.« »Ach,« Robin drehte sie zu ihnen um und gab sich so unverfänglich interessiert wie möglich. Nun war man ihm also erstmals persönlich begegnet. Robin hatte die Mitternachtsmesse ausfallen lassen, weil sie sich sicher gewesen war, Sarah und er würden in die Kirche gehen. Doch ihre Mutter hatte berichtet, dass kein Canliff in der Messe gewesen sei. Jetzt sahen Linda, Stephen und Jenny sie an und warteten halb ängstlich, halb mitleidig auf eine Reaktion und Fragen. Ihr Handy piepte. »Entschuldigung«, erleichtert, den Beck abwenden zu können, griff sie danach. Morris hatte geschrieben. »Warum ist dein Weihnachten so scheiße?« Unter den gespannten Blicken der drei anderen tippte sie zurück. »Mein Ex-Schwiegervater wohnt bei uns im Ort und mein Ex hat seine neue Freunde mitgebracht. Wir sind im Moment der örtliche Skandal.« Auch wenn sie Morris nicht leiden konnte, war er in diesem Moment ein willkommener Verbündeter, eine rettende Verbindung in das Leben, das sie sich weit weg von Matthew und Messam aufgebaut hatte. Robin wollte das Handy eben weglegen, als es erneut piepte und sie immer noch unter den Blicken der anderen las. »Schöne Scheiße!« »Allerdings«, schrieb sie zurück. Dann sah sie wieder zu ihrer Mutter, Stephen und Jenny, auf und rang sich ein Lächeln ab. »Erzählt ihr mir jetzt davon?«, fragte sie an Stephen gewandt. »Oder muss ich erst fragen?« »Nein«, antwortete er eilig. »Es war nichts weiter wie er. Wir haben Annabelle zum Platz und wieder zurückgeschoben. Und da kamen sie auf uns zu, er und diese...« »Sarah«, half Robin ihm auf die Späune. Sie sah regelrecht vor sich, wie die beiden Hand in Hand durch den Wintermorgen und die malerisch Verschlafene, im Forst und frühen Sonnenschein liegende Kleinstadt spazierten. »Genau. Erst dachte ich, er würde kehrt machen, als er uns gesehen hat, aber nein. Stattdessen hat er gesagt, wie ich sehe, sind Glückwünsche angebracht.« Robin konnte im Kopf Matthews Stimme hören. »Das war auch schon alles«, sagte Stephen. »Ich hätte ihn am liebsten in die Eier getreten«, mischte Jenny sich ein, »eingebildeter Schnöse.« Lindas Blick war an Robins Handy hingelieben. »Wem schreibst du eigentlich so oft an Weihnachten?« »Wern wird er vorhin gesagt«, antwortete Robin. »Mauers, er arbeitet für die Detektei.« Sie wusste genau, welchen Eindruck Linda von ihr haben musste. Aber sie hatte auch ihren Stolz. Vielleicht war es keine Schande, Singer zu sein, doch die mitleidigen Blicke ihrer Familie, die Vorstellung, wie Matthew und Sarah durch Messam schlenderten, der allgemeine Verdacht, dass sie etwas mit Strike haben müsse, sowie die Tatsache, dass es über Strike und sie absolut nichts zu sagen gab, außer dass er glaubte, er müsse ihre Aufgaben übernehmen, weil sie keine Ergebnisse vorweisen konnte, all das nötigte sie dazu, nach einem Feigenblatt für ihre an der knatzte Würde zu greifen. »Mauers mochte schmierig und aufdringlich sein, aber ausgerechnet heute hatte er vielleicht eher ihr Mitleid denn Kritik verdient. Außerdem bescherte er Robin eine Möglichkeit, ihr Gesicht zu wahren. Ihre Mutter und ihr Bruder wechselten einen Blick, und sie zog Hohle befriedig, um aus der Gewissheit, dass beide den Köder sofort geschluckt hatten. Niedergeschlagen, zog sie die Kühlschranktür auf und nahm die halbvolle, sorgsam wiederverkorkte Fasche Sekt vom Vorabende aus. »Was machst du denn da?«, wollte Linda wissen. »Ich mach mir eine Mimosa,« teilte Robin ihr mit. »Es ist immer noch Weihnachten, oder?« Noch eine Nacht, dann säße sie wieder im Zug nach London. Fast als hätte Anna bei Robbins antisozialen Gedanken aufgefangen, gälte aus dem Babyfohn hinter Robin ein zraumles Schrei, unter dem alle zusammenzuckten, und der Baby-Zirkus, wie Robin es insgeheim bezeichnete, tingelte aus der Küche ins Wohnzimmer. Linda brachte ein Glas Wasser, damit Jenny während des Stehens etwas zu trinken hatte, und schaltete den Fernseher ein, während Steven nach oben stürmte, um Annabelle zu holen. Alkohol, beschloss Robin, wäre die Lösung. Solange sie den Sekt mit reichtig Orangensaft verdinnte, würde niemand es mitbekommen, wenn sie die Flasche leerte, und gleichzeitig ließe sich das Gemisch aus Elend, Grollen und Entfemdung, das in ihren eingeweihten rumorte, damit zufriedenstellend betäuben. Die Mimosas hielten sie bis zum Mittagessen über Wasser, dann tranken all ein Glas Rotwein, wobei Jenny nur einen Schluck nahm, und über Robins Hinweis hinweg hörte, die alkoholisierte Muttermilch könne Annabelle vielleicht beim Schlafen helfen. Morris schickte immer noch Nachrichten, überwiegend dämliche Weihnachtswitze und Updates aus seinem Tagesablauf, und Robin antwortete gedankenlos, fast als würde sie Chips futtern und mit dem gleichen leichten Anflug von Selbsthass. Meine Mutter ist gerade gekommen. Los, Sherry und Ausreden, damit ich nicht vor ihrem Damen-Kränzchen über Polizeiarbeit sprechen muss. Wie heißt die Adressat denn? schrieb Robin zurück. Sie war definitiv beschwipst. Muschi Morris, antwortete er. Robin war unschlüssig, ob sie lachen sollte oder ob das überhaupt lustig war. Robbs, willst du bitte nicht mehr spielen? fragte Jonathan. Was? Sie saß auf einem unbequemen Stuhl mit steifer Lehne in der Wohnzimmerecker. Der Baby-Zirkus hatte mindestens den halben Raum mit Beschlag belegt. Im Fernsehen lief der Zauberer von Aus, ohne dass jemand hinsah. Bictionary, Jonathan hob die Schachtel hoch. Ah ja, und Robbs könnte ich im Februar ein Wochenende bei dir pennen? War ein Witz, schrieb Morris. Sie heißt Francis. Was? fragte Robin nochmal. Sie hatte das Gefühl, dass sie gerade etwas gefragt worden war. Morris scheint ja ein sehr interessanter Mann zu sein, bemerkte Linda Spitz, und alle drehten sich zu Robin um, die nur antwortete, Bictionary? Klar, gern. Muss Bictionary spielen, schrieb sie an Morris. Male einen Schwanz, kam sofort die Antwort. Robin legte ihr Handy weg. Die Wirkung des Alkohols ließ langsam nach. Zurück blieb ein leichter, pochender Kopfschmerz hinter der wächten Schläfer. Zum Glück trat im selben Moment Martin mit einem Tablett voller gefüllter Kaffeetassen und einer Flasche Baileys ein. Jonathan gewann beim Bictionary, zwischendurch bohlte das Baby, auf dem Küchentisch wurde ein kaltes Abendessen bereitgestellt, weil Nachbarn eingeladen worden waren, die keine Annabelle zu bewundern. Um acht Uhr abends hatte Robin Paracetamol eingeworfen und trank nur noch schwarzen Kaffee, um den Kopf wieder klar zu bekommen. Sie musste noch packen. Außerdem musste sie irgendwie die seit dem Morgen laufende Konversation mit Morris beenden, der mittlerweile sturz betrunken war, so viel stand fest. Mutter ist heim, hat sich beschwert, dass sie die Inke nicht oft genug sieht. Woüber sollen wir jetzt reden? Was hast du an? Sie ignorierte die Nachricht. Oben in ihrem Zimmer packte sie ihren Koffer, weil ihr Zug in aller Feuer ging. Bitte, lieber Gott, dass Matthew und Sarah einen anderen nehmen. Sie sprühte sich erneut mit dem Weihnachtsgeschenk ihrer Mutter ein, schlupperte und kam zu dem Schluss, dass es ihren Mitmenschen eine einzige Botschaft aussandte. Ich hab mich gewaschen. Vielleicht hatte ihre Mutter dieses langweilige, florale Antiseptikum aus dem unterbewussten Wunsch herausgekauft, ihre Tochter von der Unterständung des Ehebruchs reinzuwaschen. Der Duft hatte jedenfalls nichts Verführerisches an sich und er würde sie bis in alle Ewigkeit an dieses lausige Weihnachten erinnern. Nichtsdestotrotz stopfte sie die Flasche zwischen ihre Socken, denn zurücklassen wollte Robin sie nicht, weil das die Gefühle ihrer Mutter verletzt hätte. Bis sie wieder ins Erdgeschoss zurückkehrte, hatte Morris fünf weitere Nachrichten geschickt. War nur ein Witz. Sag, dass Du weißt, dass es ein Witz war. Fuck, hab Dich beleidigt. Und schreib endlich. Kacker. Leicht vergrätzt und weil sie sich inzwischen für das dämliche pubertäre Schauspiel schämte, ihrer Familie weismachen zu wollen, sie habe genau wie Matthew einen neuen Partner gefunden, blieb sie im Flur stehen und schrieb ihm zurück, bin nicht beleidigt, mache jetzt Schluss, muss heute früh schlafen gehen. Sie betrat das Wohnzimmer, wo die versammelte Familie schläfrig und folgefressen Nachrichten guckte. Robin schob ein Wickeltuch, eine halbe Packung Windeln und das Bictionary-Brett vom Sofa, um sich zu setzen. Ein schuliger Robin, Jenny glöff gähnen nach den Babysachen und stellte sie zu ihren Füßen ab. Robins Handy piepte schon wieder, Linda warf ihr einen vielseitenden Blick zu, doch Robin ignorierte sowohl Mutter als auch Handy und starrte stattdessen auf das Bictionary-Brett, wo Martin Ikaos zu mahnen versucht hatte. Niemand hatte es erraten, alle hatten Ikaos für einen Käfer über einer Blume gehalten. Aber irgendetwas an dem Bild schlug sie in den Bann. Wieder piepte das Handy. Sie sah flüchtig darauf. Bist du im Bett? Ja, und das solltest du ebenfalls sein, schrieb sie zurück, war aber ein Gedanken immer noch bei der Zeichnung. Eine Blume, die wie eine Sonne aussah. Eine Sonne, die wie eine Blume aussah. Ihr Handy piepte schon wieder. Verärgert nahm sie es zur Hand. Morris hatte ihr ein Foto seines irrigierten Penis geschickt. Robin war so schockiert und angewidert, dass sie sie kundenlang nicht wegsehen konnte. Dann sprang die so abrupt auf, dass ihr Vater in seinem Sessel aus dem Schlaf schreckte und rannte aus dem Zimmer. Die Küche war nicht weit genug weg, nirbends wäre sie weit genug weg. Vor Zorn und Schock bebend riss sie die Hintertür auf und marschierte in den eisigen Daten, wo das zugefrorene Vogel bat, das sie mit kochendem Wasser aufgetaut hatte, schon die da hart und mälchige Mondschein glänzte. Ohne auch nur eine Sekunde zu überlegen, wählte sie Mauers Nummer. »Ey, wie kannst du, wie kannst du mir so was schitten, verdammt?« »Scheiße«, sagte er belämmert. »Ich wollte sie nicht. Ich dachte, wenn du hier wärst, oder? Ich hab geschrieben, ich gehe schlafen, verfluchter Dreck«, brüllte Robin ihn an. »Ich habe nichts davon geschrieben, dass ich deinen verdammten Pimmel sehen will.« Sie konnte sehen, wie sich in den Küchen der Nachbarnköpfe hinter Jarosin bewegten. Die Ellercots boten in diesem Jahr zu Weihnachten großes Kino. Erst ein neues Baby, dann Gebrüll wegen eines Geschlechtsteils. »Oh, Scheiße«, früsterte Maus, »oh, fuck sein. Aber ich, ich wollte echt nicht, wer kommt denn auf so eine Idee, Herr am Himmel? Was stimmt nicht mit dir?« »Nein, Scheiße, fuck.« »Zu mir reisen.« Ich dachte, »oh, zu dir echt leid, Robin.« »Oh, Jesus, ich will deinen Schwanz nicht sehen.« Sie bekam ein sturmtrockener Schluchzer zur Antwort. Dann meinte Robin zu hören, wie er das Handy auf einer harten Oberfläche ablegte. Im Hintergrund hörte sie gepresstes Stöhnen, das von weiteren Schluchtsern unterbrochen wurde. Schwere Gegenstände schienen umzufallen. Dann klapperte etwas, und Maus nahm das Handy wieder in die Hand. »Raulend, es ist mir so wie Schüsseleide.« »Das habe ich getan, Marcel.« »Ich dachte auch, fuck. Ich sollte mich einfach umbringen. Erzähl, jetzt steig nichts davon, Robin. Ich fliehe dich an. Wenn ich ausfliege, sag nichts. Wenn ich ausfliege, dann verliere ich alles. Ich darf meine Mädchen nicht verlieren, Robin.« Er erinnerte sie an Matthew, kurz nachdem sie herausgefunden hatte, dass er sie betrog. Sie sah ihren noch Ehemann so deutlich vor sich, als stünde er auf dem eisverkrusteten Hasen, schlüge die Hände vors Gesicht, flehte sie wimmernd um Verzeihung an und blickte dann panisch zu ihr auf. »Hast du mit Tom gesprochen? Weiß er Bescheid?« »Wieso verlanden diese Männer von ihr, dass sie deren schmutzige Geheimnisse für sich behielt?« »Ich erzähl'st,« »ich erzähl'st,« »sie schlotterte aber eher vor Zorn als vor Kälte, »weil seine Tante im Sterben liegt und ihr gerade jeden Mann brauchen. Aber wehe, du schickst mir noch ein einziges Mal irgendwas anderes als ein Update zu einem Fall.« »Oh Gott, Robin, Dank, danke, das ist echt anständig von dir.« Er hatte aufgehört zu schluchzen, aber sein Winseln widerte sie fast so sehr an, wie das Bild seines Schwanzes. »Ich liege jetzt auf.« Sie stand im Dunkeln, beinahe ohne die Kälte zu spüren, das Handy wie eine tote Last in ihrer Hand. Das Licht in der Nachbarküche ging aus, dafür ging die Tür zur Küche ihrer Eltern auf. Woundtree kam über den gefroren Rasen angetrabt und war überglücklich, dass sie ebenfalls draußen war. »Alles in Ordnung, Liebes?« fragte Michael Ellicott seine Tachter. »Alles gut.« Robin ging in die Hocke und streichelte Woundtree, damit ihr Vater ihre Tränen nicht sah. »Alles bestens.« »Alles bestens.«